Target mitten ins Ohr präsentiert Andreas Franz, Tod eines Lehrers. Gelesen von Thomas Pieper. Dienstag, 11. Februar, 23.05 Uhr. Der Hund lag neben dem Sessel, die Ohren gespitzt. Der Hund wusste, es war nur eine Frage von Minuten, bis sie ihr abendliches Ritual beginnen würden. Er wartete nur noch auf die Schlussmelodie der Nachrichtensendung. Sie würden ziemlich genau eine Dreiviertelstunde laufen, hinüber zum Wald, und wie meist im Winter, würden sie auch heute Nacht keinem Menschen mehr begegnen, denn in dieser Gegend ließ man mit Einbruch der Dunkelheit die Rollläden herunter. Auf geht's, mein Lieber! Schirner gab Henry einen leichten Klaps auf den Rücken. Dann wollen wir mal! Er schaltete mit der Fernbedienung den Fernsehapparat aus und erhob sich. Die Tischlampe ließ er brennen. Henry wedelte aufgeregt mit dem Schwanz und blickte seinen Herrn erwartungsvoll an. Ist ja gut, wir gehen gleich. Aber erst ziehe ich mir meinen Mantel und meinen Schal an. Draußen ist es nämlich noch immer ziemlich kalt, sagte Schirner liebevoll. Seine Frau Helga und sein Sohn Thomas schliefen längst. Carmen, die zwanzigjährige Tochter, studierte seit Oktober in Frankfurt, wo sie sich kurz vor Weihnachten gegen seinen Willen eine Wohnung genommen hatte und jetzt nur am Wochenende an Feiertagen oder zu bestimmten Anlässen wie Geburtstagen nach Hause kam, obwohl sie gerade einmal eine gute halbe Stunde entfernt wohnte. Er hatte mit Engelszungen auf sie eingeredet, aber Carmen wollte sich nicht umstimmen lassen. Frankfurt, die Stadt des Lasters und der Verbrechen, so hatte er argumentiert, sei nichts für eine junge Frau, die praktisch auf dem Land groß geworden sei. Denn als solches empfand er die geborgene Umgebung von Langen, wo er selbst schon seine Kindheit verbracht hatte und wo seine Wurzeln lagen. Doch alle Argumente hatten nichts geholfen. Sie hatte dagegen gehalten, dass es für alle besser sei, wenn sie in Ruhe studieren könne, wenn nicht der Krach lauter Musik aus Thomas' Zimmer komme oder ihre Mutter frage, ob sie dies oder jenes erledigen könne. Sie studierte Theologie, wozu auch die Fächer Latein, Altgriechisch und Hebräisch gehörten. Und Rudolf Schirner war, auch wenn er es nie zugeben würde, auf eine gewisse Weise stolz, eine Tochter zu haben, die sich nicht für einen dieser, wie er es nannte, profanen Studiengänge wie BWL oder Soziologie entschieden hatte, obgleich er es gerne gesehen hätte, wenn sie in seine Fußstapfen getreten wäre, um später als Lehrerin zu arbeiten. Doch ihr großes Ziel war es, eines Tages eine Gemeinde zu übernehmen und jeden Sonntag von der Kanzel zu predigen, und überhaupt schien Gott und die ihn umgebende mystische Aura, wie Rudolf Schirner es etwas abfällig bezeichnete, eine für ihn unerklärliche Faszination auf seine Tochter auszuüben. Rudolf Schirner, fünfzig Jahre alt und einst zweieundachtzig groß, dessen blondes, streng zurückgekämmtes Haar inzwischen Licht geworden war, legte einen dicken Schal um seinen Hals, zog sich seinen Mantel über und leinte Henry an. Er liebte seinen Hund und die morgendlichen und nächtlichen Spaziergänge, während deren er sich entweder auf den Tag vorbereiten oder nach getaner Arbeit abschalten konnte. Er zog leise die Tür hinter sich ins Schloss, nicht ohne vorher die Außenbeleuchtung angemacht zu haben, trat durch das Gartentor auf den Bürgersteig, ging vom Rotkehlchenweg hundert Meter gerade aus, bis er zur Hauptstraße kam, überquerte diese und bog nach weiteren fünfzig Metern rechts in den Wald ab, der linke Hand zum größten Teil zum Schloss Wolfsgarten gehörte. Die Temperatur war auf minus zwölf Grad gesunken, ein eisiger, böiger Wind, der aus allen Richtungen zu kommen schien, fegte übers Land. Der Himmel war sternenklar. Noch drei Tage bis Vollmond, der schon jetzt nur noch eine kaum erkennbare dunkle Kontur an der äußersten linken Seite aufwies, alles war gefroren. Der harte Boden knirschte leise unter seinen Schuhen. Er musste mehrfach kurz anhalten, damit Henry seine üblichen Markierungen machen konnte. Seit er hier wohnte, verging kein Abend, an dem er nicht mit dem Hund diese Strecke lief. Er tat dies mit ausgreifenden Schritten, seine Art, sich fit zu halten. Während der ersten Minuten ließ er den Tag Revue passieren und dachte auch an morgen, wenn er sechs Stunden am Stück unterrichten musste. Sein Beruf machte ihm Spaß. Der Umgang mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an seiner Schule zum Glück noch so etwas wie Anstand und Respekt vor den Lehrern bewiesen. Seit 25 Jahren war er an der Schule, seit 14 Jahren Oberstudienrat, im fünften Jahr hintereinander Vertrauenslehrer und vor drei Jahren wurde er zum stellvertretenden Direktor ernannt. Er unterrichtete Mathematik, Physik und Ethik, wobei sein Ethikkurs wesentlich stärker frequentiert war als der zeitgleich stattfindende Religionsunterricht seines Kollegen Baumann. Schirner glaubte nicht an ein Jenseits, ein Leben nach dem Tod oder Wiedergeburt. Für ihn, einen überzeugten Existenzialisten und Atheisten, wurde man geboren, lebte und starb, um irgendwann zu Asche zu zerfallen. Seine Tochter Kamen dagegen war fest von der Existenz Gottes überzeugt, und er würde einen Teufel tun, sie davon abzubringen. Er hatte versucht, ihr klarzumachen, dass es unmöglich ein Wesen geben könne, das zum einen im ganzen Universum und zum anderen in jedem Einzelnen existierte. Das sei mathematisch und physikalisch schlicht unmöglich. Sein Versuch war fehlgeschlagen. Er ging seit zehn Minuten mit leicht gesenktem Kopf, in Gedanken versunken, durch die mondhelle Nacht. Henry blieb zum x-ten Mal stehen, um das Bein zu heben, als Schirner eine dunkle Gestalt erblickte, die plötzlich aus dem zweiten Weg rechts um die Ecke kam. Schirner zog die Stirn entfalten und kniff die Augen zusammen. Nur sehr selten traf er um diese Zeit noch einen anderen Menschen an. Doch er hatte keine Angst, denn dies war eine sichere Gegend mit anständigen Bewohnern, und so gutmütig Henry auch war, so argwöhnisch verhielt er sich Fremden gegenüber. Die Gestalt kam näher. Schirner erkannte die Person. Die leichte Anspannung wich, und ein Lächeln zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. »Hallo«, sagte er freundlich. »So spät noch unterwegs?« »Ich konnte nicht schlafen. Noch eine Runde mit Henry drehen? Wie jeden Abend. Ganz schön kalt, was? Hm, wenigstens ist es eine trockene Kälte. Und damit verschwindet hoffentlich endlich mal das Ungeziefer. Ich muss jetzt aber los, mein Bett ruft. »Schönen Abend noch«, sagte die ganz in schwarz gekleidete Person, die von Henry, der an einem Baum schnüffelte, erst freudig begrüßt und jetzt nur noch nebenbei wahrgenommen wurde, ging weiter, blieb aber einen Moment später stehen, drehte sich um, kam noch einmal auf Schirner zu und sagte, »Ich hab was vergessen, nur eine Frage.« »Ja, was?« Zu mir kam Schirner nicht. Er sah nicht den blitzschnell geführten Stoß kommen, die lange silberne Klinge, die ihn unvermittelt in den Bauch traf, immer und immer wieder. Er hatte die Augen weit aufgerissen. Ein Stich nach dem anderen drang in seinen Bauch und seine Brust. Ihm wurde schwindelig. Er hatte das Gefühl, als würde er von allen Seiten attackiert. Aber er nahm nur dieses eine Messer wahr. Alles um ihn herum verschwamm. Er sank zu Boden. Blut ran aus seinem Mund. Er bäumte sich noch dreimal auf, bis ein langes Zucken durch seinen Körper raste und auch dieses letzte Lebenszeichen aufhörte und Schirner mit gebrochenen Augen dalag. Henry jaute kurz auf und leckte dann über das tote Gesicht seines Herrn, bis ihm ein paar Mal freundschaftlich auf die Schulter geklopft und er weggeführt wurde. »Komm, wir rennen ein bisschen, damit uns warm wird. Es ist wirklich schweinekalt.« Mittwoch, 6 Uhr 24 Peter Brandt, Hauptkommissar bei der Mordkommission Offenbach, zuständig für den Bereich Südosthessen, der von Bad Orb, Schlüchtern, über Seligenstadt bis hinunter nach Langen reichte, wurde vom Telefon geweckt. Er blickte mit verschlafenen Augen zur Uhr, stieß einen derben Fluch aus, nahm den Hörer vom Apparat auf seinem Nachtschrank und meldete sich mit einem Mürrischen und Knappen. »Ja?« »Hier, Krüger, KDD, schwing dich aus den Federn, Alter, es gibt Arbeit.« »So früh? Was zum Teufel! Ein Toter in Langen, auf einem Waldweg in der Nähe vom Schloss Wolfskarten. Wurde vor einer guten halben Stunde gefunden. Soll ziemlich übel aussehen. Schau ihn dir an. Ein Streifenwagen steht an der Straße, damit du es nicht verfehlst.« »Wer ist vor Ort?« »Im Moment nur Kollegen aus Langen. Ich hab denen schon gesagt, dass du in spätestens einer halben Stunde dort bist.« »Bist du wahnsinnig? Wie soll ich das in einer halben Stunde schaffen? Meinst du vielleicht, ich warte nur darauf, dass mitten in der Nacht jemand umgebracht wird? Ich bin in einer Stunde dort, richte denen das aus. Und die sollen nichts anrühren.« »Okay, aber beeil dich!« Krüger beendete einfach das Gespräch. Brand brummte ein leises Arschloch, legte den Hörer zurück und setzte sich auf. Im Flur brannte bereits Licht. Er ging nur mit einem T-Shirt und einer Boxerschatz bekleidet zum Badezimmer, doch die Tür war abgeschlossen. Brand war 1,70 groß oder klein, wie immer man es betrachtete, leicht untersetzt und doch muskulös, hatte volles, dunkles, von vielen grauen Strähnen durchzogenes Haar und ein kantiges, leicht gebräuntes Gesicht mit einem markant hervorstehenden Kinn. »Wer ist da drin?« fragte er. »Ich.« »Sara, bitte lass mich ausnahmsweise zuerst rein. Ich muss mich für die Schule fertig machen.« »Hey, liebes Töchterchen, ich muss in fünf Minuten los, ein dringender Fall, also mach schon auf!« Sie öffnete die Tür und stand im Nachthemd vor ihm und sah ihn mit gekräuselter Stirn an. Ein Zeichen ihrer Ungehaltenheit. Sarah war 14 und lebte seit der Scheidung von seiner Frau vor einem Jahr zusammen mit ihrer zwölfjährigen Schwester Michelle bei ihm, weil die Mädchen das so gewollt hatten. Ihre Mutter hatte zwar alle Hebel in Bewegung gesetzt, sie bei sich behalten zu können, doch als die Familienrichterin erfuhr, dass sie vorhatte, mit ihrem neuen Lover einem stinkreichen Kunsthändler eventuell nach Spanien zu ziehen und die Mädchen in ein Internat abzuschieben, wurde der Antrag auf alleiniges Sorgerecht abgeschmettert und dem Wunsch von Sarah und Michelle entsprochen, bei ihm zu wohnen. Die Mädchen schliefen hin und wieder bei den Großeltern, meist jedoch in den eigenen Betten, weil Peter Brandt es fast immer schaffte, rechtzeitig zu Hause zu sein. Nach der Schule gingen die beiden in der Regel zu ihren Großeltern, außer wenn Brandt dienstfrei hatte, aßen dort zu Mittag, machten ihre Hausaufgaben, trafen sich mit Freundinnen und wurden abends von ihrem Vater abgeholt. Sie führten ein relativ ruhiges Leben. »Wo musst du denn jetzt schon hin?«, fragte sie mürrisch. »Beeil dich bloß, ich verpaß sonst meinen Bus.« »Guten Morgen, liebste Sarah, es gibt da einen Toten in Langen. Ich bin in fünf Minuten wieder draußen und dann kannst du dich weiter deiner Schönheit widmen.« Er grinste, gab ihr einen Kuss auf die Stirn, drängte sich an ihr vorbei, erledigte seine Morgentoilette, wusch sich die Hände und das Gesicht, rasieren würde er sich erst am Abend. Peter Brandt liebte seine Töchter über alles. Sie waren seit der Scheidung sein Lebensinhalt geworden. Und er tat alles, um ihnen ein guter Vater zu sein. Auch wenn sein Beruf ihm häufig wenig Zeit für sie ließ, widmete er die wenige Zeit ganz und gar ihnen. Sie gingen ins Kino, ließen sich Pizza kommen, unterhielten sich über die Schule und manchmal machten sie auch einfach nur Blödsinn. Es brauchte keine fünf Minuten im Bad. Als er herauskam, sagte Sarah, »Wird es heute spät?« Brandt schüttelte den Kopf und meinte, »Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin bestimmt nicht später als sechs wieder zu Hause. Und falls doch, sage ich Bescheid.« »Was ist eigentlich mit der Daunenjacke?« rief sie aus dem Bad. »Welche Daunenjacke?« Die Tür ging erneut auf, und Sarah steckte den Kopf heraus. »Ich habe dir doch schon am Wochenende gezeigt, dass meine im Arsch ist.« »Sarah, bitte nicht diese Ausdrücke«, sagte er mahnt. »Ja, ich kann mich vage erinnern. Wann wollen wir die kaufen?« »Ich kann auch allein los. Ich weiß ja, welche ich will.« »Aha. Und welche?« »Heli Hansen! Tragen fast alle in meiner Klasse.« »Das heißt fast alle? Zwei, drei?« »Oh Mann, kriege ich die jetzt oder nicht?« »Wie viel?« »Hundertfünfzig«, antwortete sie leise. »Hundertfünfzig Euro? Weißt du eigentlich, wie viel Geld das ist? Es gibt doch sicher auch Daunenjacken, die genauso warm sind, aber nicht mal die Hälfte kosten.« »Die hält aber länger und sieht absolut geil aus. Bitte, 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 bitte.« Brand atmete einmal tief durch. »Okay, ausnahmsweise.« »Aber ich habe jetzt kein Geld hier. Du kannst sie dir morgen kaufen.« »Danke«, sagte sie strahlend und machte die Tür wieder zu. Und von drinnen. »Du bist und bleibst eben der beste Papa der Welt.« »Ja, ja«, dachte er grinsend. »Solange die Kohle stimmt, ist man immer der beste Papa der Welt.« Draußen schlug ihm der schon seit Tagen eisige, böige Wind entgegen. Er war froh, unter die fellgefütterte Lederjacke noch einen Pullover angezogen zu haben. Um sechs Uhr dreihundfünfzig stieg er in seinen neuen Alpha-147 und raste los. Mittwoch, sechs Uhr dreißig. Helga Schirner wachte wie jeden Morgen pünktlich um halb sieben auf, streckte sich, öffnete als erstes das Fenster, atmete genau fünfmal tief ein und aus und schloss es wieder. Sie ging ins Bad, setzte die Badekappe auf und stellte sich unter die Dusche. Dann trocknete sie sich ab, zog frische Unterwäsche an und den Morgenmantel darüber. Sie hatte wie immer tief und fest geschlafen und fühlte sich nun ausgeruht und bereit für den Tag. Sie begab sich ins Erdgeschoss, sah die Tischlampe im Wohnzimmer brennen, schüttelte den Kopf und schaltete sie aus. »Was für eine Stromverschwendung«, schimpfte sie leise und ging in die Küche, um das Frühstück für ihren Mann und ihren Sohn Thomas zu bereiten. Sie deckte den Tisch und stellte die Kaffeemaschine an. Dann machte sie das Radio an und während sie leise einen Schlager aus den siebziger Jahren mitsang, hörte sie Geräusche aus dem ersten Stock und wie die Badezimmertür abgeschlossen wurde. Um zehn nach sieben kam Thomas die Treppe heruntergetrampelt, wie er das immer zu tun pflegte, murmelte ein verschlafenes Morgen und setzte sich an den Tisch. »Warum musst du eigentlich immer so trampeln? Kannst du nicht wie ein gesitterter Mensch gehen?« sagte sie mit vorwärtsvoller Stimme. Thomas Schirner, vierzehn Jahre alt, sah seine Mutter nicht einmal an und erwiderte auch nichts. Es war das typische morgendliche Ritual. Sie moserte und er schwieg. »Hat dein Vater heute später Schule?« fragte Helga Schirner. »Woher soll ich denn das wissen?« Er scheint lange wach gewesen zu sein, hat mal wieder das Licht im Wohnzimmer brennen lassen. »Na ja, dann muss er heute wohl erst später los.« »Du hast sieben Stunden?« »Wenn nichts ausfällt.« »Schläft Henry wieder bei deinem Vater?« »Mama, warum fragst du mich das?« sagte Thomas genervt. »Schau doch selbst nach!« Um kurz vor halb acht verließ Thomas das Haus. Helga Schirner ging bis zur Treppe, warf einen Blick nach oben und überlegte, ob sie nach ihrem Mann sehen sollte. Sie schüttelte den Kopf und dachte, er ist für sein Leben selbstverantwortlich, und wenn er zu spät kommt, dann hat er eben Pech gehabt. Sie räumte das benutzte Geschirr in die Spülmaschine, aß eine Scheibe Grafenbrot mit Butter und Schnittlauch und trank dazu eine Tasse Kaffee mit wenig Milch und ohne Zucker. Um fünf nach acht klingelte es an der Tür. Sie runzelte die Stirn und fragte sich, wer das um diese frühe Stunde sein konnte. Als sie durch den Spion schaute, sah sie einen unbekannten Mann. Sie legte die Sicherungskette vor und machte die Tür einen Spalt breit auf. Mittwoch, 7.21 Uhr Es begann allmählich hell zu werden. Schaulustige hatten sich zum Glück noch nicht eingefunden. Am Tatort waren zwei Streifenwagen und vier Schutzpolizisten, sowie fünf Beamte von der Spurensicherung, ein Notarzt und der Fotograf, und Dieter Gräulich, ein Kollege von der Mordkommission, Anfang dreißig und von der Sorte, die einem den ganzen Tag vermiesen können. Brandt wunderte sich, ihn hier zu sehen, und fragte sich, von wem er wohl die Information über den Mord erhalten hatte. Brandt kam mit jedem im Kommissariat gut aus, nur gräulich, dessen Name offenbar programmbar, war für ihn ein rotes Tuch. Obwohl erst seit einem Jahr bei der Kripo wusste er alles besser und versuchte sich bei den Kollegen und vor allem bei der seit Januar in Offenbach tätigen Staatsanwältin Elvira Klein einzuschleimen, offensichtlich besessen von dem Gedanken, es so schnell wie möglich zum Hauptkommissar und leitenden Ermittler zu bringen. Gräulich war das genaue Gegenteil von Brandt, ein Heißsporn, jähzornig, hinterhältig und bisweilen brutal, weshalb ihn Bernhard Spitzer, der Kommissariatsleiter, bereits einmal verwarnt hatte, nachdem er einen Verdächtigen während des Verhörs geschlagen hatte. Brandt ging unter der Absperrung durch und auf den Toten zu. Er warf einen kurzen Blick auf ihn und fragte einen der Beamten, wer hat ihn gefunden? Ein Jogger, er heißt Bender, sitzt im Streifenwagen. Ihr Kollege war schon bei ihm. Mein Gott, wer joggt denn bei dieser Saukälte so früh am Morgen? Was soll's? Wie heißt der gute Mann? Rudolf Schirner. Wohnt gleich dort drüben in der Siedlung am Rotkehlchenweg. Und woher wissen Sie das? Haben Sie ihn doch angerührt? Nein, habe ich nicht. Seine Brieftasche liegt neben ihm. Also kein Raubmord, murmelte Brandt und fuhr sich mit einer Hand übers unrasierte Kinn. Das kann ich nicht sagen. In seiner Brieftasche war nur sein Ausweis, aber kein Geld, keine Kreditkarten und so weiter. Und ein Portemonnaie hatte er auch nicht. Könnte schon sein, dass man ihn ausgeraubt hat. Und warum hat man ihm den Ausweis gelassen? Vielleicht wollte uns der Täter helfen, damit wir ihn gleich identifizieren können, erwiderte der Beamte lakonisch und mit dieser Prise Ironie die Brandt gefiel. Er musste unwillkürlich grinsen. Wurden die Angehörigen schon verständigt? Nein, wir wollten auf sie warten. Außerdem wissen wir ja nicht mal, ob er überhaupt welche hat. Na, so wie der angezogen ist, hat er welche. Der hat eine Frau, die ihm die Hemden bügelt, den Anzug in die Reinigung bringt und die Schuhe putzt. Und woher wollen Sie das wissen? fragte der Beamte erstaunt. Berufserfahrung. Alleinstehende schauen anders aus, bemerkte Brandt trocken. Gräulich stellte sich neben Brandt und sagte, sieht ganz nach einem Ritualmord aus. Aha. Und wie kommen Sie darauf? Die vielen Einstiche, der abgeschnittene Pimmel. Das ist für mich ganz eindeutig ein Ritual, das der Täter vollzogen hat. Und was glauben Sie, wer dahinter steckt? Satanisten, Teufelsanbeter, Hexen? fragte Brandt eher ironisch, was Gräulich jedoch nicht zu bemerken schien. Wir müssen es rausfinden. Schön. Dann machen Sie sich schon mal an die Arbeit. Fahren Sie ins Präsidium und ziehen Sie sich alle Vorgänge raus, die mit Ritualdelikten im Rhein-Main-Gebiet der letzten fünf ein, Nein, besser zehn Jahre zu tun haben. Dazu suchen Sie sämtliche einschlägig vorbestraften Satanisten, Okkultisten, und Sie wissen schon, Sie sind ja ein Fachmann. Und als Gräulich nicht gleich ging, ist noch was? Wir wollen doch den Fall so schnell wie möglich lösen, und kein Wort an die Presse. Er gräulich setzte sich in seinen Wagen und brauste davon. Brandt schaute ihm nach, bis er das Aufleuchten der Bremslichter an der Kreuzung sah, froh, ihn los zu sein. Er beugte sich über den Toten. Das Gesicht war von der Kälte blau angelaufen, die Gelenke starr, die Augen weit aufgerissen. Das Entsetzen noch deutlich zu erkennen. Seine Hose war offen und blutdurchtränkt, seine Genitalien abgeschnitten. Brandt warf nur einen kurzen Blick darauf, winkte den Arzt zu sich heran und fragte, »Wie lange ist er schon tot?« »Das ist bei der Kälte schwer zu sagen. Das müssen schon Ihre Gerichtsmediziner rausfinden. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier soll.« »Wenigstens ungefähr.« »Irgendwann, heute Nacht. Der Typ ist zu einem Eisblock gefroren. Wir hatten letzte Nacht so um die minus fünfzehn Grad.« »Also gut«, sagte Brandt und bedeutete, dem Fotografen und einem Beamten der Spurensicherung näher zu treten. »Mach deine Fotos und dann überlass der Spurensicherung das Feld. Ich erwarte bis heute Abend die ersten Resultate. Und ich werde mich jetzt mal mit dem Jogger unterhalten und danach Frau Schirner einen Besuch abstatten und veranlasst, dass der Tote zur Sievers gebracht wird.« Der junge Mann saß im Streifenwagen und sah Brandt an. »Hallo, Herr Bender«, sagte Brandt, »Sie haben also den Toten entdeckt. Wann genau war das?« »Ich habe nicht auf die Uhr geguckt.« »Aber so gegen sechs.« »Laufen Sie wirklich jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe hier rum?« »Jeden Morgen. Ich muss mich fit halten.« »Haben Sie ihn angerührt oder irgendwas verändert?« »Scheiße, nein! Ich habe zum Glück mein Handy dabei gehabt und gleich die Polizei gerufen.« »Und Sie sind auch sonst niemandem begegnet?« »Nein, ich war ganz allein.« »Okay. Meine Kollegen nehmen Ihre Aussage noch zu Protokoll. Dann können Sie gehen.« »Ach ja.« »Noch was. Die Presse wird Ihnen Fragen stellen.« »Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie keine Details schildern. Sie wissen ja, wie diese Heinis sind.« »Kein Wort.« Brandt stieg wieder aus, ließ sich von einem der Schutzpolizisten erklären, wie er am schnellsten in den Rotkehlchenweg kam und machte sich auf den Weg. Um fünf nach acht klingelte er an der Tür des Einfamilienhauses. Auf einem kitschigen Schild stand »Herzlich willkommen«. Brandt hörte, wie von innen die Sicherungskette vorgelegt und die Tür einen Spalt breit geöffnet wurde. Er hielt seinen Ausweis hoch und sagte »Mein Name ist Brandt.« »Kripo Offenbach, dürfte ich bitte kurz reinkommen?« »Kriminalpolizei? Kann ich bitte noch einmal Ihren Ausweis sehen?« Brandt hielt ihn erneut hoch. Hilga Schirner warf einen langen Blick darauf, entriegelte die Kette und machte die Tür auf. »Was wollen Sie von mir? Hat mein Sohn etwas angestellt oder ist etwas mit meiner Tochter?« fragte sie mit diesem speziellen Ausdruck in den Augen, den Brandt schon von einigen anderen Angehörigen kannte, den er eine Todesnachricht überbringen musste. Ein Ausdruck, der aus Angst und einer bösen Ahnung bestand. »Nein«, antwortete Brandt und trat in die warme Wohnung ein. »Können wir uns setzen?« »Bitte hier, im Wohnzimmer«, sagte Helga Schirner, ging vor Brandt in das mit antiken Möbeln ausgestattete Zimmer und bat ihn, Platz zu nehmen. »Frau Schirner, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann tot ist.« Er beobachtete die Reaktion der Frau, die bis eben gestanden hatte, sich jetzt aber langsam hinsetzte und brandungläubig anstarrte. Ein Blick der Bände sprach. »Was sagen Sie da?« »Mein Mann ist tot?« »Das kann nicht sein. Er ist doch oben und schläft noch.« »Sind Sie da sicher?« Helga Schirner schluckte schwer und schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie kaum hörbar, »bin ich nicht. Ich habe mich schon gewundert, dass er nicht zum Frühstück runtergekommen ist, aber ich dachte, er hätte vielleicht später Schule.« »Ihr Mann ist Lehrer?« »Ja.« »Wo ist mein Mann jetzt?« »Auf dem Weg in die Rechtsmedizin.« »Sind Sie in der Lage, mir ein paar Fragen zu beantworten?« Helga Schirner nickte. Sie saß aufrecht da, die Beine eng aneinandergelegt, die Hände gefaltet. Ihre Mundwinkel zuckten. Tränen liefen ihr übers Gesicht. »Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen?« »Gestern Abend. Ich gehe jeden Abend um zehn zu Bett. Er sieht sich immer noch die Tagesthemen an und dreht danach mit dem Hund die übliche Runde.« »Und als Sie heute früh aufgestanden sind, ist Ihnen da nicht aufgefallen, dass seine Seite leer ist?« Sie sah brandan, als hätte sie die Frage nicht richtig verstanden, bevor sie antwortete. »Wir haben schon seit einigen Jahren getrennte Schlafzimmer. Ich brauche meinen Schlaf. Und er geht nie vor Mitternacht ins Bett. Das hat mich gestört. Und...« »Wie ist er gestorben?« »Er wurde umgebracht.« »Umgebracht? Mein Gott! Wie wurde er... Wie es aussieht, wurde er erstochen. Sie sagen, dass er mit dem Hund draußen war. Ich habe aber keinen Hund gesehen. »Henry. Ein Golden Retriever. Er hätte niemals zugelassen, dass meinem Mann etwas angetan wird.« »Ist Henry ein friedlicher Hund?« »Er ist nicht bösartig. Doch Fremden gegenüber ist er erst mal distanziert und beobachtet sie. Aber er hat noch nie zugebissen.« »Dann ist er also doch ein friedlicher Hund?« »Ja.« »Hatte Ihr Mann Feinde?« »Nicht, dass ich wüsste. Mein Gott! Was soll jetzt bloß werden? Wie soll ich das nur den Kindern erklären?« »Rudolf ist tot?« »Ich habe doch für ihn noch den Frühstückstisch gedeckt,« sagte sie und brach unvermittelt in Tränen aus. Und ich habe immer gedacht, warum nimmt er diesen finsteren Weg?« »Tagsüber ist es dort ja ganz schön. Aber nachts würde ich nie... Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Wie soll das bloß weitergehen?« »Brauchen Sie einen Arzt?« fragte Brand behutsam. »Ich weiß nicht.« »Rudolf war doch so ein gutmütiger Mann. Er war bei allen beliebt und hat geholfen, wo er nur konnte.« »Ich begreife das alles nicht. Warum er? Warum ausgerechnet er?« »Er hat doch keiner Fliege was zu Leide getan, war immer freundlich und hat keinem etwas Böses gewollt.« »Sie können fragen, wen Sie wollen. Sie werden immer die gleiche Antwort bekommen.« »Er war doch nur ein Lehrer. Wir haben keine Reichtümer und auch mit keinem unserer Nachbarn Streit gehabt.« »In welcher Schule hat Ihr Mann unterrichtet?« »Im Georg-Büchner-Gymnasium in der Oberstufe.« »Ich halte das nicht aus. Ich glaube, ich drehe durch. Ich muss in der Schule anrufen und Bescheid geben, dass mein Mann heute nicht kommt,« sagte sie mit verwirrten Blick, sprang auf und wollte bereits zum Telefonhörer greifen. Doch Brands Stimme hielt sie zurück. »Nein, nein, das brauchen Sie nicht. Das übernehmen wir schon.« »Haben Sie einen Hausarzt?« »Ja, Dr. Müller«, sagte sie unter Tränen. »Ich würde es für gut halten, wenn er herkommt und Ihnen etwas zur Beruhigung gibt. Haben Sie seine Nummer griffbereit?« »Auf dem Telefontisch, das braune Register«, sagte sie mit tonloser Stimme. Brand suchte die Nummer heraus und rief in der Praxis an. Er ließ sich mit dem Arzt verbinden und bat ihn, so schnell wie möglich vorbeizukommen. »Er wird gleich hier sein. Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch eine Frage stellen.« »Hat sich Ihr Mann in letzter Zeit auffällig verhalten, oder war er anders als sonst?« Helga Schirner schüttelte den Kopf. »Nein, das hätte ich gemerkt.« »Und es gab auch keine besonderen Vorfälle wie anonyme Anrufe oder sonstige Drohungen?« »Nein, wenn ich es doch sage. Es war alles wie immer. Ich kann das alles nicht begreifen.« »Hat Ihr Mann immer seine Brieftasche und sein Portemonnaie bei sich gehabt, wenn er das Haus verließ?« »Ja, ich denke schon.« »Hatte er Kreditkarten oder größere Mengen Bargeld bei sich?« »Er hatte nur eine EC-Karte und eine Euro-Karte. Und Bargeld selten mehr als fünfzig oder sechzig Euro.« Dr. Müller kam nur zehn Minuten nach dem Anruf. Brand schilderte ihm in kurzen Worten, was vorgefallen war. Der Arzt, der die Schirners offenbar schon lange kannte, sprach mit Helga Schirner, die aber seine Worte kaum noch wahrzunehmen schien. Er zog eine Spritze mit einem Beruhigungsmittel auf und injizierte die Flüssigkeit in die Armvene, was sie sich widerstandslos gefallen ließ. Er wartete noch fünf Minuten, bis das Mittel wirkte, und Helga Schirner die Augen zufielen und sie gleichmäßig atmete. »Was haben Sie ihr gegeben?« fragte Brand. »Das übliche in solchen Fällen, zehn Milligramm Valium. Das wird aber nicht lange vorhalten. Am besten wäre es, sie hätte jemanden, der sich um sie kümmert.« »Kennen Sie denn jemanden?« »Sie hat einen vierzehnjährigen Sohn und eine Tochter, Carmen, die in Frankfurt studiert und wohnt. Ich nehme an, dass die Nummer im persönlichen Telefonbuch steht.« »Danke. Ich werde versuchen, sie zu erreichen.« Dr. Müller packte seine Tasche zusammen und fuhr zurück in die Praxis. Peter Brand fand die Nummer von Carmen Schirner in dem kleinen Telefonbuch. Ein Blick auf die Uhr, zehn vor neun. »Vielleicht habe ich Glück und erwische Sie noch zu Hause«, dachte er. »Ansonsten probiere ich es auf ihrem Handy.« Er war erleichtert, als sie schon nach dem zweiten Klingeln abnahm. Er schilderte ihr kurz, was geschehen war, und sie versprach, sich sofort auf den Weg zu machen. Brand blieb noch ein paar Minuten bei Helga Schirner, die die Augen wieder halb geöffnet hatte und ihn wie in Trance ansah. Er hatte in den vergangenen zwanzig Jahren schon etliche Todesnachrichten überbringen müssen, aber es war jedes Mal wieder anders, jedes Mal wieder neu. Doch immer unangenehm. Peter Brand fuhr ins Präsidium, wo er bereits von seinem Chef und besten Freund Bernhard Spitzer erwartet wurde. Sie waren vor gut fünfundzwanzig Jahren zusammen zur Polizei gekommen, hatten auf demselben Revier Dienst geschoben, hatten gleichzeitig die Polizeischule besucht. Der Unterschied war nur, dass Spitzer sich im Büro am wohlsten fühlte, während Brand es nur widerwillig betrat. Mittwoch, neun Uhr fünfzig Und, wurde er von Spitzer empfangen, der hinter seinem Schreibtisch saß, eine dampfende Tasse Kaffee vor sich. »Ich brauche jetzt auch erst mal einen Kaffee«, sagte Brand, holte seine Tasse, schenkte sich ein und setzte sich Spitzer gegenüber. »Wieso hast du gräulich hier geschickt, damit der alle Akten durchwühlt, die mit Satanisten und so einem Kram zu tun haben?«, fragte Spitzer grinsend, da er die Antwort schon kannte. »Weil er was zu tun braucht, weil er was zu tun braucht. Ritualmord. Das war kein Ritualmord. Schirner wurde kaltblütig abgestochen.« Er nippte an seinem heißen Kaffee und wärmte sich an der Tasse die Hände. »Und warum kann es deiner Meinung nach kein Ritualmord sein?« »Weil der Täter eben auf bestimmte Rituale verzichtet hat.« »Der hat ihn nur kastriert, die Teile aber nicht mitgenommen.« Er zuckte mit den Schultern und fuhr sich übers Kinn. »Ich habe es in meiner Laufbahn zweimal mit Ritualmorden zu tun gehabt, und da sehen die Opfer ganz anders aus. Außerdem lassen Ritualmörder, wie gesagt, meistens die Teile nicht beim Opfer, sondern nehmen sie entweder als Souvenir mit oder essen sie.« »Ist doch egal. Der Typ ist Lehrer, das heißt, er war Lehrer, und ich denke, wir sollten uns zunächst mal in der Schule umhorchen.« Seine Frau beschreibt ihn als überaus beliebt, freundlich und so weiter. Aber für meine Begriffe steckt mehr dahinter als nur ein simpler Mord, auch wenn Raubmord nicht ganz ausgeschlossen werden kann, weil in seiner Brieftasche nur sein Personalausweis war und auch sein Portemonnaie fehlt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Mord geplant war. Dafür spricht auch, dass der Hund verschwunden ist. »Welcher Hund?« Schirner ist jeden Abend nach den Tagesthemen noch eine Runde mit ihm gelaufen, und wie seine Frau sagt, hat er dabei immer denselben Weg genommen. Es könnte also sein, dass jemand auf ihn gewartet hat. Jemand, der genau wusste, dass Schirner um eine bestimmte Uhrzeit dort vorbeikommen würde. Aber angeblich hatte er keine Feinde und hat sich in letzter Zeit auch nicht auffällig verhalten. Ich habe seine Frau alles gefragt, was ich in dem Moment fragen konnte. Dazu eben die Sache mit dem Hund. Offensichtlich ist er verschwunden. Ich nehme fast an, der Täter hat ihn mitgenommen, sonst wäre er wohl nach Hause gelaufen. Aber da er Fremden gegenüber angeblich misstrauisch ist, muss es jemand sein, den er kennt und der ihm vertraut ist. Oder er wurde ebenfalls getötet und woanders abgelegt. »Was soll's? Das Puzzle werden wir auch noch zusammensetzen.« Er hielt inne und sagte nach einem Moment des Nachdenkens, »wenn ich in die Schule fahre, will ich mit Nicole zusammenarbeiten. Als ich gräulich heute Morgen gesehen habe, ist mir schon wieder die Galle hochgekommen. Du kannst Nicole haben. Hast du schon eine Vermutung, wo du ansetzen könntest?« »Hey, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich bin kein Hellseher und auch kein Prophet. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen ein Motiv finden, denn irgendwer muss Schirner auf den Tod gehasst haben, im wahrsten Sinne des Wortes.« Brand griff zum Telefon und tippte die Nummer der Rechtsmedizin in Frankfurt ein, wohin alle ungeklärten Todesfälle aus dem Zuständigkeitsbereich der Offenbacher Kripo gebracht wurden. Dr. Andrea Sievers meldete sich, eine gerade mal 32-jährige Pathologin, die Brand schon von dem Tag vor gut drei Jahren anleiden mochte, als sie vom Chef als die neue Mitarbeiterin vorgestellt worden war. Vielleicht, weil sie den gleichen morbiden Humor hatten, vielleicht aber auch, weil sie anders war als die Frauen, die er kannte, ohne dass er dieses anders hätte definieren können. »Peter hier. Hi! Ich wollte nur mal fragen, ob du schon den Eisblock auf den Tisch gekriegt hast.« »Aber sicher doch. Der Eisblock taut gerade auf.« »Was willst du denn wissen?« »Z.B. wie oft zugestochen und was für eine Klinge benutzt wurde.« »Willst du Vermutungen oder Ergebnisse haben?«, fragte Andrea Sievers. »Wir haben es gerade mal geschafft, ihm die Klamotten auszuziehen, und jetzt fangen wir ganz langsam an zu zählen. »Aber du kannst ja rüberkommen und mithelfen.« »Bin schon unterwegs.« Er legte auf und sagte zu Spitzer, »ich mach mich ab in die Pathologie und nehm Nicole gleich mit. Danach schauen wir uns mal in der Schule des werten Herrn Schirner um.« Peter Brand ging in das Büro nebenan, wo Nicole Eberl am Computer saß. Sie blickte auf und sagte, »Guten Morgen. Du siehst müde aus, schlecht geschlafen? Ha, ha, ha. Wie würdest du dich wohl fühlen, wenn du mitten im schönsten Traum aus dem Bett geklingelt wirst? Du kannst deinen PC übrigens ausmachen. Wir fahren in die Rechtsmedizin und anschließend in die Schule.« »Schule?« Schirner war Lehrer. Seine Frau kann sich so gar nicht vorstellen, wer ihn umgebracht haben könnte. »Sie hat das ganze Programm vom tollen Ehemann runtergespurt. Aber sie haben in getrennten Betten geschlafen, und bei sowas klingeln bei mir gleich alle Glocken. Wenn sich zwei Menschen lieben, dann schläft man auch in einem Bett. Klingt vielleicht altmodisch, aber so bin ich nun mal.« »Ich kenne einige Ehepaare, die getrennt schlafen und sich trotzdem blendend verstehen.« »Und fremdbumsen?« »Ich bin fertig«, sagte sie, warf einen letzten Blick zurück, um sich zu vergewissern, dass auch alles an seinem Platz war. Sie war die personifizierte Ordnungsliebe und hielt im Gegensatz zu Brandt ihren Schreibtisch stets aufgeräumt. Seit über zehn Jahren arbeiteten sie zusammen. Mittlerweile hatte sie es zur Oberkommissarin gebracht, und spätestens mit vierzig würde sie zur Hauptkommissarin befördert werden. Sie hatte eine sanfte, gutmütige Art und war im Kommissariat der ruhende Pol. Selbst Gräulich hatte gegen ihren Charme keine Chance. Für Brandt war sie genau das Gegenteil von diesem Schleimer und Kriecher, dessen Mobbingaktivitäten er aufmerksam verfolgte. Noch hielten sich diese in Grenzen, aber dennoch würde er ihm bei Gelegenheit eine Lektion erteilen. »Was hast du denn mit Gräulich vor?«, fragte sie auf dem Weg zum Auto. »Der ist ja wie wild am Recherchieren.« »Ach, ich will ihn einfach nur aus dem Weg haben. Er ist überzeugt, dass es ein Ritualmord ist. Und diese Überzeugung kann ich dem armen Jungen doch unmöglich zerstören. Ich habe ihm lediglich gesagt, er soll alles, was mit Satanisten, Hexen und so weiter zu tun hat, raussuchen und sich nach auffällig gewordenen Personen umsehen. Damit ist er erst mal beschäftigt. Er soll die Akten der letzten zehn Jahre bearbeiten. »Ich wette mit dir, die Klein weiß längst über den Fall Bescheid. Zumindest hat unser lieber junger Kollege vorhin schon telefoniert, vorher aber seine Tür zugemacht. Ich habe zwar nur ein paar Wortfetzen mitbekommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es die Klein war.« »Dieser kleine stinkende Bastard«, fluchte Brandt, »seit der in unserer Abteilung ist, läuft nichts mehr so rund wie früher. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, nicht mehr sonderlich wohl. Manchmal würde ich am liebsten den ganzen Kram hinschmeißen. Jetzt mach's aber mal halblang. Du wirst dich doch nicht von so einem wie ihm nicht unterkriegen lassen.« »Wenn nicht anders drehen wir das so, dass er irgendwann freiwillig geht.« »Das schaffen wir nie. Bernie muss sich was einfallen lassen. Aber solange sich unser junger Kollege nichts Gravierendes zu Schulden kommen lässt, solange sind Bernie die Hände gebunden. Aber ich garantiere dir, wenn der noch einmal hinter meinem Rücken etwas veranstaltet, knall ich ihm eins vor die Birne, und dann ist es mir scheißegal, ob die werte Frau Staatsanwältin mir was reinwirkt. »Die Staatsanwaltschaft zu informieren, ist die Aufgabe von Bernie oder mir. Irgendwann krall ich ihn mir wirklich und danke Gnade ihm Gott.« »Ha, ha, ha, ausgerechnet, du«, sagte sie mit einem Lachen, das weder spöttisch noch verletzend war, weshalb er ihr auch nicht böse sein konnte, und setzte sich auf den Beifahrersitz. »Er ist jung und unerfahren.« »Nee, nee, das zieht bei mir nicht. Der ist gerade mal dreißig, war vier Jahre beim Bund und meint die Weisheit, mit Löffeln gefressen zu haben. Merkst du endlich gar nicht, was der vorhat?« »Was denn?«, fragte sie mit Unschuldsmine. »Der will uns alle gegeneinander ausspielen. So was lernt man beim Bund. Und jetzt ist Schluss mit dem Thema, sonst gerate ich noch mehr in Rage.« Brandt fand eine Parklücke in der Paul-Ehrlich-Straße. Sie betraten das alte Gemäuer des Instituts für Rechtsmedizin. Schon auf der Treppe ins Untergeschoss strömte ihnen der typische Geruch von Verwesung und aufgeschnittenen Leichen entgegen, ein Geruch, der sich in sämtlichen Ritzen des alten Gebäudes festgesetzt hatte. Brandt und Eberl zogen sich grüne Kittel und Latexhandschuhe an und begegneten kurz darauf Professor Bock, der ihnen sagte, wo seine Kollegin Andrea Sievers zu finden sei. »Hi, da sind wir!«, begrüßte Brandt die junge Ärztin, die sich einige Notizen machte, aber sofort den Block und den Stift beiseite legte. Sie war nur knapp über 1,60, zierlich, hatte, so viel man unter dem weitgeschnittenen grünen Anzug erkennen konnte, Brandt hatte sie noch nie anders gesehen, eine ansehnliche Figur und ein hübsches, ebenmäßiges Gesicht mit Augen, die immer dann aufblitzten, wenn sie Brandt sah. Sie hatte bis zu den Schultern reichendes hellbraunes Haar, das hinten zu einem Zopf gebunden war und feingeschwungene Lippen, doch das Schönste an ihr war ihr Lachen, bei dem sich niedliche Grübchen neben den Mundwinkeln bildeten. »Auch, hi! Seine Farbe verändert sich allmählich. Wenn der sich jetzt im Spiegel sehen könnte,« sagte sie mit jenem makabren Humor, der anscheinend allen Pathologen in die Wiege gelegt war, und zündete sich eine Zigarette an. »Doch ansonsten ist er ganz gut in Schuss, oder?« meinte Nicole Eberl. »Kann ich erst beurteilen, wenn ich ihn aufgemacht habe. Aber das abgeschnittene Stück Männlichkeit, das ihr da mitgeschickt habt?« »Ich habe schon Besseres zu Gesicht bekommen.« »Letztens hatte ich einen hier, mein lieber Scholli. Da wären 99 Prozent aller Männer von Neid erblasst, und die meisten Frauen...« »Na ja, ihr seid einen Tick zu spät. Wir sind mit dem Zählen schon fertig.« »Und, wie viele habt ihr gezählt?« »83.« »Aber hallo! Da muss einer ja einen ganz schönen Brass auf den lieben Herrn gehabt haben. Bist du sicher, dass ihr euch nicht verzählt habt?« »Ich sehe doch auf den ersten Blick, dass...« »Kannst gleich aufhören,« wurde er von Andrea Sievers unterbrochen. »Vorne sind's 39, hinten 44.« Brandt zog die Stirn in Falten. »Der hat auch von hinten was abgekriegt?« »Von vorne und von hinten? Moment! Das würde ja heißen, dass wir es mit zwei Tätern zu tun haben.« »Kann, muss aber nicht. Wir hatten hier schon mal so einen Fall, wo eine Frau ihren Mann regelrecht massakriert hat, während er schlief. Im Todeskampf hat er sich gedreht, und da hat sie von hinten weitergemacht. Sie hat so lange auf ihn eingestochen, bis ihr die Puste ausging. »Aber vielleicht kriegen wir anhand der Einstichkanäle mehr heraus. Wenn zum Beispiel einer der Täter sehr groß und der andere kleiner war, dann verlaufen die Kanäle bei dem Größeren von oben nach unten oder ziemlich gerade. Beim Kleineren aber von unten nach oben, da Schirner ja selbst über 1,80 ist.« Er wurde auf dem Rücken liegend gefunden. Da ist es natürlich auch möglich, dass die ersten 44 Stiche von hinten geführt wurden. Dann hat man ihn umgedreht und noch mal von vorne eins draufgesetzt. Übrigens waren über 60 der Stiche tödlich. Der Typ ist ziemlich ausgeblutet. »Auch möglich, dass von vorne und hinten. Sonst noch irgendwas?« »Noch nicht?« »Wir schnippeln ihn jetzt auf.« »Ihr könnt ja hierbleiben und das Ergebnis gleich mitnehmen«, sagte sie grinsend, weil sie wusste, wie sehr Brand sich davor ekelte, und drückte die ausgerauchte Zigarette in einem kleinen Aschenbecher aus. Brand hatte sich schon vor Jahren das Rauchen abgewöhnt, aber in dieser Umgebung empfand er jeden Geruch, der nicht von den Leichen kam, als Balsam für seine Nase. »Ne, danke«, sagte Brand und schüttelte den Kopf. »Schände du weiter deine Leichen. Wir haben noch was anderes zu tun. Wir sehen uns.« »Kann ich dich mal kurz unter vier Augen sprechen?« »Nur ganz kurz?« »Klar.« Andreas Sievers ging mit Brand in einen Nebenraum und sagte leise und mit einem beinahe unwiderstehlichen Augenaufschlag. »Wann löst du eigentlich dein Versprechen endlich ein?« »Ich meine, wann gehen wir essen?« »Ich dachte so an Freitag. Danach kommt ein langes Wochenende.« »Und du hast doch bestimmt auch keine Bereitschaft, oder?« »Doch. Ich hab bis Freitag Bereitschaft.« »Aber ich ruf dich heute noch an, ob's klappt. Bis dann. Und tschau.« »Du rufst ja doch nicht an, Feigling.« »Okay, okay, am Freitag. Und du darfst sogar das Lokal bestimmen.« »Lokal, pssst«, sagte sie abfällig. »Restaurant? Wenn schon, denn schon. So richtig schön mit Wein und guter Musik. Ich kenne da einen hervorragenden Laden in Sachsenhausen.« »In Offenbach kann man auch gut essen,« entgegnete Brand grinsend. »Aber das, was ich meine, liegt nicht weit von meiner Wohnung entfernt,« sagte sie mit neckischem Augenaufschlag. »Überleg's dir. Aber nicht so lange.« »Rufst du mich heute Nachmittag an und sagst mir, ob wir's mit zwei Tätern zu tun haben?« »Natürlich. Und ich freu mich auf Freitag.« Brand und Eberl hängten die grünen Kittel an den Haken. Mit einem Augenzwinkern sagte sie, »läuft da etwa was zwischen dir und Andrea?« »Blödsinn, das ist nur... Mein Gott, die steht total auf dich. Merkst du das gar nicht? Und sie sieht auch noch gut aus. Und sie ist dreizehn Jahre jünger als du. Also was hindert dich daran, es wenigstens zu versuchen? Außerdem passt ihr beide äußerlich echt gut zusammen. Und das meine ich ernst. Und ihr habt eins gemeinsam. Ihr seid beide geschieden. »Gib dir endlich einen Ruck. Ein Mann wie du sollte nicht die ganze Zeit allein sein.« »Mal sehen,« brummte er. »Oder stehst du etwa mehr auf unsere schöne Staatsanwältin?« Mittwoch, elf Uhr fünfunddreißig. Georg Büchner Gymnasium. Peter Brand und Nicole Eberl begaben sich ins Sekretariat, wiesen sich aus und baten darum, den Direktor sprechen zu dürfen. Die Sekretärin sagte er, er unterrichte gerade, weil einige Lehrer krankheitsbedingt ausgefallen seien. Doch Brand bestand darauf, dass er aus der Klasse geholt wurde. Die kleine pummelige Frau sah Brand für einen Moment unsicher an und fragte, »Ist irgendwas passiert?« Das würden wir gern mit Herrn Drescher persönlich besprechen, wenn Sie ihn bitte jetzt holen wollen. Sie warteten fünf Minuten, bis sie mit einem etwa fünfzigjährigen, sehr jugendlich wirkenden Mann zurückkam, der offensichtlich wenig Verständnis zeigte, seinen Unterricht unterbrechen zu müssen. »Drescher«, stellte er sich vor, und reichte erst Eberl, dann Brand die Hand. »Was kann ich für Sie tun?« »Wir würden uns gerne ungestört mit Ihnen unterhalten, am besten in Ihrem Büro. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, es ist gleich hier vorne.« Er instruierte seine Sekretärin, in den nächsten Minuten nicht gestört zu werden, und machte die Tür hinter sich zu. Er bat die Beamten, Platz zu nehmen, er selbst setzte sich hinter seinen Schreibtisch. »Herr Drescher, wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass einer Ihrer Lehrer, Herr Schirner, heute Nacht einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.« »Bitte was? Schirner?« Drescher sah Brand mit diesem ungläubigen »Wollen Sie mich auf den Arm nehmen« Blick an, während er sich nach vorn beugte, die Hände gefaltet. »Was ist passiert?« »Das wissen wir selbst noch nicht genau. Er wurde heute Morgen unweit seiner Wohnung gefunden.« »Das darf doch nicht wahr sein!« »Ausgerechnet Schirner, einer unserer besten und beliebtesten Lehrer.« »Deswegen ist er also heute nicht zum Unterricht erschienen. Ich habe mich schon gewundert, denn das ist so überhaupt nicht seine Art, einfach unentschuldigt fern zu bleiben. Er ist die Zuverlässigkeit in Person. Seit fast 25 Jahren ist er hier an der Schule, und er war seit drei Jahren mein Stellvertreter.« »Sein Tod ist ein herber Schlag für die ganze Schule. Er wird nur schwer, ich wage sogar zu behaupten, gar nicht zu ersetzen sein. Herr Schirner war noch ein Lehrer vom alten Schlag, für den sein Beruf gleichzeitig Berufung war. Er genoss sowohl bei den Kollegen als auch bei den Schülern große Beliebtheit, weshalb er auch seit fünf Jahren Vertrauenslehrer ist.« Er lehnte sich zurück, holte tief Luft und fuhr fort. »Diese Nachricht muss ich wirklich erst einmal verkraften. Da denkt man immer, sowas könnte hier nicht passieren, und dann...« »Bei aller Beliebtheit. Gab es eventuell auch Personen, die ihm nicht so wohlgesonnen waren?«, fragte Brand. Drescher schüttelte in den Kopf. »Nein, da fällt mir beim besten Willen keiner ein. Wissen Sie, Schirner ist der dienstälteste Lehrer an dieser Schule. Viele kommen, viele gehen. Ich selbst bin auch erst seit sechs Jahren hier, und ich kann nur Positives über ihn berichten. Er wird uns allen sehr fehlen.« Dennoch müssen wir den gesamten Lehrkörper befragen und auch die Schüler, die er zuletzt unterrichtet hat. Von seiner Frau wissen wir, dass er Mathematik, Physik und Ethik unterrichtet hat. Ist das korrekt? Ja, das mag zwar eine seltsame Kombination sein, aber es war ihm wichtig, den heranwachsenden ethische und moralische Werte zu vermitteln, die in unserer heutigen Welt anscheinend kaum noch zählen. Als er letzten Herbst seinen Fünfzigsten feierte, haben ihm die Schüler einen riesigen Fresskorb und eine Schallplatte geschenkt, nach der er schon seit Jahren vergeblich gesucht hatte. Daran können sie in etwa ermessen, welchen Stellenwert er bei den Schülern eingenommen hat. Er war nicht nur ein Lehrer, er war ein Vater und ein Menschenfreund. Ihnen fällt also von den Schülern oder Lehrern keiner ein, der mit Schirner nicht so gut zurechtkam, oder anders ausgedrückt. Es muss doch auch Schüler oder ehemalige Schüler geben, die ihn nicht mochten. Tja, ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen, denn Herr Schirner war durch die Bank weg beliebt, auch wenn Ihnen das vielleicht nicht passt. Aber natürlich gibt es auch hin und wieder Schüler, die sich ungerecht behandelt fühlen. Wir Lehrer sind schließlich auch nur Menschen, aber deshalb begeht man nicht gleich einen Mord. Zu allen Zeiten haben Menschen schon aus scheinbar nichtigen Gründen einen Mord oder sogar mehrere begangen. Und was Schulen angeht, ich brauche da nur an Erfurt zu erinnern. Ich bitte Sie, entrüstete sich Drescher. Erfurt war eine ganz andere Geschichte, mit einem völlig anderen Hintergrund. Schauen wir mal, wir würden gerne so bald wie möglich mit unserer Befragung beginnen. Wann ist denn die nächste Pause? Viertel nach zwölf. Gut. Schicken Sie alle Schüler nach Hause, außer die der Oberstufe. Wie viele Klassen hat Herr Schirner unterrichtet? Da müsste ich nachsehen. Moment. Er warf einen Blick auf einen Überdimensionalen Stundenplan, der an der Wand hing, und meinte, in der elf Mathe und Ethik, in der zwölf je einen Kurs Mathe, Physik und Ethik, in der dreizehn ebenfalls Mathe, Physik und Ethik. Die in der zwölf und dreizehn waren allesamt Leistungskurse. Er war doch sicher auch Klassenlehrer, oder? Ja, die 11a. Ab der zwölf gibt es keinen Klassenlehrer mehr. Dort gibt es Kurse, und die Lehrer nennt man Tutoren. Auch gut. Dann würden wir uns gerne erst mit den Schülern der 11a unterhalten. Die anderen nehmen wir uns in den nächsten Tagen vor. Ja, selbstverständlich. Ich werde das sofort veranlassen. Wie viele Kurse hat er denn insgesamt unterrichtet oder abgehalten? Oder wie sagt man da? Sechs Kurse. Das habe ich doch eben aufgezählt. Und wie viele Schüler sind in jedem dieser Kurse? Tja, das hängt ganz davon ab, wie viele sich eingetragen haben. In Mathematik und Physik sind es in der Regel nicht so viele, aber bei Schirner war das anders. Sein Leistungskurs Mathematik war mit 19 Schülern überdurchschnittlich gut besucht. In Physik hatte er zwölf und in Ethik 24 Schüler. Die Lehrer sollen sich noch etwas gedulden. Die Befragung der Schüler dauert nur ein paar Minuten. Bevor sie sie aber bitten, habe ich noch eine Frage. Gibt es Kollegen, die ein besonders gutes Verhältnis zu Herrn Schirner hatten? Lassen Sie mich es so formulieren. Ich kenne keinen Kollegen, der kein gutes Verhältnis zu Herrn Schirner hatte. Damit haben Sie aber meine Frage nicht beantwortet. Also gut, wenn Sie es genau wissen wollen. Sein bester Freund war Herr Teichmann. Er unterrichtet Deutsch, Englisch und Erdkunde. Dann sind da noch Frau Russler, Sport, Englisch und Deutsch, Herr Baumann, Kunst und Religion, Frau Engler, Geschichte, Biologie und Chemie und Frau Denzel, Latein und Französisch. Frau Russler ist gleichzeitig Vertrauenslehrerin. Brand hatte sich die Namen notiert und fragte, es gibt zwei Vertrauenslehrer? Drescher verzog den Mund zu einem gequälten Lächeln, ob dieser in seinen Augen überflüssigen Frage. Man braucht immer einen Mann und eine Frau als Vertrauenslehrer. Oder glauben Sie, eine Schülerin von siebzehn Jahren würde sich mit typisch weiblichen Problemen gerne einem Mann anvertrauen? Und was ist mit Ihnen? Ich meine, waren Sie und Herr Schirner befreundet? Nein, uns verbannt keine tiefe Freundschaft. Wir waren Kollegen. Das heißt jedoch nicht, dass ich Herrn Schirner nicht mochte, ganz im Gegenteil. Aber wenn Sie es genau wissen wollen, ich habe ihn seinerzeit als stellvertretenden Direktor vorgeschlagen, weil mich seine Fähigkeiten so überzeugt haben. Und da ich die Schule nächstes Jahr verlassen werde, habe ich mich sogar dafür eingesetzt, dass er mein Nachfolger wird. Die Zusage dafür kam vorgestern auf meinen Schreibtisch. Ich wollte es ihm am Freitag feierlich im Kreis der Kollegen mitteilen. Tja, und nun kann ich diesen Schreibtisch zerreißen. Gab es denn keinen Neid unter den Kollegen? Ich meine, Sie sprechen von ihm wie von einem Heiligen. Da muss sich doch der eine oder andere ein wenig oder sogar sehr benachteiligt gefühlt haben. Oder laufen hier lauter Heilige rum? Wir sind kein Kloster, nur eine Schule, entgegnete Drescher leicht pikiert, aber wir genießen einen exzellenten Ruf. Und die meisten Gymnasien im Rhein-Main-Gebiet, würden wer weiß, was darum geben, könnten sie auch nur annähernd unser Niveau erreichen. Wir sind keine Elite-Schule. Wir haben nur ein sehr gutes Konzept, dessen Leitsatz ist, dass alle an einem Strang ziehen, Schüler und Lehrer. Und warum wollen Sie dann diese Schule verlassen? Ich gehe für fünf Jahre in die USA, um in Yale Deutsch zu unterrichten, antwortete Drescher. Sie kennen doch sicherlich Yale. Ich war nie dort. Ist das was Besonderes? fragte Brandt, der den Namen der Universität sehr wohl kannte, aber bei derart dummen und überheblichen Fragen, wie der von Drescher den Unwissenden zu spielen pflegte. Es waren diese Kleinigkeiten, die Menschen für Brandt unsympathisch machten. Es ist eine der Elite-Universitäten. Mir ist ein Lehrstuhl für Deutsch angeboten worden, und ich habe natürlich sofort zugesagt. Präsident George W. Bush war übrigens auch in Yale. Hat ihm aber offensichtlich nicht viel gebracht, entgegnete Brandt lakonisch, woraufhin Eberl belustig den Kopf senkte. Aber gut, bevor wir zu weit ausschweifen, informieren Sie bitte die 11a und alle Oberstufenlehre, damit wir pünktlich mit unserer Befragung beginnen können. Viel Zeit bleibt Ihnen dazu nämlich nicht mehr. Ich werde im Sekretariat Bescheid geben, dass die Lehrer und Schüler entsprechend informiert werden. Wenn Sie mich bitte für einen Moment entschuldigen wollen. Als er draußen war, sagte Brandt, was hältst du von dem Typ? Nicole Eberl grinste ihn an und flüsterte, er ist ein überhebliches Arschloch, um deine Terminologie zu gebrauchen. Yale! Und weiter. Wen interessiert's? Soll er doch machen, was er will? Ganz meine Meinung. Präsident George W. Bush war übrigens auch in Yale. Wenn in Yale lauter solche Deppen rumlaufen, dann danke. Er hielt inne und fuhr kurz darauf ebenso leise fort. Und außerdem gibt mir diese Lobhudelei auf den Sack. Schirner war wohl so was wie ein Übermensch. Aber ich habe bis heute komischerweise noch keinen Übermenschen getroffen und auch keinen, der keine Leiche im Keller hatte. Da massakriert ihn jemand im wahrsten Sinn des Wortes, kastriert ihn, und da soll nichts weiter dahinter stecken? Wer's glaubt? Er hatte kaum zu Ende gesprochen, als Drescher wieder reinkam. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Schüler der Elf bereits vor einer halben Stunde nach Hause gegangen sind. Ich habe allerdings gebeten, die drei Kurse der Zwölf zu informieren, sich in einem Klassenraum einzufinden. Die Lehrer werden ebenfalls gerade in Kenntnis gesetzt. Wenn sie möchten, können sie schon mitkommen, damit ich ihnen den Klassenraum zeigen kann. Brand und Eberl erhoben sich und folgten Drescher in den zweiten Stock. Also wenn, schon gut, wir übernehmen alles Weitere, wurde Drescher von Brand unterbrochen. Er und Nicole Eberl begaben sich in den Raum. Brand bat die Lehrer, die sich ebenfalls eingefunden hatten, sich im Lehrerzimmer zur Verfügung zu halten. Er wollte mit den Schülern allein sprechen. Einige saßen auf den Tischen, andere standen am Fenster, nur wenige waren auf ihren Plätzen. Insgesamt waren 21 Schüler anwesend. Ich bin Hauptkommissar Brand von der Kripo Offenbach, das ist meine Kollegin Oberkommissarin Eberl. Um es kurz zu machen, Herr Schirner, der ja ihr Tutor war, wurde heute Nacht Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein Raunen ging durch die Klasse. Ein paar Schüler starrten ihn ungläubig an, andere murmelten etwas vor sich hin. Zwei Mädchen schrien kurz auf. Ich kann mir denken, dass es nach dem, was ich über Herrn Schirner gehört habe, für die meisten von Ihnen ein großer Schock sein muss. Trotzdem möchte ich Sie fragen, ob irgendeiner von Ihnen mir vielleicht sagen kann, ob Herr Schirner Feinde hatte. Unter den Schülern, meine ich. Kopfschütteln. Ein junger Mann postierte sich demonstrativ vor die anderen und antwortete mit fester Stimme, Herr Schirmer war ein guter, um nicht zu sagen, ein ausgezeichneter Lehrer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gegeben haben soll, der ihn feindlich gesonnen sein könnte. Sehr gewählt ausgedrückt, bemerkte Brand. Aber ich möchte trotzdem von jedem Einzelnen hier in diesem Raum den Namen, die Anschrift und die Telefonnummer haben, damit wir gegebenenfalls unter vier Augen miteinander sprechen können. Es gibt doch sicherlich den einen oder anderen, der heute nicht zum Unterricht erschienen ist. Auch deren Namen brauche ich. Am besten tragen Sie sich alle auf einem Blatt Papier ein. Das erleichtert uns die Arbeit. »Wer ist denn heute nicht gekommen?« fragte der selbsternannte Sprecher und warf einen Blick in die Runde. »Mike Neumann, Cornelia Müller und Alessandro Massimo. Die sind aber schon seit einigen Tagen krank gemeldet. »Und sonst fehlt keiner? Nur die drei?« »Nein, wir sind insgesamt vierundzwanzig Schüler. Und drei fehlen. Sie können ja selbst durchzählen, wenn Sie wollen.« »Ich denke, das wird nicht nötig sein«, meinte Brand. »Dürfte ich bitte Ihren Namen erfahren, Herr Klassensprecher?« »Jens Sittler.« »Aber ich bin kein Klassensprecher.« »Herr Sittler, wenn ich jetzt meine Fragen stelle, möchte ich Sie bitten, still zu sein, außer ich frage Sie direkt.« »Wie ist Herr Schirner denn umgekommen?« »Wollte ein anderer Schüler wissen.« »Diese Frage darf ich Ihnen leider nicht beantworten. Aber vielleicht können Sie mir ja sagen, ob Herr Schirner irgendwelche Feinde hatte, Herr...« »Bauer, Thomas Bauer. Ich kann mich Jens nur anschließen. Mir fällt beim besten Willen keiner ein.« »Und was ist mit Ihnen?« fragte Brand eine junge Dame, die auf der Tischkante saß und die ganze Zeit zu Boden blickte und sich auch jetzt nicht angesprochen fühlte, weil sie mit ihren Gedanken weit weg zu sein schien. Erst als Brand sich vor sie stellte und seine Frage wiederholte, schaute sie auf und schüttelte den Kopf. Sie war ungeschminkt, doch sie zählte zu dem seltenen Typ Frau, der Make-up nicht nötig hatte. Es hätte dieses hübsche, zarte Gesicht mit der makerlosen Haut nur verunstaltet. Sie hatte sehr volles, von Natur lockiges, rötlich-braunes Haar, dass sie, so gut es ging, zurückgekämmt und hinten zusammengebunden hatte. Ihre Augen hatten etwas Melancholisches, als sie Brand ansah. »Was für ein Mensch war Herr Schirner! War er nett, zugänglich, streng, vielleicht manchmal auch hart?« Sie zuckte mit den Schultern und verzog den Mundwinkel. »Er war ganz okay.« »Ganz okay hört sich aber nicht sehr begeistert an.« »Ganz okay hört sich an wie mal so, mal so.« »Hatte er irgendwelche Macken, die sie nicht mochten? Frau Kerstin Abele«, kam es leise über ihre Lippen. »Nein, er war ein guter Lehrer«, fuhr sie fort, zurückhaltend, den Blick wieder gesenkt. »Herr Brandt«, meldete sich jetzt erneut Jens Sittler zu Wort, »jeder Mensch hat irgendwelche Macken. Aber Herr Schirner war ein ausgezeichneter Lehrer, und das wird ihn jeder hier im Raum bestätigen können. Ist es nicht so?«, fragte er und sah die anderen Schüler an, von denen einige mit dem Kopf nickten, andere geistesabwesend wirkten, fast wie gelähmt. »In welchen Fächern hat er sie unterrichtet?«, wollte Nicole Eberl wissen. »Mathe, Physik und Ethik.« »Und Sie alle hier in dieser Klasse kamen gut mit ihm aus?«, fragte sie in die Runde. »Ist die Frage an mich gerichtet?«, sagte Jens Sittler und stellte sich aufrecht hin. »Wenn Ihre Mitschüler damit einverstanden sind, dass Sie für sie sprechen,«, antwortete Nicole Eberl mit diesem Lächeln, dem keiner gewachsen war. »Ein Lächeln, das freundlich, höflich, nett, liebenswürdig, aber auch das genaue Gegenteil bedeuten konnte. Wie jetzt?« Sittler merkte, dass ihm eine Frau gegenüberstand, die trotz ihrer zierlichen Erscheinung über eine enorme Durchsetzungsfähigkeit verfügte. »Ansonsten würde ich es gern von jedem Einzelnen persönlich erfahren.« Als sich keiner zu Wort meldete, sagte Sittler, »er war der mit Abstand beliebteste Lehrer an dieser Schule. Da können Sie jeden fragen. Er hat alle Schüler gleich behandelt, und zwar alle gleich fair. Zu ihm konnte man mit fast jedem Problem kommen, und er hat zugehört. Und sollten Sie denken, dass irgendeiner von uns etwas mit dem Mord zu tun hat, dann können Sie das gleich vergessen, denn in diesem Raum gibt es keinen, der Herrn Schirner so etwas angetan hätte.« »Die preschen aber ganz schön vor, Herr Sittler«, und an die ganze Klasse gewandt, »um das klarzustellen. Ich verdächtige niemanden von Ihnen. Ich stelle nur Fragen, um etwas über den Lehrer und die Person Schirner zu erfahren. Gibt es denn in diesem Raum keinen, der ein Problem mit ihm hatte? Ich meine, Mathe und Physik liegt beileibe nicht jedem, und jetzt das Abitur vor Augen. Ungefähr die Hälfte der ehemaligen elften Klassen hat Physik abgewählt. Und sollte einer doch Physik oder Mathe Leistung belegt haben und nicht richtig mitkommen, dann helfen die Starken den Schwachen. So ist das nun mal bei uns. Und Herr Schirner hat in den letzten beiden Jahren keinen unter fünf Punkte rutschen lassen, das weiß ich von Schülern, die sich gerade auf die Abiprüfung vorbereiten. »Das spricht doch auch für ihn, oder?« »Kann, muss aber nicht. Wie ist das eigentlich mit den anderen Lehrern? Kommen Sie mit denen auch so gut aus?«, fragte Brandt. »Es gibt schon Unterschiede. Aber wenn man sich bemüht, kann man mit jedem auskommen. Es ist alles eine Frage der Einstellung,« antwortete eine junge Dame forsch. Die ganz offenbar großen Wert auf ihr Äußeres legte. Ihre Augen blitzten spöttisch auf, als sie Brandt mit keckem Blick ansah. Sie war das genaue Gegenteil von Kerstin Abele. Ihr Gesicht sah aus, als käme sie gerade von einem Schminkkurs, wo sie Modell gesessen hatte. Ihre Kleidung kaufte sie mit Sicherheit nicht bei C&A. Sie saß neben Kerstin Abele auf dem Tisch, die den Kopf zur Seite wandte und ihre Klassenkameradin anschaute. »Ich heiße übrigens Silvia Esslinger.« »Haben Sie das von Herrn Schirner gelernt?« »Was?« »Das mit jedem Auskommen. Wir haben eine Menge von ihm gelernt. Das war ja das Besondere an ihm, dass er in einem schlechten Schüler nicht gleich einen schlechten Menschen oder Versager gesehen hat, sondern niemanden, der eben zum Beispiel mit Mathe nicht so zurechtkam, dafür aber auf anderen Gebieten seine Stärken hatte. Und da wir alle auch Ethik bei ihm hatten, haben wir viel über das Leben und über den Umgang mit anderen gelernt. Er war nicht nur ein Lehrer, er war wie ein Vater für uns, was man, weiß Gott nicht, von jedem Vater behaupten kann. »Wie meinen Sie das?« »Nur so.« »Ist nicht wichtig.« »Haben Sie Probleme mit Ihren Eltern?« »Und wenn?« »Dann war Herr Schirner ja der Richtige, bei dem man sich ausheulen konnte. Wie ein Vater eben. Waren Sie am Ende auch noch per Du mit ihm?«, fragte Ewald ironisch. »Natürlich nicht,« antwortete Silvia Esslinger, »aber einige von uns kommen aus einem sogenannten guten Elternhaus, wo viel Wert auf Bildung gelegt wird, und Herr Schirner hat ihm geholfen, wo er nur konnte.« »Er war auch Vertrauenslehrer, wie wir erfahren haben. Was bespricht man denn so mit einem Vertrauenslehrer?« Vertrauliche Dinge. Silvia Esslinger stellte sich spöttisch lächelnd hin und lehnte sich in lasziver Pose an den Tisch. Sie war etwa 1,70 groß, hatte schulterlanges hellblondes Haar und große braune Augen, die ihr das gewisse Etwas verliehen. Wie schon gesagt, es gab fast nichts, über das man nicht mit ihm reden konnte. Und wenn wir nicht weiter wussten, er hatte immer eine Lösung parat. Er hat sogar einmal im vergangenen Sommer kurz vor den Ferien die ganze Klasse zu sich nach Hause eingeladen, wo wir ein Grillfest veranstaltet haben. »Wie lange haben Sie Herrn Schirner denn schon als Tutor?« »Seit der Elf. Er war der Klassenlehrer von einigen von uns, und er sollte uns eigentlich auch bis zum Abi begleiten.« Jens Sittler reichte Brandt das Blatt Papier mit den Adressen und Telefonnummern der Schüler. Brandt warf einen Blick darauf, nickte, faltete es und steckte es in die Jackentasche. »Okay. Das war's fürs Erste. Wir werden uns aber ganz sicher noch mit dem einen oder anderen von Ihnen unterhalten. Ich denke, Sie können jetzt nach Hause gehen.« Als Sie auf dem Flur waren, klingelte das Handy von Brandt. Bernhard Spitzer. »Ja. Nur ganz schnell. Der Hund ist wieder aufgetaucht. Er war in der Nähe des Tierheims angebunden. Eine Anwohnerin hat jedoch erst nach zwei Stunden das Tierheim informiert, nachdem sie gemerkt hat, dass niemand den Hund abholen kann. Und weil er eine Hundemarke trägt, haben diese natürlich gleich die Polizei verständigt. Aber sonst geht's ihm gut? Völlig durchgefroren. Ist aber schon wieder zu Hause. Warum hat ihn der Täter dort angebunden? »Find's raus. Du leitest die Ermittlungen«, sagte Spitzer. »Ach ja. Unsere liebe Frau Staatsanwältin möchte dich unbedingt sprechen. Heute noch. Du sollst in ihr Büro kommen.« »Wieso das denn?« »Geht um den Mord. Ich hab ihr gesagt, dass du...« »Idiot! Du hättest sie auch abwimmeln können.« »Ging nicht.« »Außerdem kennst du die bisherigen Fakten besser als ich«, sagte Spitzer und legte einfach auf. »Was war das eben?«, fragte Nicole Eberl. »Der Hund ist wieder da. Der Täter hat ihn in der Nähe des Tierheims angebunden. Jetzt möchte ich mal zu gerne wissen, was das soll. Schirner wird bestialisch abgeschlachtet, aber den Hund lässt man am Leben. Dabei müsste der Täter doch wissen, dass gerade der Hund uns auf seine Spur führen kann. Hund und Täter kennen sich. Sonst wäre der Hund nicht so einfach mitgegangen, sondern bei seinem Herrchen geblieben. »Aber warum dieser Aufwand? Er hätte den Hund doch genauso gut bei Schirner lassen können,« sagte Brandt. »Na ja, auf jeden Fall haben wir es mit jemandem zu tun, der mehr ein Herz für Tiere hat als für Menschen,« fügte er trocken hinzu. »Er muss sich irgendwas dabei gedacht haben. Und was war das mit dem Abwimmeln?« »Die Kleinen will mich heute noch sprechen. Weiß der Geier, was die schon wieder von mir will.« »Hehe, vielleicht steht sie auf dich. Du hast es nur noch nicht bemerkt.« sagte Eber grinsend. »Ha, ha, ha, sehr witzig. Komm, knöpfen wir uns die Lehrer bzw. die Tutoren vor.« Mittwoch, 13 Uhr. Die Tutoren hatten sich im Lehrerzimmer versammelt und führten eine angeregte Diskussion über die Ermordung von Schirner, die abrupt endete, als Brandt und Eber den Raum betraten. »Werte Kollegen, das sind die Beamten der Kriminalpolizei, die Ihnen ein paar Fragen stellen werden,« sagte Drescher. »Danke.« Nun, wie Sie schon vernommen haben, wurde Herr Schirner letzte Nacht Opfer Apitalverbrechens. Wir haben bereits einiges über ihn gehört und würden gerne wissen, wie Ihr Verhältnis zu ihm war. Deshalb auch als erstes die Frage, ob irgendeiner von Ihnen uns sagen kann, ob Herr Schirner Feinde hatte. Kopfschütteln, murmeln. Brandt hatte nichts anderes erwartet. »Rudolf, ich meine, Herr Schirner hatte keine Feinde,« sagte ein Mann mit vollem grauen Haar, dessen Alter nur schwer zu schätzen war. »Vielleicht um die fünfundvierzig«, dachte Brandt. Seine Stimme zitterte, während er sprach. Er machte den Eindruck, als hätte er Mühe, die Fassung zu bewahren. Sein Blick war wirr, er schien durch Brandt hindurchzuschauen. Seine Bewegungen waren fahrig. Er wirkte überaus nervös. »Herr Teichmann, Eberhard Teichmann, ich war mit Herrn Schirner seit vielen Jahren befreundet. Er wäre so ziemlich der Letzte gewesen, der Feinde gehabt hätte. Wie ist er überhaupt gestorben?« Tut mir leid, aber Details kann ich Ihnen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Ja, aber auf was hatte es der Täter abgesehen? War es ein Raubmord? »Im Augenblick deutet vieles darauf hin,« antwortete Brandt diplomatisch, um gleich darauf das Thema zu wechseln. »Wir haben schon von den Schülern der 12a alle Adressen und Telefonnummern. Ich möchte aber auch Sie bitten, uns Ihre jeweiligen Namen und Adressen sowie Telefonnummern aufzuschreiben. Wer von Ihnen hatte denn ein besonders gutes Verhältnis zu Herrn Schirner, außer Herr Teichmann?«, fragte Brandt, obwohl er die anderen Namen bereits kannte. Ein großgewachsener, asketisch wirkender Mann von undefinierbarem Alter, Brandt schätzte ihn auf zwischen Mitte 30 und Mitte 40, trat vor. »Ich war mit ihm befreundet, oder was man so Freundschaft nennt. Mein Name ist Frank Baumann, und ich unterrichte Religion und Kunst. Wir haben zwar des Öfteren heiße Diskussionen geführt, weil Herr Schirner nicht an Gott glaubte, sondern ein Existenzialist nach Sartre war, aber wir waren uns nie böse. Im Gegenteil, er hat seinen Standpunkt vertreten und ich meinen, den er durchaus respektiert hat. Mit ihm zu diskutieren war jedes Mal ein Vergnügen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. »Wo waren Sie gestern so zwischen 23 Uhr und Mitternacht?« »Ich war zu Hause. Meine Frau und meine Schwiegermutter werden das bestätigen können, denn wir haben bis nach Mitternacht zusammengesessen und uns unterhalten.« »Danke. Ich habe dann noch den Namen von Frau Anja Russler.« »Das bin ich,« sagte eine junge Frau, die die 30 kaum überschritten zu haben schien. Sie war mittelgroß und zierlich, hatte kurze, dunkelblonde Haare, grüne Augen und einen vollen Mund. Sie machte auf Brand sofort einen angenehmen, sympathischen Eindruck und er ließ sich stets von diesem ersten Sekundeneindruck leiten. »Ich unterrichte Sport, Englisch und Deutsch. Ich war gestern Abend ebenfalls zu Hause, habe aber leider keine Zeugen, weil ich momentan allein lebe. Ich bin um zehn zu Bett gegangen, habe noch gelesen und bin so gegen elf eingeschlafen.« Brandt musste unwillkürlich lächeln und sagte, »War das Buch so langweilig?« »Nein, das nicht, ich war nur müde,« erwiderte sie ebenfalls lächelnd, wobei sich zarte Grübchen um die Mundwinkel bildeten. »Sie waren auch mit Herrn Schirner befreundet?« »Nein, so kann man das nicht nennen. Es war im Prinzip nicht anders als bei Herrn Baumann. Wir haben uns einige Male gut unterhalten, es gab auch keine Reibungspunkte.« »Aber ich verstehe mich mit den meisten meiner Kollegen gut. Außerdem würde, wenn ich mit Herrn Schirner befreundet gewesen wäre, jeder doch gleich denken, dass...« Sie stockte und sah in die Runde. Ihr war ganz offensichtlich nicht wohl in diesem Moment, da alle Blicke auf sie gerichtet waren und jeder scheinbar danach gierte, etwas Sensationelles zu hören. »Das was?« sagte Brandt. »Wir waren nicht befreundet, zumindest nicht so, wie Sie vielleicht denken,« antwortete Anja Rosler kurz angebunden, »aber nicht unfreundlich.« Brandt spürte den Blick von Nicole Eberl, die sich offenbar ihre eigenen Gedanken machte. Auch er hatte ein seltsames Gefühl in der Magengegend. »Sie können gar nicht wissen, was ich denke, aber es ist ganz sicher nicht das, was Sie vermuten.« Er machte eine kurze Pause und sagte dann, »Frau Katharina Denzel?« Eine etwa Mittdreißigerin mit halblangen braunem Haar trat hervor. Sie war über 1,70 groß, schlank und sehr wohlproportioniert. Sie trug eine hellblaue Jeans, weiße Turnschuhe und eine blaue Bluse, eine herbe Schönheit, wie Brandt feststellte. Ihre Augen strahlten ein gewisses Feuer aus, auch wenn es in diesem Moment auf Sparflamme brannte. »Sie wurden uns ebenfalls als gute Bekannte von Herrn Schirner genannt, ist das richtig?« »Ja«, antwortete sie. »Aber wie schon bei den anderen befragten Kollegen, war es einfach nur so, dass wir uns gut verstanden haben. Und zu meinem Alibi. Ich war gestern Abend zu einem Dia-Vortrag über die Südsee und hinterher noch in einer Bar, um etwas zu trinken. Sonst noch etwas?« »Vielleicht ganz allgemein. Wenn ich Sie recht verstehe, dann war Herr Schirner ein überaus beliebter und angesehener Mann an dieser Schule. Trotzdem will mir nicht ganz in den Kopf, dass es niemanden gegeben haben soll, der ihn nicht mochte. Alles, was wir bis jetzt über ihn gehört haben, sowohl von den Schülern als auch von den Lehrern, erweckt in mir den Eindruck, dass Herr Schirner so was wie ein Heiliger war. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, dass mir das ein bisschen sehr merkwürdig vorkommt. »Sie wollen auf Gedeih und Verderb eine dunkle Stelle in seinem Leben finden«, sagte Teichmann mit sich beinahe überschlagender Stimme. »Aber diese Mühe können Sie sich sparen. Herr Schirner war ein Ausnahmepädagoge, und ich denke, er war nicht umsonst Vertrauenslehrer.« »Also gut«, sagte Brandt und legte seine Visitenkarte auf den Tisch. »Wer immer mir etwas mitzuteilen hat, was zur Aufklärung des Falles beitragen könnte, ich bin rund um die Uhr zu erreichen. Und ich garantiere, dass sämtliche Informationen absolut vertraulich behandelt werden.« »Wussten Sie eigentlich, dass Herr Schirner jeden Abend mit dem Hund noch mal raus ist?« Einige nickten, andere schüttelten den Kopf. »Und welchen Weg hat er genommen?« »Er ist immer rüber zum Schloss Wolfskarten«, sagte Anja Russler. »Aber das wissen Sie doch schon längst, oder?« »Natürlich. Ach ja, bevor ich's vergesse. Kannten Sie alle den Hund von Herrn Schirner?« »Ja, sicher«, antwortete Anja Russler. »Ich glaube, es gibt kaum einen hier, der Henry nicht kannte. Ist er auch tot?« »Nein, aber er scheint mit dem Täter einfach mitgegangen zu sein. Der oder diejenige hat den Hund in der Nähe des Tierheims angebunden, wo er vor kurzem gefunden wurde. Mit einem Fremden wäre er mit Sicherheit nicht mitgegangen.« Zusammen mit Nicole Eberl verließ Brandt die Schule. Auf dem Weg zum Auto sagte sie, »Und? Was denkst du?« »Was soll ich schon denken? Das ist mir alles viel zu glatt. Und Raubmord schließt du völlig aus?« »Die sollen ruhig glauben, dass es Raubmord war. Aber dazu passt nicht sein abgeschnittener Schniedel. Ich kenne jedenfalls keinen einzigen Fall, in dem ein Raubmörder sein Opfer auch noch derart verstümmelt, es sei denn, der Mord ist in einer Wohnung geschehen, und der Mörder ist ein ausgemachter Satist. »Nein, nein, da steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Ich frag mich nur was.« »Und jetzt rück schon raus mit der Sprache. Welche Personen sind dir besonders aufgefallen?« Nicole Eberl zuckte mit den Schultern, holte ihren Notizblock hervor und meinte nach einem Blick darauf, bei den Schülern dieser Jens Zittler, äußerst unsympathisch, und das eine Mädchen, Moment, Kerstin Abele, und bei den Lehrern Teichmann, Denzel und Russler. Aber um ehrlich zu sein, die Zeit war einfach zu kurz, um wirklich einen Eindruck zu gewinnen. »Lasst uns noch mal einen Abstecher zu den Schirners machen. Die Tochter müsste längst da sein. Und danach werde ich mich bei unserer Staatsanwältin melden. Oh, happy day!« Mittwoch, vierzehn Uhr dreißig. Carmen Schirner öffnete die Tür und musterte die Beamten kurz und eindringlich. Sie war eine ansehnliche junge Dame mit einem markanten Gesicht, in dem das Auffälligste die großen blauen Augen und die hervorstehenden Wangenknochen waren. Sie hatte ihre braunen Haare zu einem Zopf geflochten und ließ Brand und Eberl an sich vorbei ins Haus treten. »Sie sind die Tochter?« fragte Brand vorsichtshalber. »Ja. Meine Mutter ist völlig durcheinander, und mein Bruder hat sich in seinem Zimmer verkochen. Haben Sie schon etwas Neues herausgefunden?« »Nein, bis jetzt nicht. Wir waren in der Schule und haben mit einigen Leuten dort gesprochen.« »Wie geht es Ihnen denn?« »Gehen wir ins Wohnzimmer, dort sind wir ungestört.« »Ich habe meiner Mutter gesagt, sie soll sich hinlegen. Ich hoffe, sie hält sich dran.« Das war ein echtes Drama, als ich nach Hause gekommen bin. »Aber Sie sind okay?« fragte Brand noch einmal. »Irgendwer muss sich ja erst mal um alles hier kümmern. Ich kann das noch immer nicht begreifen. Warum ausgerechnet mein Vater? Ich bete, dass Sie dieses Schwein bald finden, das uns das angetan hat. »Wir tun unser Bestes«, entgegnete Brand und setzte sich neben Nicole Eberl auf die Couch. »Sie studieren in Frankfurt, wie uns gesagt wurde, und wohnen dort auch. Hat das einen besonderen Grund? Ich meine, Frankfurt ist nur einen Katzensprung von Langen entfernt. Ich brauche einfach meine Ruhe. Zweimal in der Woche bin ich bis abends um acht in der Uni, und dann noch nach Hause zu fahren, ist mir einfach zu stressig. »Was studieren Sie denn?« »Theologie.« »Da haben Sie aber noch eine Menge vor sich«, bemerkte Nicole Eberl voller Respekt. »Schon, aber es macht Spaß.« »Wollen Sie mit meiner Mutter sprechen?« »Nein, nein. Wir wollten uns kurz mit Ihnen unterhalten. Was wir bis jetzt über Ihren Vater gehört haben, hilft uns nicht viel weiter.« »Ich kann mir schon vorstellen, was man Ihnen erzählt hat«, sagte Carmen Schirner. »Sicher nur Gutes.« »Ganz genau. Deshalb wollten wir Sie fragen, ob er denn überhaupt keine Fehler oder Schwächen hatte.« »Jeder Mensch hat Fehler und Schwächen, sonst wären wir keine Menschen, sondern Maschinen.« »Aber er war schon etwas Besonderes.« »Jetzt denken Sie vielleicht, ich als Tochter muss ja so reden, aber es ist die Wahrheit.« Als ich ihm damals sagte, ich würde Theologie studieren, ist er fast an die Decke gegangen. Es hat mich eine ganze Menge Überredungskunst gekostet, ihn davon zu überzeugen, dass es für mich das Beste ist. Ich wollte das schon, als ich vierzehn oder fünfzehn war. Jetzt bin ich fast einundzwanzig und habe gerade mein zweites Semester angefangen. »Haben Sie sich oft mit ihm gestritten?« »Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich höre sehr wohl den Unterton aus Ihrer Frage, und sicherlich werden Sie wissen wollen, wo ich gestern Abend war. Stimmt's?« »Eigentlich nicht. Aber wenn Sie es mir verraten möchten,« sagte Brand lächelnd, »um so besseren Zugang zu ihr zu finden. »Ich war in meiner Wohnung und habe bis heute früh um zwei gelernt. Ich bin halbtot in mein Bett gefallen.« »Leben Sie allein?« »Nein. Ich teile mir die Wohnung mit einer Kommilitonin.« »Wo ist eigentlich der Hund?«, fragte Nicole Eberl. »Henry ist oben bei meinem Bruder.« »Der arme Kerl muss sich erst mal erholen.« »Es grenzt schon fast an Zynismus, dass mein Vater tot ist und der Hund lebt.« »Wie hat Ihr Bruder es denn aufgenommen?« »Er hat bis jetzt nicht mit mir darüber gesprochen.« »Ich glaube, das ist der Schock.« »Er hat es gehört und ist gleich in sein Zimmer verschwunden.« »Ich nehme an, er liegt auf seinem Bett.« »Die Kopfhörer auf und hört Heavy Metal.« »Das macht er immer, wenn er mit einer Situation überfordert ist.« »Mir kann ich Ihnen nicht sagen.« »Gibt es denn irgendjemanden, den Sie verdächtigen, etwas mit dem Verbrechen an Ihrem Vater zu tun zu haben?« Carmen Schirner zuckte mit den Schultern und sah Brandt ratlos an. »Beim besten Willen nicht. Mein Vater hatte keine Feinde, er war sogar sehr angesehen. Hier in der Nachbarschaft gibt es einige, die ihn mit Herr Professor angeredet haben. Dabei hat er nicht mal einen Doktortitel. Aber er war eine Autorität, wenn auch eine Stille. »Und was ist mit Neidern?« »Wer hätte ihm was neiden sollen?« fragte sie zurück. »Er war seit fünfundzwanzig Jahren an der Schule. Er hat unglaublich viel dort bewirkt, aber er hat die Anna nie spüren lassen, dass er eventuell etwas Besseres war. Und außerdem hat er keine Reichtümer angehäuft. Ein Lehrer verdient nicht gerade die Welt. War er denn etwas Besseres? Nein, war er nicht. Er war nur anders. Inwiefern anders? Er ist nicht mit dem Strom geschwommen, sondern hat es geschafft, dass die anderen ihm folgen. Und die meisten haben das nicht einmal gemerkt. Dass das Georg-Büchner-Gymnasium einen so guten Ruf genießt, ist nicht zuletzt meinem Vater zu verdanken. Waren Sie auch auf dieser Schule? Ja. Aber Ihr Vater war nie Ihr Lehrer, oder? Nein, das wäre ganz ausgeschlossen gewesen. Ich hätte es auch nie gewollt. Und wie Sie sehen, habe ich es auch ohne ihn geschafft. Wie meinen Sie das? Fragte Brand stirnrunzelnd. Nicht, wie Sie denken. Er hat mir natürlich geholfen, wenn ich in Mathe oder Physik Probleme hatte. Aber ebenso, wie ein Vater seiner Tochter hilft. Nicht mehr und nicht weniger. Das sind eben die Privilegien einer Lehrerstochter. Werden Sie die nächsten Tage hierbleiben? Wohl oder übel. Ich kann meine Mutter in ihrem Zustand unmöglich allein lassen. Haben Sie sonst noch Verwandte? Meine Großeltern mütterlicherseits, aber die leben seit zehn oder elf Jahren in Spanien, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Und dann habe ich noch einen Onkel väterlicherseits, der aber schon vor dreißig Jahren nach Südafrika ausgewandert ist. Zu ihm haben wir überhaupt keinen Kontakt. Ansonsten gibt es keine Verwandten mehr. Eine Frage noch. Kennen Sie den Weg, den Ihr Vater immer nachts mit dem Hund gelaufen ist? Natürlich kenne ich den Weg. Ich bin selbst etliche Male mit Henry dort langgegangen, wenn ich abschalten wollte. Und andere Personen wussten auch davon? Ich glaube, es gibt kaum einen in der Nachbarschaft, der das nicht wusste. Er hat das bei Wind und Wetter gemacht. Tja, Frau Schirner, dann mal vielen Dank und richten Sie bitte Ihre Mutter aus, dass wir morgen noch einmal vorbeischauen. Ich hoffe, es geht ihr dann wieder etwas besser. Carmen Schirner blieb in der Tür stehen, bis Brand und Eberl in ihren Dienstwagen eingestiegen waren. Sie wartete, bis der Motor angelassen wurde, und ging wieder ins Haus. Sie ließ sich in den Sessel fallen, schloss für einen Moment die Augen und spürte ihr Herz bis in die Schläfen pochen. Dann holte sie aus ihrer Handtasche eine Schachtel Zigaretten, nahm eine heraus und zündete sie an. Im Haus herrschte zwar Rauchverbot, doch das scherte sie jetzt wenig. Sie brauchte etwas, um ihre Nerven zu beruhigen. Nachdem sie zu Ende geraucht hatte, stand sie auf, lauschte, ob auch alles ruhig war, ging in den Keller, wo ihr Vater sich bereits vor Jahren ein Büro eingerichtet hatte, sein Refugium, wie er es nannte, steckte den Schlüssel in die rechte Tür des alten Schreibtischs, öffnete sie, nahm eine Mappe heraus und blätterte darin. Als sie Geräusche von oben vernahm, legte sie die Mappe schnell wieder zurück, verschloss den Schreibtisch und verließ das Zimmer. Während sie nach oben gingen, kam ihre Mutter die Treppe vom ersten Stock herunter. Sie war blass, die Augen gerötet. Sie schien nicht einmal zu bemerken, dass im Haus geraucht worden war. »Warum ist er einfach so gegangen?« sagte sie mit schwerer Stimme und Tränen in den Augen. »Warum einfach so?« »Wir konnten nicht einmal mehr miteinander reden.« »Du kannst doch nichts dafür«, sagte Carmen Schirner und nahm ihre Mutter in den Arm, um sie zu trösten. »Wir haben in der letzten Zeit kaum noch miteinander geredet. Dabei wollte ich ihm eigentlich so viel sagen. Es tut mir alles so furchtbar leid. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie leid es mir tut. Wie lange bleibst du denn hier? Solange du willst. Ich werde diese Woche meine Vorlesungen und Kurse ausfallen lassen. Ich versäume nichts weiter. Jetzt gib dir nicht die Schuld an dem, was... Du brauchst gar nicht zu versuchen, mich zu trösten, denn ich kenne meine Fehler. Aber wie gesagt, es ist zu spät, sie wieder gut zu machen. Es ist alles zu spät. Magst du mir ein Glas Wein einschenken?« »Ich weiß nicht, ob das so gut ist«, sagte Carmen zweifelnd, »du hast Medikamente genommen.« »Bitte, oder muss ich es selbst tun? Du rauchst, oder glaubst du, ich würde nicht merken, dass du im Haus geraucht hast?« fuhr sie ihre Tochter unwirsch an. »Schon gut.« Carmen holte aus dem Schrank zwei Gläser und aus dem Keller eine Flasche Rotwein. Sie entkorkte sie und schenkte beide Gläser halbvoll. Ihre Mutter trank Iris in einem Zug leer und schenkte sich noch zweimal nach. Sie setzte sich auf die Couch und ließ sich zurückfallen, die Augen geschlossen. Carmen nahm neben ihr Platz und legte ihre Hand auf die ihrer Mutter. »Es wird alles gut. Papa ist jetzt in einer besseren Welt. Ihr werdet euch wiedersehen.« Mittwoch, 15.45 Uhr Staatsanwaltschaft Offenbach Peter Brandt klopfte an die Tür mit dem Schild Elvira Klein, Staatsanwältin, und trat ohne Aufforderung ein. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch und telefonierte, runzelte die Stirn, als sie Brandt erblickte, und bedeutete ihm, mit einer Handbewegung sich zu setzen. Auf dem Schreibtisch waren ein paar Akten, die FAZ und das Handelsblatt, sowie ein Bild ihrer Eltern. Sie verabschiedete sich von ihrem Gesprächspartner und legte auf. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte sie, und er hatte das Gefühl, als meinte sie in Wirklichkeit. »Ihr Glück, dass Sie meinem Befehl gehorcht haben.« »Ich habe erfahren, was passiert ist. Das ist auch der Grund, weshalb ich Sie hergebeten habe. Ich möchte Sie bitten, den Fall Schirner so sorgfältig wie nur irgend möglich zu bearbeiten, sorgfältiger als jeden anderen Fall.« »Wir arbeiten immer sorgfältig«, entgegnete er provozierend lässig. »Unsere Aufklärungsquote liegt bei über 90 Prozent. Das können Sie gerne nachkontrollieren.« Elvira Klein stand auf, stellte sich mit dem Rücken ans Fenster und sah Brandt direkt an. Sie war groß gewachsen, sehr schlank, hatte halblanges blondes Haar und einen forschenden Blick aus stahlblauen Augen, dem Brandt jedoch standhielt. Alle nannten sie »die schöne Staatsanwältin«, und sie war schön, was Brandt auch zugab. Sie hatte ein ausgesprochen hübsches und ausdrucksvolles Gesicht, lange Beine und eine makellose Figur. Aber es war ihre Art, die Brandt nicht zusagte. Brandt mochte sie nicht, und sie mochte Brandt nicht. Und jetzt saß er hier, obgleich er eigentlich Besseres zu tun hatte. »Ich kenne die Zahlen. Die Frankfurter Kollegen arbeiten auf dem gleichen Niveau. Aber ich will jetzt nicht über Zahlen mit Ihnen reden, sondern über den aktuellen Fall. Haben Sie schon einen Verdächtigen? Frau Klein, wir arbeiten seit ungefähr zehn Stunden an dem Fall, und bei dem Beruf, den Herr Schirner ausgeübt hat, kommen Hunderte von Personen als Tatverdächtige infrage. Wieso sind Sie eigentlich so erpicht darauf, dass dieser Fall so besonders behandelt wird?« Elvira Klein löste sich vom Fenster und setzte sich wieder. Sie legte die Hände aneinander, die Fingerspitzen berührten die Nase. »Weil ich Herrn Schirner kannte.« Brandt kniff die Augen zusammen und beugte sich nach vorn, die Ellbogen auf dem Schreibtisch, die Hände gefaltet. »Sie kannten Schirner?« »Woher, wenn ich fragen darf?« Er war mein Lehrer. »Aber Sie kommen doch aus Frankfurt. Wieso?« »Ich lebe jetzt in Frankfurt, aber ich bin in Langen geboren und dort auch zur Schule gegangen, unter anderem auf das Georg-Büchner-Gymnasium. Meine Eltern wohnen übrigens immer noch in Langen. Falls Sie das auch interessiert,« sagte sie in diesem ihr eigenen Ton, der Brand innerlich auf die Palme trieb. Er ließ es sich jedoch nicht anmerken. Im Laufe der Jahre hatte er gelernt, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. »Sie hatten Schirner in der Oberstufe?« »Er unterrichtet ausschließlich die Oberstufe, wie Sie sicherlich längst wissen. Ich hatte ihn in Mathe und Ethik. »Vielleicht verstehen Sie jetzt, weshalb ich so darauf dringe, dass...« Brand hob die Hand und unterbrach sie. »Erzählen Sie mir etwas über Schirner, denn bisher habe ich nur Lobeshymnen gehört. Vielleicht haben Sie ja ausnahmsweise etwas anderes auf Lager. Tut mir leid, aber da muss ich passen. Er war der beste Lehrer, den ich je hatte. Immer korrekt, immer... immer fair, immer loyal und so weiter und so fort, fiel ihr Brand erneut ins Wort. Das habe ich mir schon den ganzen Tag anhören müssen, aber dieser Mord muss einen Hintergrund haben.« »Zweifeln Sie etwa an der Integrität von Herrn Schirner?« fragte Elvira kleinscharf. »Im Augenblick stelle ich mir nur Fragen. Zum Beispiel die, warum ein so integrer, korrekter, fairer Mann wie Schirner mit 83 Messerstichen massakriert wurde. Warum hat man ihm die Genitalien abgeschnitten, und zwar unfachmännisch? Und warum erzählt mir keiner etwas über die Schwächen dieses so großartigen Mannes? Oder fiel mir, warum will mir keiner etwas über seine Schwächen erzählen?« »Ich denke, es war ein Ritualmord«, sagte Elvira Klein mit hochgezogenen Brauen, ohne auf die letzte Bemerkung von Brand einzugehen. Brand lachte auf und erwiderte, »Glauben Sie noch an den Weihnachtsmann?« »Was soll diese Frage? Würde ich an den Weihnachtsmann glauben, würde ich hier von einem Ritualmord ausgehen? Wir ermitteln in alle Richtungen, wie das so üblich ist. Außerdem stammt diese Theorie von Herrn Greulich, von dem Sie das ja wohl auch haben. Aber es ist nicht Ihre Theorie, wenn ich Sie richtig verstehe.« »Ich habe keine Theorie. Ich habe lediglich begründete Zweifel.« »Was für Zweifel! Oder ist das so geheim, dass Sie mir nichts darüber erzählen möchten?« fragte sie spöttisch. »Sie werden es erfahren, sobald ich mehr weiß. Sollte es wieder erwarten, doch ein Ritualmord gewesen sein. So wird mein werter Kollege Herr Greulich das sicher herausfinden, und Sie werden dann bestimmt die Erste sein, die es erfährt. Sie kommen doch mit Greulich ganz gut aus. Er wird sich schon mit Ihnen in Verbindung setzen. »Aber vielleicht helfen Sie mir ja, zum Beispiel, indem Sie mir sagen, ob Sie auch andere Lehrer hatten, die heute noch an der Schule sind. Es ist ja erst ein paar Jährchen her, dass Sie dort waren.« »Ich bitte Sie, Herr Brand, nicht auf die Tour.« »Frau Klein, auch wenn Sie Staatsanwältin sind, so haben Sie trotzdem kein Recht, mir vorzuschreiben, was ich zu tun habe, und vor allem in welcher Zeit. Also, was ist? Wollen Sie mir nun helfen, oder muss ich alles allein rauskriegen?« Elvira Klein überlegte und sagte dann, »Ich weiß nicht, welche von meinen Lehrern noch an der Schule sind. Schließlich habe ich mein Abitur vor dreizehn Jahren gemacht. Nennen Sie mir ein paar Namen.« »Frau Denzel, Herr Baumann, Frau Engler, Frau Russler, Herr Teichmann, ich habe eine Liste mit sämtlichen Namen des Lehrkörpers.« »Vermuten Sie den Täter etwa unter Ihnen?«, fragte sie wieder mit diesem spöttischen Lächeln. »Kennen Sie jetzt eine dieser Personen oder nicht?«, antwortete Brand mit einer Gegenfrage. »Herr Baumann kam damals neu an die Schule. Er hat Religion unterrichtet. Aber da ich mit Religion nichts anfangen kann, habe ich mich für Ethik entschieden, eine Wahl, die ich nie bereut habe. Frau Engler hatte ich in Geschichte, Leistungskurs und Herrn Teichmann in Deutsch und Englisch. Er war noch ziemlich jung, so um die dreißig. Frau Russler und Frau Denzel kenne ich nicht. Wie kommen Sie ausgerechnet auf diese fünf Namen?« »Weil diese Leute angeblich engeren Kontakt zu Schirner hatten. Teichmann war sogar sein bester Freund. Eigentlich waren Sie alle sehr gut mit Schirner bekannt.« »Dann fragen Sie sie doch. Wie gesagt, es sind dreizehn Jahre vergangen, seit ich auf der Schule war. Ich habe vorhin schon kurz mit Ihnen gesprochen, und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass mir etwas verheimlicht wird. Was sollte man Ihnen denn verheimlichen? Dass Schirner ein dunkles Geheimnis hütete und er dafür so furchtbar bestraft wurde? Wer weiß? Aber ich sehe, es hat keinen Sinn. Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen, ich muss zurück ins Büro. Brandt erhob sich und ging zur Tür. Doch Elvira Klein hielt ihn zurück. »Warten Sie!« »Angenommen, es war kein Ritualmord. Was war es dann? Ein Raubmord?« Brandt atmete einmal kräftig durch und sagte, »Kann sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Ein Raubmörder sticht höchstens drei- oder viermal zu, schnappt sich die Brieftasche oder das Portemonnaie und haut ab. Und vermutlich würde er den Hund auch gleich noch miterledigen und sich nicht die Mühe machen, ihn in der Nähe des Tierheims anzubinden. Ach ja, eine Frage habe ich doch noch. War das auch schon zu Ihrer Zeit so, dass auf die Georg-Büchner-Schule eher wohlhabende Schüler gehen? Warum schon wieder diese Anzüglichkeit? Das ist nicht anzüglich gemeint, sondern sehr ernst. Als ich vorhin dort war, habe ich zum einen kaum einen Ausländer gesehen, und zum anderen hatte ich bei den meisten Schülern den Eindruck, als kämen sie aus gut situierten Elternhäusern. Wird dort selektiert? Ob dort selektiert wird, kann ich nicht sagen. Doch es stimmt schon, auch damals stammten die meisten meiner Mitschüler aus einem guten Elternhaus. Aber welchen Unterschied macht das? Ist das verboten? Nein. Ich habe mich nur gewundert. Im Büro wurde er von Bernhard Spitzer empfangen, der ihn gleich zu sich bat. »Wie ist es bei der Kleinen gelaufen?« fragte Spitzer. »Wusstest du, dass sie Schirner kannte?« sagte Brandt, während er sich eine Tasse Kaffee einschenkte. »Diese blöde Kuh, ich könnte ihr den Hals umdrehen.« »Jetzt mal ganz sachte, woher kennt sie ihn?« »Sie kommt aus Langen und ist dort auf die Schule gegangen.« »Sie hat Schirner als Lehrer gehabt.« Brandt setzte sich und lehnte sich zurück. »Und jetzt will sie natürlich so schnell wie möglich Ergebnisse sehen.« »Ich habe sie gebeten, mir etwas über Schirner zu erzählen, und was bekomme ich von ihr zu hören?« »Die gleiche Scheiße wie von den anderen.« »Hey, Schirner ist eiskalt abgemuchst worden, und diese Tat war von langer Hand geplant. Da verwette ich mein nächstes Gehalt drauf. Der Kerl muss eine fette Leiche im Keller liegen haben. Ich frag mich nur, wo die ist und wer davon wusste.« »Hast du schon was von der Rechtsmedizin und der Spurensicherung gehört?« »Hier.« Spitzer schob die Akte über den Tisch. »Ist aber nicht sehr aussagekräftig. Keine Fingerabdrücke auf der Brieftasche, außer die von Schirner. Ansonsten Fehlanzeige.« Brandt griff zum Hörer und tippte die Nummer von Andrea Sievers ein, in der Hoffnung, sie noch zu erreichen. Er hatte Glück. »Hi, ich bin's, Peter.« »Danke für den vorläufigen Bericht. Hast du mal geschaut, ob es einer oder zwei waren?« »Ich wollte zwar gerade meine heiligen Hallen verlassen, aber, um's kurz zu machen, es wurde ein und dieselbe Klinge benutzt. Die meisten Einstiche erfolgten, als Schirner schon am Boden gelegen haben muss. Deshalb geben die Stichkanäle auch keine Auskunft. Sie verlaufen in alle Richtungen.« »Augenblick! Kann es nicht trotzdem sein, dass es zwei Täter waren, die beide das gleiche Messer benutzten?« »Das gleiche Messer?« »Na ja, zwei Leute kaufen sich das gleiche Messer. Der eine sticht von vorne zu, der andere von hinten. Jetzt kapiert?« »Nichts ist unmöglich«, flötete sie in den Hörer. »Wir sehen uns übermorgen beim lauschigen Abendessen. Tschüss!« Andreas Sievers legte einfach auf. Brand lächelte still vor sich hin. »Was ist los?« fragte Spitzer neugierig. »Nichts weiter«, erwiderte Brand und legte den Hörer auf. »Ich mach mir nur noch schnell ein paar Notizen.« »Was geistert in deinem Schädel rum?« Brand schüttelte kaum merklich den Kopf und antwortete, »Ich weiß es selber nicht, aber das mit dem Hund ist so merkwürdig. Welcher Hund geht einfach so mit jemandem mit, der gerade sein Herrchen umgebracht hat?« Der Täter kennt den Hund und der Hund den Täter. Die beiden müssen sogar ziemlich vertraut miteinander sein, sonst hätte der Hund angeschlagen oder sich zumindest neben Schirner gelegt und Totenwache gehalten. Aber er ist mitgegangen. Von den Lehrern kennt angeblich jeder den Hund. Die Frage ist nur, wie gut sie ihn kennen. Ein vollkommen Fremder kann als Täter ausgeschlossen werden. Es muss jemand aus dem engeren Freundes- oder Bekanntenkreis sein. Aber bis jetzt habe ich noch keinen, dem ich ein Motiv unterschieben könnte, weil bis jetzt jeder Schirner über den grünen Klee gelobt hat. »Vielleicht denkst du einfach in die falsche Richtung«, sagte Spitzer und setzte sich wieder. »Nimm doch mal an, es stimmt alles, was man dir über ihn erzählt hat. Vielleicht war Schirner ja wirklich der Supermann, als den ihn alle hinstellen. Was, wenn er irgendwas über jemanden herausgefunden hat, das er eigentlich gar nicht wissen durfte und deshalb sterben musste? Ist nur so eine Idee von mir.« Brand fuhr sich über das stoppelige Kinn, überlegte und nickte. »Klingt plausibel. Es könnte immerhin sein, dass ihm ein Schüler oder eine Schülerin etwas anvertraut hat, das so heiß war, dass er allein für dieses Wissen umgebracht wurde. Aber warum dann die vielen Einstiche und der abgeschnittene Pimmel? Ablenkung. Aber da muss entweder ein Schüler oder ein Lehrer eine Riesensauerei begangen haben. Und derjenige hat erfahren... Nein, Schirner hat vielleicht sogar versucht, mit demjenigen zu reden. Der andere hat sich einsichtig gezeigt und... Verflucht! Ach, irgendwie macht das keinen wirklichen Sinn. Und wenn Schirner den anderen erpresst hat, sagte Spitzer... Das würde dann aber in krassem Widerspruch zu dem Ehrenmann stehen. Außerdem, wenn es ein Kollege war, was hätte Schirner von ihm erpressen sollen? Lehrer sind genauso arme Schweine wie wir. Und wenn es ein Schüler war? Möglich ist alles, aber ich halte es für beinahe ausgeschlossen. Geh du nach Hause, ich muss mir ein paar Sachen aufschreiben und aufzeichnen. Und morgen lege ich dann richtig los. Ach ja, was auch gegen einen Raubmord spricht. Die Gegend, wo es passiert ist. Welcher Raubmörder wartet nachts bei eisiger Kälte an einer absolut einsamen Stelle auf ein potenzielles Opfer, das aller Wahrscheinlichkeit nach kein oder nur wenig Geld bei sich hat? Dort geht nachts kein Mensch spazieren. Schon gar nicht in diesen Tagen. Hast du noch was auf Lager? Reicht das nicht? Für mich steht jedenfalls fest, dass Täter und Opfer sich gekannt haben. Und der Täter muss über den Tagesablauf von Schirner bestens informiert gewesen sein. Der hat da vermutlich nur ein paar Minuten gestanden und auf Schirner gewartet. Mittwoch, 16.30 Uhr Eberhard Teichmann hatte auf dem Nachhauseweg an einer Kneipe halt gemacht, sich zwei Bier und zwei Korn bestellt und sie innerhalb von wenigen Minuten getrunken. Die Übelkeit, die er seit der Nachricht vom Tod seines besten Freundes verspürt hatte, wurde vom Alkohol allmählich fortgespült. Das innere Zittern ebbte ab. Nach einem dritten Bier fuhr er zu seinem Haus, in dem sich auch die Praxis seiner Frau befand. Sie war 35 praktische Ärztin und Ärztin für Naturheilkunde. Er hatte sie vor acht Jahren kennengelernt, nur vier Monate, nachdem sie aus Minsk nach Deutschland gekommen war. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen, auch wenn sich diese Liebe an einem außergewöhnlichen Ort entwickelte, in einem Bordell, wo Natalia als Luxushure arbeitete. Ihr war es ergangen, wie so vielen anderen Frauen, die kurz nach der Wende aus den baltischen Staaten, aus Weißrussland, Russland, der Ukraine oder anderen osteuropäischen Ländern gekommen waren und immer noch kamen, und die auf die falschen Versprechungen dobioser Menschenhändler hereinfielen, die ihnen eine goldene Zukunft im Westen versprachen. Unter ihnen befanden sich Lehrerinnen, Unidozentinnen, Studentinnen, Ärztinnen, die meisten hatten eine exzellente Ausbildung genossen. Viele von den Frauen, die in dem Bordell gearbeitet hatten, waren Akademikerinnen. Er hatte damals einen Großteil seines Ersparten zusammengekratzt, 50.000 Mark, um sie von dem Betreiber des Bordells, der gleichzeitig ihr Zuhälter war, freizukaufen. Nur einen Monat später hatten sie geheiratet. Sie absolvierte ein Zusatzstudium, das es ihr ermöglichte, auch in Deutschland als Ärztin zu praktizieren, und mittlerweile verdiente sie ein Vielfaches von dem, was er als Lehrer monatlich auf sein Konto überwiesen bekam. Er liebte sie immer noch, aber insgeheim wurmte es ihn, dass sie so erfolgreich und er nur ein vergleichsweise kleiner Beamter war. Sie sprach perfekt Deutsch, wenn auch mit diesem unvergleichlichen russischen Akzent, der in seinen Ohren so ungemein erotisch klang. Sie war eine rassige Schönheit mit halblangen schwarzen Haaren und ozeanblauen Augen, sanft geschwungenen Lippen und einer Haut mit einem leichten Braunton. Er wusste, es gab viele Männer, die sich nichts Sehnlicher wünschten, als einmal mit dieser Frau eine Nacht zu verbringen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte er den Verdacht, sie könnte etwas mit einem anderen haben, aber dieser Verdacht war zum Glück unbegründet gewesen. Ihre Ehe war bis jetzt kinderlos geblieben, und wie es schien, würde es in diesem Haus auch nie Kinder geben, weil Natalia offensichtlich keine wollte. Er hatte in den letzten Jahren oft versucht, sie umzustimmen, aber der Beruf war ihr ein und alles, und in diesem von ihr gewählten Leben war kein Platz für Kinder. Er schaute kurz ins Wartezimmer. Eine Patientin wartete darauf, therapiert zu werden. Teichmann warf der Sprechstundenhilfe ein Hallo zu und begab sich in den ersten Stock. Dina, eine Irish-Satter-Hündin, kam auf ihn zugerannt, sprang an ihm hoch, leckte sein Gesicht und drückte damit ihre Freude aus, ihn wiederzusehen. Sie wedelte aufgeregt mit dem Schwanz, und Teichmann kraulte gedankenverloren ihren Nacken und tätschelte ihr ein paar Mal den Rücken. Seine Gedanken kreisten in einem Fort um seinen Freund Schirner. Seit fast zwanzig Jahren waren sie befreundet, waren durch dick und dünn gegangen. Schirner hatte ihn beraten, als er im Zweifel war, ob er Natalia aus dem Bordell freikaufen sollte oder nicht. Schirner sagte, nachdem er sie einmal gesehen hatte, er würde keinen Moment zögern, und irgendwie glaubte Teichmann immer noch, dass Schirner mit ihr geschlafen hatte. Aber sie hatten nie darüber gesprochen. Er drehte sich um und ging zum Schrank, öffnete das Barfach, holte eine Flasche Wodka heraus, schenkte ein Glas halbvoll ein und trank es in einem Zug leer. Er wollte sich betrinken, doch heute verfehlte der Alkohol seine Wirkung. Er war der Wahnsinnige, der seinen einzigen und besten Freund umgebracht hatte. Raubmord, hatte der Kommissar gesagt. Es war ihm wohl nur so rausgerutscht. Ihre Häuser lagen bloß drei Gehminuten auseinander. Jeden Morgen vor der Schule gingen sie mit den Hunden raus, Schirner in Richtung Schloss, Teichmann zum Kiosk, um Brötchen und die Zeitung zu holen. Wenn sie auch sonst unzertrennliche Freunde waren, mit Schirner zu laufen war kein Vergnügen, denn was er gemacht hatte, waren keine Spaziergänge. Er lief in einem Tempo, mit dem Teichmann nicht mithalten konnte und wollte. Ein Spaziergang bedeutete für ihn, gemütlich zu gehen und nicht zu rennen. Auch abends ging jeder für sich allein, weil Teichmann selten später als um 23 Uhr ins Bett ging, während Schirner um diese Zeit erst losmarschierte. Er drehte seine Runden mit Dina immer schon um neun, badete danach und legte sich schlafen. Er nahm die Flasche und das Glas, setzte sich in seinen Ledersessel, lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen. Dina legte sich zu seinen Füßen, wie sie das immer machte, wenn Teichmann in seinem Sessel saß. Die vorübergehend verschwundene Übelkeit machte sich wieder bemerkbar. Teichmann stellte die Flasche mit dem Glas auf den Tisch und ging ins Bad, wo er sich übergab. Er hatte seit dem Morgen nichts gegessen und zu viel getrunken, und da er ohnehin seit zwei Jahren Magenprobleme hatte, war dieses Erbrechen die logische Konsequenz seines übermäßigen Alkoholkonsums. Ein Blick auf die Uhr, zehn nach fünf. Er hörte, wie die Tür aufging und Natalia hereinkam. Sie gab ihm einen Kuss auf den Mund, rümpfte die Nase und sagte, »Wo warst du so lange?« »Ich war vorhin schon mal oben und hab mich gewundert, dass du nicht da bist. Außerdem, wie siehst du eigentlich aus? Geht's dir nicht gut? Hast du wieder getrunken?« »Ich bin okay«, antwortete er mit einem versuchten Lächeln, das gründlich misslang. »Ich habe unten noch Patienten, es wird bestimmt sechs, bis ich fertig bin, aber Rudolf ist tot«, sagte Teichmann leise und ließ sich in den Sessel fallen. »Bitte was?« »Was ist passiert?« Er wurde letzte Nacht ermordet. Irgendjemand hat ihn kaltblütig abgestochen wie einen räudigen Köter. Ich wollte mich besaufen, aber es klappt nicht. »Soll ich dir etwas zur Beruhigung geben?« »Nein. Nachher, wenn ich mit Dina rausgehe, werde ich mich schon beruhigen. Wo hat man ihn umgebracht?« »Trüben im Wald. Die Polizei sagt, es war ein Raubmord. Dabei hatte Rudolf doch wahrlich keine Reichtümer angehäuft. Aber heutzutage morden diese Typen ja schon für ein paar Euro. Was ist das bloß für eine verkommene Gesellschaft, in der wir leben?« »Es tut mir leid. Es tut mir so unendlich leid. Ich beeil mich und mach spätestens um sechs zu. Und dann sprechen wir, wenn du willst. Worüber denn? Über Rudolf? Oder etwa über uns? Nicht schon wieder. Wir führen doch eine gute Ehe. Eine gute Ehe? Das Haus ist leer. Nur wir zwei und Dina. Du weißt genau, was mir fehlt. Natürlich weiß ich das, und du wirst es bekommen,« sagte sie leise und mit diesem Lächeln, in das Teichmann sich einst verliebt hatte und das er immer noch liebte. »Ach ja, wann denn?«, seufzte er auf. »Deine biologische Uhr tickt und tickt, und irgendwann wird es zu spät sein.« Sie setzte sich auf die Sessellehne und streichelte ihm über den Kopf. In etwa acht Monaten. Ein Moment lang herrschte Stille. Dina sah die beiden von unten herauf an, als hätte sie verstanden, was Natalia gerade gesagt hatte. Teichmann wandte seinen Kopf und sagte, »Du bist schwanger?« »Ist das wahr, oder?« »Damit macht man keinen Spaß.« »Ja, ich bin schwanger.« »Ich weiß es seit gestern. Meine Periode ist seit zwei Wochen überfällig, und da habe ich einen Test gemacht. Du warst Vater.« Teichmann stiegen Tränen in die Augen. Er nahm Natalia in den Arm und drückte sie an sich. »Mein Gott, diese Nachricht ausgerechnet heute. Da könnte ich die ganze Welt verfluchen, und jetzt? Ich freue mich so sehr, das kannst du gar nicht glauben.« »Doch, ich habe schon vor drei Monaten die Pille abgesetzt, ohne es dir zu sagen. Und es hat geklappt. Und die Praxis? Ich werde das Kind bekommen und wieder arbeiten. Nicht mehr so viel wie jetzt, aber ganz ohne Arbeit kann ich nicht leben, das weißt du. Doch darüber unterhalten wir uns ein andermal. Ich muss wieder runter.« Sie lächelte ihn an und streichelte sein Gesicht. »Und bitte, trink nichts mehr. Es bekommt deinen Magen nicht, und Rudolf wird dadurch auch nicht wieder lebendig. Keinen Schluck versprochen. Ich liebe dich. Ich weiß. Bis nachher. Und ruh dich ein bisschen aus. Ich werde Vater. Ich werde auf meine alten Tage noch Vater,« jubelte er. »Du bist fünfundvierzig und kein alter Mann,« sagte sie, und schloss die Tür hinter sich. Mittwoch, 18.45 Uhr Peter Brandt machte sich auf den Weg zu seiner Bank, sah sich erst den Kontostand an, der seine Laune nicht gerade besserte, hub 400 Euro ab und fuhr weiter zum Haus seiner Eltern. Er klingelte zweimal kurz hintereinander, der Türsummer ertönte leise. »Na, Junge, wie war dein Tag?«, fragte seine Mutter Emilia, eine resolute Mitsechzigerin, und ließ ihn an sich vorbei ins Haus treten. »Möchtest du mit uns essen?« »Ich habe eine Reispfanne mit Scampi und Hühnerfleisch gemacht.« »Gerne,« antwortete Brandt. Seine Eltern aßen immer abends warm. Das hatten sie weiter so gehalten wie zu der Zeit, als Erwin Brandt, sein Vater, noch bei der Polizei im Dezernat für Sittendelikte, Menschenhandel und Prostitution gearbeitet und es dort ebenfalls zum Hauptkommissar gebracht hatte. »Viel Arbeit gehabt?«, erkundigte sich sein Vater. »Ach, frag lieber nicht. Bin seit halb sieben auf den Beinen. Was Besonderes? »Ein Toter in Langen. Die ganze Sache ist ziemlich undurchsichtig. Ich muss eine Nacht darüber schlafen und dann weitersehen. Mord? Und was für einer. Der ist regelrecht hingerichtet worden. Aber das erzähle ich dir lieber unter vier Augen. Essen ist fertig,« rief Emilia aus der Küche, »Avanti, Avanti, sonst wird alles kalt. Und kalte Reispfanne schmeckt nicht.« Erwin Brandt machte den Fernseher aus und schälte sich aus seinem Sessel. »Auf geht's, Mädels! Essen!« Sie unterhielten sich während der Mahlzeit über alles Mögliche. Emilia Brandt gab wie so oft einige Anekdoten aus früheren Zeiten zum Westen. Sie lachten ein paar Mal und Peter Brandts vorhin noch so getrübte Laune wich von Minute zu Minute. Er fühlte sich in der Umgebung seiner Eltern noch immer so wohl wie eh und je. Und daran würde sich auch nie etwas ändern. Nach dem Essen zog er sich mit seinem Vater in dessen kleines Zimmer zurück. Sie tranken jeder eine Flasche Bier, während Peter Brandt ein paar Einzelheiten des Mordes schilderte. Sein Vater hörte geduldig und vor allem neugierig zu, überlegte und sagte nach einer Weile, »Ich stimme dir vollkommen zu. Der Mörder muss im Umfeld der Schule zu finden sein. Du hast sicherlich recht, dieser Schirner ist nicht so sauber, wie er beschrieben wird. Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen.« »Brauchst du auch nicht. Wir werden das Rätsel schon noch lösen.« »Du wirst das Rätsel lösen. Und wenn du Rat oder Hilfe brauchst, ich stehe dir jederzeit gerne zur Verfügung.« »Danke. Aber ich schaffe das schon allein.« Um zwanzig Uhr verabschiedete er sich und dankte noch einmal für die Mahlzeit, wodurch er sich den Anruf beim Pizzaservice gespart hatte. Auf der Fahrt nach Hause hörten sie laute Musik aus dem Radio. Sarah und Michelle verbrachten noch eine gute Stunde in ihren Zimmern, während ihr Vater eine Maschine Wäsche wusch, die Küche und das Wohnzimmer aufräumte und dabei eine CD von Enya hörte, die er aber nach dem zweiten Lied ausmachte, weil sie ihm zu langweilig war. Stattdessen legte er die größten Hits der Igels ein. Er konnte fast jedes Lied mitsingen. Nachdem er die Wäsche in den Trockner gesteckt hatte, rief er Sarah und Michelle zu sich, holte sein Portemonnaie aus der Hosentasche und legte dreihundert Euro auf den Tisch. »Das ist für die Jacken«, sagte er. »Ihr geht morgen Nachmittag zusammen in die Stadt und anschließend direkt zu Oma und Opa.« »Danke«, sagte Sarah und umarmte ihren Vater, während Michelle ihm einen lieben Blick zuwarf. »So, und jetzt ab ins Bett, es ist schon gleich zehn. Gute Nacht.« »Dir auch, gute Nacht«, riefen beide. Nachdem die Mädchen zu Bett gegangen waren, setzte er sich ins Wohnzimmer, genoss die Stille und dachte nach. Der Anblick des Totenschirner ließ ihn nicht los. Mittwoch, zwanzig Uhr dreißig Sie hatten einen ruhigen Tisch zugewiesen bekommen. Eine großgewachsene, sehr schlanke, schöne und anmutige Inderin, in einem leuchtend grünen, mit feinen Ornamenten versehenen Seidenkleid, brachte ihnen die Speisekarte. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen?«, fragte sie, wobei ein Lächeln, das so dezent und gleichzeitig so unnahbar war, ihre Lippen umspielte. »Wir hätten gerne Früchtetee, und zwar den des Hauses«, antwortete Teichmann und sah die neben ihm stehende Schönheit kurz an, auch wenn er ihr gerne einen längeren Blick zugeworfen hätte. Sie nickte kaum merklich mit dem Kopf und begab sich wieder zurück an die Theke. »Dein Blick spricht Bände, mein Lieber«, sagte Natalia und sah ihren Mann leicht spöttisch an. »Diese Frau hat es dir wohl angetan, was?« »Ja, das gebe ich zu, aber nicht, wie du vielleicht denkst. Sie strahlt etwas aus, das nicht zu beschreiben ist«, erwiderte er leise, sodass die Gäste an den Nachbartischen nichts von dem Gespräch mitbekamen. Natalia beugte sich nach vorn und sagte ebenso leise »Was ist denn so besonders an ihr?« »Ich kann es nicht beschreiben, sie strahlt Stolz, Würde, irgendwie etwas Geheimnisvolles aus. Ich könnte sie nur mit einem Edelstein vergleichen, der hinter einer dicken Glaswand liegt und den keiner jemals berühren darf, weil derjenige, der ihn berührt, sonst sein Leben verliert.« »Och, das hört sich richtig poetisch an«, meinte Natalia. »Was siehst du noch in ihr?« »Vielleicht wurde ihre Familie vertrieben oder ermordet, und sie muss jetzt hier in diesem Restaurant ihren Unterhalt verdienen. Wer weiß?« »Sie ist wirklich schön. Würdest du mit ihr schlafen wollen?« »Was soll diese Frage? Beantworte sie einfach nur. Würdest du gerne mit ihr schlafen?« »Sie ist bestimmt eine der schönsten Frauen, die es gibt.« »Ich kann mir vorstellen, dass jeder Mann davon träumt, einmal mit einer solchen Frau...« »Jetzt ist es aber gut«, wurde sie von Teichmann unwirsch unterbrochen. »Du weißt genau, dass ich das niemals tun würde. Und nach der unglaublichen Nachricht von vorhin würde ich nicht einmal im Traum daran denken, mit einer anderen Frau etwas anzufangen.« »Ich werde nicht einmal mehr einer nachschauen.« Natalia lächelte beinahe mystisch und sagte, »Auch nicht deinen jungen, knackigen Schülerin?« »Was soll diese Frage? Als wenn ich mir aus diesem jungen Gemüse etwas machen würde. Wie kommst du überhaupt auf so einen Unsinn?« Er wurde immer aufgebrachter und mahnte sich zur Ruhe. »Nur so«, antwortete Natalia schulterzuckend und spielte mit dem Untersetzer. »Sag, wie war das heute, als die Polizei in der Schule war? Was haben die gefragt? Den üblichen Kram, ob Rudolf Feinde hatte und so weiter.« »Wir hatte er denn welche?«, sagte sie, und spielte noch immer mit dem Untersetzer. Die schöne Inderin kam an den Tisch und brachte den Tee, der duftete wie kein anderer. »Haben Sie schon gewählt?«, fragte sie mit sanfter, dunkler Stimme, die perfekt mit ihrer Erscheinung harmonierte. »Nein, wir sind noch am Aussuchen«, erwiderte Teichmann. Dann antwortete er auf Natalias Frage. »Um Himmels Willen, nein, wo denkst du hin? Er war bei allen beliebt, zumindest bei allen, die ich kenne. Ich glaube, ich werde nie verstehen, warum er sterben musste. Ich bin froh und dankbar, sein Freund gewesen zu sein. Und du glaubst nicht, dass es jemand aus der Schule gewesen sein könnte? Mein Gott, woher soll ich das denn wissen? Natürlich kann es jemand aus der Schule gewesen sein, aber ich halte das für ziemlich ausgeschlossen. Seine Kurse waren die Bestbesuchten, vor allem Ethik. Nur Anja und ich haben ähnlich viele Schüler in unseren Kursen. Anja? Frau Russler. Ach so, duzt ihr euch eigentlich alle in der Schule? Mit den meisten Kollegen bin ich per Du. Aber das ist an Schulen ziemlich normal. Bei euch in Weißrussland nicht? Nein, sie machte eine Pause, spielte mit der Serviette und sagte, »Du hast mich übrigens nie gefragt, was ich von Rudolf gehalten habe.« »Hätte ich das tun sollen?« »Vielleicht«, antwortete sie vielsagend lächelnd. »Und?« »Was hast du von ihm gehalten?« Rudolf war ein zuvorkommender Mann, aber er war ein Fassadenmensch. Er war nicht wirklich so, wie er sich gegeben hat. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich war nie gern in seiner Nähe.« Teichmann zog die Stirn entfalten, schüttelte den Kopf und meinte, »Sag mal, was ist auf einmal mit dir los? Warum bist du heute Abend so komisch? Erst das mit der Kellnerin...« »Sie ist keine Kellnerin, und das weißt du.« »Nein! Woher soll ich das wissen? Ihr gehört dieses Restaurant. Sie führt es zusammen mit ihrem Vater und ihrem Bruder. Sie ist ledig und wurde im Januar vierunddreißig Jahre alt.« »Na und?« »Ich wollte es dir nur sagen. Sie ist meine Patientin.« Teichmann wurde rot. »Das kann ich doch nicht ahnen. Aber wenn sie deine Patientin ist, wieso tut sie dann so, als würde sie dich nicht kennen?« »Das ist ein Teil ihrer Kultur. Wenn sie zu mir kommt, unterhalten wir uns manchmal sehr nett. Und du kannst mir glauben, sie ist eine äußerst gebildete Frau. Du hattest übrigens recht. Sie stammt aus einem sehr vornehmen Haus.« »Ich begreife das alles hier nicht mehr. Was ist bloß los? Mir ist allmählich der Appetit vergangen. Erst diese Frau, von der ich so nebenbei erfahre, dass sie deine Patientin ist, dann das mit meinen Schülerinnen und jetzt auch noch Rudolf. Was habe ich dir getan?« »Nicht? Ich habe dir nur meine Meinung über Rudolf gesagt. Und wieso war er deiner Meinung nach ein Fassadenmensch? Er hat vorgegeben, jemand zu sein, der er nicht war. Rudolf hat nur im Laufe der Jahre gelernt, seine Fähigkeiten einzusetzen, und das mit Bravour. Aber hinter seiner Fassade sah es nicht gut aus.« »Wie habe ich das zu verstehen?« »Du kennst ihn viel, viel länger als ich. Du müsstest es eigentlich wissen.« »Nein, ich weiß gar nichts mehr. Was hast du denn hinter seiner angeblichen Fassade gesehen?« »Das erzähle ich dir ein andermal. Ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte dir den Abend nicht verderben. Komm, lass uns bestellen und uns über etwas anderes unterhalten. Von mir aus über das Wetter.« Sie legte ihre Hände auf seine und sah ihn versöhnlich aus ihren ozeanblauen Augen an, ein Blick, dem Teichmann nicht widerstehen konnte. »Nehmen wir unser übliches Gericht?« »Von mir aus.« Er winkte die schöne Inderin heran, gab die Bestellung auf und sah ihr dabei direkt in die Augen. Sie hielt seinen Blick stand, ohne eine Mine zu verziehen. Nachdem sie gegangen war, sagte Natalia, »Du hast sie sehr lange angeschaut. Wieso?« »Unwichtig.« »Verrat mir eines. Wie kannst du in die Menschen hineinblicken? Was ist das für eine Fähigkeit?« »Ich habe sie von meiner Mutter geerbt und die von ihrer Mutter und so weiter. Ich sehe einen Menschen und kann dir innerhalb von ein paar Sekunden sagen, wie es in ihm ausschaut. Mir bleibt nichts verborgen. Nur wenige haben eine Mauer um sich gebaut, wo mir das nicht gelingt.« »Machst du das bei jedem?« Fragte Teichmann vorsichtig. »Nur bei denen ich es will. Oder sagen wir es so, nur bei denen, bei denen ich merke, dass sie etwas zu verbergen haben. Und was ist mit mir? Was soll mit dir sein? Du bist mein Mann. Und ich würde niemals versuchen, deine geheimsten Gedanken zu erkunden. Aber bei Rudolf hast du es gemacht. Sag mir jetzt, was du gesehen hast.« Er war ein sehr frustrierter Mann. Er hat es aber keinem gezeigt. »Rudolf, und frustriert? Weswegen hätte er frustriert sein sollen? Er hatte eine tolle Familie, er war beliebt. Ich habe dir nur gesagt, was ich gesehen habe. Ich denke, er hat gespürt, dass zwischen uns eine Barriere ist. Deswegen war er auch nicht mein Patient. »Nein, warum auch? Schließlich ist Dr. Müller schon seit ewigen Zeiten der Hausarzt der Schirners. Carmen ist aber meine Patientin. Und jetzt lass uns bitte damit aufhören. Weißt du, keiner von uns zeigt sich den anderen so, wie er wirklich ist. Jeder hat ein geheimes Zimmer, zu dem kein anderer Zutritt hat. Du hast es, ich habe es. Wie gesagt, jeder hat so ein Zimmer. Mach dir keine Gedanken darüber. Aber wieso warst du nicht gerne in Rudolfs Nähe? Ich dachte immer, wir und seine Familie wären die besten Freunde. Mit Helga hätte ich mich niemals anfreunden können. Sie lebt in einer anderen Welt, und diese Welt möchte ich gar nicht erst kennenlernen. Über was spricht sie denn, wenn wir bei ihnen sind, oder sie bei uns? Über das Haus, den Garten, die Wohnung, die Kinder, das Wetter. Und alles muss perfekt sauber sein. Alles muss eine heile Welt darstellen. Sie ist eine arme Frau, denn sie ist innerlich tot. Ein Mensch, der immer nur nach Ritualen lebt, ist tot. Das ist wie bei einem Zombie. Da ist keine Lebensfreude mehr, keine Energie, kein Elan, keine Spontaneität, nur noch blanke Routine. Aber irgendwann war sie einmal anders. Sie wurde nicht so geboren. Sie ist im Laufe der Jahre so geworden. Ich wette mit dir, Rudolf und sie hatten schon seit vielen Jahren keinen Sex mehr. Mittwoch, 22 Uhr 15 Eberhard Teichmann ging den Weg, den nicht einmal 24 Stunden zuvor sein Freund Rudolf Schirner genommen hatte, und den auch er mit verbundenen Augen hätte gehen können. Schließlich lebte er seit über 30 Jahren in Langen. Es war noch kälter geworden. Der Boden steinhart gefroren, und obwohl Teichmann einen dicken Pullover und eine Daunenjacke trug, war ihm kalt. Ein böiger Wind fegte durch die Bäume des sonst nachts so finsteren Weges, der zum Glück vom Mondlicht – morgen war Vollmond – erhellt wurde. Selbst Dina schien sich wie bereits in den vergangenen zwei Wochen bei den arktischen Temperaturen nicht sonderlich wohlzufühlen. Zum ersten Mal beschlich ihn Unbehagen und ein Gefühl von Angst, obgleich er Dina bei sich hatte. Doch sie war selbst wildfremden Menschen gegenüber zutraulich und würde ihm bei einem Überfall kaum zur Seite stehen. Aber Teichmann wollte nie ein bissiges Monster haben. Das Einzige, was er Dina beigebracht hatte, war, auf die Kommandos »Hier« und »Sitz« zu hören. Ansonsten ließ er sie einfach gewähren. Zu Hause angekommen, ging er ins Bad, zog sich aus, wusch sich die Hände und das Gesicht und putzte die Zähne. Natalia lag bereits im Bett und las in einem Buch. Er wollte sich gerade zu ihr legen, als das Telefon klingelte. Teichmann warf seiner Frau einen verwunderten Blick zu, denn normalerweise rief um diese Zeit keiner mehr an. Er ging auf den Flur und nahm ab. »Ja«, meldete er sich barsch. Er hörte nur, wie jemand atmete und wenig später auflegte. Teichmann hielt den Hörer einen Moment in der Hand, legte ihn schließlich auf die Einhalt, blieb kurz stehen und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. Da war wieder dieses Zittern, das er bereits am Nachmittag und beim Spaziergang mit Dina verspürt hatte, Angst und Unbehagen. »Wer war das?«, rief Natalia aus dem Schlafzimmer. »Wahrscheinlich falsch verbunden. Hat jedenfalls nichts gesagt, sondern gleich wieder aufgelegt.« Teichmann verharrte noch einen Moment neben dem Telefon, zog den Stecker aus der Buchse und ging dann durchs ganze Haus und kontrollierte, ob auch alle Rollläden heruntergelassen, die Fenster zu und die Türen abgeschlossen waren. »Ich werde mein Leben ändern«, dachte er und schloss für einen Moment die Augen. »Ich muss mein Leben ändern.« »Verdammt, Rudolf, warum bist du nicht mehr da?« »Aber vielleicht ist es ganz gut, dass du nicht mehr unter uns bist.« »Es ist gut so. Es ist einfach besser.« »Nur so kann ich mein Leben ändern.« Donnerstag, sieben Uhr dreißig Peter Brandt war seit halb sechs wach. Bevor die Mädchen das Bad belagerten, nahe er schnell geduscht, sich die Haare gewaschen und rasiert und war gerade rechtzeitig fertig, als Sarah um Punkt fünf nach sechs aus ihrem Zimmer kam. Sie schlich mit einem kaum hörbaren »Hallo« an ihm vorbei. Morgens war nicht ihre Zeit für viele Worte. Pubertät. Aber die Morgenmuffelei dauerte immer nur bis zu dem Moment, bis sie das Haus verließ, und es gab Zeiten, in denen sie so viel und so schnell plapperte, dass er oftmals nicht verstand, was sie sagte, weil zu viele Informationen auf einmal auf ihn einprasselten. Er machte das Frühstück, deckte den Tisch, um kurz nach sieben waren alle drei in der Küche und begannen zu essen. Sie besprachen dabei den vor ihnen liegenden Tag. Brandt sagte, es könne unter Umständen wieder etwas später werden, aber er gebe rechtzeitig Bescheid. Um halb acht verließen sie gemeinsam die Wohnung, er setzte die Mädchen an der Schule ab und fuhr weiter zum Präsidium. Spitzer und Gräulich waren bereits in ihren Büros, Gräulich noch immer eifrig damit beschäftigt, Daten über Satanisten und Okkultisten zu sammeln und zu vergleichen. »Und? Schon fündig geworden?«, fragte Brandt mit ernster Miene, bemüht, nicht lautlos zu lachen. »Sind einige interessante Leute darunter,« meinte Gräulich. »Könnte sein, dass einer von ihnen unser Mann ist.« »Und was ist mit Frauen?« »Sind auch welche dabei.« »Dann klappern sie heute alle ab, vorausgesetzt, die sitzen nicht ein. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht großartig zu erklären. Die Knackis habe ich schon aussortiert.« Brandt ging zu Spitzer, machte die Tür hinter sich zu und setzte sich. »Wie sieht dein Tag heute aus?«, fragte Spitzer, nachdem sie sich begrüßt hatten. »Bei der Witwe vorbeischauen, dann weiter in die Schule und noch mal einige Schüler und Lehrer befragen, aber diesmal einzeln.« »Aber nicht allein, oder?«, fragte Spitzer zweifelnd. »Quatsch, ich nehme Nicole mit.« »Und du bist überzeugt, dass der oder die Mörder im Bereich der Schule zu finden sind?« »Hm, wenn du mir einen anderen Ansatzpunkt geben kannst, bitte. Aber mein Gefühl sagt mir einfach, dass Schirner ein Doppelleben geführt hat. Doch frag mich bitte nicht, woher dieses Gefühl kommt. Keiner wird so grausam umgebracht, wenn da nicht eine gewaltige Portion Wut oder gar Hass dahinter steckt. Ich bitte dich nur um einen Gefallen. Halt mir gräulich vom Hals.« Donnerstag, 7.30 Uhr Georg Büchner Gymnasium, Parkplatz Teichmann wartete schon seit halb acht in seinem Wagen, in dem die Standheizung lief. Er hatte ihr eine SMS geschrieben und sie gebeten, sie noch vor dem Unterricht zu sprechen. Sie kam um zwanzig vor acht, stieg aus und begab sich Richtung Sporthalle. Er folgte ihr so unauffällig wie möglich. Sie ging zum Hintereingang und blieb vor der Tür stehen. »Was gibt's so Dringendes?«, fragte sie und sah ihm in die Augen. Ihr Blick war so eisig wie der Wind. »Wir müssen aufhören«, sagte er gerade heraus. »Es kann so nicht weitergehen, schon gar nicht nach Rudolfs Tod. Ist das alles? Ist das etwa nicht genug? Warum so plötzlich? Hat deine Frau was Spitz gekriegt oder bekommst du auf einmal Nervenflattern? Nein, es sind rein persönliche Gründe. Ich bitte dich inständig, der Polizei nichts von uns zu sagen. Wir könnten beide in Teufelsküche kommen.« »Wir?«, fragte sie spöttisch. »Du meinst, du könntest in Teufelsküche kommen. Die Polizei kriegt heraus, was zwischen uns gelaufen ist. Die erzählen es deinem reizenden Frauchen. Und sie lässt dich fallen wie eine heiße Kartoffel. »Aber soll ich dir was sagen? Ich hatte sowieso vor, diesen Mist zu beenden. Und du brauchst auch keine Angst zu haben, dass deine heiß geliebte Frau etwas davon erfährt. Ich bin für meine Verschwiegenheit geradezu berühmt. Das solltest du eigentlich wissen. Und so toll war das auch wieder nicht mit dir. Ehrlich. Willst du mich verletzen? Verdreh nicht die Tatsachen. Du verletzt die Menschen. Ich kenne deine Frau und habe mich die ganze Zeit über gefragt, warum du etwas mit mir angefangen hast. Ich gebe zu, ich war nicht ganz unbeteiligt, aber die Initiative ging ganz klar von dir aus. Und bitte erzähl mir nicht, dass dein jetziger Entschluss einzig und allein etwas mit Rudolfs Tod zu tun hat oder mit der Polizei. Was steckt wirklich dahinter? Das kann ich dir nicht sagen. Kannst du nicht oder willst du nicht? Sie sah ihn durchdringend an, doch erschwieg. Deinem Schweigen entnehme ich, dass du nicht willst. Aber gut, ich werde es schon noch herausfinden. Mein Gott, wenn du es unbedingt wissen musst. Natalia ist schwanger. Sie hat es mir gestern gesagt. Wow! Was für ein exzellentes Timing! Der eine gibt den Löffel ab, der andere wird Vater. Gratuliere! Hätte ich dir auf deine alten Tage gar nicht zugetraut, sagte sie mit noch mehr Spott in der Stimme. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Ich muss in die Klasse. Wir unterhalten uns später weiter. Es gibt da einige Dinge, die noch zu klären sind. Was gibt's da noch zu klären? Wir hatten eine Affäre oder auf Deutsch ein Liebesabenteuer. Und Abenteuer dauern nun mal nicht ewig. Und wir hatten ausgemacht, dass keiner dem anderen Steine in den Weg legt, wenn es vorbei ist. Du hast recht. Das hatten wir ausgemacht. Nach diesen Worten ließ sie Teichmann einfach stehen und ging mit schnellen Schritten auf das Schulgebäude zu. Er wartete noch zwei Minuten, bevor auch er sich auf den Weg zu seinem Klassenzimmer machte. Donnerstag, acht Uhr fünfunddreißig. Carmen Schirner öffnete die Tür und bat die Beamten ins Haus. Thomas kam die Treppe herunter und barf ihnen nur einen kurzen Blick zu. Er wirkte übernächtigt. Der süßliche Duft von Räucherkerzen hing schwer in der Luft. »Wir sind noch mal gekommen, um uns mit Ihrer Mutter zu unterhalten. Wir würden das gerne ungestört tun«, sagte Brandt. »Natürlich. Wundern Sie sich bitte nicht über den Geruch. Ich musste die Räucherstäbchen anmachen, weil ich verbotenerweise im Haus geraucht habe«, erklärte sie und verdrehte die Augen. »Ich sehe aber nicht ein, bei der Kälte nach draußen zu gehen.« »Ich mag den Duft«, sagte Brandt, »patschulie?« »Erraten«, antwortete sie charmant lächelnd. Helga Schirner kam um die Ecke, zog ihre Schürze aus und hängte sie über einen extra dafür vorgesehenen Haken. »Ich habe gehört, dass Sie zu mir wollen. Ich musste nur schnell die Spülmaschine einräumen. Jetzt stehe ich Ihnen aber zur Verfügung. Lass uns bitte allein, Carmen.« Nachdem Carmen gegangen war, fragte Helga Schirner, »haben Sie schon etwas herausgekommen?« herausgefunden, Ihre Stimme klang sicher, Ihr Blick war klar. Sie schien sich erstaunlich schnell von dem Schock erholt zu haben. »Oder aber, es ist alles nur gespielt«, dachte Brandt. »Leider nicht«, antwortete Nicole Eberl, »deshalb sind wir auch hier. Wir würden gerne noch mehr über Ihren Mann erfahren. Sie haben uns zwar gestern schon einiges über ihn gesagt, aber das hilft uns nicht viel weiter, denn wie es aussieht, wurde er gezielt als Opfer ausgesucht. »Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Ich will noch einmal die Frage stellen, ob Ihr Mann nicht vielleicht doch Feinde hatte, wobei einer eigentlich schon reicht.« »Nein«, antwortete sie schroff, »Rudolf hatte keine Feinde, nicht einen einzigen.« »Was hat Ihr Mann gemacht, wenn er nicht in der Schule oder zu Hause war? Hatte er Hobbys?« »Mein Mann war immer entweder in der Schule oder zu Hause.« »Und Hobbys?« Sie zuckte mit den Schultern. »Mein Gott, er hat wahnsinnig viel gelesen oder ist mit dem Hund spazieren gegangen.« »Ihr Eheleben war intakt?« fragte Eberl. »Wir haben eine sehr glückliche Ehe geführt, wenn Sie das wissen wollen,« antwortete Helga Schirmer kühl. »Oder glauben Sie, wir wären sonst fast fünfundzwanzig Jahre verheiratet gewesen?« »Manche Leute lassen sich auch nach dreißig oder vierzig Jahren noch scheiden,« entgegnete Eberl Lapitar. »Ihr Mann war nachts immer zu Hause?« »Natürlich.« »Wo hätte er denn sonst sein sollen?« erwiderte sie aufgebracht, »außer, wenn er mit dem Hund draußen war.« »Haben Sie einen festen Schlaf?« mischte sich jetzt Brand ein. »Sie hatten immerhin getrennte Schlafzimmer.« »Ich weiß nicht, was das alles soll, aber Rudolf hat abends mit dem Hund eine Runde gedreht und ist danach ins Bett gegangen. Was hätte er denn sonst noch mitten in der Nacht machen sollen? Sein Beruf war aufreibend genug, da brauchte er seinen Schlaf. Außerdem kommt es nicht darauf an, ob man getrennte Schlafzimmer hat, sondern ob man sich versteht. Und Rudolf und ich, wir haben uns blind verstanden.« »Herr Teichmann war doch sein bester Freund.« »Waren die beiden oft zusammen?« »Sie haben sich des Öfteren getroffen, entweder hier bei uns oder bei Herrn Teichmann. Manchmal war auch Frau Teichmann mit dabei. Und jetzt möchte ich Sie bitten, zu gehen, denn ich glaube, ich habe Ihnen nichts weiter zu sagen. Außerdem habe ich noch eine Menge zu tun. Ich muss die Fenster putzen, saugen, Staub wischen, Wäsche waschen, bügeln, was eben alles so in einem Haushalt anfällt.« »Sie haben doch Ihre Tochter als Unterstützung,« bemerkte Brand. »Warum zählt die alles auf, was sie zu tun hat?« fragte er sich. »Carmen wird noch für den Rest der Woche hierbleiben und dann wieder nach Frankfurt gehen. Sie kümmert sich um die Organisation der Beerdigung. Ich muss das Haus in Ordnung halten. Wenn es sonst nichts weiter gibt, würde ich gerne mit meiner Arbeit fortfahren.« Auf dem Weg zur Tür wandte sich Brand noch einmal um und sagte, »Eine Frage noch, Frau Schirner. Hatte Ihr Mann ein Arbeitszimmer?« »Mein Mann hatte selbstverständlich einen Raum, wo er ungestört zum Beispiel Schularbeiten korrigieren konnte. Warum wollen Sie das wissen?« »Ähm, dürfen wir diesen Raum einmal sehen?« »Wenn es unbedingt sein muss. Aber verändern Sie bitte nichts. Es war sein Zimmer, und ich möchte es zu seinem Gedenken so belassen, wie er es zuletzt gesehen hat. Es ist im Keller. Ich begleite Sie. Und wie gesagt, Sie lassen alles so, wie es ist.« »Sicher«, erwiderte Brand und betrat mit Nicole Eberl das Zimmer. Es schien der einzige Raum in diesem Haus zu sein, der nicht diese Unpersönlichkeit und Kälte ausstrahlte. Ein kleines Fenster ließ nur einen Hauch von Licht herein. Das Zimmer war erstaunlich groß, mit einer niedrigen Decke, in die zehn Halogenbirnen eingelassen waren. Helga Schirner blieb im Türrahmen stehen, die Arme vor der Brust verschränkt. Ihr Blick drückte Misstrauen aus, aber keine sonstigen Emotionen. Auf dem antiken Schreibtisch waren drei volle Ablagekörbe. Eine Unterlage, ein Stiftehalter, ein Bild von Henry in einem goldenen Rahmen und eine grüne Leselampe, wie man sie oft in Bibliotheken fand. In der rechten Ecke stand ein weiterer Tisch mit einem modernen PC mit Internetzugang, einem Telefon und einem Faxgerät, daneben ein Mahagoni-farbener Aktenschrank. Dann waren da noch ein zum Schreibtisch passender alter Chefsessel aus braunem Leder und vor dem PC ein brauner Bürostuhl. Eine Regalwand mit zahlreichen Sach- und Fachbüchern zu allen möglichen Themen befand sich an der linken Wand. Ein kleiner Kühlschrank surrte leise vor sich hin. Brandt warf einen kurzen Blick hinein, doch er enthielt nichts außer ein paar Flaschen Bier und Cola und eine noch halb volle Flasche Wodka. An einer Wand hing eine überdimensionale Weltkarte, an einer anderen ein paar Landschaftsaufnahmen. Erst jetzt bemerkte Brandt, dass der Schreibtisch keine Schubfächer hatte, sondern zwei Türen, die abgeschlossen waren. »Gibt es einen Schlüssel für den Schreibtisch?« fragte er. »Sicher gibt es den, aber was wollen Sie damit?« »Ich habe doch ausdrücklich darum gebeten, dass nichts angefasst wird. »Haben Sie eine Erklärung, warum Ihr Mann den Schreibtisch abgeschlossen hat?« »Nein, habe ich nicht.« »Aber er wird wohl seine Gründe dafür gehabt haben. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, denn ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist.« »Ich weiß, wo der Schlüssel ist,« sagte Carmen Schirner, die lautlos die Treppe heruntergekommen war und plötzlich hinter ihrer Mutter stand, die sich erschrocken umdrehte. »Er liegt in der obersten Schublade des PC-Tisches.« »Danke,« sagte Brandt, zog die Schublade heraus, nahm den Schlüssel und hielt ihn hoch. »Der hier?« »Ja.« »Woher weißt du, wo?« »Papa hat's mir mal gesagt. Der hat da drin keine Geheimnisse, nur Unterlagen. Aber du kennst ihn doch. Er ist ein Pedant. Bei ihm muss alles seine Ordnung haben, wie bei dir, nur eben ein bisschen anders.« Der Schlüssel passte für beide Türen. Brandt warf Nicole Eberl einen eindeutigen Blick zu, nahm einen der Aktenordner heraus und blätterte kurz darin. »Ist okay, hier sind nur Rechnungsordner und Verwaltungskram.« »Danke, dass Sie uns geholfen haben,« sagte er zu Carmen Schirner. »Ich würde gerne noch einen Blick in den Aktenschrank werfen.« »Der Schlüssel ist auch in der Schublade,« entgegnete Carmen. Brandt schloss auf und zog ein Schubfach nach dem anderen heraus. In dreien befanden sich lauter beschriftete Hängeordner. Das unterste Fach war leer. »In den Ordnern hat er alles aufbewahrt, was mit der Schule zusammenhängt,« erklärte Carmen, und stellte sich zu Brandt. »Und wenn er bis zu seiner Pension weiter...« Sie hielt inne. Ihre Mundwinkel zuckten verdächtig, aber sie hatte sich schnell wieder unter Kontrolle. »Na ja, dann wäre auch das unterste Fach voll gewesen.« »Wozu hat Ihr Vater einen PC gebraucht?« »Wer braucht heutzutage keinen?«, fragte sie zurück. »Für einen Lehrer ist ein PC ein wahrer Segen. Mein Vater hat seine Klausuren damit vorbereitet, und er hat an einem Buch geschrieben.« »Was für ein Buch?« »Eine Familiengeschichte, genau genommen seine Familiengeschichte. Und dafür auch der Internetanschluss, weil er viel recherchieren musste. Denn mein Vater stammt aus einem sehr alten Adelsgeschlecht, auch wenn der Name längst nicht mehr darauf hindeutet. Aber die Genealogie ist faszinierend. Er ist schon bis 1445 gekommen. Und um was für ein Adelsgeschlecht handelt es sich, wenn ich fragen darf? »Von Schirno. Seine Vorfahren kommen ursprünglich aus Pommern. Weil es aber einige Juden in der Linie gab, die im 17. Jahrhundert gerade dort zum Teil heftigen Verfolgungen ausgesetzt waren, hatte mein Urgroßvater oder Ururgroßvater den Namen in Schirner ändern lassen und den ganzen Adelskram quasi unter der Hand weitergeführt. »Die Schirners oder von Schirnos besitzen auch heute noch oder, besser gesagt, wieder ausgedehnte Landflächen und Gutshöfe in Pommern. Aber glauben Sie bloß nicht, dass Sie reich sind. Die Zeiten sind vorbei.« »Adlige Juden?«, fragte Nicole Eberl zweifelnd. »Einer hat vor vier oder fünfhundert Jahren eine Jüdin geheiratet. Sie haben acht Kinder bekommen und dadurch ist natürlich die gesamte Familie verunreinigt worden, wie ein guter Aria sagen würde. Dann kam eine Pestepidemie und die Juden wurden wieder einmal dafür verantwortlich gemacht. Aber die unmittelbaren Nachkommen, ich meine die Blutlinie, haben natürlich auch jüdisches Blut in den Adern gehabt. Wenn man es genau betrachtet, fließt in meinen Adern auch noch ein winziger Teil jüdisches Blut. Glücklicherweise haben die Nazis nie etwas davon mitbekommen, sonst würde es uns heute nicht geben. Interessant. Und darüber wollte er ein Buch schreiben. »Ja. Er hat mir erzählt, dass es unzählige Familien in Deutschland gibt, die, ohne es zu wissen oder auch nur zu ahnen, einen jüdischen Vorfahren haben.« Er wollte damit wohl die Menschen sensibilisieren in der Form, dass er gesagt hat, »Wer mit dem Finger auf Juden zeigt, sollte erst einmal in seiner eigenen Familie schauen, ob es da nicht auch jüdische Vorfahren gibt.« Eigentlich wäre es ein sehr positives Buch geworden, das viele aufgerüttelt hätte. »Woher weißt du das alles, Kind?« fragte Helga Schirner erstaunt, aber auch mit einem säuerlichen Gesichtsausdruck. »Weil Papa mit mir darüber gesprochen hat.« »Und warum nicht mit mir? Was weiß ich? Er wird schon seine Gründe gehabt haben. Aber das interessiert die Polizei bestimmt nicht. Ich habe Ihnen jedenfalls alles erzählt, was ich weiß.« »Wir sind Ihnen sehr dankbar.« »Ja, wir gehen dann mal. Und sollten wir Unordnung gemacht haben, dann bitten wir, das zu entschuldigen. Es soll nicht wieder vorkommen.« Helga Schirner schluckte schwer, machte die Tür wieder zu, schloss ab und wollte den Schlüssel in die Hosentasche stecken, als Carmen sagte, »Gib mir den Schlüssel, bitte. Er hätte es so gewollt.« »Woher willst du das wissen?« wurde sie von ihrer Mutter angefaucht. »Ich weiß es, und das reicht.« »Nein, er war mein Mann, und dieses Zimmer wird kein Mensch jemals mehr betreten. Ich bin ab jetzt hier für alles zuständig, und wenn ich alles sage, dann meine ich das auch so.« »Wie du willst«, entgegnete Carmen nur, und ging hinter den Beamten die Treppe hinauf, während ihre Mutter unten blieb und ihnen nachsah. »Das ist meine Mutter«, sagte sie leise. »Jetzt haben Sie sie richtig kennengelernt. Aber was auch immer Sie von ihr denken, sie ist eine gute Mutter, nur ein bisschen eigen. Ihr Problem ist, dass sie mit meinem Vater intellektuell nie mithalten konnte, obwohl sie nicht dumm ist. Aber sie hat sich nie für das interessiert, was er gemacht hat. Sie haben ja gemerkt, sie wusste bis eben nicht einmal etwas von der Familienchronik und dass er an einem Buch gearbeitet hat.« »Danke, dass Sie uns geholfen haben. Warten Sie, ich komme mit nach draußen. Ich brauche ein bisschen frische Luft, und vor allem will ich eine rauchen.« Sie zündete sich an der Haustür eine Zigarette an und begleitete Brand und Ewald zum Auto. »Sagen Sie, wusste außer Ihnen noch jemand von dem Vorhaben Ihres Vaters?« »Sie meinen das mit dem Buch?« »Hm?« »Nein. Er hat es mir einmal im Vertrauen erzählt und mich gebeten, es für mich zu behalten.« »Und Herr Teichmann?« Carmen zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Es könnte natürlich sein, er war schließlich sein bester Freund.« »Aber selbst wenn. Sie glauben doch nicht, dass das der Grund für seinen Tod sein könnte, oder?« »Nein, eigentlich nicht. Nochmals danke, und hoffentlich. Na ja, Ihre Mutter scheint ganz schön sauer zu sein.« »Wegen eben?«, fragte Carmen und lachte leise auf. »Sie wird kein Wort mehr darüber verlieren, denn das würde ja bedeuten, dass sie sich mit ein paar Wahrheiten auseinandersetzen müsste, die sie nicht sehen will. Sie ist die drei Affen in einer Person. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Ich hab sie trotzdem lieb, schließlich ist sie meine Mutter. Ich geh jetzt besser wieder rein, mir frieren langsam die Pfoten ab.« Brand sah zum Haus und erkannte das Gesicht von Helga Schirner hinter dem Vorhang. »Eine Frage hätte ich doch noch. War die Ehe ihrer Eltern so glücklich, wie ihre Mutter das behauptet?« Carmen zögerte mit der Antwort und schüttelte kaum merklich den Kopf. »Glück ist immer eine Frage der Definition. Was ist Glück?« »Jeder betrachtet es aus seiner Sichtweise, und die ist sehr subjektiv.« »Schauen Sie sich meine Mutter an. Sie ist glücklich in ihrer kleinen Welt. Sie tut niemandem etwas Böses, im Gegenteil. Ob mein Vater glücklich war?« »Ich will ganz ehrlich sein. Er war es vielleicht bedingt. Aber Sie haben nach der Ehe gefragt. Nein, das war alles nur Fassade. Ich weiß nicht, wann meine Mutter angefangen hat, sich zu verändern, aber es muss irgendwann kurz nach Thomas' Geburt gewesen sein. Von einem Eheleben konnte man bei meinen Eltern schon lange nicht mehr sprechen. Mein Vater ist, oder besser gesagt, war ein sehr intellektueller Mensch, während meine Mutter eher einfach gestrickt ist, obwohl sie Kunst studiert hat. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, warum sie sich so hängen lässt. Der Tod meines Vaters scheint sie nicht einmal sonderlich zu berühren. Sie hat zum Beispiel schon heute Morgen um sieben angefangen, das Haus durchzusaugen. Und das wird sie auch heute Abend noch einmal machen. Schließlich könnte selbst der kleinste Krümel die heile, saubere Welt verunreinigen. »Verstehen Sie jetzt, warum ich so schnell wie möglich ausziehen wollte? Ich konnte ab dem Moment frei durchatmen, als ich hier wegkam. Wenn aber noch irgendwas sein sollte, dann rufen Sie mich bitte auf meinem Handy an. Haben Sie was zu schreiben?« »Ich bin bereit«, sagte Brand und tippte die Nummer gleich in sein Adressbuch des Handys ein. »Und jetzt rein mit Ihnen, sonst holen Sie sich noch was weg.« »Tschüss.« »Tschüss.« Wieder im Auto sagte Brand, »gefällt mir das, Mädel. So jung. Steht aber trotzdem schon mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Aber Ihre Mutter...« »Peter, die Schirner leidet vermutlich an einem Reinlichkeitswahn. Das ist eine Persönlichkeitsstörung. Und solche Frauen sind auch sexuell alles andere als aktiv. Für sie ist das wahrscheinlich auch mit Schmutz verbunden, deshalb die getrennten Schlafzimmer. Die hat ihren Mann mit Sicherheit schon seit Jahren nicht mehr herangelassen. Heißt das, du vermutest, dass Schirner was nebenbei laufen gehabt hat?« »Ich habe die Frau heute zum ersten Mal gesehen, aber ich halte es für durchaus möglich. Die lebt in ihrer kleinen Welt, wie die Tochter so schön gesagt hat, und hat panische Angst davor, sie zu verlassen. Der Tod ihres Mannes schockt sie nicht sonderlich. Sie kann ja in dem Haus bleiben. Da wird auch nie wieder ein anderer Mann einziehen. Aber sie sagt doch, er war immer zu Hause. »Glaubst du ihr etwa alles? Diese Frau will oder muss ihre heile Welt bewahren. Denn wenn zum Beispiel die Nachbarn erfahren sollten, dass er eine andere hatte, würde ihre heile Welt wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Nein, 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 mein Lieber. Die will so weiterleben wie bisher. Okay, aber wenn er eine Geliebte hatte, dann doch wohl am ehesten jemanden aus der Schule, oder? Anzunehmen. Fragt sich nur, wer die Unbekannte ist.« Donnerstag, 9.30 Uhr. Georg Büchner-Gymnasium. Große Pause. Brand und Eberl begaben sich direkt zum Lehrerzimmer, wo sich die meisten der Lehrer außer jenen, die Pausen auf sich hatten, aufhielten. Das Hauptgesprächsthema war natürlich der sinnlose Tod von Rudolf Schirmer. Als die Beamten den großen Raum betraten, verstummten einige der Gespräche sofort, und nach wenigen Sekunden herrschte vollkommene Stille. Alle Augen waren auf die Kommissare gerichtet. »Herr Brand«, sagte Direktor Drescher und kam auf ihn zu, »was können wir für Sie tun? Haben Sie schon eine heiße Spur?« »Nein. Meine Kollegin und ich sind gekommen, um uns mit einigen von Ihnen zu unterhalten. Die Frage ist, inwieweit dies möglich ist. Allerdings möchte ich Sie wissen lassen, dass wir auf Ihre Kooperation angewiesen sind.« »Inwiefern auf unsere Kooperation?« »Glauben Sie etwa immer noch, den Mörder hier zu finden? Das ist geradezu absurd.« »Aber bitte tun Sie, was Sie für notwendig erachten.« »Sie haben die volle Unterstützung des Kollegiums, doch Sie vergeuden nur Ihre Zeit.« »Außerdem fängt der Unterricht in einer Viertelstunde wieder an.« Brand hob die Hand, um Dreschers Redefluss zu unterbrechen und sagte, »Wir wollen Sie natürlich nicht vom Unterricht abhalten, dennoch würden wir...« Er stockte, als sich plötzlich alle Blicke zur Tür richteten und wandte den Kopf, in ihm kochte es. Elvira Klein. Sie trat näher und blieb mitten im Raum stehen. Brand und Eberl schienen sie gar nicht wahrzunehmen. »Frau«, sagte Drescher mit hochgezogenen Brauen, »Klein. Ich war hier auf der Schule, unter anderem bei Herrn Teichmann und Herrn Schirner.« »Frau Klein, natürlich«, sagte Teichmann mit einem seltenen Lächeln und reichte ihr die Hand. Ich hätte sie beinahe nicht erkannt. »Ich habe das von dem tragischen Tod von Herrn Schirner gehört und dachte mir, ich bin es ihm schuldig, mal an meiner alten Wirkungsstätte vorbeizuschauen. Es tut mir leid, wenn ich störe, aber...« »Frau Klein«, sagte Teichmann, »selbstverständlich erinnere ich mich an Sie und natürlich auch an Ihren Vater. Aber Sie müssen verstehen, es ist eine lange Zeit vergangen seit damals. Dreizehn Jahre, um genau zu sein. Ich wollte nur kurz herkommen und Ihnen allen mein Beileid ausdrücken. Ich war sehr gerne auf dieser Schule und habe Herrn Schirner sehr geschätzt und ihm vor allem viel zu verdanken. Ich will auch nicht lange stören. Wir haben im Moment die Polizei im Haus, deshalb... Kein Problem. Ich wollte sowieso gleich wieder gehen. »Moment«, sagte sie und sah zu dem Tisch, an dem Anja Russler sah. »Anja? Anja Köhler?« Die Angesprochene erhob sich, kam auf Klein zu und nahm die ihr entgegengestreckte Hand. »Nicht mehr, Köhler. Ich heiße jetzt Russler. Ist lange her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.« »Jetzt geht's nicht. Du siehst ja selbst, was hier los ist. Aber wir können ja mal bei Gelegenheit einen Kaffee trinken gehen.« »Ja, doch. Du hast dich übrigens überhaupt nicht verändert. Du bist also Lehrerin geworden.« »Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte immer, du würdest mal was Künstlerisches machen.« »Na gut. Ich lasse euch jetzt wieder allein mit der Polizei. Ich hoffe, die finden den Kerl bald, der...« »Es ist einfach unfassbar. Herr Teichmann, Anja, alles Gute, und wir sehen uns. Du stehst doch im Telefonbuch, oder?« »Ja, ja. Ich ruf dich an,« sagte Elvira Klein und an Brandt und Eber gewandt. »Finden Sie den Mörder, bitte schnell.« Nach diesen Worten begab sie sich wieder nach draußen. »Wer war diese bezaubernde junge Dame?« fragte Brandt und spielte den Ahnungslosen. »Eine ehemalige Schülerin. Ihr Vater ist ein äußerst angesehener Anwalt in Frankfurt. Er hat eine Menge für die Schule getan.« Inwiefern? Er hat die Schule großzügig unterstützt, aber ich denke, das hat mit dem Tod von Herrn Schirner nichts zu tun. Sie sehen ja, wie beliebt er war, wenn sogar eine ehemalige Schülerin aus bestem Haus vorbeischaut und... »Ja, ja, schon gut. Wir möchten noch einmal mit den Schülern von gestern sprechen. Welche Fächer werden in den nächsten zwei Stunden unterrichtet?« »In der Zwölf?« »Ja. Ich habe einen Erdkunde-Leistungskurs. Frau Russler, Englisch-Grund, Frau Denzel, Französisch-Leistung und Frau Engler-Geschichte ebenfalls Leistung.« »Gut, dann meine Frage an die Herrschaften. Haben Sie etwas dagegen, wenn wir, während Sie den Unterricht abhalten, nach und nach jeden Schüler einzeln befragen?« »Kopfschütteln.« »Tja, dann wollen wir mal. Ich muss aber erst noch mal kurz raus ans Auto etwas holen. Finden die Kurse alle im zweiten Stock statt?«, fragte Brand. »Ja.« »Geh du mit nach oben, ich komme gleich nach,« sagte er zu Nicole Eberl. Er lief mit ausgreifenden Schritten nach draußen und sah den Mercedes von Elvira Klein auf dem Parkplatz. Sie stand trotz der Kälte davor und schien ihn bereits zu erwarten. »Was sollte das eben?«, fuhr er sie an. »Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie sich aus unseren Ermittlungen raushalten sollen?« »Jetzt mal Piano. Erstens weiß keiner hier, dass ich von der Staatsanwaltschaft bin. Zweitens habe ich so getan, als würde ich Sie gar nicht kennen, sodass uns keiner miteinander in Verbindung bringen kann.« »Puh, das wäre ja noch schöner,« murmelte Brand vor sich hin. »Ich habe das sehr wohl vernommen. Und drittens, ich kann dieser Schule einen Besuch abstatten, wann immer ich will.« »Ich halte es für sehr gewagt, wenn Sie hier auftauchen. Machen Sie das bitte nicht noch einmal.« »Ich hatte übrigens damit gerechnet, dass Sie rauskommen würden. Tun Sie mir einen Gefallen und beziehen Sie gräulich in Ihre Ermittlungsarbeit mit ein. Dieser Schwachsinn mit dem Ritualmord ist Zeit- und Personalverschwendung. So etwas können wir uns nicht leisten.« »Ist das eine Bitte oder ein Befehl?«, fragte Brand hart. »Sehen Sie es, wie Sie wollen.« »Und ich erwarte wirklich bald erste Ergebnisse,« sagte sie und war schon im Begriff einzusteigen, als Brand sie zurückhielt. »Was verstehen Sie unter ersten Ergebnissen? Soll ich Ihnen einen Täter auf einem goldenen Tablett präsentieren, wenn wir noch nicht einmal den Hauch einer Spur haben? Ist es das, was Sie erwarten? Tun Sie einfach das, wofür Sie bezahlt werden. Schönen Tag noch!« »Leck mich am Arsch«, dachte er, und begab sich zurück in das Schulgebäude. Nicole Eberl wartete im zweiten Stock auf ihn. Die Schüler waren bereits in den jeweiligen Klassen die Türen geschlossen. »Wo warst du?« »Was glaubst du denn? Der Kleinen drehe ich noch mal den Hals um. Was will die eigentlich von uns? Ärgern. Sie ist mal von der Seite. Sie ist über dreißig, alleinstehend und irgendwie frustriert. Die kann einfach nicht anders. Und deshalb muss sie uns das Leben zur Hölle machen. Sie will, erwartet, befiehlt, dass wir gräulich in die Ermittlungen mit einbeziehen.« Sie holten einen Schüler nach dem anderen aus dem jeweiligen Klassenraum. Doch alles, was sie zu hören bekamen, waren die gleichen Lobeshymnen wie schon tags zuvor. Schirner, der beste Lehrer überhaupt. Über eine Stunde war vergangen, als Brand Kerstin Abele zu sich bat. Er hatte sie noch gut in Erinnerung. Sie hatte auf dem Tisch gesessen und fast die ganze Zeit zu Boden geblickt. Heute war es nicht anders. Nur, dass es diesmal keinen Tisch gab, auf den sie sich setzen konnte, sondern nur einen Stuhl. Sie machte einen sehr ernsten und distanzierten Eindruck, als würde sie sich vor den nächsten Minuten fürchten. »Frau Abele, darf ich fragen, wie alt Sie sind?« »Neunzehn.« »Sind Sie später eingeschult worden, oder mussten Sie eine Ehrenrunde drehen?« »Ehrenrunde. Habt Ihr Zehn vermasselt.« »Und jetzt läuft's?« »Ja, schon.« »Und seit wann haben Sie Herrn Schirner als Lehrer gehabt?« »Seit der Elf. Er war mein Klassenlehrer.« »Haben Sie es ihm zu verdanken, dass Ihre Leistungen jetzt besser sind?« »Er war ein guter Lehrer,« antwortete sie ausweichend. »Sie hatten nie irgendwelche Probleme mit ihm?« Kerstin Abele schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe sehr viel bei ihm gelernt.« »Gibt es Schüler, die nicht so gut mit ihm konnten?« »Weiß nicht. Mir fällt keiner ein.« »Was hat ihn denn so ausgezeichnet?« »Es war einfach seine Art. Er hat den Stoff prima rübergebracht, sodass jeder es verstanden hat.« »Welche Fächer hatten Sie bei ihm?« »Mathe und Ethik. Physik habe ich abgewählt, weil ich damit nichts anfangen kann.« »Mathe und Ethikleistung?« »Nein, nur Ethikleistung. Mathegrund.« »Und welches Leistungsfach haben Sie noch?« »Deutsch und Englisch.« »Sie haben drei Leistungsfächer?« fragte Brand erstaunt. »Die meisten, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, haben nur zwei. Warum so viele?« Kerstin Awele zuckte mit den Schultern und sagte, »Meine Eltern wollten das so, vor allem mein Vater.« »Aber Sie sind nicht glücklich damit. Zumindest sehen Sie nicht so aus. Andererseits, Sie sind neunzehn und haben die freie Entscheidung.« »Da kennen Sie aber meine Eltern schlecht.« »Na ja.« »Ich werd's schon irgendwie schaffen.« »Sie klingt resigniert,« dachte Brand, und irgendwie tat sie ihm leid. Die ganze Haltung, der fehlende Blickkontakt, die leicht heruntergezogenen Mundwinkel. Er schwor sich, seine Töchter nie so unter Druck zu setzen. »Darf ich fragen, was Ihr Vater macht? Er ist Chefingenieur bei der Lufthansa. Aber fragen Sie mich nicht nach Einzelheiten. Es interessiert mich nämlich nicht. Er ist auf jeden Fall ein hohes Tier und verdient entsprechend Kohle. Und ich soll mal in seine Fußstapfen treten.« »Ich kann Ihnen da leider nicht helfen. Bei wem haben Sie denn die anderen Leistungskurse? Deutsch bei Frau Russler und Englisch bei Herrn Teichmann. Herr Schirner war Vertrauenslehrer. Haben Sie sich ihm jemals anvertraut? Was meinen Sie mit anvertraut? Dass Sie ihm zum Beispiel von dem häuslichen Druck berichtet haben. Ich hab schon mal mit ihm gesprochen, aber nicht über das, was zu Hause so abgeht. »Und Sie können sich auch nicht vorstellen, dass jemand aus der Schule für den Mord an Herrn Schirner in Frage kommt?« »Nein?« »Das war's schon. Sie können wieder in Ihre Klasse gehen. Und lassen Sie sich nicht unterkriegen. Es kommt bald die Zeit, wo Sie Ihre Entscheidungen ganz allein treffen werden. Machen Sie es gut. Und schicken Sie mir bitte Frau Essling heraus.« Brandt sah Kerstin Abele nach, wie sie mit müden Schritten wieder im Klassenraum verschwand, und kurz darauf kam Sylvia Esslinge heraus. Als sie Brandt erblickte, war sofort wieder dieses spöttische Aufblitzen in ihren Augen. Sie setzte sich neben ihn. Der Duft eines edlen Parfums umwehte sie. Silvia trug heute einen Mini-Rock und hohe Stiefel. Sie schlug die Beine übereinander, wodurch der Rock noch höher rutschte und noch mehr von den langen Oberschenkeln freigab. »Sind Sie mit Frau Abele befreundet?« fragte Brandt, der schon gestern diese Vermutung hegte und sie nun bestätigt haben wollte. »Ja. Warum?« »Nur so, ich möchte auch Sie fragen, wie alt Sie sind.« »Achzehn.« »Ich werde im Mai neunzehn.« »Also noch nicht hängen geblieben?« »Doch, in der Zehn. Genau wie Kerstin. Aber wir haben uns nicht abgesprochen, das ist einfach so passiert.« »Wie lange kennen Sie sich schon?« »Wer?« »Kerstin und ich?« »Ja.« »Seit im Kindergarten.« »Wir wohnen in derselben Straße, nur ein paar Häuser auseinander. Unsere Eltern sind auch befreundet, falls Sie das interessiert.« »Welche Kurse hatten Sie bei Herrn Schirner belegt?« »Ethikleistung und Mathegrund.« »Und die anderen Leistungsfächer?« »Deutsch und Englisch.« »Aha. Genau wie Ihre Freundin. Demnach haben Sie auch dieselben Lehrer.« »Irgendwie logisch, oder?« »Wir machen auch sonst viel gemeinsam, falls Sie das auch interessiert.« »Ich nehme an, Sie sind mit Herrn Schirner ebenfalls bestens ausgekommen.« »Klar, wer nicht?« »Schirner war der Größte«, sagte sie mit einem Augenaufschlag und in einem Ton, der Brand irritierte und aufhorchen ließ. »Er war der Größte?« »Er war doch nur ein Lehrer.« »Trotzdem war er der Größte«, sagte sie mit gespielter Lässigkeit und veränderte ihre Haltung, indem sie jetzt das Rechte über das linke Bein schlug und der Rock kaum noch ihre Scham verhüllte. »Kann es sein, dass ich da eine Spur Zynismus aus Ihren Worten höre?« »War's das?«, sagte sie, ohne seine Frage zu beantworten. »Ich denke schon. Ihre Adresse und Telefonnummer habe ich ja. Es könnte sein, dass ich mich noch einmal mit Ihnen in Verbindung setze.« »Warum? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Solange ein Mordfall nicht geklärt ist, gibt es immer noch Fragen. Dann habe ich hier noch einen Gregor Auberg, wenn Sie mir den bitte rausschicken würden.« Nach kaum zwei Stunden hatten Brand und Eberl die Befragung der Schüler beendet und gingen wieder nach unten. »Wie ist es bei dir gelaufen?«, fragte er. »Null. Als hätten die sich alle abgesprochen. Aber vielleicht war Schirner ja tatsächlich so toll. Und wir verrennen uns hier in was? Der Mord kann doch auch einen völlig anderen Hintergrund haben, oder?« »Theoretisch ja. Aber mein Bauch sagt mir, dass wir die Lösung hier in der Schule finden.« »Das ist alles so verdammt gelätt. Ich kann es nicht beschreiben, aber diese Antworten auf meine Fragen, ganz gleich ob Lehrer oder Schüler, keiner hat was an Schirner auszusetzen. Doch ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier alles eitel Sonnenschein ist. Es ist so verdammt glatt. Zu glatt.« »Womit hast du ein Problem? Dass es noch Schulen gibt, an denen man etwas lernt? Blödsinn. Aber mal ehrlich, kommt dir das alles nicht auch ein bisschen sehr spanisch vor?« »Schon. Aber das muss doch nicht zwangsläufig heißen, dass hier ein Mörder rumläuft. Mir ist klar, dass Schirner einen Feind gehabt haben muss, sonst wäre er nicht so hingerichtet worden. Doch dieser Feind kann auch aus einem völlig anderen Umfeld stammen.« »Und aus welchem?« »Schirner hatte angeblich keine Hobbys, außer lesen, mit dem Hund rauszugehen oder an seinem Buch zu schreiben.« »Wo sollen wir also den bösen Mann suchen, wenn nicht hier?« »Ich weiß es doch auch nicht,« sagte Nicole Ewald schulterzuckend. »Siehst du, außerdem scheinen einige Schüler unter einem gewaltigen Druck zu stehen.« Brandt wollte gerade noch etwas hinzufügen, als ihnen eine der drei Sekretären entgegenkam und ihm einen verschlossenen Umschlag gab. »Ich habe schon auf sie gewartet, wollte sie aber nicht stören,« sagte sie. »Der lag vorhin auf meinem Tisch. Ihr Name steht drauf.« »Wann haben Sie ihn bekommen und von wem ist er?« »Ich weiß es nicht. Ich war eine ganze Weile am Kopierer, und im Sekretariat herrscht um diese Zeit ein ständiges Kommen und Gehen.« »Danke,« sagte Brandt, und wartete mit dem Öffnen des Umschlags, bis sie wieder allein waren. Er zog ein Blatt Papier heraus, überflog das Geschriebene und reichte es an Nicole Eberl weiter. Sie sah Brandt an und meinte, »Was soll das heißen?« »Das soll heißen, dass ich mit meiner Vermutung vielleicht doch nicht ganz Unrecht habe. Befassen Sie sich doch mal etwas Eingehender mit Frau Russler. Mit Maschine geschrieben, keine Unterschrift. »Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als der Freundin, unsere Staatsanwältin, heute Nachmittag mal einen kleinen Besuch abzustanden. Mal sehen, was sie uns bis jetzt verschwiegen hat.« »Oder jemand will uns auf eine falsche Spur führen,« bemerkte Eberl. »Glaub ich nicht. So was schreibt nur jemand, der über Insiderwissen verfügt.« »Hört sich hochtrabend an, was?« sagte er grinsend. »Viel Glück. Du willst das alleine machen?« »Ja. Wir fahren jetzt erst mal zurück ins Präsidium. Danach werde ich unsere Staatsanwältin ein bisschen über die Russler ausfragen.« »Die riecht doch sofort in Braten.« »Wieso sollte sie? Meine Fragen werden ganz unverbindlich sein. Du kennst mich doch. Und das mit gräulich. Ich meine, ich bitte dich nur ungern darum. Das musst du mir glauben. Aber vielleicht könntest du mit ihm einige der Schüler zu Hause aufsuchen und noch ein paar Fragen stellen und vor allem die Alibis überprüfen. Nur die Abele und die Esslinger, die überlass bitte mir. Ich hätte sowieso nur die genommen, die ich auch vorhin befragt habe. Mach dir mal keine Gedanken. Ich komme mit gräulich schon zurecht. Ich bin schließlich die Ranghörer.« »Du bist ein Schatz. Mir kribbelt's in den Fingern. Ich spüre, dass wir allmählich hinter das geheimnisvolle Leben von Schirner kommen. Meinst du, die Russler hat etwas mit seinem Tod zu tun?« »Kann ich erst beurteilen, nachdem ich mit ihr gesprochen habe. Aber von meinem bisherigen Eindruck her würde ich eher sagen, nein.« »Komm, fahren wir.« Sie kamen um dreizehn Uhr im Präsidium an. Brandt berichtete Spitzer in knappen Worten von den Befragungen, von dem unerwarteten Auftauchen von Elvira Klein in der Schule und zeigte ihm schließlich den anonymen Brief. »Hm«, war der einzige Kommentar, den Spitzer dazu abgab. Dann legte er das Papier auf den Tisch und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. »Mehr hast du nicht dazu zu sagen?« »Puh, was willst du hören? Es ist dein Fall. Ich weiß nur das, was du mir erzählst, und das reicht mir. Du wirst das schon schaffen. Aber das mit der Kleinen, das würde ich mir noch mal überlegen. Ich bin da voll Nicoles Meinung, dass die Kleinen sofort merkt, wenn du... »Gar nichts wird die merken.« »Ich gehe gleich mal rüber zu ihr, ein bisschen gute Luft machen, auch wenn's schwerfällt.« Er winkte Spitzer zu und begab sich zur Staatsanwaltschaft. Diesmal wartete er höflich auf das Herein, nachdem er angeklopft hatte. »Störe ich?«, fragte er und machte die Tür hinter sich zu. »Im Moment ausnahmsweise nicht«, antwortete Elvira Klein und legte die Zeitung auf den Tisch. »Ich habe zwar gerade meine Mittagspause, aber ich nehme an, es ist wichtig, sonst wären Sie nicht hier.« »Ich wollte mich nur wegen vorhin entschuldigen. Ich habe ja nicht wissen können, dass Sie Frau Rüsseler kennen.« »Ich habe selber nicht gewusst, dass sie jetzt als Lehrerin dort tätig ist. Was haben denn Ihre weiteren Ermittlungen ergeben?« »Nichts von Bedeutung«, sagte Brandt und blieb stehen. »Wir haben bis jetzt nicht den geringsten Hinweis auf ein Motiv. Schirner scheint tatsächlich ein überaus integrer Mann gewesen zu sein.« »Sag ich doch. Es gibt nicht viele Lehrer, an die ich mich erinnere, aber Schirner werde ich nie vergessen.« »Waren Sie mit Frau Rüsseler enger befreundet?« »Wir waren sogar ziemlich gut befreundet. Wir haben gemeinsam die Oberstufe absolviert, aber nach dem Abi haben wir uns aus den Augen verloren. Wie das eben so ist.« »Warum interessiert Sie das überhaupt?« »Weil Sie sie gleich wiedererkannt haben.« »Anja hat sich äußerlich kaum verändert. Ich weiß nicht, ob ich die anderen alle wiedererkennen würde. Aber Sie sind doch sicherlich nicht gekommen, um sich mit mir über Frau Rüsseler zu unterhalten«, sagte Elvira Klein mit misstrauischem Blick, lehnte sich zurück und wippte mit dem Sessel. »Wie wollen Sie weiter vorgehen?« »Es wird eine sehr schwierige Kleinarbeit werden, wenn uns nicht Kommissar Zufall zu Hilfe kommt. Wir werden alle befragen, die in den letzten Wochen und Monaten mit Schirner zu tun hatten, und natürlich werden die Alibis der Schüler und Lehrer überprüft, und wir werden seine Familie im Auge behalten.« »Warum seine Familie? Wenn jemand etwas über ihn sagen kann, dann wohl seine Frau und seine Kinder. Aber dazu will ich noch ein oder zwei Tage vergehen lassen, die haben den ersten Schock noch nicht überwunden«, log er. Elvira Klein sah brandnach, bis er die Tür hinter sich zugemacht hatte, und kniff die Augen zusammen. »Was wollte der eigentlich von mir?«, dachte sie, schüttelte den Kopf und schlug die Zeitung wieder auf. Donnerstag, 14.45 Uhr Brand hatte sich den Auftritt bei Elvira Klein anders vorgestellt. Doch als er den ersten Anflug von Misstrauen in ihren Augen aufblitzen sah, nahm er von seinem Plan Abstand, noch mehr Informationen über Anja Rusla einzuholen. Es waren kurze Gedanken, die durch seinen Kopf schossen, als er auf dem Weg zu Anja Rusla war. Die Sonne schien, wie schon seit Tagen, von einem blassblauen Himmel. Die Nächte waren sternenklar wie selten. Die Kälte hatte die Herrschaft über die Natur übernommen. Alles war gefroren. Die Erde, die Bäume, selbst viele Wasserrohre waren eingefroren. Er hatte die Heizung auf die höchste Stufe gestellt. Das Radio lief leise. Die Straßen waren wie immer um diese Zeit relativ leer. Erst in einer Stunde würden die Pendler, die zumeist in Frankfurt arbeiteten, zuhauf in ihre kleinen Städte und Dörfer im Umland zurückkehren. Anja Rusla wohnte in einem recht neuen Mehrparteienhaus, in einer ebenso neuen Siedlung. Brand hatte keine Mühe, einen Parkplatz zu finden. Er hoffte, sein Weg war nicht umsonst. Natürlich hätte er sie vorher über sein Kommen informieren können, aber er wollte sie überraschen, ihr keine Gelegenheit geben, sich Antworten auf mögliche Fragen zurechtzulegen. Er drückte den Knopf, wartete und dachte schon, »Sein Weg wäre umsonst gewesen«, als sich eine weibliche Stimme durch die Sprechanlage meldete. »Frau Rusla?« »Ja?« »Brandt, Kripo Offenbach.« »Ich hätte da noch ein paar Fragen.« »Zweiter Stock links.« Er nahm jeweils zwei Stufen auf einmal. Anja Rusla stand in der Tür und schien nicht sonderlich verwundert über sein Erscheinen zu sein. »Entschuldigen Sie die Störung, aber ich bin erst seit zehn Minuten daheim«, unterbrach sie ihn. »Aber kommen Sie ruhig rein.« Sie hatte sich bereits umgezogen und trug jetzt eine leger geschnittene Jeans, ein flauschiges weißes Sweatshirt und an den Füßen dicke Wollsocken, die sie am unteren Ende der Wade umgekrempelt hatte. Es war angenehm warm, aber nicht zu warm, die Luft nicht zu trocken wie bei ihm zu Hause. Zwei Duftlampen verbreiteten einen beinahe betörenden Duft. Anja Rusla selbst sah jetzt wesentlich besser aus, als in der Schule. Etwas Magisches ging von ihr aus, etwas, das Brandt nicht beschreiben konnte. »Sie wohnen allein?« »Ja.« »Aber setzen Sie sich doch. Möchten Sie auch einen Tee?« »Gerne.« Sie ging in die Küche. Er schaute sich um, und was er sah, zeugte von gutem Geschmack. Die Wohnung war modern und nüchtern eingerichtet und strahlte trotzdem eine gemütliche Atmosphäre aus. An einer Wand war ein breites Bücherregal. Zwei Bücher lagen auf dem Tisch. Kriminalromane. Er hörte sie hantieren. Sie kam mit einem kleinen Honigtopf zurück, stellte ihn auf den Tisch und holte zwei Tassen aus dem Schrank. »Ich hoffe, Sie mögen La Pacho-Tee.« »Ich habe ihn noch nie getrunken.« Anja Rusla setzte sich Brandt gegenüber in einen Sessel. »Was kann ich für Sie tun?« »Was können Sie für mich tun?« »Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen, was den Tod von Herrn Schirne angeht.« »Wieso ausgerechnet ich?« »Um es kurz zu machen. Das hier wurde heute im Sekretariat abgegeben,« erwiderte Brandt, und reichte ihr den Zettel. Sie las, schüttelte den Kopf und sagte, »Ich kann damit nichts anfangen.« »Ja, ich auch nicht. Deshalb bin ich hier. Und ich glaube auch nicht, dass sich jemand einen üblen Scherz erlaubt hat.« »Und wenn es doch nur ein übler Scherz ist?« »Sie sind geschieden? Wie kommen Sie darauf? Diese Begegnung vorhin im Lehrerzimmer, als Sie mit Köhle angesprochen wurden. Deshalb vermute ich, dass Sie verheiratet waren und jetzt geschieden sind.« »Ja, es stimmt. Ich war verheiratet, aber nur etwas über ein Jahr. Ich habe zu spät erkannt, dass die sogenannte Liebe keine Liebe war.« Er rückte sich nach vorn, schenkte den Tee ein, gab in Ihre Tasse einen Löffel Honig und rührte um. »Ich weiß nicht, ob Sie auch Honig möchten, aber er verfeinert den Geschmack.« »Sie haben meine Frage nicht beantwortet.« »Sie wollen also wissen, ob ich ein Verhältnis mit ihm hatte.« Sie nippte an dem noch heißen Tee und fuhr fort. Früher oder später würden Sie es ja sowieso rausfinden. Ja, ich hatte ein Verhältnis mit ihm, aber das konnte ich doch unmöglich in der Schule vor all den anderen sagen. Allerdings habe ich es im letzten Herbst beendet, und zwar am 12. Oktober gegen 23 Uhr. Sie werden sich jetzt fragen, woher ich das noch so genau weiß, aber es war ein denkwürdiger Abend. Details möchte ich Ihnen jedoch ersparen. Werde ich jetzt verdächtigt, ihn umgebracht zu haben? Ihre Augen blitzten für einen Moment spätisch auf, aber es hatte nichts Verletzendes. Ich verdächtige noch niemanden. Wie lange lief das zwischen Ihnen? Ein knappes Jahr. Er hat wohl gemerkt, dass es mir nach meiner Scheidung nicht sonderlich gut ging, und ich war froh, jemanden zu haben, der mir zuhörte und auch sonst einiges gab. Und wenn Sie wissen wollen, ob ich diese Affäre bereue? Nein, tu ich nicht. Er war verheiratet, und es war seine Entscheidung. Was wissen Sie über seine Ehe? Er hat Ihnen doch sicherlich einiges darüber erzählt. Sie lächelte, als sie antwortete. Ich habe seine Frau einmal kennengelernt, und da wusste ich, dass zwischen den beiden nichts mehr lief. Absolut nichts. Sie haben sie doch auch gesehen und einen Eindruck von ihr gewonnen. Erst wollte ich es nicht glauben, wenn er erzählt hat, dass sie den ganzen Tag nur putzt und wäscht und bügelt, dass sie jeden Morgen sieben Tage in der Woche um genau dieselbe Uhrzeit aufsteht und jeden Abend um Punkt zehn im Bett liegt. Ich war dort gewesen, um mir ein paar Unterlagen abzuholen, und ich sage Ihnen, in diesem Haus hätte ich es keine fünf Minuten länger ausgehalten. Und er war fast fünfundzwanzig Jahre mit ihr verheiratet. Sie hatten keine gemeinsamen Interessen. Er war ihr intellektuell haushoch überlegen, und da ist es doch irgendwie logisch, wenn er sich jemanden sucht, mit dem er wenigstens ab und zu mal reden kann. Das konnte er doch auch mit seinem Freund Herrn Teichmann. Er tappt, sagte sie, und lächelte wieder so liebenswürdig. Natürlich haben wir auch miteinander geschlafen, sonst wäre es ja keine Affäre gewesen. Er war ein sehr zärtlicher Mann. Und warum haben Sie dann diese Beziehung beendet? Irgendwer muss das rausgekriegt haben. Jemand aus der Schule? Anzunehmen. Jedenfalls habe ich das gemerkt und kurzerhand beschlossen, die Sache zu beenden. Hätten Sie denn Schwierigkeiten bekommen können? Ich gehöre nicht zu den Menschen, die gerne auf Konfrontationskurs gehen. Ich wollte einfach einen Streit mit seiner Frau vermeiden. Wissen Sie, wenn die in der Schule das Spitz kriegen, ist es nicht weit, bis es auch seine Frau weiß. Außerdem glaube ich nicht, dass er sich wirklich von ihr trennen wollte, obwohl er es immer wieder betont hat. Und wenn er sich von seiner Frau getrennt hätte? Gute Frage. Nein, ich hätte ihn nicht geheiratet. Ich hätte nicht einmal mit ihm zusammenleben wollen. Und warum nicht? Er war achtzehn Jahre älter und hatte seine Macken. Ich hätte ihm zum Beispiel nie die Unterhosen oder die Socken gebügelt. Ich hätte ihm nie sein Leibgericht rheinischer Sauerbraten kochen können. Er war es aber gewohnt, diese Dinge von seiner Frau zu bekommen. Er war nicht glücklich mit ihr, aber er konnte auch nicht ohne sie leben. Mich hatte er zum Reden und fürs Bett. Und mehr wollte ich auch nicht. Nachdem Sie Schluss gemacht haben, gab Esther keine Probleme, wenn Sie sich in der Schule über den Weg gelaufen sind? Nein, überhaupt nicht. Er hat meine Entscheidung akzeptiert. Und das war's. Leben Sie wieder in einer Beziehung? Sie schüttelte den Kopf. Nein, ich will vorläufig mit Männern nichts zu tun haben. Denn sie ist von mir aus ein Selbstfindungstrip. Haben Sie sich jemals gestritten? Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich Streit aus dem Weg gehe, sofern es sich machen lässt. Und bei Rudolf war es nicht anders. Nur einmal sind wir uns in die Haare geraten, aber das war in der Schule und liegt schon lange zurück. Eine andere Frage. Hatte Herr Schirner außer mit Ihnen noch weitere Affären? Keine Ahnung. Aber ich würde es nicht ausschließen. Zumindest kursieren Gerüchte. Aha. Und was für Gerüchte? Da soll noch was mit einer anderen Kollegin gelaufen sein. Vor oder nach Ihnen. Schon wieder ertappt. Nach mir. Ich kann es aber nicht beweisen. Und dürfte ich auch den Namen der potenziellen Liebschaft erfahren? Es sind doch nur Gerüchte, und ich will keinem was anhängen, was nicht stimmt, versuchte sie sich herauszuwinden, was Brand aber ignorierte. Ich kann die betreffende Dame doch fragen, ohne ihren Namen zu nennen. Es ist alles absolut vertraulich. Und Sie versprechen, mich nicht zu erwähnen? Sie können sich darauf verlassen. Raten Sie. Sie haben jedenfalls schon mit ihr gesprochen. Brandt überlegte und sagte nach einer Weile, »Frau Denzel? Bingo? Sie sieht ja auch nicht gerade schlecht aus, und sie ist ledig, während die meisten männlichen Kollegen verheiratet sind. Es heißt, sie soll schon mit mehreren was gehabt haben. Schau, schau! Es ist also doch nicht alles so perfekt an der Schule, wie man mir anfangs weismachen wollte.« Anja Russler lachte auf, trank ihre Tasse aus und stellte sie auf den Tisch. Was glauben Sie, wie viele meiner werten Kollegen und Kolleginnen es mit der ehelichen Treue nicht zu ernst nehmen? Man muss nur genau hinschauen, und schon merkt man, dass da was läuft. Doch wir Lehrer sind auch nur Menschen. Wie ist denn so die momentane Stimmung in der Schule, vor allem unter den Lehrern? Erstaunlich locker, auch wenn die meisten vorgeben, furchtbar traurig zu sein. Einige sind es bestimmt, aber das Gros heuchelt nur. Und Sie? Ich bin nicht so erschüttert, wie ich es vielleicht sein sollte. Ich frage mich vielmehr, wer so etwas tun konnte. Was geht in einem solchen Menschen vor, der einen anderen, den er wahrscheinlich gar nicht kennt, einfach so umbringt? Was läuft da verkehrt? Jeder Mordfall ist anders, und hinter jedem steckt ein anderes Motiv. Aber sagen Sie, ist das nicht schwer, von ehemaligen Lehrern mit einem Mal als Kollegin akzeptiert werden zu müssen? Ich meine, Sie waren vor gar nicht allzu langer Zeit noch die Schülerin von Herrn Schirner, und ein paar Jahre später... Nein, unterbrach sie Brand. Ich hatte keinerlei Schwierigkeiten, was nicht zuletzt auch an Herrn Schirner lag. Ich hatte auch schon Herrn Teichmann und Frau Engler in der Oberstufe als Lehrer. Seit wann unterrichten Sie dort? Seit vier Jahren. Mit Beginn dieses Schuljahres wurde ich zur Vertrauenslehrerin gewählt. Aber ich kämpfe immer noch darum, den Beamtenstatus zu bekommen. Ich will einfach diese Sicherheit haben. Und wie stehen die Chancen? Im Augenblick ganz gut. Was ist eigentlich die Aufgabe einer Vertrauenslehrerin, wollte Brand wissen? Die Schüler, in meinem Fall vornehmlich Schülerinnen, kommen mit allen möglichen Problemen zu mir. Stress mit den Eltern, Stress mit Lehrern, Stress mit dem Freund, im schlimmsten Fall, weil eine von ihnen schwanger ist und nicht weiß, was sie machen soll. Gab es so etwas schon einmal? Ich frage nur, weil ich eine vierzehnjährige Tochter habe und für alle Eventualitäten gewappnet sein möchte. Ich hatte gerade kürzlich einen solchen Fall. Siebzehn Jahre alt, hochbegabt. Eine der besten Schülerinnen in der Klasse und dazu Eltern, die vor Stolz auf ihre tolle Tochter fast platzten. Ein One-Night-Stand nach einem Disco-Besuch und zack, schon hat es Peng gemacht. Sie hat abgetrieben, obwohl ich ihr nicht dazu geraten habe. Im Nachhinein denke ich aber, es war besser, dass sie sich dazu entschlossen hat. Sie wird in Zukunft jedenfalls besser aufpassen. Sie sollten ihren Tee trinken, bevor er kalt wird. Sie deutete auf die noch unberührte Tasse. Ach ja, habe ich über meine Fragerei ganz vergessen. Mit Honig, haben Sie gesagt? Sie können auch Zucker haben. Aber ich bevorzuge Honig, weil er einfach gesünder ist. Brandt trank den nur noch lauwarmen Tee und nickte anerkennend. Schmeckt hervorragend. Wie heißt der nochmal? Lappacho. Aber nicht mehr als zwei Tassen pro Tag. Werde ich mir merken. Eine andere Frage. Kerstin Abele und Silvia Esslinger sind doch auch Schülerinnen von Ihnen. Meine Kollegin und ich haben heute mit allen Schülern gesprochen, unter anderem auch mit Frau Abele und Frau Esslinger. Dabei hat vor allem Frau Abele nicht gerade den glücklichsten Eindruck gemacht. Es sind junge Menschen, die noch auf der Suche sind. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Können oder wollen Sie nicht? Ich weiß von Frau Abele, dass sie zu Hause Probleme hat. Herr Brandt. Alles, was man mir als Vertrauenslehrerin anvertraut, unterliegt der Schweigepflicht. Wenn man Ihnen freiwillig Auskunft gibt, gut. Wenn nicht, ich werde nichts sagen. Außerdem dürfen Sie nicht vergessen, dass der Verlust von Herrn Schirner für alle ein Drama ist. Und viele Schüler sich jetzt fragen, wie es weitergehen wird. Er war ein Bilderbuchlehrer. Ich wünschte, es gäbe mehr von seiner Sorte. Dann würde unser Bildungssystem nicht so kränkeln. Was war denn das Besondere an seinen Unterrichtsmethoden? Motivation. Schlicht und ergreifend Motivation. Er hat den Stoff so präsentiert, dass jeder zwangsläufig mitgerissen wurde. Das ist eine Fähigkeit, die leider nur wenige besitzen. Ich gebe mir jedenfalls die größte Mühe, seine Methoden zumindest ansatzweise anzuwenden. Und es gibt niemanden, der mit ihm im Klinsch lag? Schüler, Lehrer, vielleicht sogar Eltern? Nicht, dass ich wüsste. Natürlich gibt es Schüler, die auch mit dem besten Lehrer nicht zurechtkommen, aber ich könnte Ihnen keinen nennen, der deswegen einen Mord begehen würde. Außerdem kommt es auf unserer Schule so gut wie nie zu irgendwelchen gewalttätigen Auseinandersetzungen. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es auch keine Graffitis oder andere Schmierereien an den Wänden. Und unter den Kollegen ist auch keiner, der ihn nicht mochte? Ich kann mir diese absolute Harmonie einfach nicht vorstellen. Keinerlei Konflikte, keine Auseinandersetzungen, keine lauten Worte, nichts dergleichen. Ich muss Sie enttäuschen, aber es ist so. Konflikte sind zwar nie ganz zu vermeiden, aber bei uns halten sie sich absolut im Rahmen. Du meine Güte, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Man kommt mit schlechter Laune in die Schule, irgendeiner macht eine dumme Bemerkung und schon gibt ein Wort das andere. Nur reicht das für einen Mord? Ich fürchte, Sie werden woanders suchen müssen. Brand reichte Anja Russler die Hand. Sie begleitete ihn zur Tür. Er blieb stehen und sagte, ich hätte doch noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass nur sehr wenige Ausländer an Ihrer Schule sind. Hat das einen bestimmten Grund? Nein, aber wir sind ein reines Gymnasium, und da ist der Ausländeranteil in der Regel geringer als an Gesamtschulen. Zu uns kann jeder kommen, der die nötigen Voraussetzungen mitbringt. Tschüss und schönen Tag noch, verabschiedete sich Brand, stoppte aber mitten in der Bewegung und drehte sich noch mal um. Diese junge Frau heute Vormittag, ich habe ihren Namen vergessen. Elvira Klein, was ist mit ihr? Sind Sie befreundet, oder? Anja Russler lachte warm auf, schüttelte den Kopf und antwortete, um Himmels Willen, nein, wir haben uns seit dem Abi nicht mehr gesehen, und das ist auch gut so. Ich weiß selber nicht, was sie in der Schule wollte. Wahrscheinlich war das mal wieder einer ihrer großen Auftritte, um sich in Erinnerung zu bringen. Ihr hat bisher wohl nur der passende Anlass gefehlt. Ich hatte nie einen Draht zu ihr, auch wenn sie ihn so getan hat, als wären wir die besten Freundinnen. Ich glaube, keiner hat sie wirklich gemocht, weil sie jeden zeigen musste, dass sie etwas Besseres ist. Ihr Vater ist ein Promi-Anwalt, und mit ihr klarzukommen war fast unmöglich. Wenn es jemanden gibt, auf den der Begriff Zicke zutrifft, dann auf sie. Aber vielleicht hat sie sich ja auch geändert. Andererseits habe ich immer so getan, als würde ich auf ihrer Seite stehen. Sie grinste und fuhr fort. Habe ich vorhin nicht was von Heuchlern gesagt? Ich war auch so eine. Wahrscheinlich bin ich's immer noch. Jetzt bin ich aber endgültig weg. Ich habe ihre Zeit schon viel zu lange in Anspruch genommen. Bis dann. Keine Ursache. Ich hoffe, ich habe ihnen wenigstens ein bisschen helfen können. Peter Brandt setzte sich in den eiskalten Wagen, startete den Motor und fuhr zwei Straßen weiter, hielt an und tippte die Nummer von Nicole Eberlein. »Hi, ich bin's. Ich komme gerade von der Russla. Jetzt halt dich fest. Sie hatte eine Affäre mit Schirner. Und die Denzel vermutlich auch. Mehr dazu nachher im Präsidium. Ich schaue mal, ob ich die Denzel antreffe. Vielleicht bestätigt sie mir, dass sie eine Beziehung mit Schirner hatte. Wie kommt ihr voran? Später«, sagte sie nur kurz angebunden und beendete das Gespräch. »Du klingst nicht gut«, dachte Brandt und konnte sich den Grund dafür vorstellen. »Was heißt »später«? »Ich mache heute spätestens um sechs die Fliege.« Bevor er weiterfuhr, rief er noch bei seinen Eltern an und sagte, er hole Sarah und Michelle um halb sieben ab. Dann zog er den Zettel mit den Namen, Adressen und Telefonnummern der Lehrer aus der Jackentasche, warf einen Blick darauf und tippte die Nummer von Katharina Denzel ein, die bereits nach dem ersten Läuten den Hörer abnahm, als hätte sie auf einen Anruf gewartet. Er meldete sich und sagte, er komme gleich vorbei, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Sie erwiderte, sie sei eigentlich gerade auf dem Sprung, eine Freundin zu besuchen. Daraufhin bat er sie, sich noch ein wenig zu gedulden. Er halte sie auch nicht lange auf. Auf der Fahrt zu ihr musste er grinsen, als er daran dachte, was Anja Russler über Elvira klein gesagt hatte. »Du warst also immer schon ein kleines Miststück und hast dich bis heute nicht einen Deut geändert. Ganz im Gegenteil. Aber mal sehen, ob ich dir nicht doch noch beikomme. Und du hast mich angelogen, als du behauptet hast, du wärst mit Anja Russler gut befreundet gewesen. Doch vielleicht lügst du dir auch nur selbst in die Tasche, weil du wahrscheinlich in deinem ganzen Leben noch keine Freundin hattest. Donnerstag, 16 Uhr 5 Katharina Denzel empfing Brandt mit kühler Distanziertheit. Der Duft von Schalimar umwehte sie. Er kannte diesen Duft zur Genüge von seiner Ex-Frau. Doch jetzt mochte er ihn nicht mehr. »Kommen Sie rein. Aber ich habe wirklich nicht viel Zeit.« »Die habe ich auch nicht«, entgegnete Brandt. Er kam mit stoischer Ruhe und setzte sich unaufgefordert auf die Couch. Die Wohnung war elegant eingerichtet und passte zum äußeren Erscheinungsbild dieser attraktiven Frau. Katharina Denzel zündete sich eine Zigarette an und nahm ebenfalls Platz. »Was kann ich für Sie tun?« »Tja, ich hoffe, Sie können mir etwas über Herrn Schirner sagen. Wie Sie sich vorstellen können, sind die meisten in der Schule vor all den anderen eher befangen, deshalb statte ich jedem Lehrer einen persönlichen Besuch ab. Und was erhoffen Sie sich von mir zu erfahren? »Nun zum Beispiel, was Sie über das Privatleben von Herrn Schirner wissen. Machen Sie Witze? Glauben Sie vielleicht, ich kenne das Privatleben meiner Kollegen? Es gibt wahrlich Wichtigeres, als sich auch noch damit auseinanderzusetzen.« »Nein, ich mache keine Witze. Wie war denn Ihr Verhältnis zu ihm?« »Was für ein Verhältnis? Wir haben zum Teil dieselben Schüler unterrichtet, mehr nicht, Frau Denzel. Hören wir auf, um den heißen Brei herumzureden. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie und Herr Schirner mehr als nur beruflich miteinander zu tun hatten. Ist da was dran?« Sie machte ein verächtliches Gesicht und sagte, »Wer behauptet das? Naja, ich kann's mir schon denken. Das glaube ich nicht. Beantworten Sie doch einfach nur meine Frage. Hatten Sie eine Affäre mit ihm? Und wenn? Gehöre ich damit zu den üblichen Verdächtigen? Sie und Herr Schirner hatten also eine Liebschaft. Wann fing das an und wann hörte es auf? Oder war sein Tod das automatische Ende? Ja. Was ja? Wir hatten private Kontakte, aber nur sporadisch. Was heißt sporadisch? Jeden Tag? Einmal in der Woche? Einmal im Monat? Zweimal in der Woche, immer dienstags und donnerstags. Es war rein sexueller Natur. Er suchte seine Befriedigung, ich meine. Und ich muss zugeben, er war ein guter Liebhaber. Ich glaube, seine Frau weiß gar nicht, was ihr alles entgangen ist. Und seit wann ging das? Von Oktober bis Dienstag. Am Dienstag war er das letzte Mal bei mir. Wann am Dienstag? Wie immer zwischen 16 und 18 Uhr. Das heißt, sie gehören außer seiner Familie zu den letzten Personen, die ihn lebend gesehen haben. Wirkte er vorgestern irgendwie nervöser als sonst, bedrückt oder ängstlich? Nein, ganz und gar nicht. Wir haben miteinander geschlafen und ein Mann, der unter starkem psychischen Druck steht, bringt's in der Regel nicht. Nein, er wirkte weder ängstlich noch nervös. Wir hatten uns für heute verabredet, aber da hat uns jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie sind nicht verheiratet oder in einer festen Beziehung? Weder noch. Ich brauche meine Freiheit. Und bis jetzt bin ich sehr gut damit gefahren. Übrigens, bevor ich's vergesse, ich war nicht die Einzige, mit der er was hatte. Fragen Sie doch mal Frau Russler, die kann Ihnen bestimmt eine Menge mehr über Rudolf erzählen, sagte sie mit suffisantem Lächeln. Sie mögen Frau Russler nicht? Nicht mögen, wäre zu viel gesagt. Wir gehen uns aus dem Weg, soweit das möglich ist. Ich habe aber nichts gegen Sie persönlich. Sie ist eine hervorragende Lehrkraft. Wie lange sind Sie schon an der Schule? Seit zwei Jahren. Davor habe ich in Frankfurt am Goethe-Gymnasium unterrichtet. Und wie kam Ihre Liaison zustande? Wir hatten eine Fortbildung. Er hat mich zum Essen eingeladen. Und ab da hat sich alles von allein entwickelt. Hatte er Feinde innerhalb des Kollegiums? Ich meine, es kann doch sein, dass ein anderer Lehrer eifersüchtig oder neidisch auf ihn war, wenn es stimmt, was Sie mir erzählen. Schon möglich, dass es den einen oder anderen gibt, aber ich bin wahrlich keine Ausnahme, was die zwischenmenschlichen Beziehungen unter den Lehrern betrifft, wenn Sie verstehen, was ich meine. So etwas Ähnliches habe ich heute schon mal gehört. Hatten Sie außer mit Herrn Schirner noch mit einem oder mehreren Lehrern der Schule? Nein, antwortete sie, bevor er die Frage zu Ende stellen konnte. Rudolf, Herr Schirner, war der Einzige. Ich bin keine Nymphomanin, falls Sie das denken sollten. Es war ein Abenteuer, auf das ich mich eingelassen habe, und ich habe es nicht bereut. Und ich beteure, es tut mir in der Seele weh, dass er tot ist. Er hat so etwas nicht verdient. Er war ein großartiger Mann und ein großartiger Mensch. Er hat es verstanden, auf Frauen einzugehen, eine Gabe, die nicht viele Männer besitzen. Sein Einfühlungsvermögen war geradezu grandios. Ich nehme an, seinem Charme konnte sich kaum eine Frau entziehen. Nur seine Frau hat offenbar nicht zu würdigen gewusst, was sie an ihm hatte. Wir haben uns einmal lange über seine Ehe unterhalten, und er hat mir gesagt, dass er seine Frau liebt, aber nicht mehr mit ihr leben kann. Er konnte auch nicht mehr mit ihr reden. Es gab keine Unterhaltungen zwischen ihnen, obwohl sie eine hervorragende Ausbildung genossen hat. Aber irgendwann muss etwas passiert sein, dass sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Egal. Er hat gesagt, er würde sich gerne von ihr trennen. Aber ich weiß, er hätte es nie getan, weil er diese mütterliche Fürsorge brauchte. Dazu kommt, dass sie schon seit über acht Jahren nicht mehr mit ihm geschlafen hat. Und das war für einen Mann wie ihn natürlich die Hölle. Also suchte er sich für die körperlichen Bedürfnisse einen Ersatz. Und einer davon war ich. Allerdings habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, die Sache zu beenden. Und warum? Ich sagte doch schon, ich brauche meine Freiheit. Rudolf hat angefangen, mich einzuengen. Wir hatten den Dienstag und den Donnerstag als festen Termin für unsere Treffen. Aber vor kurzem hat er gesagt, dass wir uns doch auch öfter treffen könnten. Das wollte ich aber nicht. Ich verstehe. Ich lasse Ihnen meine Karte hier. Sollte Ihnen noch irgendwas einfallen, rufen Sie mich bitte an. Ich bin jederzeit zu erreichen. Und es wäre gut, wenn Sie unser Gespräch vertraulich behandeln würden. Es war fast siebzehn Uhr, als Brand sich auf die Rückfahrt ins Präsidium machte. Er ließ noch einmal die Aussagen von Anja Russler und Katharina Denzel Revue passieren und fand keine Ungereimtheiten. War es eine der Frauen? Oder eine, deren Liebe von Schirner verschmäht wurde, aus welchem Grund auch immer? Vielleicht sogar die so unscheinbare Helga Schirner selbst? Nein, dachte Brandenheinig im Überlegen. Die Schirner wären niemals zu einem Mord fähig. Donnerstag, siebzehn Uhr fünfunddreißig, Polizeipräsidium Offenbach, Büro von Bernhard Spitzer, Lagebesprechung. Wer fängt an? fragte Spitzer. Brand gab Eberl ein Zeichen und sie begann. Herr Greulich und ich haben insgesamt zwölf Schüler gesprochen, die Kurse bei Schirner belegt hatten. Wir haben die Alibis überprüft, konnten aber keine Lücken feststellen, bis auf einen, dessen Eltern zurzeit in Urlaub sind und der sturmfreie Bude hat. Er sagt, er hat am Dienstagabend bis nach Mitternacht am Computer gesessen und ein neues Spiel ausprobiert. Und auch alle anderen Befragten scheinen kein Motiv zu haben. Wir setzen morgen unsere Befragungen fort. Tja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Okay, und was ist bei dir rausgekommen, wandte sich Spitze an Brand? Ebenfalls Fehlanzeige. Das ist mein ganzer Bericht. Es könnte sein, dass der Mörder aus einem völlig anderen Umfeld stammt, möglicherweise aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis von Schirner. Aber warum hat man ihn kastriert? fragte Greulich, dessen Gesichtsausdruck verriet, dass er zu merken schien, wie brandwichtige Informationen vor ihm zurückhielt. Hinter einem solchen Vorgehen steckt doch in der Regel mehr, zumindest habe ich das auf der Polizeischule gelernt. Ich glaube immer noch, dass der Mord an Schirner der Auftakt zu einer Serie sein könnte, vorausgesetzt es war kein Ritualmord. Gut, aber wenn wir es mit einem Serienkiller zu tun haben, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten, sagte Spitze, der Brand einen kurzen, aber eindeutigen Blick zuwarf. Abwarten, bis er sich sein nächstes Opfer holt? Greulich sprang auf und schüttelte verständnislos den Kopf. »Was sonst? Oder haben Sie einen anderen Vorschlag? Wir können nicht die gesamte Bevölkerung rund um die Uhr überwachen.« Brand stellte sich ans Fenster und sah hinunter auf den Parkplatz und wartete, bis Greulich in seinen Wagen gestiegen und losgefahren war. »Er ist weg«, sagte er und drehte sich um. »So, jetzt kommt mein Bericht. Unser lieber Herr Schirner war kein Unschuldslamm. Der hat die Damen des Lehrkörpers in den letzten Jahren reinweise flachgelegt. Er hatte ein Verhältnis mit der Russler, das ein Jahr lang bis zum letzten Oktober dauerte. Kurz darauf hat er was mit der Denzel angefangen. Ich habe die Russler direkt darauf angesprochen. Sie hat mir dann gesagt, dass nach ihr die Denzel dran war. Und die hat's auch nicht abgestritten. Beide haben aber betont, dass Schirner seine sexuellen Bedürfnisse irgendwie stillen musste, denn zu Hause lief seit acht Jahren überhaupt nichts mehr, was in etwa mit dem übereinstimmt, was uns die Tochter erzählt hat. »Würdest du einer von ihnen zutrauen, etwas mit dem Mord zu tun zu haben?«, fragte Spitzer. Brand schüttelte den Kopf. »Nein, dazu waren sie mir gegenüber viel zu ehrlich. Sie hätten genauso gut abschen können können, etwas mit ihm gehabt zu haben, und wir hätten's vielleicht auch niemals rausgekriegt. Aber wer immer Schirmer auf dem Gewissen hat, es muss jemand sein, in dem sich eine Menge Hass aufgestaut hat. Und da kommen für mich mehrere Möglichkeiten in Betracht. Erstens eine Frau, deren Liebe von Schirner nicht erwidert wurde, die aber von seinen zahlreichen Affären wusste, oder zweitens ein gehörnter Ehemann. Denn bis jetzt kenne ich nur zwei Frauen, mit denen er im Bett war. Oder ein Mann, der in alle Frauen verliebt war, sagen wir die Denzel oder die Russler, und zudem auch der Hund zu trauen hat, mein Kol Eberl. »Möglich ist alles, aber wisst ihr, was ich am ehesten vermute?« »Nein.« Spitzer sichte sich zurück und faltete die Hände über dem Bauch. »Aber du wirst es uns bestimmt gleich verraten. Die Handschrift sieht eher nach einer Frau als nach einem Mann aus.« »Und wieso?« »Na ja.« »Ich habe lange überlegt, und mir ist kein Fall bekannt, in dem ein Mann anderen Westen sein bestes Stück abgeschnitten hat, nachdem er ihn umgebracht hat, außer es handelte sich um einen knallten Serienkiller. Damit wäre natürlich meine Theorie vom gehörnten Ehemann vom Tisch.« »Und was ist mit seiner Ehefrau?« »Akt, Akt. Für die existieren die Begriffe Liebe und Hass nicht so wie bei den meisten anderen Menschen. Liebe gilt im Haus, der Wohnung, dem Garten und so weiter, und ich bin überzeugt, sie wusste von den Affären ihres Mannes und hat sie stillschweigend geduldet. Sie ist einfach ein Typ für einen Mord. Wieso soll sie von den Eskapaden ihres Mannes gewusst haben? Frauen spüren sowas. Außerdem konnte die sich denken, dass ihr Mann seine Sexualität nicht aufgibt, nur weil sie es getan hat. So weit ging seine Liebe nun auch wieder nicht. Würde meine übrigens auch gehen. »Und was wirst du der Kleinen sagen, wenn sie dich nach Ergebnissen fragt?« wollte Nicole Eberl wissen. »Schließlich kennt sie die Russler, und wenn sie erfährt, dass die was mit Schirner hatte, dann gute Nacht.« »Sie wird es nicht erfahren, zumindest vorläufig nicht, aber das lasst mal schön Sorge sein. Der Mord steht und fällt für mich mit dem Motiv. Hat Schirner angestellt, dass man ihn so zugerichtet hat?« »Rache?« »Aberwofen?« »Ich meine, wir könnten jetzt die ganze Nacht spekulieren, doch dazu habe ich ehrlich gesagt keine...« »Und vor allem habe ich zwei Töchter, die darauf warten, von mir abgeholt zu werden.« »Ich bin weg.« »Morgen sehen wir weiter.« »Ans anders bilden wir eben eine Soko.« »Macht's gut, wir sehen uns,« sagte Brandt, und er wollte schon das Büro verlassen, als Nicole Eberls Stimme ihn zurückhielt. »Hör mal, das mit gräulich kann nicht so weitergehen. Wir müssen ihn mehr in unsere Arbeit mit einbeziehen. Der war eben stinksauer, weil er gemerkt hat, dass wir ihn los sein wollten. In einer Außenseiterrolle fühlt sich er wohl.« »Die er sich selber zuzuschreiben hat,« bemerkte Brandt. »Sicher, aber er ist noch jung und unerfahren. Wir sollten mit ihm reden und ihm klarmachen, dass wir ein starkes Team sind und es auch bleiben wollen. Dazu gehört, dass er keine Alleingänge unternimmt, wie zum Beispiel die Klein anzurufen, weil das nicht seine Aufgabe ist.« »Entschuldige, aber du bist eine unverbesserliche Träumerin. Was der sich allein im letzten Jahr alles geleistet hat, dafür hätte er normalerweise mehr als nur eine Verwarnung kriegen müssen. Körperverletzung beim Verhör, Alleingänge hinter unserem Rücken. Dreimal hat er vermeintlich Verdächtige bei denen zu Hause vernommen, ohne uns vorher zu informieren, und so weiter und so fort,« sagte Brandt, und sah dabei Spitzer mit hochgezogenen Brauen an, der nur mit den Schultern zuckte. »Ich traue ihm nicht. Es sei denn, er überzeugt mich vom Gegenteil. Ich könnte doch mal mit ihm reden und ihm unsere Situation erklären,« sagte Ewald. »Das lässt du schön bleiben,« entgegnete Spitzer und verzog die Mundwinkel. Er hasste direkte Konfrontation, eine der wenigen Eigenschaften, die Brandt an seinem Freund störte, denn als... Musste er ja auch mal mit der Hand auf den Tisch hauen können. Wenn einer Männer mit ihm redet, dann ich. Ich habe mir das sowieso für die nächsten Tage vorgenommen. Um euch zu beruhigen, als ich gestern mit Ewald in der Kantine geschnitten habe, bin ich auf Gräulich zu sprechen gekommen, und siehe da, Ewald sucht dringend einen guten Mann, der auch mal zulangen kann, wenn ihr versteht. Und das Rauschgiftdezernat wäre in meinen Augen genau das Richtige für Gräulich. Wie hat er sich denn heute benommen? Ewald antwortete. Obwohl wir nur ein paar Schüler befragt haben, war sein Ton wieder ein paar Mal ziemlich müde. Ich musste ihn etliche Male bremsen. »Und das ist genau das, was wir nicht gebrauchen können,« sagte Brandt. »Sorry, doch an dem würden wir nie Freude haben.« »Aber gut,« fuhr er fort und sah spitze an. »Sag ihm das von Ewald und warte seine Reaktion ab. Es gibt genügend gute Leute, die zu gerne bei uns anfangen würden.« »Und jetzt bin ich wirklich weg.« Donnerstag, 21.10 Uhr. Eberhard Teichmann hatte um 17 Uhr begonnen, das Abendessen für sich und seine Frau vorzubereiten. Es sollte fertig sein, wenn der letzte Patient so gegen 18 Uhr die Praxis verlassen hatte. Er war am Nachmittag einkaufen gewesen, hatte Hackfleisch und alle sonstigen Zutaten für Spaghetti Bolognese gekauft und eine Flasche Rotwein und weitere Lebensmittel, die über das Wochenende reichen würden. Natalia liebte seine Spaghetti. Sie behauptete, kein Italiener könne sie so köstlich zubereiten wie er. Natalia strahlte, als sie den Geruch des Essens wahrnahm und den gedeckten Tisch sah. Sie gab ihm einen flüchtigen Kuss auf den Mund. »Wie war dein Tag?«, fragte er, während er erst ihren und anschließend seinen Teller auffüllte. »Nicht anders als sonst auch. Erzähl mir lieber, was bei dir war.« »Die Polizei war wieder in der Schule, doch die haben, soweit ich mitbekommen habe, bis jetzt noch keine Spur, die zum Mörder von Rudolf führt. Aber eigentlich wollte ich heute nicht über dieses Thema mit dir reden. »Must du auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich sehr schwer ist, den besten Freund zu verlieren.« Sie machte eine Pause, er schenkte den Wein ein und setzte sich ihr gegenüber. Sie nippte an dem Wein und fuhr fort. »Weißt du eigentlich, dass du mir nie erzählt hast, wie ihr euch kennengelernt habt? Es würde mich schon interessieren. Ich weiß sowieso viel zu wenig aus deinem Leben.« »Mein Leben war sowas von langweilig, bis ich dich getroffen habe.« »Aber gut. Rudolf war Lehrer am Georg-Büchner-Gymnasium, und ich hatte gerade die Uni beendet und habe mein Referendariat dort gemacht. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich blieb an der Schule. Naja, eigentlich waren wir vom ersten Moment an Freunde. Viel mehr gibt es da nicht zu berichten. Aber was habt ihr so alles gemacht? Ich meine, Rudolf war verheiratet und hatte Kinder, und du warst allein. Ich war oft bei ihm zu Hause, oder wir sind in eine Bar gegangen, oder haben dies und jenes unternommen. Allein versteht sich. Tja, und dann bist du in mein Leben geplatzt. »Ja, es war schon seltsam, wie wir uns kennengelernt haben. Hast du eigentlich vorher nie eine feste Beziehung gehabt? Du hast es mir nie gesagt. Bist du immer in diese Etablissements gegangen?« »Ich habe immer auf eine Frau wie dich gewartet«, antwortete er zunächst ausweichend, denn sie hatten dieses Thema seit ihrer Hochzeit nicht angesprochen. Schließlich gab er zu. »Ja, ich war oft im Bordell, weil ich Schwierigkeiten hatte, Frauen anzusprechen. Wenn mir eine gefiel, war sie entweder verheiratet oder so abgehoben, dass ich mich einfach nicht mehr getraut habe. Bei dir war es anders.« Er hielt inne, trank einen Schluck von seinem Wein, sah Natalia an und sagte, »Du brauchst mir jetzt nicht zu antworten. Aber was ich dich immer schon mal fragen wollte, hast du damals mit Rudolf...« »Na ja, du weißt schon.« »Warum willst du das wissen?« »Einfach so. Entschuldige. Ich will keine Antwort von dir. Das liegt schon zu lange zurück.« »Doch, es ist vielleicht besser, wenn du es weißt. Rudolf war bei mir. Wir haben uns unterhalten. Aber er hat mich niemals angerührt. Er war dein Freund, und das wird er auch immer bleiben.« »Danke.« »Wofür? Dafür, dass ich dir eine Frage beantwortet habe, die du mir schon seit acht Jahren stellen willst? Meinst du, ich habe nicht gemerkt, wie dir diese Frage die ganze Zeit über auf der Seele gebrannt hat? Du hättest mich schon viel früher fragen können. »Lass uns das Thema wechseln.« »Nein, nein, lass mich dir noch etwas sagen.« »Du bist ein guter Mann, aber du sprichst nie oder nur selten aus, was du wirklich denkst oder fühlst.« »Das stimmt nicht. Ich habe zum Beispiel oft genug gesagt, dass ich mir ein Kind von dir wünsche.« »Das meine ich nicht. Ich meine es ganz generell. Ich weiß so wenig von dir, weil du dein Inneres verschließt. Du sagst, du liebst mich, und ich glaube dir das auch. Sonst hättest du mich nicht aus diesem Hurenhaus geholt, aber manchmal habe ich das Gefühl, als würdest du mir etwas verheimlichen.« Teichmann senkte den Blick. In ihm rumorte es. Er war aufgewühlt von Nataljas Worten, die wie Speerspitzen waren, auch wenn ihre Stimme nichts Vorwurfsvolles hatte. »Geheimnisse, Geheimnisse«, sagte er lauter als beabsichtigt. »Was für Geheimnisse sollte ich denn haben?« Erzählst du mir vielleicht immer alles, was dich bewegt? »Warum fühlst du dich auf einmal so angegriffen? Habe ich etwa einen wunden Punkt getroffen?« »Schatz! Ach, lass mich! Ich hatte mir den Abend mit dir so schön vorgestellt, und jetzt... Das ist fast schon wieder wie gestern Abend im Restaurant. Hat es was mit deiner Schwangerschaft zu tun?« »Sei nicht mehr sauer. Ich wollte dich nicht verletzen.« »Verzeihst du mir«, sagte sie, und sah ihn liebevoll mit diesem unwiderstehlichen Blick an. Er konnte ihr nie lange böse sein, sie hatte eine Art, die ihn praktisch willenlos machte. Nur heute funktionierte das nicht so wie sonst. Er fühlte sich bloßgestellt, angegriffen, und er konnte nicht einmal genau sagen, warum. Vielleicht, weil er schon seit seiner Kindheit Fragen hasste, die seine Person betrafen. Vielleicht, weil er nie gelernt hatte, sich wirklich jemandem zu öffnen. Nicht einmal Natalia. Er wurde sich seiner Unzulänglichkeiten in diesem Moment überdeutlich bewusst, und auch dies hasste er. Natalia war seine Frau, und außer Schirner gab es niemanden, der mehr aus seinem Leben wusste. Aber sie wusste nicht alles, und er würde ihr auch nie alles erzählen. Geheimnisse. Sie hatte den Nagel auf den Kopf getroffen, und jetzt schmerzte es. Dennoch versuchte er, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, denn als solches empfand er es, und rang sich ein Lächeln ab. »Ist schon gut. Es war nur nicht der passende Moment, über so etwas zu reden. Ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich dir bei Gelegenheit selbst meine dunkelsten Seiten offenbaren werde,« sagte er. »Auch die allerdunkelsten. Aber nicht jetzt.« Natalia rang sich ein Lächeln ab. So sehr sie auch das Innenleben ihres Mannes mehr interessierte denn je, sie würde nicht weiterbohren. Zumindest heute nicht. Stattdessen sagte sie mit besänftigender Stimme, »Ach komm, ich kann nicht glauben, dass du auch nur eine dunkle Seite hast. Das Essen schmeckt übrigens hervorragend. Du hast es diesmal etwas anders gewürzt, oder?« Wechselte sie elegant das Thema. »Nur ein klitzekleines bisschen. Ich verrate aber nicht, was es ist. Es ist nämlich ein Geheimnis.« Dabei betonte er das letzte Wort. »Okay, dann behalte ein Geheimnis für dich,« erwiderte sie, und füllte sich noch eine kleine Portion nach. In der folgenden Stunde unterhielten sie sich über die Zukunft, über das werdende Leben in Natalias Bauch, tranken jeder noch ein Glas Wein, bis Teichmann zur Uhr schaute und sagte, »So, ich mach mich dann mal mit Dina auf den Weg, und du lässt alles stehen. Ich räum auf, wenn wir wieder hier sind.« »Ich kann doch.« »Nein, kannst du nicht. Du wirst dich ab sofort schonen, zumindest in deiner ohnehin knapp bemessenen Freizeit. Du nimmst jetzt ein Bad, und wenn du fertig bist, sind wir auch wieder zurück.« »Komm, Dina, eine Runde marschieren.« »Ich dusche nur schnell, denn eigentlich bin ich todmüde. Wärst du sehr sauer, wenn ich schon schlafen würde, wenn du wiederkommst?« »Wenn du nicht sauer bist, wenn ich nachher noch ein bisschen lese?« Teichmann zog sich einen Pullover und den dicken Kaschmirmantel über, schlüpfte in seinen fellgefütterten Winterstiefel und leinte Dina an. Um zehn nach neun ging er aus dem Haus und nahm den üblichen Weg. Auf dem ersten Teil der Strecke ließ er das Gespräch mit Natalya noch einmal an seinem inneren Auge vorbeiziehen und sagte sich, dass es endgültig an der Zeit war, Ordnung in seinem Leben zu schaffen. Wenn es überhaupt einen Zeitpunkt gab, dies zu tun, dann war er jetzt gekommen. Er musste sein Leben ändern, alles musste anders werden. Und jetzt, da Rudolf tot war, konnte es das auch. Sie hatte ihn durchschaut, als wäre er ein gläserner Mensch. Vielleicht wußte sie sogar, was mit ihm los war, konnte sie doch Dinge sehen, die anderen Menschen verborgen blieben, und das machte ihm Angst. Er mochte sich nicht ausmalen, was passieren würde, sollte sie jemals hinter sein Geheimnis kommen. Er war froh, an der frischen Luft zu sein, allein mit sich, Dina und der Nacht, dem Mondschein und der Stille, die nur durch das unheimliche Knacken einiger Äste, die dem Frost nicht länger standhielten, durchbrochen wurde. Er wollte bereits kehrt machen, als plötzlich, wie aus dem Nichts, eine Gestalt vor ihnen auftauchte. Teichmann zuckte zusammen. Er hatte keine Schritte gehört. Und Dina nahm sowieso nie Notiz von anderen Menschen. Das Einzige, was sie eventuell ablenken konnte, war ein vorbeihoppelnder Hase. Eberhard Teichmann hatte einen Kloß im Hals. Die dunkle Gestalt, die mit der Nacht fast völlig verschmolz, kam noch näher. Schließlich erkannte er die Person, und die Anspannung wich augenblicklich. »Mein Gott, hast du mir einen Schrecken eingejagt,« sagte er. »Was machst du denn hier?« »Ich wollte nur mal die Stelle sehen, du weißt schon. Da ist nichts mehr zu sehen. Als hätte hier nie ein Verbrechen stattgefunden. Naja, was soll's. Wir können eh nichts mehr ändern. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Schließlich war Rudolf dein bester Freund. Es ist eine Schande, wie verroht die Menschen doch geworden sind. Da muss ein großartiger Mann wie er so sinnlos sterben, nur weil vielleicht ein verrückter Junkie ein paar Euro für den nächsten Schuss braucht. »Wie kommst du denn ausgerichtet auf einen Junkie?« fragte Teichmann erstaunt. »Das ist halt das Klischee, das ich mir vorstelle. Es tut mir leid, was passiert ist. Es tut mir wirklich alles so unendlich leid.« »Mir auch,« entgegnete Teichmann. »Echt? Was tut dir leid?« »Du stellst vielleicht Fragen. Man verliert schließlich nicht jeden Tag den besten Freund. Sei mir nicht böse, aber mir wird langsam kalt und Dina sollte bei dem Wetter auch nicht so lange draußen bleiben. Tschüss und schönen Abend noch.« »Den werde ich haben. Und es ist alles gesagt.« »Sicher.« Teichmann ruckte kurz an der Leine und gab damit Dina ein Zeichen zum Weitergehen. Ein letzter Blick auf die Person, er wollte an ihr vorbei. Er sah die Hand nicht kommen, fühlte nur den Stich, der in seine Eingeweide drang. Er riß den Mund auf, wollte schreien, doch immer mehr Stiche trafen ihn. Er fasste sich an die Brust, seine Beine gaben nach und er fiel zu Boden. Seine Augen waren vor Entsetzen weit geöffnet. Kein Laut kam aus seiner Kehle, nur ein unverständliches Gurgeln. Dina jaulte auf, leckte ihrem Herrchen übers Gesicht, bis auch sie von mehreren Messerstichen getroffen wurde und schließlich tot neben Teichmann lag, der nicht mehr wahrnahm, wie seine Hose aufgemacht und mit einem schnellen Schnitt seine Genitalien abgetrennt worden. Donnerstag, 23.55 Uhr Natalia Teichmann hatte geduscht und war sofort danach ins Bett gegangen. Die Nachttischlampe hatte sie brennen lassen, damit ihr Mann, wenn er ins Schlafzimmer kam, nicht gegen das Bett stieß, was ihm schon des Öfteren passiert war. Sie rollte sich in die Decke ein, schloss die Augen. Ein anstrengender Tag lag hinter ihr. Für einen kurzen Moment zog noch das Gespräch mit ihrem Mann an ihr vorbei. Sie sah noch einmal seine Unruhe, diese innere Anspannung, die Angst, sie könnte etwas erfahren, das sie niemals erfahren durfte. Irgendwann würde sie trotzdem herausfinden, was mit ihm los war, denn sie war eine hartnäckige Frau. Um zwanzig vor zehn schlief sie ein. Natalia war schweißgebadet, als sie aufwachte. Ihr Atem ging schwer, als würde eine Tonnenlast auf ihrer Brust liegen. Sie setzte sich auf, schaute zur Seite, das Bett war leer. Ein Blick zur Uhr, fünf vor zwölf. Sie fuhr sich über die Stirn und anschließend durchs Haar. Ihre Kehle war wie ausgetrocknet. Sie nahm einen Schluck aus der Wasserflasche, die neben ihrem Bett stand. Das Atmen fiel ihr schon leichter, und auch der eben noch schnelle Herzschlag beruhigte sich. Sie wunderte sich, dass er noch nicht im Bett war, denn normalerweise ging er nicht später als um elf schlafen, meist sogar früher. Er hatte gesagt, er würde vielleicht noch ein bisschen lesen, aber er tat dies selten länger als eine Stunde. »Wo bist du?« dachte sie und merkte, wie ein Gefühl unheimlicher Beklemmung in ihr hochkroch. Die Müdigkeit war wie verflogen. Sie versuchte klar zu denken, doch es wollte ihr nicht gelingen. Einige Minuten lang tigerte sie ruhelos im Wohnzimmer auf und ab, überlegte, ob sie die Polizei anrufen und ihren Mann als vermisst melden sollte, bis sie sich entschloss, ihn erst einmal selbst zu suchen. Es gab eine Kneipe, in die er früher ab und zu nach den Spaziergängen mit dem verstorbenen Hund gegangen war, doch seit sie Diener hatten, besuchte er diese Kneipe nicht mehr. Natalia zog sich an, ließ im ganzen Haus das Licht brennen, nahm den Schlüssel und steckte instinktiv die Taschenlampe ein und zog die Tür hinter sich zu. Sie kannte den Weg, den er immer nahm, oft genug waren sie ihn gemeinsam gegangen. Nachdem er sie freigekauft und zu sich nach Hause gebracht hatte, hatten sie gleich am ersten Abend, im September vor neun Jahren, einen Spaziergang durch den Wald gemacht. Sie würde diesen Tag nie vergessen, denn es war ihr erster Tag seit Monaten in Freiheit gewesen. Doch dies war lange Vergangenheit. Ihr Leben hatte sich zum Guten gewandelt, sie war glücklich, ihren gelernten Beruf ausüben zu können. Sie hatte einen Mann gefunden, der zwar nicht ihr Traummann war, aber er hatte ihr ein Zuhause gegeben und unterstützte sie in allem, was sie tat. Natürlich wußte sie, daß es ihm nicht leicht fiel zu sehen, wie sie entschieden mehr Geld verdiente als ihr, aber er ließ sie zu keiner Zeit spüren, daß er neidisch oder eifersüchtig auf ihren Erfolg war. Und sie wußte auch, daß es in bestimmten Momenten an ihm nagte, eine Frau zu haben, die so viel Anerkennung genoss, während er nur ein eher bedeutungsloser Lehrer war. An all dies dachte sie in diesem Augenblick jedoch nicht. Ihre Gedanken kreisten nur darum, wo ihr Mann sein könnte, der nie so lange mit Dina unterwegs war, schon gar nicht nachts. Sie ging mit schnellen Schritten durch die menschenleere Straße, warf einen kurzen Blick in die noch geöffnete Kneipe, doch nur zwei Männer saßen am Tresen, woraufhin Natalia gleich wieder kehrt machte. Sie lief und lief und wurde immer schneller und schwitzte trotz der Kälte. Aus ihrem Mantel holte sie die Taschenlampe, um den Weg vor sich auszuleuchten, obwohl der Mond genügend Licht spendete. Mit einem Mal stockte ihr der Atem. Sie sah schon von Weitem etwas Großes auf dem Boden liegen. Sie rannte, bis sie ihn erkannte. Ihn und neben ihm Dina. Natalia schrie nicht, wie andere es getan hätten, sondern wurde stattdessen ganz ruhig. Sie beugte sich zu ihm hinunter. Seine Augen waren weit aufgerissen, sein Mund zu einem Schrei geformt. Sein Mantel war blutdurchtränkt und stand weit auseinander, die Hose war geöffnet. Es war ein Anblick, der ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Noch nie zuvor hatte sie so was gesehen. Doch Natalia rief nicht um Hilfe. Wer hätte sie hier und um diese Zeit auch hören sollen? Sondern rannte nach Hause, stürzte die Treppe hinauf und befahl sich dabei, nicht in Hektik zu verfallen, Ruhe zu bewahren und die Kontrolle zu behalten, wie sie es schon als Kind von ihrer Mutter und Großmutter beigebracht bekommen hatte. Sie nahm den Hörer von der Gabel, tippte die Nummer der Polizei ein und berichtete mit gefasster Stimme dem Beamten, was geschehen war und vor allem wo. Nach dem Telefonat holte sie eine Flasche Wodka und ein Glas aus dem Schrank, schenkte sich halbvoll ein und trank es in einem Zug leer. Ihr war egal, ob es dem Baby schadete. Sie verschwendete nicht einmal einen Gedanken daran. »Du verdammter Kerl!«, dachte sie nach dem zweiten Glas. »Was hast du mir verschwiegen? Erst Rudolf und jetzt du. Was habt ihr getan, dass man euch so zugerichtet hat?« Freitag, ein Uhr siebzehn. Peter Brandt wurde vom Telefon geweckt, das wie immer, wenn er Bereitschaft hatte, neben seinem Bett auf dem Nachtschrank stand. »Ja«, brummte er in den Hörer, »hier, Krüger! Sorry, Alter, dass ich schon wieder deinen Schlaf störe, aber du solltest dich am besten gleich nach Langen bewegen. Wir haben einen weiteren Toten, männlich, fünfundvierzig Jahre, er wurde bereits identifiziert. Brandt war schlagartig hellwach und setzte sich auf. Wie heißt er? »Teichmann. Eberhard Teichmann?« Brandt rieb sich die Augen und machte das Licht an. »Kennst du den etwa?« »Allerdings. Wo, an ziemlich genau der gleichen Stelle, wo es auch schon diesen Schirner erwischt hat. Könnte sein, dass du es mit einer Serie zu tun hast.« »Verfluchte Scheiße!« »Ist schon jemand dort?« »Nur welche aus Langen.« »Der Tatort wurde bereits notdürftig gesichert. Spurensicherung, Fotograf und Arzt werden gleich von mir losgeschickt.« »Wann kannst du dort sein?« »Ich zieh mir nur schnell was über. Zwanzig Minuten, halbe Stunde. Sollten die anderen vor mir da sein, die sollen nichts anrühren. Tschau!« Brandt sprang aus dem Bett, zog sich die Jeans, einen dicken Pullover, die halbhohen Winterstiefel und die Daunenjacke an, ging noch einmal auf die Toilette, wusch sich die Hände, wusch sich die Hände und das Gesicht, fuhr mit der Bürste durch seine Haare. Er wollte schließlich nicht aussehen wie Columbo, auch wenn das die anderen kaum bemerken würden, und verließ die Wohnung. Freitag, 1 Uhr 44 »Wer hat ihn gefunden?« fragte Brandt, einen der beiden uniformierten Polizisten, die bei laufendem Motor in ihrem Wagen gesessen und die Heizung aufgedreht hatten. »Seine Frau.« »Seine Frau?« fragte er unglaublich nach. »Wo ist sie jetzt? Ich kann sie nirgends sehen.« »Wieder zu Hause. Unsere Kollegen sind bei ihr.« »Was hat die denn hier gemacht?« »Na ja, das wird sie mir schon noch erzählen.« Er begab sich zu dem Toten, betrachtete ihn, sah den Hund, rünzelte die Stirn und murmelte. »Das Gleiche wie bei Schörner. Nur, dass diesmal auch der Hund dran glauben musste.« »Bitte?« »Nichts weiter. Hab nur laut gedacht.« Brandt suchte in den Taschen des Toten nach Geld oder Papieren, aber außer einem Päckchen Tempos trug er nichts bei sich. Er wandte seinen Kopf, als er kurz nacheinander vier Autos näher kommen hörte, die hintereinander in angemessenem Abstand zum Tatort hielten. In einem davon saß Andrea Sievers. Brandt war überrascht, sie zu sehen. »Was machst du denn hier?« »Bereitschaft, genau wie du,« antwortete sie und schenkte ihm ein mädchenhaftes Lächeln, um gleich darauf herzhaft zu gähnen. Sie zog sich den weißen Tivek-Anzug über und Handschuhe an. »Wir haben schon einen Scheißjob.« Dann ging sie in die Hocke und sagte zu einem der Polizisten, »holen Sie doch mal Ihre Taschenlampe, ich habe meine im Auto vergessen.« Der Angesprochene wollte sie ihr reichen, doch sie meinte, »halten Sie sie. Ich habe nur zwei Hände. Oder haben Sie Probleme mit Leichen?« Andrea Sievers begutachtete den Toten, befühlte ihn und schüttelte den Kopf. Der ist schon vor einer ganzen Weile vom Fährmann über den Stücks gefahren worden. Ich sag mal, der hat ihn so vor vier bis fünf Stunden abgeholt. Hä? Griechische Mythologie. Wohl nicht in der Schule aufgepasst, was? Ach, die Geschichte, meinst du. Ich bin müde und friere mir hier den Schwanz ab, und du laberst mich mit so einem Zeug zu. Ich bin auch müde. Aber das, was du dir abfrierst, ist bei dem schon steif, sagte sie grinsend. Was soll's? Bringt mir den Jungen in die Rechtsmedizin. Ich schaue ihn mir im Laufe des Vormittags an. Und was ist mit dem Hund? Bin ich vielleicht Tierärztin? Die Töhle ist nur eine kleine Grabbeigabe. Warum auch immer. Bei Schirner war doch auch ein Hund im Spiel, aber der wurde nicht getötet. Soweit ich weiß. Oder? Nein. Der eine wird am Leben gelassen, der andere umgebracht. Sieh, was schüttelt in den Kopf. Was kannst du denn jetzt schon sagen? Todeszeitpunkt Pi mal Daumen zwischen 21 und 22 Uhr. Ist natürlich bei der Saukälte schwer zu sagen. Fakt ist aber, dass auch ihm der Schniedel abgetrennt wurde. Und soweit ich das im Licht der Taschenlampe sehen kann, ebenfalls eher unfachmännisch. Ich würde sagen, man hat den beiden Herren das Teil entfernt, um damit etwas auszudrücken. Was meinst du mit ausdrücken? Fragte Brandt. Das müsstest du als alter Hase doch am besten wissen. Der Täter hat wieder unzählige Male zugestochen, weil er sowohl Schirner als auch Teichmann gehasst hat. Und den Pimmel hat er abgeschnitten, um sich dadurch mitzuteilen. Da steckt ein sexuelles Motiv dahinter, wenn du mich fragst. Aber das tust du ja nicht. Schirner hatte nur ein paar Affären, sagte Brandt. Ein paar Affären kann unter Umständen eine zu viel sein. Und wenn der hier auch welche hatte, vielleicht sogar mit derselben Frau wie Schirner, ich sage dir, finde die Frau und du findest den Mörder. Du glaubst also auch, der Mörder könnte eine Frau sein? Das habe ich nicht gesagt. Aber Frauen greifen manchmal zu diesem Mittel, um sich zu rächen, meistens für Untreue, was ja bekanntlich bei Männern ziemlich häufig vorkommen soll. Und was hast du außerdem noch, was auf eine Frau hindeuten könnte? Außergewöhnlich vielen Einstiche bei beiden, was meiner Meinung nach von einer unglaublichen Wut zeugt, die man in dieser Form in der Regel auch eher bei Frauen findet. Ein Mann sticht vielleicht zwei- oder dreimal zu, und damit hat sich's. Das ist im Prinzip nicht anders, als würde eine Frau einen Mann im Zustand größten Hasses erschießen. Ein Mann drückt ein-, zweimal ab. Eine Frau schießt gleich ein ganzes Magazin leer. So sind wir nun mal gestrickt, also sieh dich in Zukunft vor, sagte sie mit einem breiten Grinsen, um gleich wieder ernst zu werden. Frauen lieben stärker als Männer, aber sie hassen auch stärker. Aber bitte, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Du bist der Bulle. Brand grinste sie an und sagte, Jetzt weiß ich wenigstens ein bisschen mehr über euch Frauen. Wie sieht's aus? Gibst du mir in sieben Stunden einen ersten Obduktionsbericht? Und heute Abend gehen wir essen. Okay, du kriegst den Bericht, aber das mit dem Essen glaube ich dir erst, wenn wir im Restaurant sitzen. So, ich hab zu tun und du sicherlich auch. War der Typ verheiratet? Seine Frau hat ihn sogar gefunden. Seine Frau? Hier in der Wildnis? Kapier ich nicht. Ich auch nicht. Deshalb werde ich sie jetzt dazu befragen. Mach's gut und bis nachher. Brand ging zu seinem Wagen, wendete und sah noch, wie Andrea Sievers den Gnadenlosen, wie die Männer vom Bestattungsinstitut genannt wurden, Instruktionen erteilte. Er blieb neben einem der drei Streifenwagen stehen, ließ das Seitenfenster herunter und fragte einen Beamten. Sagen Sie, laufen hier nachts viele Leute rum? Sie kennen doch die Gegend hier viel besser als ich. Der Beamte schüttelte den Kopf. Sehen Sie da drüben die Mauer? Er deutete mit dem Finger auf eine helle, hohe Mauer, die sich an der gegenüberliegenden Seite der Hauptstraße entlang zog. Brand nickte. Dahinter wohnt ein Teil der sogenannten High Society von Langen, darunter etliche Alteingesessene. Von denen kommt nach Einbruch der Dunkelheit kaum noch einer aus dem Haus. Fenster und Türen zu und Ruhe. Ich fahr da öfter Streife und glauben Sie mir, da ist jetzt ab spätestens 20 Uhr tote Hose. Aber selbst im Sommer sind diese Wege hier rund um den Wolfsgarten kaum frequentiert. Außer ein paar Jogger oder Radfahrer oder Leute, die mit ihren Hunden unterwegs sind. Und natürlich auch ein paar Leute, die sich dort vorne in der kleinen Bucht im Auto vergnügen, weil sie wissen, dass sie hier ungestört sind. Freitag, 2 Uhr 25 Natalia Teichmann saß im Wohnzimmer im ersten Stock. Brand begrüßte sie und wollte sagen, dass es ihm leid tue, doch sie winkte nur ab. Ist schon gut. Ich kann damit umgehen, auch wenn die große Depression vermutlich erst in ein paar Tagen kommen wird, sagte sie mit einer angenehmen dunklen, weichen Stimme und wirkte dabei überaus gefasst. Nehmen Sie doch Platz. Sie haben sicherlich einige Fragen. Zum Beispiel, warum ausgerechnet ich meinen Mann gefunden habe. Ich habe das zwar schon den beiden netten Polizisten erzählt, aber ich werde es noch einmal tun. Mein Mann ist wie jeden Abend gegen neun mit Dina, unserem Irish Setter, rausgegangen und wollte nicht lange wegbleiben. Wer will das schon bei der Kälte? Ich habe kurz geduscht und mich gleich danach ins Bett gelegt und bin sofort eingeschlafen. Sie machte eine Pause. Als sie nicht weitersprach, sagte Brand, Sie sind also eingeschlafen und dann? Sie seufzte auf und sah Brand in die Augen. Glauben Sie an Träume? Keine Ahnung. Ich habe mich noch nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ich hatte einen furchtbaren Traum, von dem ich wach geworden bin. Es war ein wirklich furchtbarer Traum. Ich war schweißüberströmt, habe kaum Luft bekommen und mein Herz hat wie wild geschlagen. Ich wusste, dass dieser Traum etwas zu bedeuten hat. Dann habe ich gesehen, dass das Bett neben mir leer war und... Wann war das? Gegen Mitternacht. Ich hatte einen sehr anstrengenden Tag hinter mir. Eberhard hatte gekocht. Sie sehen ja selbst, es steht alles noch da und ist nach dem Essen mit Diener raus. Aber er wollte gleich wiederkommen. Ja, nur eine kurze Runde drehen. Als ich gesehen habe, dass er nicht im Bett ist, bin ich durchs ganze Haus gelaufen, habe ihn gerufen, aber er war nicht da. Danach habe ich mich angezogen und ihn gesucht. Er war tot. Irgendjemand hat ihn einfach so umgebracht. Nein, wer immer das getan hat, er hat Eberhard nicht nur umgebracht, er hat ihn regelrecht abgeschlachtet. Sie hielt inne und sah Brand mit undefinierbarem Blick wie aus weiter Ferne an. Er hat ihm den Penis abgeschnitten. Ich habe das gesehen. Wer macht so etwas Perverses? Mein Gott, ich habe schon so viel gesehen, aber diesen Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und es kann ja nur derselbe Mann sein, der auch Herrn Schirner auf dem Gewissen hat. Wurde er eigentlich genauso zugerichtet? Ja. Aber behalten Sie das bitte für sich. Seine Familie weiß nichts davon und die Öffentlichkeit darf es aus ermittlungstaktischen Gründen auch nicht erfahren. Ich werde schweigen wie ein Grab. Hatten Sie keine Angst, dass Ihnen... Nein, unterbrach sie ihn. Ich bin kein ängstlicher Typ. Ich wusste von dem Moment an, als Eberhard und Diener nicht da waren, dass etwas passiert sein musste. Und so war es dann auch. Ist Ihr Mann jeden Abend um die gleiche Zeit mit dem Hund rausgegangen? Ja, er hatte eine feste Zeit. Und Sie haben sofort festgestellt, dass Ihr Mann tot ist. Sie haben wahrscheinlich das Schild nicht gelesen, aber ich bin Ärztin. Ich weiß, wann jemand tot ist. Entschuldigen Sie die Frage, aber Sie kommen nicht aus Deutschland? Ich bin Weißrussin, habe aber deutsche Vorfahren. Genauer gesagt, mein Großvater war Deutscher, der in russische Kriegsgefangenschaft geriet und nach seiner Entlassung 1946 meine Großmutter kennengelernt hat. Wir haben zu Hause sowohl Deutsch als auch Russisch gesprochen. Und da Sie wohl ohnehin meine Vita überprüfen werden, ich bin vor fast neun Jahren nach Deutschland gekommen, weil man mir versprochen hatte, hier eine Stelle als Haushälterin zu bekommen. Aber statt in einem Haushalt bin ich in einem Bordell gelandet. Eberhard hat mich dort rausgeholt. Ich habe ein Zusatzstudium absolviert, damit ich als Ärztin auch in Deutschland praktizieren darf, und seit ein paar Jahren habe ich meine eigene Praxis. In Weißrussland gibt es viele Ärzte, aber die wenigsten von ihnen können von ihrem Beruf leben. Und ich wollte nur weg von dort. Ich wollte nicht mehr in diesem Elend leben. Und so bin ich erst mal in einem Bordell gelandet. Sie sehen, mein Mann war etwas Besonderes, denn es gibt nur ganz, ganz wenige, die eine Hure heiraten würden. Er hat es getan, weil er mich geliebt hat, sagte sie mit emotionsloser Stimme und doch einem Unterton, der brandirritierte. Das ist eine interessante Geschichte. Trotzdem muss ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, deren Beantwortung für mich sehr wichtig ist. Fühlen Sie sich dazu in der Lage, oder soll ich lieber im Laufe des Vormittags noch mal wiederkommen? Nein, nein. Fragen Sie ruhig. Ich bin es gewohnt, mit Schmerz und Leid umzugehen. Wie meinen Sie das? Das ist nicht wichtig. Es hat nur etwas mit meinem Leben zu tun. Also, was wollen Sie wissen? Ihr Mann und Herr Schirner waren doch beste Freunde. Ich muss davon ausgehen, dass der Mord an Ihrem Mann in direktem Zusammenhang mit dem Mord an Herrn Schirner steht. Können Sie mir etwas über die Freundschaft der beiden Männer sagen? Natalia Teichmann überlegte kurz, bevor sie antwortete. Sie waren Freunde, seit zwanzig Jahren. Die beiden kannten sich schon lange, bevor ich nach Deutschland kam. Eberhard und ich sind seit acht Jahren verheiratet. Was haben Ihr Mann und Herr Schirner so gemacht? Ich meine, unter einer Freundschaft verstehe ich auch, dass man Zeiten hat, wo man sich trifft, sich unterhält, etwas unternimmt. Was haben Sie gemacht? Sie haben eigentlich gar nicht so viel unternommen. Rudolf war oft hier und umgekehrt und... Nein, Sie sind nicht zusammen in Urlaub gefahren, wenn Sie das meinen. Sie waren auch nicht in einem Verein, es war eine eher intellektuelle Freundschaft. Aber Sie müssen doch gemeinsame Interessen gehabt haben. Sie dachte angestrengt nach, schüttelte den Kopf und lachte leise auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß nach acht Jahren Ehe nicht, welche gemeinsamen Interessen mein Mann und Rudolf gehabt haben. Ist das nicht komisch? Ich weiß nicht, was Ihre Interessen waren. Ich weiß nur, dass Sie Freunde waren, mehr nicht. Gut. Jetzt kommt die Frage, die ich bereits Frau Schirner gestellt habe. Hat Ihr Mann sich in letzter Zeit, vor allem in den letzten Tagen, auffällig oder merkwürdig verhalten? Hatte er vor irgendetwas Angst? Gab es anonyme Anrufe oder Drohungen? Natalia schüttelte den Kopf. Nein, das hätte ich sofort gemerkt. Ganz im Gegenteil. Seit gestern war Eberhard völlig aufgedreht, obwohl gerade sein bester Freund ermordet worden war. Ich habe ihm nämlich mitgeteilt, dass er... Sie stockte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, sie beite die Fäuste. Aber sie behielt immer noch die Kontrolle über sich. Brand setzte sich neben sie und legte einen Arm um ihre Schulter. Etwas, was er vorher noch nie im Dienst getan hatte. Doch er hatte das Gefühl, er müsste es jetzt tun, weil die Stärke, die sie zeigte, nur erzwungen war. Sie ließ es sich gefallen, legte ihren Kopf an seine Schulter, wischte sich die Tränen mit dem Ärmelabstand auf, holte ein Taschentuch und putzte sich die Nase. Besser? Oder soll ich einen Arzt holen? fragte Brand. Natalia lächelte nur gequält, als sie erwiderte, ich bin doch selber Ärztin. Ich habe genügend Medikamente unten in meiner Praxis, aber ich brauche nichts. Entschuldigen Sie, ich habe das schon wieder vergessen. Macht nichts. Ja, Eberhard war aufgedreht. Ich habe ihm gestern gesagt, dass er Vater wird. Er hatte sich, seit wir zusammen sind, nichts sehnlicher gewünscht, als Vater zu werden. Er hat sich so gefreut. Sie hätten ihn sehen sollen, als ich es ihm gesagt habe. Und jetzt? Dieses Leben ist nicht gerecht. Ich hatte gedacht, der Tod von Rudolf wäre nur ein ganz normaler Mord, aber... Jetzt auch noch Eberhard. Warum jetzt auch noch er? Sie hatten doch keine Feinde, sie waren beliebt, angesehen, und... Ich habe keine Erklärung für das alles. Sie vielleicht? Nein. Sonst würde ich Ihnen diese Fragen nicht stellen müssen. Hat Ihr Mann ein eigenes Arbeitszimmer? Ja, natürlich. Wollen Sie es sehen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht? Es ist unter dem Dach, er wollte es so. Wissen Sie, Eberhard war der gutmütigste und uneigennützigste Mensch, den man sich vorstellen kann, sagte sie. Und da war wieder dieser seltsame Unterton, dem er aber jetzt, mitten in der Nacht, keine große Bedeutung beimaß, obwohl er ihn registrierte. Er hätte keiner Fliege etwas zu Leide tun können. Als wir geheiratet haben, hat er mir das Erdgeschoss überlassen, damit ich dort meine Praxis einrichten konnte. Vorher hat er ganz allein in dem Haus gelebt und unten sein Arbeitszimmer gehabt. Natalia erhob sich und ging vor ihm die Stufen hinauf und öffnete eine der beiden Türen, die sich im Dachgeschoss befanden. Sie betätigte den Lichtschalter. Brand stand in einem gut dreißig Quadratmeter großen, gemütlich eingerichteten Raum. Ein wuchtiger Schreibtisch, ein ebenso wuchtiger Ledersessel, ein altes Radio und Unmengen an Büchern. Es war sehr kalt, fast eisig. Hat Ihr Mann sich oft hier oben aufgehalten? Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was er gemacht hat, wenn ich noch Sprechstunde hatte. Aber abends war er zwei- oder dreimal in der Woche für ein oder zwei Stunden hier. Warum fragen Sie? Weil es so kalt ist. Die Heizung ist nicht da. Dann wird er wohl heute nicht... Sie hielt wieder inne und schluckte schwer, als sie ihre Finger sanft über die Buchrücken gleiten ließ. Bücher waren ein großer Teil seines Lebens. Ein Leben ohne Bücher war für ihn nicht vorstellbar. Ich kenne niemanden, der belesener war als Eberhard. Herr Schirner hatte auch viele Bücher, sagte Brand. Sie haben mich doch vorhin nach Interessen der beiden gefragt. Ich nehme an, es waren die Bücher. Darüber werden Sie sich wohl oft unterhalten haben. Einen PC hatte Ihr Mann nicht, fragte Brand, ohne zu wissen, warum er diese Frage stellte. Aber hatte heute nicht jeder einen PC? Selbst seine beiden Töchter hatten einen und kannten sich besser damit aus, als er es je würde. Doch, aber nur ein Notebook. Er hat es zum Arbeiten benutzt, aber er war, was Computer angeht, sehr konservativ. Heutzutage tauscht man Nachrichten meist per E-Mail aus, doch davon hielt er nichts. Briefe hat er zum Beispiel grundsätzlich mit der Hand geschrieben, weil er Wert auf eine persönliche Note legte. Allerdings hat er nicht viele Briefe geschrieben, weil es nicht viele Menschen gab, denen er hätte schreiben können. Hatte Ihr Mann auch kein Handy? Doch, das war sogar sein ständiger Begleiter. Das Handy war für ihn ein Stück Freiheit. Wie sah denn sein Tagesablauf so aus, wollte Brand wissen, während er um den Schreibtisch herumging und einen Blick auf die Papiere warf, die jedoch, wie er sofort feststellte, ausschließlich mit der Schule zu tun hatten. Eberhard war ein Gewohnheitsmensch. Er ist jeden Morgen um sechs aufgestanden, ist mit Dina raus, hat Brötchen und die Zeitung geholt, wir haben gefrühstückt, danach ist er in die Schule gefahren. Die Abende haben wir meist zu zweit verbracht. Wir sind ab und zu ins Kino oder Theater oder Essen gegangen. Aber sonst haben wir eigentlich ein sehr ruhiges und zurückgezogenes Privatleben geführt. Frau Teichmann, ich bedanke mich für Ihre Hilfe. Welche Hilfe? Ich habe Ihnen doch nur ein paar Fragen beantwortet, aber ich denke, es ist besser, wenn Sie ein andermal wiederkommen, denn ich merke, dass ich ziemlich durcheinander bin und vielleicht nicht ganz das sage, was Sie hören wollen. Ist schon gut. Hier ist meine Karte, falls irgendwas sein sollte. Ich meine, wenn Ihnen noch etwas einfällt, was für mich wichtig sein könnte, dann rufen Sie mich einfach an und wenn es mitten in der Nacht ist. Es ist mitten in der Nacht. Ach ja, noch eine Bitte. Die Schule möchte ich gerne selbst informieren. Ich habe meine Gründe dafür. Freitag, 8 Uhr Brandt traf um Punkt 8 im Präsidium ein. Bernhard Spitzer war bereits an seinem Platz und unterhielt sich mit Nicole Eber, doch das Gespräch verstummte sofort, als Brandt hereinkam. »Morgen«, brummte er und setzte sich. »Kurze Nacht, was?« wurde er von Spitzer empfangen, dessen ernstes Gesicht Bände sprach. »Es ist zum Kotzen.« »Was weißt du denn bis jetzt?« »Nur, dass es Teichmann erwischt hat, aber keine Details. Von wem auch? Schieß los!« »Details. Lies den Bericht über Schirner und du weißt alles. Das ist absolut deckungsgleich, nur, dass diesmal auch der Hund dran glauben musste.« »Warum auch immer.« »Ich bin auch nur kurz hier, um zu sagen, dass ich gleich weiter nach Langen fahre, um den Schulleiter vom Ableben eines weiteren geschätzten und hoch angesehenen Lehrers zu unterrichten«, meinte er sarkastisch. »Fährst du allein?« »Nicole und Gräulich sollen mit den Schülern weitermachen. Ich kümmere mich um die Lehrer.« Er hatte die letzten Worte kaum ausgesprochen, als die Tür aufging und Gräulich eintrat. Er schien schlecht gelaunt zu sein, zumindest drückte sein Gesicht Missmut aus. »Bleiden Sie gleich hier, es kommt eine Menge Arbeit auf Sie zu«, sagte Spitzer. »Und was?« Gräulich zog seine Jacke aus und hängte sie über den Stuhl. Er setzte sich, schlug die Beine übereinander und tat gelangweilt. Etwas, das Brand an ihm auch nicht leiden konnte. Eigentlich gab es nichts, aber auch rein gar nichts, was er an ihm leiden konnte. »Sie werden mit Frau Eberl die Befragung der Schüler fortsetzen. Außerdem gibt es einen zweiten Toten, und zwar Herrn Teichmann, der beste Freund von Schirner.« »Also doch eine Serie«, bemerkte Gräulich, ohne eine Miene zu verziehen, als hätte er es die ganze Zeit schon gewusst. »Könnten wir es mit einem Serienkiller zu tun haben?«, fragte Spitzer vorsichtig und sah Brand an. Der schüttelte den Kopf. »Ziemlich unwahrscheinlich. Es wird keinen weiteren Toten geben.« »Du klingst verdammt sicher.« »Oder bist du unter die Hellseher gegangen. Blödsinn! Zwei Freunde sind umgebracht worden, an fast der gleichen Stelle auf die gleiche Art und Weise. Bis jetzt kenne ich keine andere Person, die nachts allein oder mit dem Hund in dieser gottverlassenen Gegend unterwegs ist. Außerdem habe ich einen Polizisten gefragt. Dort hält sich nachts selbst im Sommer kaum jemand auf. Die Morde waren geplant. Was fehlt, ist das Motiv.« Auf der Fahrt nach Langen klingelte schrill sein Handy. Elvira Klein. »Ich habe das mit Teichmann soeben erfahren. Was um alles in der Welt ist da los?« »Frau Klein, ich bin gerade unterwegs, um das herauszufinden. Wenn Sie möchten, komme ich heute Nachmittag in Ihr Büro, und wir unterhalten uns in aller Ruhe. Ich bin sicher, ich kann Ihnen dann schon mehr sagen.« »Das hoffe ich sehr. Ich gebe Ihnen bis Dienstag Zeit. Sollte bis dahin nichts Verwertbares vorliegen, und damit meine ich einen Tatverdächtigen, werde ich die Ermittlungen in die Hände erfahrener Spezialisten übergeben. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden.« Brand drückte einfach auf »Aus« und machte das Radio ein. Woher um alles in der Welt wusste die Kleinen das von Teichmann? Gräulich schied aus, also musste jemand anders ihr das gesteckt haben. Aber auch das würde er herausfinden. Er erreichte die Schule um zwölf Minuten nach neun. Freitag, neun Uhr fünfzehn. Direktor Drescher wurde von der Sekretärin aus dem Unterrichtsraum geholt. Er war ungehalten wegen der Störung. »Herr Brand, auch wenn Herr Schirner nicht mehr unter uns weilt, der Unterricht muss trotzdem weitergehen. Hätte Ihr Anliegen, was immer es auch ist, nicht Zeit gehabt, bis zur großen Pause?« »Nein, hätte es nicht. Herr Teichmann wurde letzte Nacht ebenfalls Opfer eines Verbrechens. Das heißt, Sie haben jetzt zwei Lehrer weniger.« Dreschers Augen wurden groß. Er ließ sich in seinen Sessel fallen. »Was sagen Sie da?« »Teichmann ist auch tot?« »So ist es. Und damit wird es immer wahrscheinlicher, dass der Mörder an dieser Schule zu finden ist.« »Mein Gott, das ist nicht zu fassen. Schirner und Teichmann, zwei unserer fähigsten Lehrkräfte.« »Das, das muss ich erst einmal verdauen. Natürlich werde ich die Oberstufe für heute vom weiteren Unterricht befreien. Aber Sie haben noch keine Anhaltspunkte, wer hinter diesen perfiden Morden stecken könnte.« »Nein. Dennoch möchte ich Sie bitten, alle Lehrer der Oberstufe im Lehrerzimmer zu versammeln, damit ich mich noch einmal mit jedem Einzelnen unterhalten kann.« Er wollte noch etwas hinzufügen, als sein Handy erneut klingelte. Auf dem Display sah er die Nummer von Spitzer. »Was gibt's?« »Hier ist vor einer Viertelstunde ein Päckchen abgegeben worden. Am besten kommst du so schnell wie möglich her und siehst dir den Inhalt selbst an. »Könntest du dich vielleicht ein bisschen klarer ausdrücken?« »Nicht am Telefon. Du musst es selber sehen. Und beeil dich. Du wirst ganz sicher danach noch mal in die Schule müssen.« Brand raste nach Offenbach, hastete die Treppen hoch und stürmte in Spitzers Büro. »Was hast du bekommen?«, fragte er aufgeregt, denn er kannte Spitzer. Er würde ihn nie so dringend ins Präsidium zurückbeordern, wenn es nicht äußerst wichtig wäre. Spitzers Miene drückte Besorgnis aus, auch etwas, das Brand nur selten bei ihm sah. »Das war nicht an mich adressiert, sondern an dich. Aber weil es von einem anonymen Absender kam, habe ich es einfach aufgemacht. Es wurde unten beim Pförtner abgegeben. Ist im Videorekorder.« »Ein Video? Was ist da drauf?« »Möglicherweise das Motiv für die Morde,« antwortete Spitzer nur. »Hock dich hin. Das macht mich ganz nervös, wenn du da rumstehst.« Sie sahen sich gemeinsam den Film an. Nach 21 Minuten war nur noch Schnee zu erkennen. Spitzer schaltete das Gerät aus. Brand schluckte schwer, presste die Lippen aufeinander und sagte, »Oh Mann, das ist heiß. Das ist sogar verdammt heiß.« »Aufgenommen am 5. September 2002 zwischen 16.31 Uhr und 16.52 Uhr, also vor gut fünf Monaten.« »Kennst du das Mädchen?« »Nie gesehen.« »Dann müssen wir rauskriegen, wer sie ist. Die ist auf keinen Fall älter als 16 oder 17 und zwei Typen, die es mit ihr treiben.« »Ja, aber sie haben Kutten an, und man kann weder ihre Gesichter noch Hände erkennen.« »Schirner und Teichmann. Die ehrenwerten Lehre haben es mit jungen Mädchen getrieben.« Brand drehte sich um und lehnte sich an die Fensterbank. Er machte eine nachdenkliche Miene, runzelte die Stirn und meinte, »Sag mal, ist dir bei dem Film was aufgefallen?« »Was meinst du? Spul noch mal ein Stück zurück, so bis zur Mitte, und lass es dann laufen.« Spitzer drückte die Rücklauftaste der Fernbedienung und kurz darauf auf »Play«. Sie sahen schweigend zwei, drei Minuten, bis Brand sagte Stopp. »Fällt dir jetzt was auf?« »Ich weiß nicht.« »Worauf du hinaus willst?« »Dann mach eben noch mal an.« Spitzer drückte erneut auf »Play« und schüttelte den Kopf. »Sieh dir mal die Kleine an. Die wehrt sich nicht. Ihr scheint das nicht mal sonderlich unangenehm zu sein, und das, obwohl sie den einen oral befriedigt und der andere ganz schön heftig zustößt. Und jetzt sind sie beide gleichzeitig von vorne und von hinten in ihr drin. Es muss doch höllisch wehtun, aber sie verzieht keine Miene, im Gegenteil. Seltsam, oder?« »Dann musst du einen Fachmann fragen. Vielleicht ist sie ja eine kleine Nutte. Ach, hör doch auf, so'n Scheiß zu labern. Wenn die Kleine eine Nutte wäre, dann hätte man uns das Band nicht geschickt,« fuhr Brand seinen Freund ungehalten an. »Vielleicht hat man die Kleine vorher mit Alkohol abgefüllt oder ihr Koks gegeben.« »Schon möglich. Aber das auf dem Video hat sie garantiert nicht freiwillig gemacht, sonst wäre das Band jetzt nicht hier bei uns.« »Frage? Wer ist das Mädchen? Sie ist der Schlüssel für die Morde, und sie wird uns direkt zum Täter führen.« Das erklärt auch die abgeschnittenen Schwänze. Brand holte tief Luft und fuhr fort. »Da hat sich tatsächlich jemand gerecht.« »Dazu brauche ich Esthers Foto. Wo bleibt eigentlich der Typ aus dem Labor?« »Ruf noch mal an, der soll sich gefälligst beeilen,« sagte Brand umgehalten und schaute zur Uhr. »Ich muss wieder in die Schule.« Spitzer wollte schon zum Telefon greifen, als die Tür aufging und ein junger Mann hereinkam. »Na endlich! Ich habe schon gedacht, Sie kommen überhaupt nicht mehr. Sie wissen schon, um was es geht.« »Ja, ich soll von irgendwas ein Foto machen.« »Lass noch mal das Band von Anfang an laufen,« forderte Brandspitzer auf. »Und nach ein paar Sekunden.« »Hier, ganz am Anfang ist der Kopf des Mädchens für einen Moment ganz allein zu sehen.« »Genau diesen Ausschnitt brauche ich, wo sie fast direkt in die Kamera schaut. Nur das Gesicht.« »Am besten 13 mal 18. Und ich brauche es schnell, super schnell.« »Kein Problem. Ich nehme es mit in mein Büro, wo ich den Rekorder an den PC anschließen kann. Ich mache einen Ausschnitt vom Gesicht und druck das mit höchster Auflösung aus.« »Das Band bringen Sie aber bitte wieder zurück, ist wichtiges Beweismaterial. Und vorher ziehen Sie bitte noch ein oder zwei Kopien, und selbstverständlich wird das Top Secret behandelt.« »Klar. Bin in ein paar Minuten wieder da.« Brand rief in der Rechtsmedizin an und verlangte Andrea Sievers zu sprechen. Er wartete einige Sekunden, bis sie sich meldete. »Sievers?« »Ich bin's. Peter. Hast du schon was für mich?« »Wir sind gerade dabei, Teichmann zuzumachen. Ich hätte dich sowieso gleich angerufen. Also bei ihm wurde 76 Mal zugestochen.« »Was auch nicht gerade wenig ist. Aber diesmal sieht's ziemlich eindeutig aus. Du hast es mit zwei Tätern zu tun. Die meisten Stichkanäle verlaufen von unten nach oben und gerade. Allerdings sind auch einige dabei, die seitlich von oben nach unten verlaufen.« »Drei Täter?« »Möglich, aber ich halte das eher für ausgeschlossen. Doch zwei könnte hinkommen, auch wenn offensichtlich mit der gleichen Klinge zugestochen wurde.« Brand legte auf und sagte zu Spitzer. »Vermutlich haben wir's mit zwei Tätern zu tun.« »Du hast doch aber eben was von drei gesagt.« Das war ein Missverständnis. Andrea meinte, die Stichkanäle würden auf zwei Täter hindeuten. Damit wird die Sache richtig spannend.« Brand und Spitze ergingen sich in Spekulationen, bis der junge Mann kam und Brand das gewünschte Foto reichte. »Ist das so in Ordnung?« fragte er. »Spitze! Und die beiden Kopien des Videos machen Sie mir noch?« »Wird gleich erledigt.« Brand sah sich das Foto in aller Ruhe an. Das Mädchen war sehr hübsch, hatte lange blonde Haare. Aber es wirkte, je länger er auf das Foto sah, immer trauriger. Ein trauriges Mädchen, das er am liebsten in den Arm genommen und getröstet hätte. Er wollte sie finden und mit ihr sprechen und erfahren, wie dieses Video zustande gekommen war. Freitag, zwölf Uhr zehn. Georg Büchner Gymnasium, Büro des Schulleiters. Drescher schien Brand bereits zu erwarten. Er setzte sich und zog das Foto aus seiner Jackentasche, behielt es aber noch einen Moment in der Hand. »Kennen Sie diese junge Dame?« Brand legte das Foto vor Drescher auf den Tisch. Der nahm es, betrachtete es einige Sekunden, und seine Miene wurde noch ernster. Er legte das Foto wieder auf den Tisch und lehnte sich zurück, die Hände gefaltet. »Dieses Gesicht wird wohl keiner von uns jemals vergessen. Was ist mit ihr?« »Ich würde gern mit ihr sprechen, das ist alles.« »Tja, das wird leider nicht gehen«, erwiderte Drescher. Seine Kiefer malten aufeinander. »Sie ist tot.« »Moment, dieses Mädchen ist tot?« Brand beugte sich nach vorn, die Unterarme auf den Schreibtisch gelegt. »Scheiße, Gottverdammte Scheiße«, dachte er, »hatte er doch so große Hoffnungen in das Mädchen gesetzt.« »Wann war sie hier auf der Schule? Und seit wann ist sie tot?« »Es war für uns alle eine sehr tragische Sache. Sie hat sich vor knapp drei Monaten das Leben genommen. Ihr Tod kam für alle, Lehrer wie Schüler, völlig unerwartet, denn sie war eine ausgezeichnete Schülerin. Bis heute kann sich keiner erklären, was sie dazu bewogen hat, sich ohne jegliche Vorwarnung in den Tod zu stotzen.« »Vor drei Monaten, sagen Sie? Wie ist Ihr Name? Wo hat sie sich das Leben genommen?« »Hier in Langen.« Sie ist von einem Hochhaus gesprungen. Es stand damals bei uns in der Zeitung, aber es war nur ein kleiner Artikel. Die Polizei hat natürlich recherchiert, aber einen Grund für ihren Freitod hat man nicht herausgefunden. Sie hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen, und ihre Mutter hat nur gesagt, dass sie in den letzten Wochen immer ruhiger und verschlossener geworden sei und sich oft in ihrem Zimmer eingesperrt habe. Ein Psychologe hat gemeint, dass sein typische Anzeichen von depressiven Verhalten oftmals hervorgerufen durch Drogenkonsum oder eine verlorene erste Liebe. Wie alt war sie, als sie starb? »Maureen ist am Tag zuvor 18 geworden. Aber was hat das mit den Morden an Schirner und Teichmann zu tun?« Brand ließ die Frage unbeantwortet. »Welche Klasse hat sie besucht?« »Die Zwölf. Warum?« »Und zwei ihrer Lehrer waren Schirner und Teichmann?« Drescher erhob sich und ging zu dem breiten Metallschrank, zog eine Schublade heraus und entnahm ihr eine Akte. Er blätterte darin und sagte, sie hatte Schirner in Ethik Leistung und Teichmann in Deutsch Leistung. »Und welchen Leistungskurs hat sie außerdem besucht?« fragte Brand, der zunehmend ungeduldiger und auch ungehaltener wurde, weil Drescher sich jede Information mühsam aus der Nase ziehen ließ. »Englisch bei Frau Russler.« Brand war wenig überrascht von dieser Antwort. Er hatte sogar damit gerechnet. Drei Leistungskurse, genau wie Kerstin Abele und Silvia Esslinger. Drescher wollte die Akte wieder zurücklegen, doch Brand sagte, »Würden Sie sie mir bitte vorläufig überlassen?« »Natürlich. Aber ich brauch sie wieder. Ich kann Ihnen auch eine Kopie ziehen lassen.« »Sie bekommen sie zurück. Wie viele Leistungskurse belegen die Schüler eigentlich in der Regel? Sind drei nicht über der Norm? Zwei sind Pflicht, aber es steht jedem frei, noch einen zu wählen. Es kommt eben ganz darauf an, was sich der Einzelne zutraut. Und über Maureen Niehus kann ich, wenn ich das hier alles lese, nur so viel sagen, dass sie über ein ungeheures Potenzial verfügte, das sie aber anscheinend erst erkannte, nachdem sie in der Zehn einmal das Klassenziel nicht erreichte. In der Elf wurden ihre Leistungen schlagartig besser, aber das können Sie alles selbst nachlesen. Sie hätte jedenfalls nach meinem Dafürhalten das Abi mit Links geschafft.« Brand überflog die Akte Maureen Niehus. Ihm gingen während des Lesens die bisherigen Befragungen der Schüler nicht aus dem Kopf. Und wer hatte ihm das Video zukommen lassen? »Es muss ein Hinweis sein«, dachte er, »jemand will, dass ich die Wahrheit herausfinde.« »Aber welche Wahrheit? Die über Schirner und Teichmann? Waren die Ehrenmänner gar keine? Und wer würde ihm eine Antwort auf diese brennenden Fragen geben? Anja Rusler oder Katharina Denzel? Die beide ein Verhältnis mit Schirner hatten? Hatten sie vielleicht auch eins mit Teichmann? Aber Teichmann hatte im Gegensatz zu Schirner zu Hause eine überaus attraktive und selbstbewusste Frau, die so ganz anders gestrickt war als die putzsüchtige und frigide Helga Schirner. Und wenn Schirner und Teichmann die Männer auf dem Video waren, wer hatte dann ein Interesse, sie so bestialisch umzubringen? Eine der Schülerinnen? Oder gar eine ihrer Liebschaften? Wer gelangte überhaupt in den Besitz des Videos? Sollten Schirner und Teichmann diese Sauereien begangen haben, dann haben sie mit Sicherheit irgendwelche Bänder nicht einfach so rumliegen lassen. Noch hatte er keine Antwort auf all diese Fragen. Brandt nahm die Akte und das Foto. Oben traf er Eberl und Gräulich, die am Fenster standen und sich unterhielten, wobei Gräulich einen erstaunlich lockeren Eindruck machte, als wäre eine große Last von seinen Schultern gefallen. Na, sagte Brandt, nichts zu tun? Eberl schüttelte den Kopf. Wir haben nur auf dich gewartet. Es gibt hier tatsächlich nichts mehr zu tun. Solltest du noch jemanden befragen wollen, dann musst du das bei den Betreffenden zu Hause machen. Die meisten Schüler sind für eine halben Stunde gegangen, weil die Kurse von Schirner und Teichmann ausgefallen sind. Gut. Ihr fahrt zurück ins Präsidium und schaut mal nach, ob unsere beiden Toten in irgendeiner Form schon mal auffällig geworden sind. Und dann brauche ich ganz dringend die komplette Akte über den Selbstmord einer gewissen Maureen Niehus. Ich schreibe den Namen auf. Wer ist das? Eine ehemalige Schülerin von hier hat sich vor drei Monaten von einem Hochhaus gestürzt. Könnte sein, dass es da eine Verbindung zu den Morden gibt. Was immer ihr auch rausfindet, es bleibt streng vertraulich, was nichts anderes heißt, als dass die Staatsanwaltschaft vorläufig nicht davon informiert wird. Ich habe meine Gründe dafür. Ich werde heute Nachmittag noch mit Frau Klein persönlich sprechen. Haben Sie das verstanden, Herr Gräulich? Brandt ging zu seinem Wagen. Er suchte die Adresse von Kerstin Abele raus, schaute im Stadtplan nach, wie er am schnellsten dorthin kam und machte sich auf den Weg. Sie wohnte in einem noblen Neubaugebiet am anderen Ende von Langen, in der Nähe des Galgenbergs. Freitag, 13.50 Uhr Ja, kam eine weibliche Stimme aus dem Lautsprecher neben der Klingel. Brandt, Kriminalpolizei. Ich würde gern mit Kerstin Abele sprechen. Moment. Die Tür ging auf. Eine jugendlich wirkende Mittvierzigerin stand vor ihm, schlank, leuchtend blaue Augen, kurze blonde Haare. Sie hätte noch jünger ausgesehen, wären da nicht die Krähenfüße um die Augen und die tiefen Falten um die Nase und den Mund. Kriminalpolizei? Dürfte ich bitte Ihren Ausweis sehen? Brandt hielt ihn hoch. Die Frau warf einen Blick darauf und sagte, »Ich bin die Mutter von Kerstin. Sie ist oben in Ihrem Zimmer. Geht es um Herrn Schirner? Ja, ich habe nur ein paar Fragen an Ihre Tochter. Kommen Sie rein. Ich hole Sie. Nein, nein, sagen Sie mir nur, wo ich Sie finde. Ich würde nämlich gerne unter vier Augen mit ihr sprechen. So geheimnisvoll? Aber gut, wie Sie wünschen. Die Treppe hoch, zweite Tür links. Kerstin lag auf dem Bett, die Fernbedienung in der Hand und zappte sich gerade durch mehrere Fernsehkanäle. Als sie Brandt erblickte, zuckte sie kurz und ängstlich zusammen. »Hallo, Frau Abele«, sagte Brandt und machte die Tür hinter sich zu. »Man hat mir in der Schule gesagt, dass Sie heute schon früher nach Hause gegangen sind. Ich müsste aber noch einmal mit Ihnen sprechen.« Brandt nahm sich einen Stuhl und setzte sich. Frau Abele, vorab zu Ihrer Information. Herr Teichmann, Ihr Deutschlehrer, wurde vergangene Nacht ebenfalls ermordet. Er beobachtete genau die Reaktion auf diese Nachricht. Kerstin sah ihn für einen kurzen Moment an. Ihre Überraschung hielt sich in Grenzen, was Brandt etwas stutzig machte, um gleich darauf ihren Blick wieder abzuwenden. »Herr Teichmann? Das ist furchtbar,« sagte sie und nestelte nervös an einem Kissen. »Zwei meiner Lehrer in einer Woche. Innerhalb von zwei Tagen, um genau zu sein. Was geht jetzt in Ihnen vor? Das muss ich erst mal verdauen. Wir haben uns alle gewundert, dass heute Deutsch ausgefallen ist, weil Herr Teichmann sonst immer da war. Jetzt weiß ich, warum es ausgefallen ist. Wissen Sie schon, wer es getan hat? Noch nicht, doch es wird bestimmt nicht mehr lange dauern. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, weshalb ich gekommen bin. Er holte das Foto hervor und legte es auf das Bett. »Ich nehme an, Sie kennen diese junge Dame.« Kerstin warf einen langen Blick darauf. Ihr Atem ging schneller. Sie vermied es erneut, Brandt anzusehen und schien noch nervöser zu werden. »Das ist Maureen.« Sie setzte sich auf. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie hatte Mühe zu sprechen. Sie nahm ein Taschentuch von dem kleinen Beistelltisch und wischte sich die Tränen ab. Brandt wartete mit seiner nächsten Frage, bis Kerstin sich einigermaßen gefangen hatte. »Aus der Schulakte geht hervor, dass es am 17. November letzten Jahres passiert ist. Ich weiß aber bis jetzt nicht, wann genau an diesem 17. November. Waren Sie an diesem Tag zusammen?« Kerstin nickte. »Ja, Maureen war bei mir. Wir haben für Mathe gelernt und uns noch ein bisschen unterhalten. Sie ist so gegen sechs gegangen und...« Diesmal ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Brandt wartete erneut, bis sie sich einigermaßen beruhigt hatte. Sie putzte sich die Nase, ihre Wimperntusche war verlaufen. Es war auf jeden Fall schon dunkel und deshalb hat keiner gesehen, wie sie... Und über was haben sie sich unterhalten? Alles Mögliche ist doch auch unwichtig. Außerdem kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern. »Wissen Sie, ich bin schon lange bei der Polizei, und wenn jemand so plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen wird, vergisst kaum einer das letzte Treffen und Gespräch mit der Person, mit der man so vertraut war. Sie können es mir ruhig sagen. Ich kann schweigen wie ein Grab. Es waren wirklich nur Belanglosigkeiten, über Musik, über die Schule und so ein Zeug. Und welche Probleme hatte Frau Niehus? Keinen Schimmer. Brandt schüttelte den Kopf und faltete die Hände. »Sorry, aber das nehme ich Ihnen nicht ab. Mir wurde gesagt, dass Ihre Freundin vor ihrem Tod immer stiller und in sich gekehrter wurde. Sie müssten das doch eigentlich am ehesten mitgekriegt haben. War es so? Schon, aber jeder von uns hat doch mal so eine Phase. Ich habe dem weiter keine Bedeutung beigemessen. Sie hat öfter scheinbar grundlos geweint, und wenn ich sie gefragt habe, was los ist, hat sie nur geantwortet, nichts weiter. Sie würde nur mit dem Stress nicht fertig werden. Um was für einen Stress handelt er es sich denn? Schule, Eltern, das übliche halt. Hat sie Drogen genommen oder übermäßig viel Alkohol getrunken? Quatsch, Maureen doch nicht. Die hatte einen Höllenrespekt vor dem Zeug. Ist Frau Esslinger auch ihre Freundin? Ja, warum? Mir ist nur aufgefallen, dass sie alle drei die Zehn nicht geschafft haben. Hatte das besondere Gründe? Zum ersten Mal huschte so etwas wie ein Lächeln über Kerstins Gesicht. Wir haben alles schleifen lassen, wir haben gekifft und viel Party gemacht. Naja, die Schule war halt nicht so wichtig. Sie haben doch eben betont, dass Frau Niehus keine Drogen genommen hat, und jetzt behaupten sie auf einmal, wir waren sechzehn und haben nur gekifft und ein bisschen getrunken. Das war aber wirklich nur eine kurze Zeit. Als wir die Zehn wiederholen mussten, haben wir mit dem Scheiß aufgehört. Brand schaute auf die Uhr. Halb drei. Er verabschiedete sich, rief auf dem Weg zum Auto bei Elvira Klein an und sagte ihr, er sei zwischen vier und fünf in ihrem Büro. Freitag, sechzehn Uhr fünfundzwanzig Elvira Klein saß über eine Akte gebeugt und schaute auf, als Brand hereinkam. »Herr Brand, schön, dass Sie gekommen sind.« Sie schlug die Akte zu. »Was haben Sie für mich?« Sie trug heute eine hellblaue Jeans, ein dunkelblaues Sakko und darunter einen weißen, eng anliegenden Rolli, der ihre körperlichen Reize deutlich zur Geltung brachte. »Sie haben ein Videogerät hier?« fragte er. »Natürlich habe ich eins.« »Dürfte ich erfahren, was Sie damit wollen?« Sie stand auf, ging zu dem langen und hohen Buchenschrank, machte zwei Türen auf, die den Blick auf eine Fernseh-Videokombination freigaben. Ohne die Frage zu beantworten, legte Brand das Video ein, drückte aber noch nicht auf Play. Er nahm Platz und schlug die Beine übereinander. »Ich werde Ihnen alles erklären, nachdem Sie diesen etwa zwanzigminütigen Film gesehen haben.« »Jetzt machen Sie schon. Ich bin ganz gespannt,« sagte sie immer noch lächelnd. Brand beobachtete Elvira Klein während des Abspielens aus dem Augenwinkel und sah, wie das Lächeln schon nach den ersten Sekunden gefror, wie es in ihr arbeitete, wie ihre Mine sich von Minute zu Minute verfinsterte, ihre Kiefer aufeinander malten, bis nach einundzwanzig Minuten das Band zu Ende war. Sie holte ein paar Mal Tiefluft, drehte sich mit dem Stuhl und blickte Brand in die Augen. »Woher haben Sie das, und wer sind die Darsteller dieses ekelhaften Machwerks?« fragte sie betroffen und mit kehliger Stimme, als würde sie die Antwort bereits ahnen. »Den Namen des Mädchens habe ich inzwischen rausgefunden. Sie heißt Maureen Niehus. Maureen hat sich am siebzehnten November vergangenen Jahres das Leben genommen. Das heißt vor knapp einem Vierteljahr. Sie war achtzehn Jahre alt, eine exzellente Schülerin und hatte drei Leistungskurse belegt, unter anderem Ethik bei Schirner und Deutsch bei Teichmann. Elvira Kleins Augen verengten sich zu Schlitzen. »Moment! Damit ich Sie recht verstehe, soll das heißen, Sie denken, dass die beiden Männer auf dem Video Schirner und Teichmann sind? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Was meinen Sie denn, wer das sein könnte? Der Weihnachtsmann und sein Gehilfe? Ich fürchte, Ihr ach so sauberer und ehrenwerter Herr Schirner war ein ausgemachtes Dreckschwein, und sein Kollege Teichmann ebenfalls. Und welche Beweise haben Sie dafür? Die Männer tragen Kutten und ihre Gesichter sind nicht zu sehen. Glauben Sie vielleicht, die Typen würden in die Kamera winken und sagen, »Hallo, wir sind's, Rudi und Eberhard!« Diese beiden Kerle, und da verwette ich mein nächstes Gehalt drauf, sind Schirner und Teichmann. Sonst hätte man mir das Video wohl kaum nach dem zweiten Mord zukommen lassen. Vergessen Sie einfach das Bild, das Sie bisher von Schirner und Teichmann hatten. Die zwei haben dieses Mädchen gefickt, und dieses Mädchen ist jetzt tot. Und Schirner und Teichmann auch. »Schirner war der beste Lehrer, den ich jemals hatte,« erwiderte Elvira Klein leise, sichtlich bemüht, sich ihre Anspannung und Aufgeregtheit und Fassungslosigkeit nicht anmerken zu lassen. »Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.« »Frau Klein«, sagte Brandt mit beinahe väterlicher Stimme und beugte sich nach vorn, »lassen wir für einen Moment alle Differenzen zwischen uns außen vor. Schirner mag ein ausgezeichneter Lehrer gewesen sein. »Und von mir aus können Sie ihn auch gerne in bester Erinnerung behalten. Aber das, was wir eben gesehen haben, spricht eine eindeutige Sprache. Oder sehen Sie das etwa anders?« Elvira Klein betrachtete das Foto eine Weile und legte es wieder auf den Tisch. »Und wenn das Mädchen freiwillig mitgemacht hat?« »Frau Klein«, »Sie sind doch sonst eine so analytisch und klar denkende Frau. Wir ermitteln im Mordfall Schirner und Teichmann. Sowohl die Lehrer als auch die Schüler des Gymnasiums kennen mich inzwischen. Ergo hat irgendwer nach dem zweiten Mord das Video an mich geschickt. Es wird keinen weiteren Mord mehr geben, weil mit dem Tod der beiden das Verbrechen an diesem Mädchen gesühnt wurde. Maureen hat jedenfalls nicht freiwillig mitgemacht. Aber sie wirkt nicht so, als hätte man sie zu perversen sexuellen Spielchen gezwungen. Entschuldigen Sie, aber wer so lange im Geschäft ist wie ich, weiß, wie man gerade im Bereich des sexuellen Missbrauchs oder im Pornogeschäft jemanden gefügig machen kann, wie man droht und am Ende auf den Filmen alles ganz harmlos aussieht. Was glauben Sie, wie viele Pornos in Umlauf sind, wo die Frauen zu den perversesten Handlungen gezwungen werden, obwohl es den Anschein hat, das, was sie da tun, würde ihnen auch noch Spaß oder gar Lust bereiten? Nein, das hat doch aber nichts mit diesem Fall zu tun. Doch, indirekt schon. Denn ich bin überzeugt, dass Schirner und Teichmann diese Videos nicht nur für sich allein gedreht haben, entgegnete Brandt mit vielsagendem Blick. Sie sprechen im Plural. Heißt das, Sie vermuten, dass es noch mehr von diesem Material gibt und dass diese Videos in Umlauf gebracht wurden? Leute, die sowas machen, machen das nicht nur einmal. Das ist vielleicht ein wenig weit hergeholt, aber ich vergleiche das mit einem Serienkiller, der auch nicht aufhören kann. Könnte immerhin sein, dass Sie die Videos kopiert und verhökert haben. Und bei Schirner sehe ich sogar ein Motiv. Seine Frau hat ihn seit einer halben Ewigkeit nicht mehr herangelassen. Bei Teichmann ist das wieder etwas anderes. Er hat eine ziemlich rassige Frau, die auch noch Ärztin ist. Das heißt, sie war ihm intellektuell sicher nicht unterlegen. Interessant ist nur die Geschichte, wie die beiden sich kennengelernt haben. In einem Bordell, aus dem Teichmann sie freigekauft hat. Das hat sie mir selbst erzählt. Haben Sie sie überprüft? Wenn Sie damit meinen, ob sie als Täterin in Frage kommt, nein, sie scheidet aus. Erstens hat sie ihn selbst gefunden. Zweitens hat sie ihrem Mann erst vorgestern mitgeteilt, dass sie schwanger ist. Und eine Frau, die sich von ihrem Mann schwängern lässt, bringt ihn nicht kurz darauf um. Und drittens waren es zwei Täter. Das hat die Autopsie ergeben. Ich brauche jetzt was zu trinken, sagte sie, ohne etwas auf die letzte Bemerkung von Brandt zu erwidern, stand auf und ging an den Schrank. Sie holte eine Flasche Cognac heraus und zwei Gläser und schenkte ein, ohne Brandt zu fragen, ob er auch wolle. Ich dachte immer, sie wären eine totale Abstinenzlerin, bemerkte Brandt, der nie für möglich gehalten hätte, dass Elvira Klein Alkohol auch nur ansehen würde. Also noch mal von vorne. Elvira Klein setzte sich wieder, nachdem sie die Flasche zurückgestellt und die Schranktür zugemacht hatte. Schirner und Teichmann wurden ihrer Meinung nach umgebracht, weil sie diese Morin so und so angeblich zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Nicht angeblich, sondern zu 99,9 Prozent. Gut, dann eben zu 99,9 Prozent. Das ist das eine. Aber aus welchem Grund lässt sich dieses hübsche junge Mädchen erpressen? Haben Sie eine Erklärung oder eine Idee? fragte Klein mit hochgezogenen Augenbrauen. Brandt schüttelte den Kopf. Weder noch. Tatsache ist nur, dass Morin unter einem ungeheuren Druck stand. Sie stammt aus einem sehr schwierigen Elternhaus. Der Vater hat wohl des Öfteren die Hand gegen sie erhoben. Die Mutter hat weggeschaut. Er zuckte mit den Schultern. Halt das übliche Spiel. Ich weiß das aber nur aus den Erzählungen einer ihrer Freundinnen. Wie das alles zusammenhängt, warum Morin sich für diese sexuellen Handlungen hergegeben hat, kann ich noch nicht sagen, aber das kriege ich schon noch raus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie überhaupt wusste, dass diese sechs Spiele aufgenommen wurden. Vielleicht hat sie es erst später erfahren. Brandt machte eine bedeutungsvolle Pause, strich sich einmal mehr über das stopplige Kinn, dachte, dass er sich noch rasieren müsse, bevor er sich mit Andrea treffe und fuhr fort. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass der Selbstmord gar keiner war. Elvira Klein ließ die letzten Worte auf sich wirken und erwiderte leise, »Mord? Jetzt sagen Sie nicht, dass Schirner und Teichmann auch noch ein Menschenleben auf dem Gewissen haben.« »Das haben Sie so oder so«, entgegnete Brandt lakonisch, »solange nicht hundertprozentig bewiesen ist, dass es Selbstmord war, werde ich in beiden Richtungen ermitteln. Außerdem möchte ich eine Hausdurchsuchung sowohl bei Schirner als auch bei Teichmann machen. Dazu brauche ich allerdings Ihr Okay.« Kleins Haltung entspannte sich. Sie lehnte sich zurück und spielte mit einem Bleistift, den sie zwischen ihren Fingern drehte. Sie schien zu überlegen und nickte schließlich. »Sie suchen nach weiterem Belastungsmaterial?« »Kann ich verstehen. Sie kriegen den Durchsuchungsbeschluss. Denn auch ich möchte Klarheit haben.« »Wann soll die Aktion stattfinden?« »Montag reicht, denke ich.« »Herr Brandt, Sie haben meine volle Unterstützung bei allem, was Sie ab sofort unternehmen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, auch wenn ich doch ziemlich durcheinander bin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.« »Gleichfalls. Das Band können Sie übrigens behalten. »Wir haben Kopien anfertigen lassen.« Er stand auf und ging nach draußen. »Was war das denn auf einmal?«, dachte er, auf dem Weg zum Parkplatz. »Die war ja richtig...« »Sollte ich mich so in ihr getäuscht haben?« »Na ja. Sie ist noch jung und...« »Ich lass mich einfach überraschen.« »Trotzdem seltsam.« Freitag, 20 Uhr. Andrea Siewers wartete in der eisigen Kälte vor ihrer Wohnung. Sie trug einen dunklen, fast bis zu den Knöcheln reichenden Wollmantel und einen dicken Schal um den Hals. Er parkte in der zweiten Reihe, stieg aus, hielt ihr die Tür auf und ließ sie leise ins Schloss fallen, nachdem Andrea sich gesetzt hatte. Sie trug ihr Haar offen. Brand sah sie so zum ersten Mal, duftete herrlich nach einem Parfum, das scheinbar extra für sie aus geheimnisvollen Essenzen zusammengestellt worden war. Und wer immer sie jetzt sah, hätte hinter dieser hübschen jungen Frau niemals eine Rechtsmedizinerin vermutet, eine Frau, die jeden Tag mit Leichen zu tun hatte. Sie aufschnitt, sezierte, die Organe untersuchte und den Gestank ertrug. »Hi, pünktlich wie die Maurer. Du hast dich ja so fein gemacht,« sagte sie mit bezauberndem Lächeln. »Ich kann das Kompliment nur zurückgeben,« erwiderte er. »Wo soll's denn hingehen?« »Nur fünf Minuten von hier.« »Zu meinem Portugiesen. Ich habe ein Faible für Portugal und die portugiesische Küche. Ich hoffe, wir werden nicht gestört. Nicht, dass wieder irgendwo eine Leiche rumliegt. Wo sind eigentlich deine Töchter? Die schlafen heute bei meinen Eltern.« Es war ein ruhiges Restaurant, das zu etwa einem Dreiviertel besetzt war. Einer der Kellner kam auf sie zu, begrüßte Andrea Sievers wie eine alte Bekannte und begleitete sie und Brandt zu dem von ihr reservierten Tisch. Leise Gitarrenmusik spielte aus versteckten Lautsprechern. Es herrschte eine angenehme, friedliche Atmosphäre. Der Kellner zündete eine Kerze an, während Brandt ihr aus dem Mantel half und ihn an die Garderobe hängte. Andrea sah umwerfend aus in ihrem blauen bis zu den Knien reichenden Kleid, das einen dezenten Ausschnitt hatte. Sie war leicht geschminkt. Ihre Augen wirkten heute Abend größer als sonst, ihre Lippen voller. Eine Frau zum Verlieben. Dabei hatte Peter Brandt sich längst in sie verliebt, auch wenn er es ihr noch nie gezeigt hatte. Sie zog ihn magisch an, und gleichzeitig hatte er Angst. Wovor? Wovor eigentlich? Er hatte keine Antwort darauf. Doch er befahl sich, alle Hemmungen beiseite zu legen und den Abend mit ihr zu genießen. Du warst wirklich noch nie bei einem Portugiesen? fragte sie, als sie sich gesetzt hatten. Doch, schon, aber rein dienstlich. Er hatte seine Frau umgebracht, antwortete er grinsend. Der Kellner kam an den Tisch, brachte die Karte und fragte, was sie trinken wollten. »Portwein, wie gehabt, aber diesmal bitte eine Flasche. Und die Karte brauchen wir nicht.« »Nos tomos a especialidade da casa«, sagte Andrea Sievers und lächelte den Kellner an. »Obrigado. Das dauert aber eine gute halbe Stunde. Das macht nichts. Wir haben Zeit.« Er entfernte sich. Brandt sah seine Begleiterin verwundert an und sagte, »Was war das denn eben?« »Was hast du zu ihm gesagt?« »Ich habe die Bestellung aufgegeben, die Spezialität des Hauses. Lass dich einfach überraschen. Du wirst nicht enttäuscht sein.« Sie zündete sich eine Zigarette an und fragte, »Wie war dein Tag? Viel Arbeit gehabt?« »Das kannst du laut sagen. Aber wir haben jetzt zumindest ein Motiv für die Morde. Doch eigentlich wollte ich nicht über die Arbeit sprechen. Sobald das Essen kommt, hören wir auf. Großes Ehrenwort. »Aber ich bin schon neugierig, was du rausgefunden hast.« Brandt erzählte in kurzen Worten, was an diesem Tag geschehen war. Andrea Sievers hörte aufmerksam zu. »Ziemlich mysteriös«, sagte sie, als er geendet hatte. »Wenn ich richtig zugehört habe, dann bist du überzeugt, dass diese Maureen erpressbar war. Aber was, wenn Maureen gar nicht erpresst wurde?« »Tach, habe ich auch schon überlegt. Aber das würde wiederum bedeuten, dass sie freiwillig mitgemacht hat, womit wir nach einem neuen Motiv suchen müssten. Außerdem ist das Blödsinn. Schirner und Teichmann sind tot. Heute Morgen kriegen wir das Video auf den Tisch. Und kurz darauf erfahre ich, dass das Mädchen sich umgebracht hat. »Nein, nein, nein. Das hängt alles zusammen. Aber im Moment ist da noch der berühmte Knoten, den ich nicht lösen kann.« »Würdest du mir das Video mal zeigen?« »Warum willst du dir das antun?« »Weiß nicht. Neugierde.« »Aber nicht heute, oder?« »Warum nicht?« »Wir könnten doch nach dem Essen kurz ins Präsidium fahren, uns das Video anschauen, und anschließend bringst du mich nach Hause und...« Sie lächelte ihn vielsagend an. Brand registrierte es, und schon wieder kroch ein Gefühl der Beklemmung in ihm hoch. Er hatte seit über zwei Jahren mit keiner Frau mehr geschlafen. Er hatte in den letzten Monaten Frauen sogar weitestgehend ignoriert, um nicht auf dumme Gedanken zu kommen. »Du bist nicht zufällig auch aufs Georg-Büchner-Gymnasium gegangen, oder?« fragte Brand grinsend und nippte an seinem Wein. »Wieso auch?« Andrea kräuselte die Stirn. »Ich kenne da eine gewisse Person, die...« »Die neue Staatsanwältin?« fragte Andrea mit einem verschmitzten Lachen. »Wie kommst du ausgerechnet auf sie?« »Sie hat's mir erzählt, als wir uns mal vor einiger Zeit bei ihr getroffen haben.« »Was heißt bei ihr?« fragte er misstrauisch. »Jetzt mach nicht so'n Gesicht. Elvira und ich sind schon seit Längerem gute Bekannte. Du und die Kleinen?« er lehnte sich zurück und trank sein Glas aus. »Das war's dann wohl.« »Was war's dann wohl? Du glaubst doch nicht etwa, dass ich ihr auch nur ein Wort von dem erzähle, was wir hier besprechen?« »Hoffentlich, sonst hat sie mich noch mehr auf dem Kieker. Ich komm mit ihr einfach nicht zurecht, auch wenn sie heute einen eher guten Tag hatte. Eigentlich habe ich sie, so wie heute, noch nie erlebt. Woher kennt ihr euch überhaupt?« Seit sie bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt angefangen hat, hat sie große Probleme, vor allem mit Untergebenen. Sie war ein paar Mal bei mir in der Rechtsmedizin und daraus ist dann so'ne Art Freundschaft entstanden. »Weißt du, Elvira ist ein schwieriger Typ, aber wenn ich überhaupt jemanden kenne, der es schaffen könnte, sich gegen sie durchzusetzen, dann du.« »Habt ihr denn schon mal über mich geredet?« fragte Brandt, dem es gar nicht gefiel, dass Andrea Sievers mit der Kleinen befreundet war. Sie lächelte still vor sich hin und antwortete, »Einmal. Aber ich schwöre, sie hat nicht schlecht von dir gesprochen. Eigentlich sucht sie Bestätigung und natürlich auch Freunde, aber sie tritt immer wieder ins Fettnäpfchen und keinen ärgert das mehr als sie selbst. Weiß sie, dass wir heute Abend ausgehen? Wo denkst du hin? Und sie wird es auch nicht erfahren. Und jetzt mach ein freundliches Gesicht. Ich bin sicher, ihr beide werdet euch schon irgendwie zusammenraufen. Da kommt unser Essen. Ich hoffe, du magst Fisch. Es war ein traumhafter Abend. Viel schöner, als er es sich vorgestellt hatte. Das Essen war übrigens hervorragend. Ich würde nur zu gerne wissen, was das für ein Fisch war. »Espadate, Schwertfisch. Fahren wir jetzt mal kurz ins Präsidium? Es ist gerade mal viertel nach zehn und die Nacht ist noch lang.« Sie winkte den Kellner herbei und sagte, »A conta se faz favor.« Draußen blies ihnen der kalte Wind ins Gesicht. Sie liefen mit schnellen Schritten zum Auto und fuhren ins Präsidium, wo nur in einigen Büros noch Licht brannte, in der Einsatzzentrale und beim KDD. Brandt betätigte den Lichtschalter, holte das Video aus dem Regal und steckte es in den Rekorder. Bereits nach einer Minute sagte Andrea Sievers, »spul noch mal ein ganz kleines Stück zurück, bis ich Halt sage, und schalte dann auf Standbild. So, jetzt stopp. Hier sieht man, dass die Kleine vorher was eingenommen oder bekommen hat. Ihre Augen. Ich tippe auf Koks.« »Wie kommst du denn darauf?« »Fachmännischer Blick.« »Ich habe mich während meines Studiums damit befasst. Kannst weiterlaufen lassen.« »Stop!« »Hm. Ihre Bewegungen wirken irgendwie mechanisch, als wäre sie gar nicht richtig bei der Sache. Könnte auf ein Beruhigungsmittel hindeuten.« »Koks und Beruhigungsmittel?«, fragte Brandt zweifelnd. »Das ist doch eine völlig gegensätzliche Wirkung.« »Kommt auf das Mittel an.« »Vielleicht ein Muskelrelaxanz. Mach weiter.« »Ups! Das tut weh. Das muss sogar höllisch wehtun. Aber sie verzieht keine Miene. Sie verspürt weder Lust noch Widerwillen. Die hat hundertprozentig was bekommen.« Das Mädchen stand eindeutig unter Drogen. »Wie alt war sie, als das aufgenommen wurde?« »Siebzehn. Eine Siebzehnjährige, die sich von zwei Männern gleichzeitig... Ich kann verstehen, dass da jemand eine gehörige Portion Wut gehabt haben muss. Und für sie war die Unbeschwertheit der Jugend dahin. Es gibt schon verdammte Schweine.« »Wem sagst du das? Aber weiterhelfen kannst du mir auch nicht. Bring mich bitte nach Hause.« »Okay.« Brandt schaltete den Videorekorder und den Fernseher aus und löschte das Licht. Nur eine Viertelstunde später hielt er vor dem Haus, in dem Andrea Sivas wohnte. Diesmal hatte er Glück und fand sofort einen Parkplatz. »Ich bin noch nicht müde. Hast du Lust, auf einen Kaffee mit hochzukommen?«, fragte sie und sah ihn von der Seite an. »Kommst du jetzt oder nicht?« »Na ja, von mir aus.« »Du hörst dich vielleicht begeistert an. Ach, jetzt zieh dich nicht, mach den Motor aus und komm mit, ich beiß schon nicht.« »Ich vergehe mich grundsätzlich nicht an lebenden Personen,« sagte sie schämisch grinsend. Sie hatte eine große, geschmackvoll eingerichtete Drei-Zimmer-Wohnung. Es war kuschelig und warm. »Schöne Wohnung. Die Einrichtung gefällt mir,« sagte Brandt. Sie kam mit einer Flasche auf Gläsern. Die Schuhe hatte sie ausgezogen und nahm neben ihm auf dem weichen, breiten Sofa Platz. »Magst du sie aufmachen?« Sie reichte ihm den Korkenzieher, er zog den Korken heraus und schenkte ein. »Auf dich, und dass du den Fall so bald wie möglich löst,« sagte sie und prostete ihm zu. »Auf dich«, entgegnete er. Brandt fühlte sich leicht wie lange nicht mehr. Er hatte das Empfinden, in dieser Wohnung zu Hause zu sein. Er dachte, hier könnte ich bleiben. Hier möchte ich am liebsten bleiben. Er hatte ein bisschen zu viel getrunken, ohne jedoch betrunken zu sein. Es war nur ein Gefühl der Leichtigkeit und Schwerelosigkeit, aber sein Verstand war noch immer hellwach, auch wenn die Frau an seiner Seite ihm diesen fast raubte. Er sog den Duft ihres Haares ein und traute sich trotzdem nicht, sie anzufassen. »Bleibst du heute Nacht hier?«, fragte sie unvermittelt in die Stille hinein, ohne ihn dabei anzusehen, und schmiegte sich noch ein wenig fester an ihn, wie eine Katze, die die richtige Stellung sucht. Er hatte ihn ständig gehofft, sie würde ihm diese Frage stellen. Vor ein paar Stunden hätte er noch Angst vor dieser Frage gehabt, aber jetzt? »Ja«, antwortete er mit kehliger Stimme, und zum ersten Mal berührte er ihre Hände, die auf ihrem Schoß lagen. »Ich dürfte jetzt sowieso kein Auto mehr fahren, nach dem vielen Wein.« »Ist das der einzige Grund?« »Nein, ich möchte gerne hierbleiben, hier bei dir.« »Komm mit ins Schlafzimmer.« Sie sah ihm im matten Licht der dezenten Schrankbeleuchtung direkt in die Augen. »Weinst du etwa?« »Nein«, log er, und wischte sich verstohlen übers Gesicht. »Das ist nur... Ich bin fünfundvierzig und fühle mich wie fünfzehn, wie ein pubertierender Jüngling vor dem ersten Mal.« Sie zog ihn wortlos hoch und mit sich ins Schlafzimmer. Sie liebten sich bis zum Morgen. Samstag, neun Uhr fünfzehn. Die Tür ging auf, Andrea lugte durch den Spalt und sagte, »Hallo, ausgeschlafen?« Sie hatte eine Jeans und ein weißes Sweatshirt an und trug das Haar wie schon am Abend offen. Es umrahmte ihr Gesicht wie ein Bild. Ihre Lippen waren dezent geschminkt. Ein Hauch von Rouge bedeckte ihre Wangen. Er konnte nicht anders, als ihr übers Gesicht zu streichen, sie zu umarmen, seine Nase an ihre Haare zu halten und wieder diesen Duft einzuatmen. »Du riechst gut.« »Ich habe aber gar kein Parfum drauf.« »Du riechst trotzdem gut.« »Wie lange bist du schon auf?« »Seit einer Stunde. Ich konnte nicht mehr schlafen, also habe ich Brötchen geholt und Kaffee gekocht. Du hast doch bestimmt Hunger, oder?« »Nach dieser Nacht?« »Geh zuchen. Kann ich noch schnell duschen? Klar, du weißt ja, wo es ist. Aber vorher will ich dir noch etwas sagen.« Sie legte ihre Arme um seinen Hals und sah ihn mit diesem unvergleichlichen Blick an. »Das war der schönste Abend und die schönste Nacht. Ich will wirklich nicht mehr allein sein. Ich bin es satt.« »Ich auch nicht. Aber ich bin immerhin schon 45 und wie oft willst du das eigentlich noch betonen? Davon habe ich heute Nacht nichts gemerkt,« unterbrach sie ihn lachend. »So, alter Mann, geh duschen und dann komm frühstücken. Und außerdem, ich wusste schon lange, wie alt du bist, aber es interessiert mich nicht im Geringsten. Und noch was, du riechst auch gut. Musst du heute arbeiten? Was heißt muss? Mir brennt die Sache unter den Nägeln. Und ich will noch mal mit Kerstin und Sylvia, den beiden Freundinnen von Maureen, sprechen. Ich glaube, dass diese Kerstin mir eine ganze Menge verschwiegen hat. Ich bin inzwischen fast sicher, die kennt sogar den wahren Grund, warum Maureen sich umgebracht hat. »Kann ich mitkommen?« »Du? Warum willst du das machen? Du hast frei und...« »Und was? Soll ich den ganzen Tag hier rumhängen und nichts tun?« »Das sind nämlich meine üblichen Wochenenden. Es sei denn, ich habe Bereitschaft und mir wird eine Leiche auf den Tisch gelegt. War ja nur eine Frage. Wenn du unbedingt möchtest... Ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil, ich würde mich sogar freuen. Ehrlich, ich werde dich einfach nur als Kollegin vorstellen. Meinst du das jetzt ernst? Ich meine, das mit dem Freuen. Toternst!« Er hob die Hand wie zum Schwur. Sie aß eine Hälfte ihres Brötchens und sagte nach einem Schluck Kaffee, »Ich habe übrigens vorhin noch mal nachgedacht, wie Schirner und Teichmann Maureen dazu gebracht haben könnten, in diesem Porno mitzuspielen.« Sie hielt inne, stützte ihre Ellbogen auf den Tisch und faltete die Hände. »Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen?« »Also noch mal von vorne. Maureen und ihre Freundinnen sind in der Zehn sitzen geblieben. Sie haben wiederholt und dann Schirner als Klassenlehrer bekommen. Nachdem du mir gestern einige Details erzählt hast, habe ich mich heute Morgen gefragt, warum die Leistungen der Mädchen mit einem Mal so gut geworden sind. Und weißt du, was ich denke? Nein, aber du wirst es mir sicherlich gleich sagen. Der Knackpunkt sind möglicherweise die Eltern. Schirner hat genau gewusst, wie streng die Eltern der Mädchen waren, und das hat er gnadenlos ausgenutzt. »Womit wir wieder bei der Erpressung wären. Ab der Elf bereitest du dich aufs Abi vor, und da wird von vielen Seiten ein ungeheurer Druck aufgebaut, unter anderem von den Eltern. Und dem hält längst nicht jeder Stand. Dazu kommt, er war Klassen- und Vertrauenslehrer und natürlich bestens über seine Wackelkandidatinnen informiert. Und irgendwie hat er es geschafft, dass der Punkteschnitt sich immer im grünen Bereich bewegte. »Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst. Ganz einfach, er hat ihnen seine Hilfe angeboten. Teichmann war sein bester Freund. Der hat natürlich geil, wie er war, mitgemacht. Aber an die Hilfe waren knallharte Bedingungen geknüpft. Kannst du mir jetzt folgen? Du meinst, er und Teichmann haben die Mädchen praktisch gezwungen? Moment! Das würde aber bedeuten, dass die beiden anderen auch...« Er legte sein Brötchen auf den Teller und lehnte sich zurück. »Wenn das stimmt, dann...« Er schüttelte den Kopf. »Da ist ein Denkfehler. Du kannst nicht drei Mädchen zu sexuellen Handlungen zwingen, ohne dass nicht wenigstens eine von ihnen quatscht. Finde es heraus, indem du die anderen zwei einfach fragst.« »Das sagst du so leicht. Da muss man ganz behutsam vorgehen. Genau deshalb würde ich gerne mitkommen. Einer Frau gegenüber sind sie vielleicht gesprächiger.« Samstag, elf Uhr vierundzwanzig. Die Tür wurde von einem großen, stämmigen Mann geöffnet. Brand schätzte ihn auf Anfang bis Mitte fünfzig. Sein Gesicht war Solarium-gebräunt, die fast schwarzen Haare gefärbt, der Körper im Fitnessstudio in Form gehalten. Vielleicht dachte Brand, um so bei den jungen Damen, die mit ihm bei der Lufthansa arbeiteten, einen mindestens genauso guten Stand zu haben wie die jüngeren Männer. Abele musterte Brand und Sievers mit kritischem Blick aus eisblauen Augen. Er hatte etwas Südländisches an sich, aber der größte Teil davon war künstlich. »Ja«, sagte er mit sonorer Stimme, »ein weiteres Attribut, das bei einem gewissen Frauentyp bestimmt Punkte einbrachte. »Brand, Kripo Offenbach, das ist meine Kollegin, ich habe eben angerufen.« »Ach ja, kommen Sie rein. Dürfte ich erfahren, was Sie schon wieder von meiner Tochter wollen? Sie waren doch erst gestern hier, wie meine Frau mir gesagt hat.« »Wir haben nur noch ein paar Fragen«, antwortete Brand kurz angebunden. »Können wir hochgehen?« »Bitte, Sie kennen sich ja inzwischen hier aus.« Brand fühlte sich bestätigt, Abele war ein Zyniker. Kerstin saß im Schneidersitz auf dem Bett. Der Fernseher und die Stereoanlage liefen gleichzeitig. Sie war ungekämmt und hatte dunkle Ränder unter den Augen. Es war sehr warm in dem Zimmer, die Luft abgestanden. Kerstin trug eine Jeans und ein T-Shirt und war barfuß. »Dürfen wir uns setzen? Das ist übrigens Frau Sievers, eine Kollegin.« »Hallo«, sagte Andrea freundlich und setzte sich auf die Bettkante, während Brand sich den einzigen Stuhl heranzog. »Hallo«, »wie geht es Ihnen heute?«, fragte Brand. »Wie soll's mir schon gehen? Ich fühle mich nicht besonders gut. Sehen Sie ja vielleicht. Ist ziemlich viel passiert in den letzten Tagen. Ich hätte noch ein paar Fragen, zum Beispiel, ob Maureen Niehus einen Freund hatte.« »Pfff! Maureen und einen Freund! Wenn Ihr Vater das rausgekriegt hätte!« »Wie soll ich das verstehen?«, fragte Brand. »Dieser Arsch redet nämlich nicht viel, sondern schlägt gleich zu. Egal, ob bei Maureen oder Ihrem Bruder. Aber Maureen lebt ja nicht mehr.« »Sie haben eben gesagt, Frau Niehus hatte keinen Freund. Hat sie nie einen gehabt?« »Nicht, dass ich wüsste.« »Das heißt, sie war noch Jungfrau, als sie gestorben ist,« sagte Sievers und beobachtete Kerstins Reaktion. Sie zuckte wieder, wie gestern schon, kaum merklich zusammen und nickte. »Ich nehme es an.« »Sie nehmen es an, wissen es jedoch nicht. Das klingt für mich aber sehr unwahrscheinlich, denn beste Freundinnen erzählen sich doch in der Regel alles. Als ich so alt war wie Sie, habe ich auch eine beste Freundin gehabt, und wir haben uns alles, aber auch wirklich alles erzählt. Vor allem, wenn es um Jungs ging. Sie hatte keinen Freund, das haben Sie bereits gesagt, aber ich kann Ihnen versichern, Maureen Niehus war keine Jungfrau mehr. Sie hatte sexuelle Erfahrungen gesammelt. Mich wundert nur, dass sie mit Ihnen nicht darüber gesprochen hat. Oder hat sie es doch getan?« Kerstin sah für einen Moment in das Gesicht von Andrea Sievers und schüttelte den Kopf, ohne etwas zu erwidern. »Interessiert Sie das gar nicht, woher wir das wissen?« »Ist mir egal. Außerdem habe ich keine Lust mehr auf diese Fragen. Mir geht's nicht gut. Ich will allein sein.« »Wir sind gleich fertig.« »Kennen Sie eigentlich die Tochter von Herrn Schirner?« »Ich komme jetzt nicht auf Ihren Namen.« »Carmen.« »Aber Sie kennen sie also. Seit wann und wie gut kennen Sie sie?« »Sie hat Maureen, Sylvia und mir in der Elf Nachhilfe gegeben. Dabei haben wir uns auch ein bisschen angefreundet.« »Sinnen Sie immer noch befreundet?« »Wollte sie was wissen.« »Wir sehen uns hin und wieder, wenn sie mal in Langen ist.« »Gut«, sagte Brandt und stand auf. »Sie haben uns sehr geholfen. Wirklich.« »Wie das denn?« »Ja, einfach so.« »Noch eine Frage. Was sind Ihre besten Fächer?« »Deutsch, Ethik, Englisch, Französisch und Mathe.« »Was heißt das in Punkten ausgedrückt?«, fragte sie was. »Zwischen zehn und fünfzehn.« »Ach, wenn Sie es genau wissen wollen. Deutsch vierzehn, Ethik fünfzehn, Englisch vierzehn, Mathe dreizehn und Französisch zehn.« »Im Augenblick jedenfalls.« »Und in den anderen bin ich zwischen fünf und acht.« »Zufrieden?« »Und sind Frau Esslinges Leistungen genauso gut? Sie sind sogar noch ein bisschen besser.« »Würden Sie uns einen Gefallen tun und uns zu Ihrer Freundin Silvia begleiten,« sagte Brandt völlig überraschend für Kerstin, die kaum merklich zu zittern begann. »Warum soll ich mit zu Silvia kommen? Ich habe doch schon gesagt, dass es mir nicht besonders gut geht.« »Ich verspreche Ihnen, es wird auch nicht lange dauern. Wir können Sie natürlich auch aufs Präsidium mitnehmen, aber ich glaube, das ist nicht notwendig, oder? Wir wollen ja schließlich kein Verhör durchführen.« »Wenn's unbedingt sein muss,« murrte Kerstin und erhob sich. »Warten Sie draußen, ich ziehe mir nur schnell was anderes an.« Brandt gab Andrea ein Zeichen, ihm zu folgen. Er flüsterte, als sie auf dem Flur standen. »Wir werden uns bei der Esslinger nicht aufhalten, sondern Sie nur einladen und gleich weiter zur Schirners Tochter fahren. Und dann lasse ich die Bombe platzen.« Kerstins Vater war erstaunt, seine Tochter in Begleitung der Beamten zu sehen und sagte, »Moment mal, wieso nehmen Sie meine Tochter mit? Was soll das alles?« »Wir fahren nur zu Frau Esslinger und setzen Sie nachher wohlbehalten wieder hier ab. Machen Sie sich keine Sorgen.« Abele begleitete sie zur Tür und meinte, »Ich hoffe, Sie finden diesen jämmerlichen Bastard bald, der die besten Lehrer, die diese Stadt jemals hatte, auf dem Gewissen hat. Und glauben Sie mir, sollte ich ihn vor Ihnen finden, dann bringe ich ihn eigenhändig um.« »Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Das würde dem Staat eine Menge Kosten sparen,« erwiderte Brandt ironisch. »Allerdings würde dann ein Verfahren wegen Mordes auf Sie zukommen.« Samstag, 12 Uhr 13 Sylvia war allein zu Hause. Ihre Eltern hatten sich in den Einkaufstrubel gestürzt. »Was machst du denn hier?« fragte sie Kerstin. »Keine Ahnung.« »Frau Esslinger, wir wollten Sie bitten, mit uns noch zu jemand anderem zu fahren.« »Und zu wem, wenn ich fragen darf?« sagte Sylvia misstrauisch. »Sie dürfen, aber eigentlich soll es eine Überraschung sein.« »Ziehen Sie sich doch einfach nur etwas über, umso schneller sind Sie wieder zu Hause.« Die Fahrt verlief schweigend. Es herrschte wie immer um diese Zeit dichter Verkehr. Im Rückspiegel beobachtete Brandt das Gesicht von Kerstin, als er in den Rotkehlchenweg einbog. Ihre Miene versteinerte sich im selben Moment, doch als sie den Blick von Brandt bemerkte, wandte sie den Kopf zur Seite und schaute aus dem Fenster. »Endstation«, sagte Brandt, und machte den Motor aus. »Und was sollen wir hier?« fragte Sylvia mit gespielter Lässigkeit. »Wir statten ihrer Freundin Carmen einen kleinen Besuch ab.« Carmen lächelte, als sie Brandt sah, und war schon im Begriff, ihn ins Haus zu bitten, als er sagte, »Ich bin nicht allein, wollte aber erst sehen, ob Sie überhaupt da sind.« Er gab Andrea mit der Hand ein Zeichen. Sie stieg aus und kam mit Sylvia und Kerstin auf ihn zu. Carmen's Lächeln gefrohr von einer Sekunde zur anderen. Doch sie hatte sich schnell wieder im Griff. »Wieso sind Kerstin und Sylvia? Ich verstehe nicht ganz was. Gehen wir doch rein. Hier draußen ist mir das ein bisschen zu frisch. Ich werde Ihnen alles in Ruhe erklären.« »Hi«, sagte Sylvia und ließ sich ihre Unruhe nicht anmerken. Sie war eine perfekte Schauspielerin, wie Brandt feststellte. »Lange nicht gesehen. Herzliches Beileid. Tut mir echt leid, das mit deinem Vater. Einen besseren Lehrer werden wir nie wieder haben.« Sie umarmte Carmen. Beide hatten Tränen in den Augen. »Danke.« »Mir tut es auch leid. Er war ein super Lehrer«, sagte Kerstin leise. »Wo können wir uns ungestört unterhalten?« »Im Wohnzimmer. Ich mach die Tür zu. Aber vielleicht erklären Sie mir, was das alles soll.« »In wenigen Minuten werden Sie es wissen.« »Mutti, würdest du uns bitte für einen Moment allein lassen?« Carmen sah ihre Mutter kalt an. Ihre Frage klang wie ein Befehl. Helga Schirner machte die Tür lautlos hinter sich zu, so lautlos, wie ihr ganzes Leben verlief. Brandt und Sivas nahmen auf dem Zweisitzer Platz. Ihre Arme berührten sich, und Brandt musste unwillkürlich an die letzte Nacht denken. Er wartete, bis sich auch die drei jungen Damen gesetzt hatten. Silvia nahm eine lässige Haltung ein, während Kerstin beinahe kerzengerade dasaß, die Beine eng geschlossen, die Arme verschränkt. Sie versuchte sich, ihre Anspannung nicht anmerken zu lassen, aber es gelang ihr nicht. Nur Carmen strahlte eine beinahe beängstigende Ruhe aus. Sie hielt den Blick von Brandstand. Ihre Selbstsicherheit war verblüffend. Er beugte sich nach vorn, die Hände aneinandergelegt und begann. »Sie wundern sich, dass wir speziell mit Ihnen sprechen wollen. Aber das hat seine Gründe. Meine Kollegin und ich sind nämlich gekommen, um Ihnen eine Geschichte zu erzählen, und ich möchte das nicht dreimal tun.« Er hielt kurz inne, bevor er fortfuhr. »Es ist die Geschichte eines Mädchens etwa in ihrem Alter. Dieses Mädchen hat eine gute Schule besucht, musste aber einmal eine Klasse wiederholen, die zehnte, soweit ich weiß. Dieses Mädchen wurde nach der Ehrenrunde in die elfte Klasse versetzt und bekam einen wunderbaren Lehrer, der es fantastisch verstand, das verborgene Potenzial dieser Schülerin hervorzulocken. Ihre Leistungen wurden immer besser und besser, obwohl sie kein sonderlich gutes Zuhause hatte. Da war ein Vater, dem die Hand leicht und oft ausrutschte, und eine Mutter, die immer schön brav wegschaute. Zumindest ist mir das so berichtet worden. Er sah dabei Kerstin an, die den Blick nicht erwiderte, sondern nur noch nervöser zu werden schien. Aber dieser Lehrer, der als so hervorragend und menschenfreundlich beschrieben wurde, hatte Hintergedanken, und die waren alles andere als menschenfreundlich. Für seine großartige Arbeit mit dieser eher leistungsschwachen Schülerin verlangte er eine Gegenleistung. An diesem Punkt hielt er erneut inne und sah in die Runde. Doch keine der drei jungen Frauen sagte auch nur ein Wort. Lediglich Kerstin räusperte sich einmal kurz. Dieser Lehrer wusste über das Privatleben seiner Schülerin bestens Bescheid. Er wusste, welch großen Wert vor allem der Vater auf Leistung legte. Schließlich sollte seine Tochter einmal die Uni besuchen und einen richtig guten Beruf erlernen. Also bot er dieser Schülerin einen Deal an. Er sagte ihr, er könne ihr problemlos helfen. Dafür müsse sie aber auch etwas für ihn tun, nämlich die Beine breit machen. Aber er sagte ihr auch klipp und klar, dass er sie, wenn sie nicht auf sein Angebot eingehe, gnadenlos den Bach runtergehen lasse. Das Mädchen hat nicht lange überlegt. Es hatte im Prinzip auch keine Wahl und hat schließlich dem Deal zugestimmt. Ach ja, ich habe etwas vergessen. Dieser Lehrer hatte einen Freund, ebenfalls Lehrer, der selbstverständlich auch bereit war, nur die besten Noten zu vergeben. Doch auch er verlangte dieselbe Gegenleistung wie sein Freund. Das Mädchen hat, wie gesagt, eingewilligt und in seiner Naivität wohl geglaubt, wenn es einmal mit den beiden schlafen würde, wäre damit alles abgegolten. Aber sie hatte sich getäuscht. Denn das, was mit ihr gemacht wurde, hatte man aufgezeichnet und damit ein Druckmittel in der Hand. Sie wurde immer und immer wieder gezwungen, sich ihnen hinzugeben. Andernfalls würde das Video bei ihren Eltern landen. Zumindest vermute ich das. Jetzt werden sie sich vielleicht fragen, warum das Mädchen nie etwas gesagt hat, wieso es die beiden nicht angezeigt hat. Nun, auf dem Video ist bloß das Mädchen zu erkennen. Die beiden Männer tragen lange Kutten und sind nur von hinten zu sehen. Man sieht kein Gesicht, keine Hände, keine Haare. Nur diese verdammten langen Kutten. Hätte sie diese ach so ehrenwerten Männer angezeigt, keiner hätte ihr geglaubt. Denn keiner hätte ihnen diese Perfidie zugetraut. Weder die anderen Lehrer noch die meisten Schüler und schon gar nicht die Eltern. Als das Mädchen merkte, in welchem Teufelskreis es sich befand, wurde es immer verschlossener und depressiver. Denn es wusste, es hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes auf einen Pakt mit dem Teufel eingelassen. Aber sie wollte nicht mehr dem Teufel dienen. Also ist sie eines Tages, als es dunkel war, voller Verzweiflung auf das Dach eines zehnstöckigen Hauses gestiegen und hat sich in die Tiefe gestürzt. Ihr Körper war nur noch Matsch. Alles in ihr war zerfetzt. Aber keiner konnte ihr jetzt mehr wehtun. Brand lehnte sich zurück, einen Arm auf der Lehne, den anderen auf dem linken Oberschenkel. Seine Stimme wurde eine Spur schärfer und härter. Sie fragen mich ja gar nicht, wer dieses Mädchen war. Warum nicht? Schweigen. Frau Esslinger, Sie sind doch sonst so wortgewandt, genau wie Sie, Frau Schirner. Aber ich kann mir schon denken, warum Sie nichts sagen. Weil Sie nämlich genau wissen, von wem ich spreche. Das ist jetzt etwa drei Monate her, aber die beiden Lehrer haben das Mädchen nicht lange überlebt. Und ich frage mich jetzt, ob sie die Einzige war oder ob es noch andere gibt, denen Ähnliches widerfahren ist. Für mich steht jedenfalls fest, dass Maureen Niehus sich aus nackter Verzweiflung über ihre ausweglose Situation das Leben genommen hat. Er hielt inne und sah erst Kerstin, dann Sylvia an, die beide sehr nervös wirkten. Kerstin liefen ein paar Tränen übers Gesicht, stumme Tränen. Er wusste, er hatte ins Schwarze getroffen und fuhr noch schärfer als eben fort, die Stirn in Falten gezogen. Ich frage Sie jetzt alle. Wussten Sie von dem Leid Ihrer Freundin? Schweigen. Lautes, dröhnendes Schweigen. Sie wussten es, da bin ich sicher. Aber ich kann mir Ihr Schweigen nicht erklären. Haben Sie Angst? Und wenn, wovor? Maureen Niehus hat Angst gehabt, höllische Angst. Und diese Angst hat sie in den Tod getrieben. Und sie fühlte sich gedemütigt und missbraucht. Sie hat geglaubt, ihr ganzes Leben sei vorbei, denn es gab ja niemanden, dem sie sich anvertrauen konnte, höchstens ihren besten Freundinnen. Doch diese Freundinnen waren ebenso hilflos, weil auch sie mit ihren Eltern nicht reden konnten. Habe ich recht, Frau Abele? Und bei Ihnen, Frau Esslinger, wird es wohl kaum anders sein. Wie heißt es doch so schön? Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Hier ist eine heile Welt, und die lassen sich die Erwachsenen nicht zerstören. Die Nachbarn könnten ja tuscheln und mit dem Finger auf einen zeigen. Es könnte ja sein, dass man selbst an den Pranger gestellt wird, weil jemand sagt, »Naja, diese Mädchen von heute, wie die auch immer rumlaufen, so etwas hätte es zu unserer Zeit nicht gegeben.« »Ich bin keine Frau, ich weiß nicht, wie es ist, so gedemütigt und so etwas genötigt zu werden, was nur ekelhaft ist, aber ich versuche es mir vorzustellen. Und allein bei dieser Vorstellung kommt in mir die blanke Wut hoch. Aber ich möchte meine Frage von vorhin ausdehnen. Wurden auch Sie, Frau Abele und Frau Esslinger, zu Dingen gezwungen, an die Sie vorher nicht einmal in Ihren schlimmsten Albträumen gedacht hatten? Widerschweigen. Wissen Sie, ich habe zwei Töchter, zwölf und vierzehn, zwei sehr hübsche Töchter, auf die ich niemals in meinem Leben verzichten möchte. Sie bedeuten mir mehr als mein eigenes Leben. Und wenn ich mir vorstelle, irgendjemand würde Ihnen ein solches Leid zufügen, das durch nichts wieder gut gemacht werden kann, ich weiß nicht, was ich tun würde, obwohl ich das Gesetz vertrete. Glauben Sie mir, als ich gestern das Video Ihrer Freundin gesehen habe, hat sich mir der Magen umgedreht, und in mir war nur noch Wut, Wut und nochmals Wut. War diese Wut auch in Ihnen, als Sie davon erfuhren oder sogar dasselbe erlebten, wie Ihre Freundin Maureen? Schweigen. Ein paar kurze Blicke. Ein paar Tränen. Meine Kollegin Frau Sievers ist Rechtsmedizinerin und hat Herrn Schirner und Herrn Teichmann obduziert. Erzähl du doch mal etwas von den Ergebnissen. Sie holte Tiefluft und sagte, Herr Schirner wurde mit 83 Messerstichen getötet, Herr Teichmann mit 76. Sie vermied jedoch, die Kastrationen zu erwähnen. Ich habe schon viele Leichen auf meinem Tisch liegen gehabt, aber noch keine, die so viele Einstiche aufzeigten. Die Morde tragen eindeutig eine weibliche Handschrift, denn nur Frauen können einen derartigen Hass entwickeln. Außerdem zeigt das Video, dass Maureen Niehus zum Zeitpunkt der Vergewaltigung, ich nenne es einfach mal so, offensichtlich unter Drogen oder Betäubungsmitteln gestanden hat. Dazu kommt, wurde sie von Brand unterbrochen, dass beide einen Weg gegangen sind, der, so habe ich mir von einem Polizisten sagen lassen, selbst tagsüber kaum frequentiert ist. Nachts schon gar nicht. Und jetzt, bei dieser Kälte, verkriecht man sich sowieso am liebsten zu Hause. Aber der oder die Täter müssen die Gewohnheiten der beiden Männer genauestens gekannt haben. Sie müssen gewusst haben, dass Herr Teichmann und Herr Schirner niemals von ihrem abendlichen bzw. nächtlichen Ritual abweichen würden, das heißt, mit ihrem Hund diesen einen speziellen Weg zu gehen. Und dafür kommen nicht so viele Menschen in Betracht. Und außerdem frage ich mich die ganze Zeit, weshalb der erste Hund am Leben gelassen wurde, während der zweite sterben musste. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Nein, das können wir nicht, sagte Carmen Schirner kühl. Schade, ich frage mich aber auch, wer mir das Video geschickt hat und wie der oder diejenige überhaupt an das Band gelangt ist. Ich gehe davon aus, auch darauf keine klärende Antwort von Ihnen zu erhalten. »Herr Brandt«, sagte Carmen Schirner plötzlich, »könnte ich Sie bitte unter vier Augen sprechen?« Kerstin und Silvia blickten erschrocken auf, doch Carmen nickte ihnen nur beruhigend zu. »Sicher. Wo wollen wir hingehen?« »In mein Zimmer.« »Ich bin gleich zurück«, sagte er zu Andrea Sievers. In ihrem Zimmer erklärte Carmen gerade heraus, »ich habe Ihnen das Video geschickt. Aber bitte lassen Sie Kerstin und Silvia in Ruhe. Die haben schon genug durchgemacht.« »Was haben Sie durchgemacht?« »Jetzt rücken Sie schon raus mit der Sprache.« »Der Tod von Maureen. Dazu kommt, dass beide kein einfaches Leben haben, wie sie so treffend festgestellt haben. Kerstins Eltern unterscheiden sich nur unwesentlich von denen von Maureen. Nur, dass Kerstins Vater sie nicht schlägt. Ihre Mutter ist eine Möchtegernkünstlerin, die seit Jahren schon auf dem Selbstfindungstrip ist und sich einen Dreck drum schert, was Kerstin macht oder wie es ihr geht. Und ihr Vater ist gelinde gesagt ein Arschloch, weil er Kerstin immer wieder auch vor anderen runtermacht. Er stellt sie bloß, und das nur, weil sie kein Junge ist. Er wollte einen Sohn haben. Einen, der ganz nach ihm kommt. Und bei Silvia... Sie verzog den Mund und schüttelte den Kopf. Naher, sie tut unheimlich stark. In Wirklichkeit ist sie die Sensibilität in Person. Bei ihr zu Hause hat die Mutter das Sagen. Der Vater schafft das große Geld ran. Ihre Eltern sind eigentlich ganz in Ordnung. Aber richtig interessieren tun sie sich nicht für das, was Silvia macht. Auch dort zählt das Prinzip der heilen Welt. Sie brauchen sich nur meine Mutter anzuschauen. Sie hat hier auch immer das Sagen gehabt. Aber sobald sie das Haus verlässt, ist sie nur eine unter vielen. Sie sind wirklich erst zwanzig Jahre alt? fragte Brandt. Ja, warum? Carmen sah ihn irritiert an. Nur so. Sie reden wie eine vierzig- oder fünfzigjährige mit unglaublich viel Lebenserfahrung. Das liegt wohl an meiner Erziehung. Ich habe mit meinem Vater schon heiße Diskussionen geführt. Da war ich gerade mal sieben oder acht. Und ich habe natürlich auch meine Mutter beobachtet. Ich wollte nie so werden wie sie. Kommen wir noch mal auf Kerstin und Silvia zurück. Herr Brandt, wenn Sie Details aus Ihrem Leben hören wollen, dann fragen Sie sie selbst. Am besten aber lassen Sie sie einfach in Ruhe. Denn Sie haben mit den Morden nichts zu tun, sagte sie, und verschränkte die Arme demonstrativ vor der Brust. Ihre Augen waren glühende Kohlen. Das habe ich auch nicht behauptet. Aber was ist mit Ihnen? Ich war in Frankfurt, als mein Vater umgebracht wurde, antwortete sie ruhig. Kann das jemand bestätigen? Meine Zimmerkollegin. Allerdings geht die immer schon früh zu Bett. Die braucht ihre zehn Stunden Schlaf. Sonst ist sie nicht zu ertragen. Das heißt, sie kann nicht bezeugen, dass sie am Dienstagabend in Frankfurt waren. Keine Ahnung. Gut, sie waren also in Frankfurt. Und woher hatten sie das Band? Als ich am Mittwoch herkam, habe ich am Nachmittag das Arbeitszimmer meines Vaters durchsucht und dabei das Band gefunden. Warum haben sie das Arbeitszimmer durchsucht? Gab es dafür einen besonderen Anlass? Nein, ich wollte nur sehen, ob er vielleicht irgendwelche Drohungen oder sowas erhalten hat, was er meiner Mutter natürlich nie gesagt hätte, um sie nicht zu beunruhigen. Brand lachte auf. Frau Schirner, ich bin ein bisschen zu alt für Märchen. Warum sagen Sie mir nicht einfach die ganze Wahrheit? Carmen schloss nach den letzten Worten von Brand für Sekunden die Augen, bevor sie bitter hervorstieß. Also gut, welche Wahrheit wollen Sie hören? Dass mein Vater ein mieses Schwein war, nach außen der integre, saubere Herr Lehrer und dass sein Freund kein Deut besser war? Wollen Sie diese Wahrheit hören? Fahren Sie fort, ich höre zu, sagte Brand gelassen. Mit harten Fragen würde er bei Carmen Schirner nicht weiterkommen. Okay. Ich habe vor zwei Jahren zum ersten Mal mitgekriegt, dass mein Vater etwas mit Schülerinnen hatte. Damals dachte ich, die hätten das freiwillig gemacht. Und deshalb war es mir auch ziemlich egal. Zwischen meinen Eltern lief ja eh nichts mehr. Haben Sie ihn darauf angesprochen? Um Himmels Willen nein! Was glauben Sie, was hier los gewesen wäre? Hätte ich ihm gesagt, hey, Papst, ich habe gehört, du vögelst deine Schülerin, ist da was dran? Der hätte mir was erzählt. Sie presste die Lippen aufeinander, atmete einmal tief durch und fuhr fort. Wenn ich damals geahnt hätte, was er wirklich treibt. Was dann? Sie senkte den Kopf und antwortete. Nichts. Was hätte ich denn machen können? Er hätte alles abgestritten. Und ich hätte bei ihm kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Ich hätte mir das Studium abschminken können, weil er mir bestimmt keinen Cent bezahlt hätte. Es gibt eine Unterhaltspflicht, bemerkte Brand. Sie kannten meinen Vater nicht. Er hätte es schon geschafft, mich klein zu kriegen. Egal. Inzwischen weiß ich, dass es noch mehr von diesen Videos gibt. Aber keine der anderen Schülerinnen hat sich das Leben genommen. Noch einmal. Haben Sie etwas mit den Morden zu tun? Haben Sie Ihren Vater und Herrn Teichmann umgebracht, oder waren Sie daran beteiligt? Nein. Und Kerstin und Silvia? Nein. Kannten Kerstin und Silvia die Geschichte von Maureen und das Video, bevor ich es eben erzählt habe? Kein Kommentar. Also ja. Frau Schirner, Sie machen es mir wirklich schwer. Ich muss mich mühsam auf Spurensuche begeben, bis ich die volle Wahrheit erfahre. Dabei könnten Sie mir so helfen, indem Sie mir einfach sagen, was wirklich passiert ist. Glauben Sie mir. Jeder Richter, den ich kenne, wird Verständnis aufbringen. Ich kann mich nur wiederholen. Ich habe weder meinen Vater noch Teichmann umgebracht. Und warum dann das Video, unmittelbar nach dem Tod von Teichmann? Es erschien mir der geeignete Moment. Ich dachte mir, dass Ihnen das vielleicht weiterhelfen könnte. Woher wussten Sie überhaupt, wer die beiden Männer auf dem Video sind? Wer sollte es sonst sein? fragte sie spöttisch. Hat Maureen Niehus jemals mit Ihnen über diese Sache gesprochen? Carmen Schirner zögerte mit der Antwort. Nein, hat sie nicht. Und Ihre beiden Freundinnen da unten haben diese Tortur nicht über sich ergehen lassen müssen? Nicht, dass ich wüsste. Wo sind die anderen Videos? Ich würde sie gern mitnehmen. Ich habe sie vernichtet. Ich dachte mir, eins reicht. Sie haben was? entfuhr es Brand. Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Frau Schirner, ich weiß, dass Sie mir etwas vorenthalten. Ich bitte Sie, überlegen Sie es sich noch einmal, ob Sie nicht doch alles sagen möchten. Ich komme sonst nicht umhin, Sie aufs Präsidium bringen zu lassen, wo die Verhörmethoden ungleich härter sind. Ich gebe Ihnen aber bis morgen Nachmittag fünf Uhr Bedenkzeit. Sollten Sie sich allerdings bis dahin nicht bei mir gemeldet haben, sitzen Sie am Montag um Punkt neun bei mir im Büro. So, habe ich mich klar ausgedrückt. Und noch einmal, ich heiße selbst Justiz nicht gut. Das darf ich von Berufs wegen schon nicht. Aber keiner kann mir verbieten, Verständnis aufzubringen. Also, entweder bis morgen um siebzehn Uhr oder am Montag um neun im Präsidium. Er setzte erst Silvia, dann Kerstin, zu Hause ab. Als er mit Andrea Sievers wieder allein war, sagte sie, Mann, oh Mann, das war harter Tobak. Brand verringerte die Geschwindigkeit, fuhr an den Straßenrand und schaute aus dem Seitenfenster. Ich fahr dich jetzt nach Hause, denn ich muss mit der Rüssel allein sprechen. Wenn die Mädchen sich überhaupt jemanden anvertraut haben, dann ihr. Samstag, vierzehn Uhr fünfzig »Nehmen Sie Platz«, sagte Anja Russler und räumte schnell die Sachen weg, bevor sie sich ebenfalls setzte. »Was führt Sie an einem Samstagnachmittag zu mir?« Ihre Stimme klang klar und nüchtern. »Frau Russler, wie Sie sich denken können, geht es um den Fall Schirner und Teichmann. Sie haben mir erzählt, dass Sie ein Verhältnis mit Schirner hatten. »Hatten Sie auch eins mit Teichmann?« Sie zuckte mit den Schultern. »Ja, ich habe mit Teichmann geschlafen.« »Ist das ein Verbrechen?« »Wann war das?« »Tut mir sehr leid, aber ich habe nicht Buch darüber geführt.« »War es, nachdem Sie mit Schirner Schluss gemacht hatten?« »Ja, Sie mögen mich jetzt für eine Hure halten, aber ich hatte mit beiden ein Verhältnis. Das mit Teichmann ging aber nur bis zum Mittwoch. Dann hat er von sich aus die Sache beendet. Er hat mir am Donnerstagmorgen eine SMS geschickt und mich um ein kurzes Gespräch vor Unterrichtsbeginn gebeten. Er hat gesagt, es könne so nicht weitergehen, und als ich ihn fragte, warum nicht, hat er mir gesagt, weil seine Frau schwanger ist. Nun, es hat mir wenig ausgemacht. Er war auch nicht gerade das, was man einen guten Lover nennt. »Bin ich nun eine Hure oder nicht?« fragte sie und sah Brandt herausfordernd an. »Solange Sie es nicht gewerblich betreiben,« entgegnete Brandt mit stoischer Ruhe. »Es gibt drei dringend Tatverdächtige, die zwar noch auf freiem Fuß sind, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie verhafte. Zwei davon sind Schülerinnen von ihnen, die andere ist Carmen Schirner. »Von welchen Schülerinnen sprechen Sie?« fragte sie mit auf einmal eisigem Blick. »Frau Abele und Frau Esslänger.« »Und warum stehen ausgerechnet Sie unter Mordverdacht?« »Weil Sie die besten Freundinnen von Maureen Niehus waren. Und was mit der passiert ist, wissen Sie ja. Aber Sie stehen nicht unter Mordverdacht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass Sie auf die eine oder andere Weise in die Taten verwickelt sind.« »Das mit Maureen war eine tragische Geschichte. Aber ich sehe keinen Zusammenhang zu den Morden an Schirner und Teichmann. »Klären Sie mich auf.« »Frau Hussler, Sie sind Vertrauenslehrerin, und ich bin sogar sicher, dass so manche Schülerin mit Ihnen ihre intimsten Probleme bespricht. Hat Maureen das gemacht?« »Nein, Maureen hat sich nie an mich gewandt. Deshalb hat mich Ihr Tod auch so mitgenommen, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Das war irgendwann im November, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, am 17. Haben sich denn Kerstin und Silvia je an Sie gewandt? Zum Beispiel, wenn es um sexuelle Nötigung oder noch schlimmere Dinge ging? Darauf werde ich Ihnen nicht antworten. Schade, dann wird mir nichts anderes übrig bleiben, als die Damen im Präsidium zu verhören. Brandt erhob sich, doch Anja Russler bedeutete ihm, mit einer Handbewegung sich wieder zu setzen. »Warten Sie! Lassen Sie Kerstin, Silvia und Carmen in Ruhe.« »Ich habe Schirner und Teichmann umgebracht.« »Sie?«, fragte Brandt, beugte sich nach vorn und sah Anja Russler zweifelnd an. »Beweisen Sie das!« Anja Russler stand wortlos auf, ging in die Küche und kam mit zwei Messern zurück, die sie in einem transparenten Plastikbeutel aufbewahrt hatte. »Hiermit habe ich diese Hurenböcke abgestochen. Das Blut ist noch dran. Ich wollte es nicht abwischen. Hier. Ich übergebe sie Ihnen zu treuen Händen.« Brandt nahm den Plastikbeutel, betrachtete die Messer, sah Anja Russler an, deren Lippen ein leichtes Lächeln umspielte und schüttelte den Kopf. Sie allein haben also Schirner und Teichmann umgebracht, mit diesen beiden Messern. Wie haben Sie das angestellt? »Eins in der rechten und das andere in der linken Hand und gleichzeitig zugestochen?«, fragte er ironisch. »Nein. Erst mit dem einen von vorn, dann mit dem anderen von hinten. Ich habe einfach wahllos draufgestochen. Sie werden auch nur meine Fingerabdrücke darauf finden, weil ich die Messer normalerweise für andere Dinge benutzt habe. In den beiden Nächten hatte ich aber Handschuhe an. Sind Sie rechts- oder Linkshänderin?« »Ich schreibe mit rechts, doch ich bin mit beiden Armen gleich stark. Ich weiß aber nicht, was das mit den Morden zu tun haben soll. Und verraten Sie mir freundlicherweise auch, welches Motiv Sie hatten? Was haben Ihnen die beiden getan? Anja Russlers Gesichtsausdruck wurde ernst und melancholisch zugleich. Sie nahm die Flasche, goß das Glas fast bis zum Rand voll, trank es in einem Zug leer, behielt es aber in der Hand. Ich wusste, Sie würden kommen, nachdem Sie das Video erhalten haben. Carmen hat mir erzählt, dass sie es Ihnen geschickt hat. Sie machte eine Pause, stellte das Glas zurück und steckte sich eine Zigarette an. Sie schob die Füße unter ihren Po und schien mit ihren Gedanken auf einmal weit weg. Ich war acht Jahre alt, als mein Vater eines Nachts in meinem Zimmer stand. Er sagte, er könne nicht schlafen und würde gern zu mir ins Bett kommen. Ich hatte schon geschlafen und bin einfach auf die Seite gerutscht, und er hat sich neben mich gelegt. Ich erinnere mich noch genau daran, wie plötzlich seine Hand mich streichelte. Erst den Rücken, dann die Brust, obwohl da noch überhaupt nichts war, und schließlich glitt seine Hand immer tiefer zwischen meine Beine. Ich war wie gelähmt, denn ich wusste ja nicht, was er von mir wollte, bis er sagte, dass ich ein sehr hübsches Mädchen sei. Sein Mädchen. Seine ekelhaften Finger spielten an mir herum, aber ich war unfähig, mich zu bewegen oder etwas zu sagen. Ich weiß noch, wie er mit einem Mal meine Beine spreizte. Und dann war da dieser unsägliche Schmerz. Ich wollte schreien, aber er hat mir den Mund zugehalten und gezischt, ich soll bloß still sein. Also war ich still. Sieben Jahre lang war ich still. Schließlich hatten wir ein Geheimnis, das keinem verraten werden durfte. Er hat gesagt, wenn ich jemandem davon erzählen würde, würden alle mit dem Finger auf mich zeigen, die Familie würde zerbrechen. Er könnte nicht mehr den Unterhalt für die Familie verdienen, und ich müsste in ein Waisenhaus. Also lag die ganze Schuld bei mir. Erst als ich fünfzehn war, sah ich einen Bericht über Missbrauchsopfer im Fernsehen und stellte fest, dass ich nicht allein war und dass die Täter fast immer nach dem gleichen Muster vorgingen. Als er in jener Nacht wieder zu mir kam, habe ich ihm klipp und klar zu verstehen gegeben, dass ich das nicht länger mitmachen würde, dass ich zur Polizei gehen würde, wenn er nicht sofort aus meinem Zimmer verschwende. Ich muss so überzeugend geklungen haben, dass er seit dieser Nacht nie mehr mein Zimmer betreten hat. Ich hatte gewonnen und doch verloren. Meine Kindheit hat nur acht Jahre gedauert, und meine Jugend war voll von den Erinnerungen an das, was mein Vater mir angetan hatte. Haben Sie Ihren Vater nie angezeigt? Nein, das war nicht möglich, denn mein Vater ist ein sehr angesehener Bürger. Er ist Pfarrer. In Egelsbach, wo ihn jeder kennt. Und Ihre Mutter? Sie weiß es, aber sie will es nicht wahrhaben. Auch das typische Muster. Ich bin, wie gesagt, der klassische Fall eines Missbrauchsopfers. Dazu zählt vielleicht auch, dass ich häufig wechselnde Beziehungen habe. Übrigens der wirkliche Grund, warum mein Mann und ich uns getrennt haben. Er hat es nicht mehr ausgehalten, wie ich ihn ein ums andere Mal betrogen habe. Dabei habe ich sie alle nur ausgenutzt. Manchen habe ich so wehgetan, psychisch und physisch, und ich habe es genossen. Inwiefern haben Sie Ihnen wehgetan? Niemand ist verletzbarer als ein geiler Mann. Und wenn er sich dazu noch in einen verliebt hat, das war jedes Mal ein wirklich geiles Gefühl. Warum erzählen Sie mir das alles? Das war nur die Einführung. Es war am 11. September 2001, jenem historischen Datum, als eine Schülerin, deren Namen ich nicht nennen werde, und am Nachmittag gegen drei in meine Sprechstunde kam und mir eine Geschichte erzählte, die ich erst nicht glauben wollte. Aber sie hat wie ein Häufchen Elend vor mir gesessen und hat so bitterlich geweint, dass ich ihr schließlich glauben musste, weil ich ja selbst einschlägige Erfahrungen gesammelt hatte. Sie hat mir gesagt, was Schirner und Teichmann so treiben. Aber ich hatte keine Beweise, und dieses Mädchen natürlich auch nicht. Sie haben sie erpresst, unter Drogen gesetzt und schließlich gemeinsam vergewaltigt. Anders kann ich es nicht nennen. Wie wurde sie erpresst? Wie kann man eine Schülerin erpressen, wenn sie sich nichts hat zu Schulden kommen lassen? Das ist ganz einfach. Schauen Sie, auf die Georg Büchner gehen viele Schüler, die aus guten Verhältnissen stammen. Manche haben ein ganz normales Elternhaus. Bei anderen kümmert es die Eltern recht wenig, was ihre Kinder so treiben. Aber ein paar setzen ihre Kinder unter einen enormen Leistungsdruck. Und ein Lehrer, der ein bestimmtes Ziel hat, findet relativ leicht heraus, bei wem es brennt, vor allem, wenn er Vertrauenslehrer ist. Und dann haben sie den Mädchen gesagt, Sie könnten ihnen helfen, bessere Noten zu kriegen, ohne natürlich gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. So wurde Vertrauen aufgebaut. Was für ein Hohn, wenn man bedenkt, dass Schirner Vertrauenslehrer war. Sie haben die Mädchen in Sicherheit gewogen, und dann, wenn diese nicht damit gerechnet hatten, haben sie eine Gegenleistung eingefordert. Schirner und Teichmann haben, obwohl dies nicht erlaubt ist, heimlich Nachhilfe gegeben. Und wenn eine Klassenarbeit oder eine Klausur trotzdem verhauen wurde, haben sie die Mädchen unter vier Augen die Arbeit schreiben lassen. Und plötzlich wurde aus einer ursprünglichen Fünf eine Zwei oder aus Drei Punkten Zehn oder Elf. Und glauben Sie mir, wenn einem so viel Gutes widerfährt, spricht man nicht mal mit der besten Freundin darüber, denn es ist ja schließlich ein Geheimnis, und man will ja solche wohltätigen Lehrer nicht in Misskredit bringen. So wurde zusätzliches Vertrauen aufgebaut. Die Mädchen fühlten sich sicher und behütet. Aber dann kam der Hammer, als Schirner und Teichmann ihr wahres Gesicht zeigten und ihre Forderung stellten. Andernfalls, so haben sie gesagt, würden sie den Eltern erzählen, dass ihre Kinder bei Klassenarbeiten bzw. Klausuren mehrfach betrogen hätten und dafür von der Schule verwiesen werden müssten. Die beiden hatten noch eine zusätzliche Sicherung eingebaut, indem sie die Arbeiten von anderen, besseren Schülern genommen haben. Die Mädchen haben sie abgeschrieben, selbstverständlich ein wenig verfälscht, aber immer noch so, dass man es leicht als Betrug hätte auslegen können. Und jetzt, Herr Brand, versetzen sie sich in die Situation einer solch labilen Schülerin. Für die bricht eine Welt zusammen, wenn sie mit einem Mal merkt, dass der so ehrenwerte und hilfsbereite Lehrer ein gemeiner Erpresser ist. Aber sie hatten keine Wahl, und so mussten sie sich wohl oder übel auf das Spiel mit dem Teufel einlassen. Und keine, außer der vom 11. September, hat jemals den Mund aufgemacht? Ich hab's doch auch nicht getan. Bis heute habe ich für mich behalten, was mein Vater mit mir angestellt hat. Nicht einmal mein Mann wusste davon. Ach, bevor ich's vergesse, ich hab Ihnen doch gesagt, dass ich mir eine Familie wünsche oder gewünscht habe, mit zwei oder drei Kindern. Das wäre aber niemals möglich gewesen, denn ich bin unfruchtbar. Auch das Werk meines lieben Herrn Vater. Das tut mir leid, Frau Wussler. Was soll's? Ist nicht mehr zu ändern. Wissen Sie, wie viele Mädchen es insgesamt waren, die von Schirner und Teichmann zu sexuellen Handlungen genötigt wurden? Achtzehn in den vergangenen fünf Jahren, antwortete sie trocken. Und was ist mit Namen? Eher beiß ich mir die Zunge ab. Sie machte eine Pause und zündete sich eine weitere Zigarette an, inhalierte tief und blies den Rauch durch die Nase aus. Sie haben alles auf Video dokumentiert. Sie haben immer diese Kutten getragen, und sie haben den Mädchen vorher immer Drogen gegeben, die sie unter einen Drink gemischt haben. Und mit den Videos hatten sie die Mädchen in der Hand. Ich habe das Mädchen gefragt, ob es noch andere Schülerinnen gibt, die so etwas durchgemacht haben. Aber sie konnte es mir nicht sagen, weil sie mit niemandem darüber gesprochen hat. Nicht einmal mit ihrer besten Freundin. Also habe ich mich an Schirner rangemacht, obwohl der ja mehr auf richtig junges Fleisch gestanden hat, und der werte Herr hat sich nicht lange bitten lassen. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe es genossen, mit ihm zu schlafen, weil er gut war, aber in meinem Hinterkopf war immer der Gedanke an dieses Mädchen. Trotzdem, ich wusste, ich würde keine Ruhe finden, bis ich nicht sicher war, ob die Version des Mädchens stimmte oder nicht. Auch wenn Schirner nie den Eindruck erweckte, als würde er sich an Schutzbefohlenen vergreifen, wie es so schön heißt. Und dann kam die Sache mit Maureen. Warten Sie, bevor Sie fortfahren, wurde sie von Brandt unterbrochen. Haben Sie mit den betroffenen Mädchen gesprochen? Anja Russler steckte sich eine weitere Zigarette an und erwiderte ganz ruhig. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Haben Sie denn wenigstens versucht, herauszufinden, ob auch noch andere außer den 18 betroffen waren? Sagen Sie mir, wie ich das hätte anstellen sollen. Hätte ich alle Mädchen, die zu mir in die Sprechstunde kamen, fragen sollen, ob sie von diesen beiden Bastarden sexuell belästigt oder gar missbraucht wurden? Nein. Wem auch immer etwas von Schirner und Teichmann angetan wurde, die Initiative hätte vom Opfer ausgehen müssen, wie bei mir damals. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei Maureen. Ich hatte bemerkt, dass mit ihr etwas nicht stimmte und habe gebohrt, weil ich eben diesen furchtbaren Verdacht hatte. Aber sie wollte mir nicht sagen, was mit ihr war. Und dann hat sie sich das Leben genommen. Ich habe danach mit Kerstin und Sylvia gesprochen, weil sie ja die besten Freundinnen von Maureen waren, aber auch die waren stumm wie Fische. Also blieb mir nur noch der Versuch, über Teichmann die Wahrheit herauszukriegen. Hm, dumm, meine Güte. Der hat einen Traum von einer Frau zu Hause, aber das hat ihm nicht gereicht. Der war süchtig nach Abwechslung. Sein Pech war nur, dass er gerne mal einen über den Durst getrunken hat. Und einmal war er so gut drauf, dass ich ihn wie beiläufig gefragt habe, warum die Noten von Kerstin und Sylvia so gut sind. Er hat gelacht und gemeint, es gäbe schon Mittel und Wege, wie man sowas deichselt. Sie müssten nur nett sein, und dann würde das mit den Noten auch klappen. Das war für mich der endgültige Beweis, dass das Mädchen nicht gelogen hatte, aber auch der Beweis, dass Maureen sich genau deshalb umgebracht hat. Sie drückte ihre Zigarette aus und zündete sich gleich eine neue an und trank den Whisky. »Und warum haben Sie diesmal nicht die Polizei eingeschaltet?« Anja Russler lachte höhnisch auf. »Was hätte ich denn sagen sollen?« »Hallo! Da sind zwei angesehene Lehrer an einem noch angesehenerem Gymnasium in Langen, die ihre gottverdammten Schwänze in Schülerinnen stecken und ihnen dafür gute Noten geben? Einer davon ist der stellvertretende Direktor und Vertrauenslehrer. Und er ist ein Ethiker, wie er im Buche steht. Ethik und Moral wird bei ihm besonders groß geschrieben, müsst ihr wissen. »Hätte ich das sagen sollen?« »Mein Gott! Ich hatte doch keine Beweise.« Und wer sich an unserer Schule auskennt, weiß, dass man gegen Schirner und Teichmann nie eine Chance gehabt hätte. Die beiden waren so ausgekocht, so verdammt ausgekocht, und sie hatten eine unglaubliche Rückendeckung innerhalb des Kollegiums. Schirner war unantastbar und Teichmann stand ihm kaum nach. Aber das Video! Das Video! Was für ein exzellenter Beweis, stieß sie höhnisch auflachend hervor. »Ich hab's mir angesehen. Ich habe mir diese verfluchte, dreckige Scheiße angesehen. Sie kennen's ja und wissen, dass man damit nichts, aber auch rein gar nichts hätte beweisen können. Und... Moment. Wann haben Sie das Video gesehen?« wurde sie von Brand unterbrochen, der sich an die Worte von Carmen erinnerte, die gesagt hatte, das Video nach dem Tod ihres Vaters in dessen Arbeitszimmer gefunden zu haben. Vor knapp drei Wochen. Mir hat sich der Magen umgedreht, als ich die Bilder sah. Und woher hatten Sie das Band? Das bleibt mein kleines Geheimnis. Es ist auch unwichtig. Nein, ist es nicht. Frau Schirner hat mir gesagt, sie habe das Video erst am Mittwoch gefunden. So, hat sie das? Vielleicht gibt es ja noch mehrere Kopien davon. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Und wo ist Ihre Kopie jetzt? Ich habe sie vernichtet. So, Sie haben sie also vernichtet, so wie Frau Schirner die restlichen Bänder vernichtet hat, fuhr Brand sie lauter an, als er wollte. Frau Russler, ich habe schon viele absurde Geschichten gehört, aber diese gehört in die Kategorie extrem absurd. Wie Sie meinen? Ich hatte mir jedenfalls eines vorgenommen. Sollte ich jemals wieder mit solchen Schweinereien, wie sie mein Vater begangen hat, konfrontiert werden, dann würde ich alles, aber auch wirklich alles in meiner Macht Stehende tun, damit diese verfluchten Bastarde ihre gerechte Strafe erhalten. Und das haben sie. Ich habe ihnen ihre gottverdammten Schwänze abgeschnitten, mit denen sie so viel Unheil angerichtet haben. Und jetzt können sie mich festnehmen. Die Tatwaffen haben sie, mein Geständnis auch. Ich ziehe mir nur schnell was über. Warten Sie noch! Warum haben Sie den Hund von Schirner am Leben gelassen und den von Teichmann nicht? Henry kenne ich gut. Deshalb habe ich ihn auch in der Nähe des Tierheims angebunden. Er hätte mich nicht verraten. Teichmanns Hund, ich weiß nicht mal, wie er heißt, kannte ich nicht. Er hätte mich also relativ leicht bei einer sogenannten Gegenüberstellung identifizieren können. Sie wissen ja, wie Hunde sind. Logisch, oder? Also gut, ziehen Sie sich an. Wir fahren aufs Präsidium, wo Sie Ihr Geständnis aufs Band sprechen werden. Erst danach wird die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl ausstellen, und Sie werden vorläufig in Untersuchungshaft kommen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass unser eben geführtes Gespräch bedeutungslos ist, weil es nicht dokumentiert wurde. Im Präsidium werde ich Sie ausführlich über Ihre Rechte aufklären. Ich kenne meine Rechte. Sie trank ihren Whisky, schenkte sich ein letztes Mal nach und trank auch dieses Glas leer. Anja Russler stand auf und begab sich mit sicherem Gang ins Schlafzimmer. Sie ließ die Tür offen, entkleidete sich, bis sie vollkommen nackt war. Es schien Sie nicht zu stören, dass Brandt alles sehen konnte. Sie hatte eine fabelhafte Figur, sehr schlank, kleine feste Brüste, eine schmale Taille, lange, schlanke Beine und einen Po, um den Sie bestimmt viele Frauen beneidet hätten. Sie kam an die Tür, lehnte sich gegen den Rahmen und sagte mit lastivem Augenaufschlag, »Würden Sie mit mir schlafen wollen?« »Ziehen Sie sich an. Ich habe heute noch etwas vor,« erwiderte Brandt, milde lächelnd. »Schade. Es wäre das letzte Mal für eine lange, lange Zeit.« Samstag, 18.25 Uhr »Ist das wirklich wahr? Hast du Schirner und Teichmann ermordet?« fragte Elvira Klein, die sich nicht hinter den Schreibtisch, sondern schräg neben Anja Russler gesetzt hatte. »Ist wohl so,« antwortete Anja Russler schulterzuckend. »Sie haben es nicht anders verdient.« »Warum?« »Das habe ich doch alles schon Herrn Brandt gesagt.« »Sag's mir trotzdem. Ich will es aus deinem Mund hören.« Sie stand auf, streckte sich, fuhr mit einer Hand über die große Karte, die den Bereich der Kripo Offenbach zeigte, und sagte, »Ich hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Ich kann mich noch erinnern, wie du Schirner vergöttert hast.« »Ich habe ihn nicht vergöttert,« verteidigte sich Klein. »Ich habe ihn nur gemocht.« »Das ist wohl ein Unterschied.« »Du hast ihn vergöttert.« »Ich kenne kaum einen Menschen, der ihn nicht vergöttert hat.« »Erinnerst du dich noch an diese Sommernacht im Juni, kurz vor den Ferien, als er mit uns allen auf den Feldberg gefahren ist und uns etwas über Stille erzählt hat?« »Ja«, sagte Klein nach kurzem Überlegen. »Er hat uns erklärt, was Stille ist, wahre Stille.« »Hätte er doch nur das vorgelebt, was er uns gelehrt hat, er würde heute noch leben.« Über den Frieden und die Stille, die er predigte, waren etwas, das er selber nicht kannte. Sonst hätte er diese Sachen nicht gemacht. Die Mädchen, die von ihm sexuell genötigt wurden, waren doch alt genug, um Nein zu sagen. Mit 16, 17 oder gar 18 lässt man sich heute nicht mehr so leicht unter Druck setzen. »Ich merke schon, du verstehst mich nicht. Du siehst nur schwarz und weiß, aber die Zwischentöne siehst du immer noch nicht. Doch das ist jetzt unwichtig, wir haben uns alle im Laufe, der Jahre verändert. Aber warum hast ausgerechnet du ihn umgebracht?« »Sagte ich doch schon. Er hat es verdient. Er durfte nicht länger ungestraft Dinge tun, die andere kaputt gemacht haben.« »Woher weißt du das alles?« »Es ist alles auf Band. Hör es dir an und bilde dir dein eigenes Urteil. Ich habe nur getan, was ich tun musste, weil er sonst nie aufgehört hätte. Er war 50 und hätte noch etliche Jahre so weitermachen können. »Wirst du die Anklage vertreten?« »Ich denke schon, aber du wirst einen guten Anwalt brauchen. Hast du einen?« »Nein.« »Kannst du mir einen empfehlen?« Elvira Klein kniff die Lippen zusammen und sah Anja Rusla an. »Eigentlich dürfte ich das nicht, aber der hier ist ein Ass.« Sie schrieb den Namen und die Telefonnummer auf und ließ den Zettel auf dem Tisch liegen. Dann begab sie sich zu Eberl und Brandt. Samstag, 19.35 Uhr. Elvira Klein blickte Brandt lange an. »Wie sind Sie auf Frau Rusla gekommen?« Es war eine Eingebung. Ich wusste ja, dass sie was mit Schirner hatte. Und da sie Vertrauenslehrerin ist, dachte ich, wenn eine missbrauchte Schülerin sich überhaupt jemandem anvertraut hat, dann ihr. Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte so eine Ahnung. »Gratuliere. Gute Arbeit. Damit hätten wir den Fall gelöst.« »Wir«, dachte er, »natürlich wir. Warum nicht gleich du ganz allein?« »Der Fall ist wahrscheinlich noch nicht gelöst. Frau Rusla kann es meines Erachtens nicht allein gemacht haben, auch wenn sie das Gegenteil behauptet. Sie hatte mindestens eine Komplizin. Lassen Sie mich raten, Sie haben schon jemanden im Visier, wollen mir aber den Namen nicht nennen, so wie Sie mir verschwiegen haben, dass Frau Rusla und Schirner ein Verhältnis hatten,« fragte sie lächelnd. »Da kommen viele in Betracht.« »Herr Brandt, ich kenne Sie zwar noch nicht so lange, aber Sie haben zumindest einen Verdacht, wer es sein könnte. Das sehe ich Ihnen an.« Brandt musste lächeln. »Wie hatte Andrea doch gleich gesagt?« »Die Kleine ist nicht so übel, wie sie sich immer gibt.« Er fuhr kurz zu Hause vorbei, packte schnell frische Socken, Unterwäsche, eine Jeans und ein Sweatshirt ein, sowie Rasierzeug und ein Eau de Toilette, rief bei seiner Stammpizzeria an und bestellte zwei Pizzas mit Doppelsalami, Peperoni und Zwiebeln. Als er sie abholte, nahm er auch gleich noch eine Flasche Rotwein mit. Es war fast halb neun, als er bei Andrea Sievers klingelte. Samstag, 20.30 Uhr. »Was hat denn jetzt so lange gedauert?« fragte Andrea und brachte die Gläser für den Rotwein, den sie zu den Pizzas trinken wollten. »Ich habe Frau Russler verhaftet, das heißt, ich habe das Gefühl, sie wollte sich verhaften lassen. Eine üble Geschichte.« Er zog seine Jacke aus und hängte sie an den Kleiderhaken im Flur. »Hat sie die Morde begangen?« fragte sie beim Essen. »Sie war zumindest beteiligt, eine junge Lehrerin in deinem Alter. Je länger ich darüber nachdenke, desto wütender werde ich.« »Hattest du eine schöne Kindheit?« »Ich kann mich nicht beklagen. Warum fragst du so komisch?« Frau Russler hatte einen ganz besonderen Vater, Pfarrer, angesehen, und er hat sie über Jahre hinweg missbraucht. Ihre Kindheit war vorbei, als sie acht war. Sie ist eine ehemalige Schulkameradin von unserer Staatsanwältin. Sie hat mir ihre ganze Geschichte erzählt, und wenn du sowas hörst, willst du eigentlich nur noch hingehen und diesen sogenannten Vater eigenhändig erwürgen oder breitbeinig über einen Stacheldrahtzaun ziehen. Weiß Elvira schon davon? Sie hat sogar schon mit ihr gesprochen. Ich bin nur gespannt, wie sie sich verhält, wenn sie im Prozess die Anklage vertreten sollte. Aber die Russler hat mindestens einen Komplizen oder eine Komplizin. Das geht eindeutig aus der Obduktion von Teichmann hervor. Sie wird den Namen nicht verraten, selbst wenn man ihr mit dem Tod drohen würde, aber es kann meiner Meinung nach nur eine von den drei jungen Damen sein. Auf welche würdest du denn tippen? Andrea zuckte mit den Schultern. Wenn du mich so fragst, entweder Silvia oder Kamel. Kerstin ist nicht abgebrüht genug, die ist mir zu introvertiert und zurückhaltend. Brandt hatte aufgegessen und lehnte sich zurück, das Glas Wein in der Hand. Er trank aus und winkte plötzlich ab. Aber das sind alles nur Spekulationen, und außerdem können wir den Abend besser verbringen, als Theorien über potenzielle Mörder aufzustellen. Du wirst das schon machen, sagte Andrea, räumte den Tisch ab, faltete die Kartons und warf sie in den Müllbeutel. Als sie zurückkam, saß Brandt auf der Couch. Sie setzte sich zu ihm und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Da war wieder der Duft ihrer Haare und ihrer Haut. Sie nahm seine Hand und streichelte über seine Finger. Wie schnell doch manche Dinge gehen, sagte sie leise. Gestern waren wir zum ersten Mal aus, Du bist gleich mit zu mir gekommen. Wir haben miteinander geschlafen und Du bist mir so vertraut, als wären wir schon seit zwanzig oder dreißig Jahren verheiratet. Könntest Du Dir vorstellen, mit mir zusammen zu bleiben? Ich meine, so richtig zusammen zu bleiben? Warum nicht? Meine Wohnung ist groß genug? Heißt das, ich müsste nach Offenbach ziehen, in dieses Kaff? sagte sie lachend. Oh, Offenbach ist schön, Offenbach ist chaotisch, und es hat einen großen Vorort, Frankfurt. Sonntag, 13.25 Uhr Obwohl die Sonne wie schon seit Tagen von einem wolkenlosen blassblauen Himmel schien, lag die Siedlung, in der die Schirners wohnten, wie ausgestorben. Keine Katze, kein Hund, kein Mensch war zu sehen, als er einen Parkplatz im Meisenweg fand. Er stellte den Motor ab, stieg aus und drückte auf die Funkfernbedienung. Das Schloss rastete ein. Der Wind war kalt und böig, er lief mit ausgreifenden Schritten zum Haus der Schirners. Kein Wunder, dachte Brandt, dass keiner auf die Straße geht. Carmen Schirner öffnete ihm, als hätte sie ihn bereits erwartet. Hallo, sagte Brandt, ich bin leider schon wieder hier. Hallo, kommen Sie rein. Aber ich hätte schwören können, Sie würden das Fünf-Uhr-Ultimatum abwarten, bevor Sie hier auftauchen. So kann man sich irren. Frau Schirner, haben Sie sich inzwischen überlegt, ob Sie mir nicht doch die volle Wahrheit sagen wollen? Hab ich. Und meine Antwort ist Nein. Das heißt, ich habe Ihnen keine andere Wahrheit zu bieten, als die, die ich Ihnen bereits gestern gesagt habe. Brandt nickte, fuhr sich mit der Zunge über die rechte Innenseite der Backe und lächelte kaum merklich. Er betrachtete die junge Dame, die die Beine übereinander geschlagen und ihre Arme auf die Lehnen gelegt hatte. Trotzdem werden Sie doch sicherlich einige Fragen wahrheitsgemäß beantworten, auch wenn es nur Ihre bescheidene Wahrheit ist, oder? Selbstverständlich. Fragen Sie. Ich nehme an, Sie kennen Frau Russler, Frau Anja Russler. Ja, ich kenne Sie. Ich hatte Sie in der Dreizehn in Englisch und Sport. Warum fragen Sie nach ihr? Nun, ich will es kurz machen. Frau Russler wurde gestern verhaftet und hat die Morde an ihrem Vater Vater Herrn Teichmann gestanden. Carmen, die bis dahin völlig ruhig da gesessen hatte, wurde mit einem Mal Kreide bleich. Ihre Hände kreilten sich in die Lehnen, ihre Augen verengten sich zu winzigen Schlitzen, ihre Mundwinkel zuckten verdächtig. Was? Sie hat die Morde gestanden? Dann ist's ja gut. Dann brauchen Sie ja meine Hilfe nicht mehr. Frau Schirner, ich weiß nicht, ob ich Ihre Hilfe brauche, aber Frau Russler könnte sie möglicherweise brauchen. Wissen Sie, ich habe in den letzten Tagen so nach und nach die Puzzleteilchen zusammengelegt und bin dabei, auch die letzten wenigen einzufügen. Etwas fehlt noch, aber ich denke, es wird nur noch eine Frage von Stunden sein, bis ich das ganze Bild zusammen habe. Sie sind mit Frau Abele und Frau Esslinger befreundet. Sie haben mir das Video geschickt und Sie kennen Frau Russler. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Gestern? Vorgestern? Oder vielleicht Dienstagnacht? Und Donnerstag? Nacht? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Also gut, ich bin es leid, um den heißen Brei herumzureden. Sie sind auch mit Frau Russler befreundet, zumindest gehe ich davon aus. Sind Sie es oder sind Sie es nicht? Hat sie Ihnen das gesagt? fragte Kramen zurück, die allmählich ihre alte Ruhe wiederfand. Nein, hat sie nicht. Aber Sie kennen doch das Gedicht »Die Bürgschaft«. Jeder Abiturient hat das irgendwann einmal durchgenommen. Ich muss Sie enttäuschen, aber ich kenne dieses Gedicht nicht. So etwas wurde vielleicht zu Ihrer Zeit in der Schule besprochen. Heute liest man Bücher wie »Homo Faber« oder das Glasperlenspiel, vielleicht auch einmal »Faust«, »Aber den kann ich auch mehr vom Hören sagen.« Um was geht's denn in diesem Gedicht? Freundschaft. Es handelt von Freundschaft. Damon, der Held der Geschichte, will den Tyrannen töten, wird aber von dessen Leibwächtern vorher erwischt. Damon hat keine Angst vor dem Tod. Er bittet aber den Tyrannen um drei Tage Frist, bis er seine Schwester verheiratet hat. Als Bürgschaft bietet er ihm seinen besten Freund an und sagt, dass der Tyrann ihn töten dürfe, wenn er nicht wiederkommen sollte. Der Tyrann lässt sich auf den Deal ein und Damon rennt los, verheiratet seine Schwester und eilt zurück. Es folgen allerlei Hindernisse, dass er fast verzweifelt. Carmen fiel ihm ins Wort, es stellen sich ihm Räuber in den Weg. Er erlegt drei von ihnen und kommt fast zu spät, denn sein Freund wird bereits am Kreuz hochgezogen und als der Hüter des Hauses, Philostratus, ihn sieht, fleht er ihn an, wieder zu gehen, sonst würde auch er sterben. Aber er will zu seinem Versprechen stehen und auf keinen Fall seinen Freund sterben lassen, dann schon lieber mit ihm zusammen in den Tod gehen. Das Volk ist gerührt und der Tyrann auch. Er sagt, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, so nehmend auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Ein sympathisches Lächeln zeichnete sich auf ihren Lippen ab, als sie sagte, habe ich die letzten Zeilen richtig wiedergegeben? Perfekt! Würden sie einem Freund oder einer Freundin nicht auch so beistehen? Einer für alle? Alle für einen? Sie halten mich für die Mörderin meines Vaters und von Teichmann, sagte sie, und es klang wie eine Feststellung. Was hat Frau Rüßler gesagt? Sie hat ihren Namen nicht genannt. Sie würde sich eher die Zunge abbeißen, als zu sagen, wer ihr geholfen hat, diese Schweine zu töten. Sie ist bereit, die ganze Schuld auf sich zu nehmen, obwohl sie diese Taten unmöglich allein begangen haben kann. Jemand muss ihr geholfen haben. Ich meine, wenn Freundschaft jemals gefragt war, dann jetzt. Denken Sie drüber nach. Ich bin sicher, dass Sie eine Freundin niemals im Stich lassen würden. Carmen sah Brandt traurig an und antwortete, würden Sie einen Freund im Stich lassen? Ist Freundschaft nicht auch nur ein Wort? Kerstin und Maureen waren angeblich die besten Freundinnen, aber Maureen hat nie ein Wort über das verloren, was mein Vater ihr angetan hat. Warum nicht? Können Sie mir das sagen? Vielleicht, weil sie sich schämte. Muss man sich vor einem wahren Freund für irgendetwas schämen? Ist ein Freund nicht jemand, der rund um die Uhr erreichbar ist, der alles für einen tun würde, selbst wenn es ihn eine Menge Kraft und Geld kosten sollte? Ich habe jedenfalls diese verklärte Vorstellung von Freundschaft. Hat mein Vater doch recht gehabt, als er sagte, es gäbe keinen Gott, kein Leben nach dem Tod? War er vielleicht im Recht mit allem, was er getan hat? Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Niemals ist jemand im Recht, wenn er andere in seinem Fall Schwächere zu Dingen zwingt, die diese eigentlich nicht wollen, aber sie tun müssen, weil sie erpressbar sind. Und das waren diese Mädchen, erpressbar. Aber sie wussten nicht, auf was sie sich eingelassen hatten. Sie haben mir ihren Vater gestern in sehr derben Worten geschildert, und ich bin überzeugt, es war die Wahrheit. Es gibt Freundschaft und es gibt Wahrheit. Und sie wissen sehr wohl, was Freundschaft ist, und sie können Wahrheit von Lüge unterscheiden. Sie sind eine sehr kluge junge Frau, und ich kann mich nur wiederholen, ich glaube nicht, dass sie eine Freundin in der Zeit größter Not im Stich lassen würden. Wie kommen sie überhaupt darauf, dass Frau Russler und ich befreundet sein könnten? Ich spreche nicht unbedingt von Frau Russler. Carmen lachte kurz und kehlig auf und sagte, ich denke, ich habe sie verstanden. Wenn Sie jetzt bitte gehen würden, ich möchte mich auch ein wenig hinlegen. Ruhen Sie sich aus und geben Sie mir Bescheid, wenn möglich noch heute. Ich fahre jetzt ins Präsidium und bin dort bis um fünf zu erreichen. Ansonsten sehen wir uns morgen früh um neun. Sonntag, 14.15 Uhr. Als er das Büro betrat, hing immer noch der Geruch kalten Rauchs in der Luft. Er ging zum Fenster, öffnete es, die kalte Luft strömte herein, zu kalt für ihn, weshalb er es sich für einige Minuten auf Nicole Eberls Sessel bequem machte. Er legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Am liebsten wäre er ins Bett gegangen und hätte geschlafen. Warum bin ich überhaupt hier? fragte er sich. Ich könnte genauso gut bei Andrea auf den Anruf warten. Brandt schaute wieder zur Uhr. Drei vor fünf. Er hatte sich wohl doch in Carmen getäuscht. Also würde er sie morgen von einem Streifenwagen abholen und herbringen lassen. Er ging in Eberls Büro, nahm den Telefonhörer in die Hand und tippte die Nummer von Andrea ein, als sein Telefon klingelte. Er legte schnell wieder auf, rannte in sein Büro und nahm ab. Ja? Sie haben gesagt, ich soll bis fünf anrufen. Ich dachte mir aber, es wäre vielleicht besser, wenn ich persönlich vorbeikommen würde. Kann ich hochkommen? Wo sind Sie? Beim Pferdner. Erster Stock, dritte Tür links, mein Name steht dran. Sie legte einfach auf. Brandt kniff die Augen zusammen. Was zum Teufel soll das? fragte er sich. Warum kommt sie her? Er setzte sich hinter seinen Schreibtisch und starrte an die Tür. Kurz darauf hörte er Schritte auf dem Gang und dann ein zaghaftes Klopfen. Kommen Sie rein! Carmen Schirner machte die Tür weit auf und trat ein. Hinter ihr Kerstin Abele und Silvia Esslinger. Hier sind wir. Ich habe meinen Vater und Teichmann umgebracht. Ihre Stimme klang fest und klar. Okay, aber warum haben Sie sich Verstärkung mitgebracht? fragte Brandt, der aufgestanden war, die Hände in den Hosentaschen vergraben. Ich habe Herrn Schirner und Herrn Teichmann umgebracht, sagte Silvia Esslinger mit ebenso fester Stimme, und diesmal war kein spöttisches Aufblitzen in ihren Augen. Moment, Sie behaupten also... Ich habe Herrn Schirner und Herrn Teichmann umgebracht, wurde er von Kerstin Abele unterbrochen, die überraschend ruhig wirkte. Panth war sprachlos. Er fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar. Mit allem hatte er gerechnet, doch nicht damit. Er setzte sich, stand aber gleich wieder auf, um aus Eberls Büro noch einen Stuhl zu holen, weil in seinem nur zwei waren. Bitte, nehmen Sie Platz. Er wartete, bis sie sich gesetzt hatten. Er selbst blieb stehen und sah von einer zur anderen. Er wunderte sich über die Ruhe, die alle drei ausstraten, eine Ruhe, die er bisher nur bei Verbrechern gesehen hatte, denen mit einem Mal alle Last von den Schultern gefallen war. Sie wollen mir allen Ernstes weismachen, dass Sie alle drei zusammen mit Frau Rüssler die Taten begangen haben? Warum lügen Sie? Herr Brandt, antwortete Carmen Scharf, wir lügen nicht. Nachdem Sie vorhin gegangen waren, habe ich Kerstin und Silvia angerufen und ihnen gesagt, dass wir Anja helfen müssen. Es geht schließlich um die Wahrheit und vor allem um Freundschaft. Sie erinnern sich doch noch, oder? Gut, dann werde ich jetzt einen Beamten kommen lassen, der mit jeweils zwei von Ihnen in das Nebenzimmer geht, während ich jede von Ihnen einzeln befragen werde. Wäre es Ihnen recht, wenn Frau Eberl dabei ist? Sehr sogar, sagte Carmen. Eberl erschien nur neun Minuten nach dem Anruf. Sie war außer Atem, als sie ins Büro kam. Sie legte die Stirn in Falten, wie immer, wenn ihr etwas nicht ganz geheuer war, zog ihre Jacke aus und warf sie in ihrem Büro auf den Schreibtisch. Ist das hier eine außerordentliche Versammlung? fragte sie gespielt scherzhaft. Nicole, das ist kein Witz, aber die drei jungen Damen behaupten, an den Morden beteiligt gewesen zu sein. Was? Alle drei? Das würde ja bedeuten, dass wir es mit vier Täterinnen zu tun haben. Und? Haben Sie damit ein Problem? fragte Carmen, die Sprecherin, spöttisch. Es wird sich schon noch herausstellen, ob Sie die Wahrheit sagen, entgegnete Eberl. Wir werden Sie jetzt vernehmen und dann weitersehen, sagte Brandt. Wir fangen mit Ihnen an, Frau Schirner. Frau Abele und Frau Esslinger gehen mit dem Beamten ins Nebenzimmer. Bei der Vernehmung wird ein Tonband mitlaufen. Ich muss Sie aber trotzdem fragen, ob Sie aus freien Stücken hier sind. Ja. Dann brauche ich Sie über Ihre Rechte nicht aufzuklären. Ich kenne meine Rechte. Ich habe mit Anja, Frau Rüssler, schon vor Tagen darüber gesprochen. Brandt schaltete das Tonband ein und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Vernehmung Frau Carmen Schirner Sonntag, 16. Februar 2003 Beginn 17.35 Freiwillig erschienen, um eine Aussage in den Tötungsfällen Rudolf Schirner und Eberhard Teichmann zu machen. Frau Schirner wurde über ihre Rechte belehrt. Brandt sah Carmen an und begann. Frau Schirner, Sie haben bei unserem ersten Gespräch am Mittwoch gesagt, Sie seien zum Zeitpunkt der Tat in ihrer Wohnung in Frankfurt gewesen. Möchten Sie dies revidieren? Ich bin am Dienstagabend um 20 Uhr in Frankfurt losgefahren, um mich mit Anja, Kerstin und Silvia zu treffen. Das Treffen fand bei Anja statt. Für das Protokoll. Anja, Kerstin und Silvia sind gleichbedeutend mit Anja Rüssler, Kerstin Abede und Silvia Esslinger. Ist das korrekt? Ja. Ist Rauchen hier erlaubt? Brandt schob den Aschenbecher über den Tisch. Carmen zündete sich eine Zigarette an. Sie inhalierte zweimal tief, schloss dabei die Augen und sagte, Ich habe erst Kerstin und anschließend Silvia abgeholt. Wir haben im Auto noch einmal darüber gesprochen, ob wir das wirklich durchziehen wollen, und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es die einzige Möglichkeit ist, dem unsäglichen Treiben meines Vaters und seines Freundes ein Ende zu bereiten. Anschließend sind wir zu Anja gefahren, wo wir um kurz vor halb zehn eingetroffen sind. Dort haben wir im Kreis gekniet, uns bei den Händen gefasst und uns geschworen, den Tod von Maureen sowie die Schändungen, Erpressungen und Drohungen zu rächen. Wir haben uns versprochen, dass wir, sollte eine von uns verhaftet werden, uns alle gemeinsam der Polizei stellen würden. Wir haben jeder noch eine Tasse Tee getrunken und uns um fünf vor halb elf auf den Weg zum Wald gemacht. Wir sind mit Anjas Auto gefahren, das wir an der Bundesstraße geparkt haben. Von dort brauchten wir zehn Minuten bis zu der Stelle, wo mein Vater jeden Abend mit Henry vorbeikam. Wir waren um zehn vor elf an der kleinen Kreuzung und haben gewartet. Es war durch die sternenklare Nacht und den zunehmenden Mond sehr hell, sodass wir ihn leicht erkennen konnten. Außerdem knirschten seine Schuhe auf dem gefrorenen Boden. Um zwölf Minuten nach elf ist Anja nach vorne getreten und hat ihn angesprochen und gesagt, dass sie nicht schlafen könne. Sie haben sich kurz unterhalten. Anja tat so, als würde sie sich verabschieden, hatte dann aber angeblich noch eine Frage. In dem Augenblick bin ich von hinten »Wie oft ungefähr?« »Ich kann es nicht sagen, aber ich schätze so um die zwanzig Mal. Und Frau Russler? Sie hat von vorne zugestochen. Wir hatten insgesamt zwei Messer. Wer hat zuerst zugestochen? Sie oder Frau Russler? Ich. Und Frau Abele und Frau Esslinger? Anja und ich haben ihnen die Messer gegeben und sie haben ebenfalls noch ein paar Mal zugestochen. Brand sah eberfragend an. Doch sie schüttelte nur den Kopf. Wie haben sie das mit dem Hund gemacht? Er war doch an ihren Vater gewöhnt und hätte niemals zugelassen, dass ihm etwas passiert. Hat er nicht gebellt oder gejault? Nur kurz gejault. Aber ich habe ihn schnell beruhigt und bin mit ihm weggerannt, damit er gar nicht erst auf die Idee kommt, an dem Blut zu lecken. Außerdem kannte er Anja recht gut. Sie hatte ja schließlich bis Oktober ein Verhältnis mit meinem Vater. Hat ihr Vater den Hund mit zu Frau Russler genommen? Mehrere Male sogar. Deshalb war er mit Anja sehr vertraut und hat auch nicht angeschlagen, als er sie gesehen hat. Aber ein Hund riecht doch fremde Personen und wird nervös. Sie scheinen sich mit Hunden auszukennen. Aber erkannte auch Kerstin und Silvia. Woher? Fragen Sie sie selbst? Nennen Sie mir noch mehr Details der Taten, forderte Brandt sie auf. Sie meinen das mit dem Kastrieren? sagte sie suffisant lächelnd. Das war ein kleiner Spaß, den wir uns erlaubt haben. Zum Glück waren unsere Messer scharf genug. Wer hat das gemacht? Wir alle vier. Aber da waren mein Vater und Teichmann bereits tot. Wer hatte die Idee zu den Morden? Wir alle vier, antwortete Carmen noch einmal, ohne dem bohrenden Blick von Brandt auszuweichen. Aber irgendeine muss doch die Initiative ergriffen haben. Wer war das? Ich. Und wann ist dieser Plan gereift? Als Anja und ich erfahren haben, dass mit Kerstin das gleiche geschehen war, wie mit Maureen. Was meinen sie mit das gleiche? Auch das wird ihnen Kerstin nachher sagen, obwohl sie sich das sicherlich denken können. Und Sylvia? Sie ist kein direktes Opfer und doch betroffen, weil Maureen und Kerstin sehr gute Freundinnen von ihr waren bzw. sind und noch ein anderes Mädchen, das sie gut kennt, zu sexuellen Handlungen gezwungen wurde. Wie heißt dieses andere Mädchen? Darauf kann ich ihnen keine Antwort geben. Brand drückte die Pausetaste und dachte kurz nach, bevor er das Band weiter laufen ließ. Er musste an die Videos und an die Namen gelangen. Von wie vielen Opfern sind ihnen die Namen bekannt? Von 18. Frau Schirner, wenn ich ihnen zusage, dass alle Opfer anonym bleiben, das heißt, weder die Presse noch irgendwer sonst außerhalb dieses Gebäudes oder des Gerichtssaal davon erfährt, würden sie mir dann die Namen nennen und auch die Videos geben? Carmen blickte zu Boden. In ihr arbeitete es. Sie fuhr sich mit der Zunge über die sprühen Lippen. Nur wenn ich diese Zusicherung nicht nur von ihnen, sondern auch vom Staatsanwalt und dem Richter bekomme, und zwar schriftlich. Diese Zusicherung wird meinem Anwalt übergeben, der sie aufbewahrt, um bei einer eventuellen Nennung auch nur eines Namens entsprechende Schritte einzuleiten. Diese Zusicherung garantiere ich ihnen. Aber sagen sie, sie reden fast wie ein Anwalt, obwohl sie erst zwanzig Jahre alt sind. Wir haben uns lange unterhalten und alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Entschuldigen sie, wenn ich ihnen zu erwachsen klinge, sagte sie kühl. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich habe mich nur gewundert. Sie haben vorhin gesagt, die Initiative ging von ihnen aus. Können sie mir Gründe dafür nennen? Carmen veränderte ihre Haltung ein wenig, indem sie die Beine übereinander schlug und die Hände faltete. Ich habe meinen Vater geliebt, ich habe ihn verehrt. Ich glaube, ich habe ihn sogar vergöttert. Er war für mich der beste Vater, den ich mir vorstellen konnte. Wir haben schon heiße Diskussionen über alle möglichen Dinge geführt, als ich noch ein Kind war. Aber das habe ich ihnen, glaube ich, schon gestern erzählt. Ist auch egal. Ich hatte jedenfalls Verständnis, dass er in den letzten Jahren mehrere Affären hatte, denn meine Mutter hatte sich völlig von ihm zurückgezogen. Aber sie haben sie ja selbst kennengelernt und wissen in etwa, aus was ihr Lebensinhalt besteht. Wenn man dann plötzlich erfährt, dass der Heiligenschein, den ich bei ihm immer gesehen habe, gar nicht existiert, sondern hinter seiner freundlichen, ich würde sogar behaupten, menschenfreundlichen Fassade ein Teufel steckt, was glauben sie, was dann in einem vorgeht? Natürlich wollte ich es nicht glauben, dass ausgerechnet mein Vater sich an Schülerinnen vergangen haben soll, aber schließlich waren die Beweise so erdrückend, dass aus meiner tiefen Liebe und Verehrung nur noch abgrund tiefer Hass wurde. Ich habe ihn gehasst und ich hasse ihn immer noch, auch wenn ich viel von ihm gelernt habe. Gestern sagten sie, sie hätten die anderen Videos vernichtet. Bleiben sie auch heute noch dabei? Kamens Blick war auf das Fenster gerichtet, er ging ins Leere. Nein, ich habe diese Videos noch. Ich habe sie mir alle angesehen, um herauszufinden, was für ein Mensch mein Vater in Wirklichkeit war. Wenn sie achtzehnmal Dinge sehen, die so abscheulich und grausam sind, dann verliert man den Glauben an alles. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, wusste ich ja noch nichts von den Machenschaften meines Vaters. Ich glaubte an Gott, ich glaubte daran, dass er uns beschützt. Aber dann kamen die Zweifel. Ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder ob wir ihn uns nur einbilden, wie mein Vater immer gesagt hat. Glauben Sie an Gott? Ich weiß es nicht. Wo hat Ihr Vater die Videos gedreht und wo hat er sie aufbewahrt? Wo sie gedreht wurden, kann ich nicht sagen, ich weiß es wirklich nicht. Aber Sie kennen doch den Schrank war doch sicherlich abgeschlossen. Woher hatten Sie den Schlüssel und wann haben Sie die Videos zum ersten Mal gesehen? Als Maureen starb, wussten Anja und ich nicht, warum sie sich das Leben genommen hat. Anja ahnte es nur, ohne jedoch mir gegenüber etwas zu erwähnen. Aber am 12. Januar dieses Jahres hat Anja mir eine Geschichte erzählt, die so absurd klang, dass sie schon Schülerinnen gehabt. Naja, ich dachte mir, wenn er schon mit seinen Schülerinnen schläft, warum nicht auch solche Sauereien? Vor gut drei Wochen hatte mein Vater eine Fortbildung, die drei Tage dauerte. Ich war zu Hause, meine Mutter hatte sich zum Mittagsschlaf hingelegt und ich bin in das Arbeitszimmer meines Vaters gegangen. Dort habe ich nach Beweisen gesucht, nach Fotos oder Schriftstücken, aus denen ich habe die Schlüssel für den Schreibtisch und den Aktenschrank gefunden, wo er die Videos aufbewahrt hatte. Sie waren alle beschriftet mit Klassenfahrt 12a Berlin, Klassenfahrt 11a Meran und so weiter. Bevor ich ihnen das Video geschickt habe, habe ich den Aufkleber abgemacht. Jedenfalls hat eine innere Stimme mich dazu gedrängt, mir und bin zu Anja gefahren. Sie glauben gar nicht, wie aufgewühlt ich war. Dort haben wir sie uns alle angeschaut und sind dabei auch auf das Band mit Maureen gestoßen. Damit hatten wir den Grund für ihren Selbstmord. Aber wer würde auch schon auf die Idee kommen, auf einem Klassenfahrt Video einen Porno zu finden? Sie haben die Videos nicht bei Frau Russler gelassen, oder? Nein, mein Vater hätte das ja bei seiner Rückkehr gemerkt. Ich habe sie ebenso heimlich wieder zurückgebracht und sie am vergangenen Mittwoch gleich nach meinem Kommen eingepackt und in mein Auto gelegt. Jetzt befinden sie sich an einem sicheren Ort. Und wo? Erst die schriftliche Zusicherung, dann die Videos, sagte sie mit einem kaum merklichen Lächeln. Wie kam es eigentlich zu der Freundschaft zwischen ihnen und Frau Russler? Wir gehen seit drei Jahren regelmäßig Tennis spielen. Bei uns in Oberlinden ist eine große Sportanlage, unter anderem mit Tennis Plätzen. Anja ist aber auch des öfteren bei mir zu Hause, seit ich in Frankfurt wohne. Wir sind zwar zwölf Jahre auseinander, aber wir verstehen uns blendend. Und es hat Ihnen nichts ausgemacht, dass Ihr Vater ein Verhältnis mit Frau Russler hatte? Nein. Außerdem war es eine rein sexuelle Beziehung, und Anja hat mir an diesem zwölften Januar auch den Grund genannt, weshalb sie sich an meinen Vater und später auch an Teichmann ran gemacht hat. Sie wollte aus ihm etwas rauskriegen, aber da war nichts zu machen. Nur Teichmann hat sich mal im Suff verplappert. Carmen drückte die mittlerweile fünfte Zigarette aus und steckte sich gleich eine weitere an. Habe ich jetzt alles gesagt? Weiß Ihre Mutter, dass Sie hier sind? Carmen lachte auf und schüttelte den Kopf. Wo denken Sie hin? Nur ein Wort vor mir, und die hätte mich gar nicht aus dem Haus gelassen. Sie tut mir irgendwie leid, denn damit ist ihre kleine heile Welt endgültig kaputt. Ich hoffe, sie überlebt es, sagte Carmen mit besorgter Miene. Aber ehrlich, Herr Brand, was hätten wir tun sollen? Ihnen die Videos übergeben? Was wäre damit passiert? Ich sage es Ihnen nichts, aber auch rein gar nichts, denn diese Videos beweisen lediglich, dass zwei Männer Sex mit Mädchen haben, nicht mehr und nicht weniger. Und jeder einigermaßen gewiefte Anwalt hätte es geschafft, dass es nicht einmal zu einem Prozess gekommen wäre. Das Und ganz gleich für wie lange ich ins Gefängnis muss, ich werde es niemals bereuen, denn ich habe andere davor bewahrt, vielleicht eines Tages so zu enden wie Maureen, schrie sie erregt. Ihr Atem ging schnell. Brand wartete, bis sie sich beruhigt hatte und wollte etwas erwidern, als sie erklärte, Sie können das Band jetzt ausschalten. Ich habe vorläufig nichts mehr zu »Würdest du bitte Frau Schirner in den Nebenraum führen und dann noch mal kurz herkommen?« Eberl nickte und bat Carmen ihr zu folgen. Kerstin und Silvia saßen auf der Schreibtischkante. Der Beamte stand an der Tür. »Sie passen bitte weiter auf, ich hole gleich Frau Abele.« Wieder in Brands Büro sagte sie, »Was wirst du jetzt tun?« »Die anderen beiden vernehmen, danach die Kleinen anrufen, die muss herkommen.« Er lehnte sich zurück, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Die Geschichte klingt glaubwürdig, vor allem wenn man bedenkt, dass die Russler und die Schirner keine Möglichkeit hatten, sich abzusprechen. Und vor allem hat sie Details genannt, die nur die Täter und wir wissen können. Aber gleich alle vier. Damit hätte ich nicht gerechnet. Holst du mir die Abele? Du siehst mitgenommen aus. Ach, ich bin seit einem Vierteljahrhundert Polizist und denkst, alle Abgründe zu kennen und dann musst du dir eingestehen, dass du nicht mal einen Bruchteil kennst. Weißt du, was ich an den Mädchen bewundere? Da lässt keine die andere hängen. Da kneift keine, da schiebt keine die Schuld der anderen in die Schuhe. Die halten einfach zusammen. Schiller war schon ein weiser Mann. Bitte? Nichts stellte das Band an und sprach den obligatorischen Einführungssatz drauf. Er beugte sich nach vorn und sagte, Frau Abele, würden Sie mir bitte schildern, was sich am vergangenen Dienstag und am Donnerstag abgespielt hat? Sie wiederholte fast wörtlich das, was auch Carmen ausgesagt hatte. Vor allem die Details stimmten fast haargenau überein, bis Brandt eine Frage stellte. Wer hat zuerst zugestochen? Ich. Brandt schloss die Augen und holte Tiefluft. Es war genau die Antwort, die er erwartet hatte. Jede behauptete, die Erste gewesen zu sein. Freundinnen, so, Sie haben also als Erste zugestochen, wie Frau Russler und Frau Schirmer. Jede hat also als Erste zugestochen. Wenn ich es doch sage, ich bin von hinten gekommen und habe mehrfach auf ihn eingestochen. Dann hat Frau Russler von vorne zugestochen. Danach waren Carmen Schirner und Teichmann sie ebenfalls zu sexuellen Handlungen genötigt und auf Video festgehalten. Ja, sie haben es mit mir genauso gemacht wie mit Maureen und den anderen. Ich habe aber nicht darüber gesprochen, wie es auch die anderen nicht getan haben. Und warum nicht? Wer hätte mir denn geglaubt? Mein Vater vielleicht? Der hätte mich höchstens angeschrien und gesagt, wie ich beschäftigt. Die hätte nur gesagt, Kerstin, du solltest mal zum Arzt gehen. Es gab doch keinen, mit dem ich darüber sprechen konnte, weil ich ja nicht wusste, dass vor mir schon andere das gleiche durchgemacht hatten. Wem haben sie ihre Geschichte zuerst erzählt? Frau Russler. Und wann? Am 11. Januar. Und wie kam es dazu? Sind sie freiwillig zu ihr gegangen, um diesen Ballast loszuwerden? Nein, sie hat mich zu sich eingeladen und mir die Sache von einem anderen Mädchen erzählt. Da wusste ich, dass ich nicht alleine war und hat mir diesen ganzen Scheiß von der Seele geredet. Wann wurden sie von Schirner und Teichmann zu sexuellen Handlungen gezwungen, beziehungsweise wann wurde das Video aufgenommen? Am 11. April 2002. Das war ein Donnerstagabend. Sie haben es immer donnerstags gemacht. Woher wissen sie das? Sie haben es mir gesagt. Und wo wurde es aufgenommen? In einem Haus, aber ich kann ihnen nicht sagen, wo es sich befindet. Das verstehe ich nicht. Wurden ihnen die Augen verbunden? Nein, es war schon dunkel. Ich weiß nur, dass wir in Richtung Drei Eichen Hain gefahren sind. Haben sie ihnen vorher etwas gegeben? Drogen, Alkohol, Tabletten. Ich musste ein Glas Wein trinken. Da muss aber noch was anderes drin gewesen sein. Ich war benebelt und high zugleich. Hatten sie Schmerzen? Bestimmt, aber ich habe sie nicht gespürt, zumindest nicht in diesem Moment. Sie kamen erst, als die Wirkung dieses Mittels nachgelassen hat. Existiert das Video noch, in dem sie missbraucht werden? Ja, ich und Anja haben gemeint, dass es besser wäre, wenn wir es behalten würden, für den Fall, dass man uns verhaftet. Wann haben sie es zum ersten Mal gesehen? Vor gut drei Wochen. Und wo? Bei Frau Rüßler. Sie sagen immer Frau Rüßler. Sie duzen sie sich? Kerstin zögerte mit der Antwort. Sie blickte zu Boden, ihre Hände verkrampften sich ineinander. Wir duzen uns, aber erst seit ein paar Wochen. Es ist nicht üblich, dass Lehrer und Schüler sich duzen. War auch nur eine Frage. Fühlen sie sich jetzt erleichtert oder haben sie Angst? Beides. Möchten sie zu ihrer Aussage noch etwas hinzufügen oder korrigieren? Nein, ich habe die volle Wahrheit gesagt. Gut, dann gehen sie bitte wieder in den Nebenraum und schicken sie mir Frau Esslinger herein. Silvia Esslinger kam herein, machte die Tür hinter sich zu und nahm auf dem Stuhl Platz. Auch ihre Aussage wich in keinem Detail von denen von Carmen und Kerstin ab, mit der Ausnahme, dass auch sie behauptete, die erste gewesen zu sein, die zugestochen habe. Sie wirkte selbstsicher, mied weder den Blickkontakt mit Brandt noch mit Eber. Ihre Haltung drückte Stolz und Entschlossenheit aus. Keine Spur von Angst oder Nervosität. Wurden sie auch zu sexuellen Handlungen gezwungen? Nein, ich habe von den Schweinereien erst durch Kerstin erfahren, nachdem sie mit Frau Russler gesprochen hat. Ich war total geschockt, denn ich hätte alles für möglich gehalten, aber sowas nicht. Da machte auf einmal Videos ankam. Maureen war so sensibel und fein. Sie hatte sowas nicht verdient. Und Kerstin haben sie auch kennengelernt. Sie ist eine so tolle Freundin. Eine bessere kann man sich nicht wünschen. Ich war so voller Hass. Das können sie sich gar nicht vorstellen. Da sind bei mir alle Sicherungen durchgebrannt. Am liebsten hätte ich diese beiden Drecksäue gleich umgebracht. Doch dann haben wir alle gemeinsam einen Plan geschmiedet. Aber wenn sie nicht direkt betroffen waren, warum haben sie dann mitgemacht? Es ging um meine Freundin und weil Carmen auch so gelitten hat. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen, als sie mit einem Mal vergrub Silvia, die sonst so stark und selbstsicher wirkte, ihr Gesicht in den Händen und fing an zu weinen. Eberl setzte sich neben sie und legte einen Arm um ihre Schulter. Sie hatte Mitleid mit dem Mädchen, eigentlich hatte sie Mitleid mit allen Vieren. Unter Tränen fuhr Silvia fort. Diese verdammten Dreckschweine haben den Tod verdient, denn sie haben Maureen auf dem Gewissen. Ich musste mitmachen, weil ich mir sonst für den Rest meines Lebens Vorwürfe gemacht hätte. Wir sind Freundinnen und wir werden es auch immer bleiben. Sie wischte sich die Tränen ab, schnolzte sich und sagte mit erhobenem Haupt, ich weiß, dass wir richtig gehandelt haben, während Schirner und Teichmann noch am Leben, wer weiß, wie viele noch unter ihnen gelitten hätten. Es gibt nichts, wofür ich mich schämen müsste. Das wollte ich nur noch sagen. Sie haben aber das Gesetz in die eigene Hand genommen und das ist in unserem Land nun mal verboten. Es ist vieles verboten, aber die wenigsten halten sich daran. Wie gesagt, ich schäme mich für nichts. Kann ich jetzt wieder rüber zu meinen Freundinnen? Ja, ich werde die Staatsanwältin anrufen, sie wird noch einige Fragen an sie haben. Es wird also noch etwas länger dauern. Wenn sie Hunger haben oder Durst, sagen Wann gibt es denn im Gefängnis was zu essen? fragte sie emotionslos. Sie werden sich noch gedulden müssen. Erst ist die Staatsanwältin dran. Vor zehn elf sind sie auf keinen Fall in ihren Zellen. Haben wir eine Gemeinschaftszelle? Fragen sie die Staatsanwältin, ob sie eine bekommen kann. Sie entscheidet ab sofort. Dann hätten wir doch gerne was zu essen. Können wir Pizza bestellen, wir haben auch Geld. Kein Problem. Nicole, machst du das mal? Eber begleitete Silvia in den Nebenraum und telefonierte von dort aus mit der Pizzeria. Gleich danach kam sie zurück. Auf diesen Prozess bin ich gespannt, sagte sie. Ich möchte da kein Richter sein. Und ich möchte im Augenblick kein Bulle sein. Er nahm den Hörer ab und tippte die Nummer von Elvira Klein ein. Ja? Brand hier. Würden Sie bitte in mein Büro kommen? Ich hab noch was für Sie. Dürfte ich vorher erfahren, was? Kommen Sie einfach her, Sie wollen doch immer auf dem neuesten Stand sein. Er legte auf, ohne eine Erwiderung abzuwarten. Er war müde, erschöpft und ausgelaugt und stinksauer. Die ganze Situation hatte ihn an seine Belastungsgrenze Laune spiegelte sich auf ihrem Gesicht wieder. Sie stützte sich mit beiden Händen auf den Schreibtisch und fuhr ihn an. Warum heute schon wieder? Gönnen Sie mir kein Wochenende? Sind Sie fertig mit Ihrem Selbstmitleid? Wenn ja, dann setzen Sie sich, erwiderte Brand mit kühler Gelassenheit. Elvira Klein zuckte für einen Moment zusammen, zog ihren Mantel aus und legte ihn über die Stuhllehne. Sie können ab sofort den Fall übernehmen. Wir haben unsere Arbeit getan. Heißt das, Sie haben die zweite Person? Ja und Nein. Aber das können Sie sich in aller Ruhe selbst anhören. Wir haben die vergangenen dreieinhalb Stunden mit Vernehmungen zugebracht. Ich werde jetzt aufstehen und nach Hause fahren und Frau Eberl wird das gleiche tun. Ich habe nämlich auch ein Privatleben. Was heißt Ja und Nein, fragte sie schroff. Dort drüben sind drei junge Damen, die die Taten gestanden haben. Ich kann Ihnen nur viel Glück bei der Prozessvorbereitung wünschen. Montag 8 Uhr Polizeipräsidium Offenbach Mordkommission Bernhard Spitzer und Nicole Eberl sprachen über das vergangene Wochenende, als Brand ins Büro kam. Da bin ich, sagte er gut gelaunt und zog seine Jacke aus. Und was Neues? Einiges, aber erst mal Gratulation zu dem raschen Erfolg, wurde er von Spitzer begrüßt. Ich frage mich, wie du das angestellt hast. Glück, antwortete Brand nur und nahm sich einen Stuhl. Glück? Mann, jetzt sei doch nicht so bescheiden. Ohne dich, das Ding ist gelaufen und damit basta. Also was gibt's Neues? Die Eltern von der Abele und der Esslinger waren gestern Abend noch hier. Die müssen einen ziemlichen Rabatz gemacht haben, sagt jedenfalls Meier vom KDD. Der war mit der Kleinen bis Mitternacht hier. Haben die Eltern mit ihren Töchtern sprechen können? Ja, und auch da muss es richtig heiß zu gegangen sein. Meier musste noch einen Beamten bemühen, um den Vater von der Abele davor zurückzuhalten, seine Tochter zu verprügeln. Der Typ ist völlig ausgerastet. Und die Eltern der Esslinger? Die sollen ziemlich ruhig gewesen sein. Die Mutter hat gesagt, ihre Tochter habe eben immer schon einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt, und wenn das alles stimmen sollte, dann hat sie in ihren Augen richtig gehandelt. Sie haben gestern Abend noch ihren Anwalt eingeschaltet. Der Abele hat nur gemeint, seine Tochter soll zusehen, wie sie zurechtkommt. Sie ist nicht länger seine Tochter. Wer jemanden umbringen kann, kann auch für sich selbst sorgen, muss ein hammerharter Typ sein. Brand begab sich in sein Büro und tippte die Nummer von Helga Schirner ein. Sie meldete sich nach dem zweiten Klingeln. Hier Brand, Frau Schirner, wäre es Ihnen möglich, in einer Stunde hier im Präsidium zu sein? Weshalb sollte ich das tun? Weil es um ihre Tochter geht. Haben sie sich noch gar nicht gewundert, dass sie nicht zu Hause ist? Nein, mich wundert überhaupt nichts mehr. Ich habe nur gehört, dass sie meinen Mann und ihren Vater ermordet hat. Ich wüsste also nicht, was ich bei ihnen soll. Wie haben sie es erfahren? Herr Esslinger war so freundlich, es mir mitzuteilen. Kommen Sie bitte trotzdem her. Ich kann Ihnen einen Streifenwagen schicken, der sie herbringt und auch wieder nach Hause geht um Ihre Tochter, die Ihnen sicher eine Menge zu sagen hat. Haben Sie verstanden? Es geht um Ihre Tochter. Einen Augenblick herrschte Stille. Brand hörte nur das Atmen am anderen Ende, bis Helga Schirner sagte, also gut, aber erwarten Sie nicht zu viel von mir. Als Brand zurück in Spitzers Büro ging, war Carmen bereits da. Sie wirkte übernächtigt. Kein Wunder, Carmen folgte ihm wortlos. Er machte die Tür hinter sich zu und bat sie, sich zu setzen. Was gibt's? fragte sie. Und obgleich sie müde schien, war ihr Stolz dennoch ungebrochen. Sie wollten gestern nicht mehr ihre Mutter anrufen. Weshalb nicht? Mir war nicht danach. Ich mache es nachher. Ich habe sie bereits informiert. Sie wird in einer Stunde hier sein. Ist Ihnen das sagen habe, aber ich muss es trotzdem versuchen. Wie war es denn gestern Abend mit Frau Klein, wollte Brandt wissen. Sie hat viele Fragen gestellt und wir haben sie beantwortet. Sie ist ganz nett, ganz anders, als ich zugesichert. Ja, sie will alles dafür tun, dass der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Sie bekommen die Videos aber trotzdem erst, wenn ich die schriftliche Zusicherung habe, betonte sie noch einmal. Was ist mit einem Anwalt? Über Carmens Lippen huschte ein Lächeln, als sie antwortete, mir ist ein sehr guter empfohlen worden, den ich auch gleich anrufen wollte. Ihnen ist eine empfohlen worden? Von wem, wenn ich fragen darf? Brand ahnte es, aber er wollte es aus Carmens Mund hören. Das kann ich nicht sagen. Haben Sie gefrühstückt? Diesen Fraß, sagte sie verächtlich, ich bin ja einiges gewöhnt, doch sowas rühre ich nicht an. Aber ich habe schon des Öfteren gefastet, ich werde es schon noch eine Weile aushalten. Ich könnte Ihnen etwas Anständiges bringen lassen, sagte Brand. Das würden Sie für mich tun? Mir würde schon ein belegtes Brötchen und eine Tasse Kaffee reichen. Dürfen es auch zwei Brötchen sein? Aber nur, wenn Kerstin und Silvia auch was bekommen. Versprochen. Brand rief den Beamten herein und ließ Carmen in ihre Zelle zurückbringen. Wieder in Spitzers Büro sagte er, Nicole, sorg doch mal dafür, dass die Mädchen was ordentliches zu essen bekommen. Für jede zwei belegte Brötchen und Kaffee oder Tee. Und sollten sie sonst noch Wünsche haben, sofern sie machbar sind, du weißt schon. Oder nein, besorg die Sachen nur, ich bring sie ihnen dann. Klar, du Menschenfreund. Brand grinste, spitze auch. Weißt du, was die klein gemacht hat? Sie hat mit allen gesprochen. Meier sagt, vorher noch einen Gerichtstermin hat. Was kann die denn schon wieder wollen? Vielleicht will sie dir eine Medaille um den Hals hängen, meinte Spitzer mit einem breiten Grinsen. Silvia saß auf der Pritsche, die Beine angezogen, die Arme um sie geschlungen. Ihre Augen leuchteten auf, als sie Brand mit dem Essen hereinkommen sah. Hallo, sagte er, ich habe gehört, dass Sie nichts Gescheites zu essen bekommen haben. Suchen Sie sich zwei Brötchen aus, Kaffee ist auch genügend da und noch etwas zu naschen. Danke, ich bin fast am verhungern. Wie lange müssen wir noch hier bleiben? Sie bissen ein Brötchen und schenkte sich den Becher bis zum Rand voll. Nur noch bis heute Mittag. Nach dem Haftprüfungstermin kommen Sie in normale U-Haft, wo die Zellen um einiges wohnlicher sind. Frau Klein hat aber gesagt, dass wir in eine Zelle kommen. So? Hat sie das gesagt? Na, wenn das so ist, umso besser. Ansonsten geht es Ihnen gut? Ist schon okay. Ich warte auf meinen Anwalt. Er müsste eigentlich jeden Moment da sein. Machen Sie es gut. Sie auch. Kerstin Abele lag auf der Pritsche, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Sie hatte ein verheultes Gesicht, setzte sich aber auf, als sie Brandt mit dem Tablett erblickte. Zwei Brötchen, Kaffee und ein Schokoriegel. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Brauchen Sie auch nicht. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Brandt stellte das Tablett auf den Boden und setzte sich zu ihr. Es ist wegen gestern Abend. Ich habe das mit ihrem Vater gehört. Tut mir leid. Wie sieht es denn mit einem Anwalt aus? Ich habe einen, sagte sie mit einem Lächeln, das den inneren Aufruhr nicht überdecken konnte. Ich dachte, ihr Vater hätte sich geweigert, ihnen einen zu besorgen. Ich habe trotzdem einen. Brandt hakte nicht weiter nach, woher sie so schnell einen Anwalt hatte. Er konnte es sich aber denken. Carmens Zelle war verraucht, die Kippen lagen auf dem Boden. Sie hatte seit dem vergangenen Abend mindestens zwei Schachteln geraucht. Sie sah Brandt dankbar an, nahm sich die beiden letzten Brötchen, Kaffee und den Schokoriegel. Beeilen Sie sich mit dem Essen, Ihre Mutter müsste bald kommen. Was ist mit Kerstin und Silvia? Machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind okay. Danke für alles, sagte Ich habe nur meine Pflicht getan, erwiderte Brandt. Sie haben viel mehr getan. Wissen Sie, woran ich gemerkt habe, dass Sie anders sind als die meisten Menschen? Nein, es war das Gedicht. Es gehört auch zu meinen Lieblings Gedichten. Montag, neun Uhr fünfunddreißig Du wolltest mich sprechen? Helga Schirner hatte grußlos die Zelle betreten. Sie würdigte ihre Tochter kaum eines Blickes und ihre Stimme klang kühl. Ja, das wollte ich. Carmen hatte die Arme auf dem Tisch liegen und die Hände wieder gefaltet. Sie sah ihre Mutter lange an, bevor sie fortfuhr. Mutti, du weißt, warum ich hier bin, oder? Du hast deinen Vater wie ein Stück Vieh abgeschlachtet. Pfui Teufel! Er hat dir immer jeden Wunsch erfüllt. Und was war der Dank? Stopp! unterbrach Carmen ihre Mutter mit energischer Stimme. Du hast vollkommen recht. Ich habe immer alles bekommen, zumindest fast alles. Aber du hast ja keine Ahnung, wer mir das gegeben hat. Mein Vater war nicht der Mann, als den du ihn siehst. Er war ein Monster. Weißt du eigentlich, er hat für uns gesorgt, spiel sie höhnisch aus. Mutti, ich sag dir, was er getan hat. Er hat mindestens 18 Schülerinnen dazu gezwungen, mit ihm widerliche Pornofilme zu drehen. Du weißt doch, was Pornofilme sind, oder? Da wird die ganze Zeit nur gefickt. Dein Mann, mein Vater, hat sie erpresst, und zwar ganz hinterhältig, sodass sie sich nicht einmal gegen ihn wehren konnten. Darunter sind Mädchen, die ich selber gut kenne, zum Beispiel Maureen Niehus, die sich letzten November das Leben genommen hat. Du erinnerst dich bestimmt daran. Du lügst, du bist eine verkommene Lügnerin. Du ziehst den guten Namen unserer Familie in den Schmutz. Nein, Mutti, ich ziehe den Namen nicht in den Schmutz. Das hat Papa schon lange vor mir gemacht. Ich als den wir ihn kannten. Vielleicht früher einmal, aber das ist lange her. Er hat sich verändert, du hast dich verändert. Inwiefern habe ich mich verändert? Carmen sah ihre Mutter mitleidig an und sagte, schau dich doch an, aus was besteht denn dein Leben? Wenn es deine Berufung ist, den ganzen Tag nur zu putzen, bitte, ich kann dich nicht daran hindern. Aber Papa hatte unzählige Affären ich hätte auch weiter geschwiegen, ihr wart für eure Ehe allein verantwortlich, aber als ich das mit den Schülerinnen erfuhr, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, nämlich meine heile Welt, hörst du, meine heile Welt ist zusammengebrochen. Er und Eberhard haben solche unsäglichen Schweinereien begangen. Nein, Mutti, das konnte ich beim besten Willen nicht dulden. Sonst noch etwas? Ist dein Vater war ein guter Mann und er wird es in meinem Herzen immer bleiben. Ich verachte dich und diese Kerstin und wie sie nicht alle heißen. Ich wusste, dass du ein verlogenes Miststück bist und dass du dich nur rausreden willst. Dein Vater hätte niemals einem anderen Menschen wehgetan. Niemals hörst du? Also gut, entgegnete Carmen zynisch. Lebe doch weiter in deiner kleinen heilen Welt. Putz jeden Tag schön die Fenster. Achte darauf, dass auch kein Krümel auf dem Boden liegt. Wasch die Wäsche und bügel die Wischtücher. Mein Gott, ich hätte wirklich mit mehr Verständnis von dir gerechnet. Aber ich habe mich getäuscht, so wie ich mich in Papa getäuscht habe. Ich hab dich immer sehr lieb gehabt. Aber ich denke, du solltest jetzt besser gehen. Montag 10 Uhr 5 Nachdem Brandt seine Pistole, seine Geldbörse, selbst die Uhr in die Schale gelegt und die Schleuse passiert hatte, wurde er von einer Schließerin zu Anja Russlers Zelle geführt. Sie lag auf dem Bett. In der einen Hand eine Zigarette, in der anderen ein Buch. Hallo, wurde er von ihr begrüßt. Ist das aber eine Überraschung. Was verschafft mir die Ehre? Ich wollte sehen, wie es ihnen geht, und ich wollte ihnen auch etwas mitteilen. Er sah sich um und sagte, Sie haben eine schöne Zelle. Auf jeden Fall bequemer als die im Präsidium. Aber Sie sind bestimmt nicht gekommen, um sich mit mir über meine neue Wohnung zu unterhalten. Nein, natürlich nicht. Er setzte sich verkehrt herum auf den Holzstuhl, die Arme auf der Lehne. Ich Gesellschaft bekommen werden. Sie können sich denken, von wem ich spreche, oder? Anja Russlers Gesicht wurde zu Stein, als sie mit belegter Stimme sagte, Wer? Drei junge Damen, die sich gestern freiwillig gestellt haben. Sie haben alle unabhängig voneinander zugegeben, an den Morden beteiligt gewesen zu sein. Sie lügen. Ich war es allein. Wer lügt? Ich oder ihre Freundinnen? Alle! Sie drückte mit fahrigen Bewegungen ihre Zigarette aus und steckte sich gleich eine neue an. Frau Russler, ich kann mir in etwa vorstellen, was in ihnen vorgeht, aber Carmen, Kerstin und Silvia wurden getrennt verhört. Die Aussagen sind absolut identisch und es wurden Details genannt, die nur wir und die Täter wissen können. Es hat also keinen Sinn, weiter die ganze Schuld auf sich zu nehmen. Ihr Anwalt wird sie auch dementsprechend beraten. Sie sind wirklich freiwillig zu ihnen gekommen? Ja, ich hatte doch keine Handhabe, sie zu verhaften. Es gab bisher nur sie und die Tatwaffen. Wo sind sie jetzt? Noch im Präsidium. Sie werden bald dem Haftrichter vorgeführt. Anja Russler nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. Ich wollte nie, eine von ihnen ins Gefängnis geht. Es war alles mein Plan. Ich habe sie manipuliert. Hören sie bitte auf, es ist vorbei, Carmen und Silvia lassen sich nicht manipulieren, das wissen sie so gut wie ich, und über Kerstin brauche ich wohl nicht viele Worte zu verlieren. Sie sind doch noch so jung. Das sind sie auch. Aber wahre Freundinnen halten zusammen, das habe auch ich erkannt. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass es so etwas heute noch gibt. Sagen sie mir nur, wann Kerstin mit ihnen über die Sache gesprochen hat. Am 11. Januar. Das deckt sich mit ihrer Aussage. Wer hat zuerst zugestochen? Ich, Brandt lächelte. Wir sehen uns spätestens vor Gericht, alles Gute, und sprechen Sie mit Ihrem Anwalt. Wer ist überhaupt Ihr Anwalt? Dr. Mertens. Mertens? Wie sind Sie denn an den gekommen? Er wusste, dass Elvira Klein ihr einen Anwalt empfohlen hatte, aber sie hatte seinen Namen am Samstag aufgeschrieben und nicht genannt. Ganz gut, er ist einer der besten Strafverteidiger in Deutschland. Brandt klopfte an die Zellentür und von draußen wurde aufgeschlossen. Er hasste Gefängnisse, von deren Gittern und Mauern er meinte gleich erschlagen zu werden. Er atmete erleichtert auf, als er wieder draußen war. Fünf nach halb elf. Wenn er sich beeilte, würde er den Besuch bei Natalia Teichmann noch vor seinem Gespräch mit Elvira Kleinschaffen. Montag elf Uhr zehn Natalia Teichmann stand am Tresen und besprach etwas mit ihrer Sprechstundenhilfe. Als sie Brandt erblickte, wurde ihre Miene schlagartig ernst. Sie reichte ihm die Hand. Sie kommen etwas ungünstig. Ich habe noch fünf Patienten im Wartezimmer sitzen. Wenn es keine Notfälle sind, dann sollen sie ein andermal wieder kommen. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt gleich unterhalten. Natalia Teichmann überlegte kurz und sagte, Marina, würdest du bitte Bescheid geben, dass die Praxis für heute Vormittag geschlossen ist und mach gleich neue Termine aus. Du kannst dann auch nach Hause gehen. Heute Nachmittag habe ich sowieso nur Herrn Müller und Frau Tessin. Mach dir einen schönen Tag. Wenn sie mir bitte folgen wollen. Sie begaben sich in den ersten Stock ins Wohnzimmer. Alles war Picobello aufgeräumt und sauber. Doch es wirkte weder steril noch unpersönlich wie bei Schirners. Nachdem sie sich gesetzt hatten, sagte Brandt, Frau Teichmann, ich bin gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass wir die Mörderinnen ihres Mannes festgenommen haben. Sie neigte den Kopf zur Seite und sah Brandt mit seltsamem Blick an. Die Mörderinnen? Sie haben also noch nicht davon gehört? Nein, woher denn? Und wer ist es? Ich kann mich auf ihre Diskretion verlassen? Natürlich, ich bin schließlich Ärztin. Sagen Sie schon, ich will es wissen. Es handelt sich um vier junge Damen, von denen sie mit Sicherheit eine kennen. Natalias Blick durchbohrte Brandt. Sie kniff die Lippen zusammen, bis sie nur noch ein Strich waren und fragte Carmen? Wie kommen sie ausgerechnet auf sie? Nennen sie es Intuition? Ich habe es die ganze Zeit gespürt, aber ich konnte es unmöglich aussprechen. Und wer sind die anderen drei? Kerstin Abele, Sylvia Esslinger, Sylvia. Sie zeigte kaum eine Gefühlsregung. Und wer noch? Anja Russler. Frau Russler auch? Aber gut, ich nehme an, sie werden einen Grund gehabt haben, meinen Mann und Herrn Schirner zu töten. Sie machte eine Pause und wirkte nachdenklich. Brandt merkte, dass es nicht die Zeit war, ihre Gedanken zu stören. Ich hätte wissen müssen, dass es eines Tages so weit kommt. Mein Mann hatte Geheimnisse vor mir, aber er war ein miserabler Schauspieler und Schirner hatte einen schlechten Einfluss auf ihn. Ich habe Schirner nie gemocht, er hatte eine schlechte Aura. Was haben sie angestellt, dass man sie so furchtbar zugerichtet hat? Das ist eine lange Geschichte, nur so viel. Sie haben Schülerinnen erpresst, sexuell genötigt und die sexuellen Handlungen gefilmt. Eines dieser Mädchen hat sich im November das Leben genommen. Weitere Details möchte ich Ihnen ersparen. Natalia nickte, zog die Stirn entfalten und sagte, wenn sie das getan haben, dann haben sie den Tod verdient. Es tut mir leid, so über meinen Mann sprechen zu müssen, aber ich finde es abscheulich, wenn man zu etwas gezwungen wird, das man nicht will. Als ich nach Deutschland kam, landete ich gleich in einem Bordell, mich freikaufte. Aber ich habe damals schon gemerkt, dass Eberhard nicht wirklich ehrlich zu mir war. Nur einmal war er es, das war am Mittwoch, als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin. Diese Freude war echt. Wie gut kennen Sie Carmen und die anderen drei? Carmen ist meine Patientin. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Sie ist, wenn ich es so sagen darf, die einzig normale in ihrer Familie. Wenn sie ihren Vater umgebracht hat, dann muss sie einen sehr triftigen Grund gehabt haben. Denn sie ist die Liebenswürdigkeit in Person und hat eine sehr kräftige positive Aura. Genau wie Frau Russler, die ich auch einmal kennenlernen durfte. Aber sie ist innerlich zerrissen und hat große persönliche Probleme, die sie jedoch gut überspielen kann. Und Sie kam auf Empfehlung von Carmen. Ich würde sagen, sie ist von allen die charismatischste und gleichzeitig die sensibelste. Kerstin kenne ich leider nicht. Woher wissen Sie so viel über diese Frauen? Natalia lächelte verständnisvoll. Ich sehe einen Menschen für eine Sekunde und kann ihnen fast immer sagen, wie es in ihm aussieht. Es ist eine Gabe, die über Generationen in unserer Familie weitergegeben wurde. Ich habe sie einfach. Ich hätte noch eine Frage, die für mich äußerst wichtig ist. Dieses Haus gehörte doch ihrem Mann und jetzt ihnen. Zumindest gehe ich davon aus. Ja, es gehört jetzt alles mir, da mein Mann keine weiteren Verwandten hat. Gibt es außer diesem Haus noch eins, das ihm gehört? Ja, in Götzenhain. Aber es ist nur ein winziges Haus mit Hausche und steht seit Jahren leer, weil man für die Renovierungskosten gleich ein neues Häuschen kaufen könnte. Brandt war wie elektrisiert. Würden Sie mir bitte die Adresse geben? Gerne. Aber warum interessieren Sie sich für diese Bruchbude? Weil dort möglicherweise die Filme gedreht wurden. Montag 12 Uhr 30. Er klopfte an. Von drinnen kam ein deutliches herein. Elvira klein stand mit dem Rücken zu ihm am Fenster und goss ihre Blumen. Sie trug einen Hosenanzug und hohe Schuhe, die sie fast einen Kopf größer als Brand machten. Nehmen Sie Platz, sagte sie, stellte die Messingkanne auf die Fensterbank und drehte sich um. Sie setzte sich hinter ihren Schreibtisch, die Hände gefaltet. Ich habe Sie hergebeten, um Ihnen zu Ihrem Erfolg zu gratulieren. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Brand war völlig überrascht von diesen Worten aus Ihrem Mund, überwogen doch sonst eher die spitzen Bemerkungen. Danke, aber ich habe nur meine Arbeit getan. Ich meine und Sie Ihre, konnte er sich nicht verkneifen hinzuzufügen. Wie soll ich das verstehen? fragte sie mit unergründlichem Lächeln. Ich habe heute Morgen noch mal mit den drei jungen Damen gesprochen. Sie haben Ihnen auch etwas zu essen gebracht, sehr lobenswert. Ich könnte diesen Schlangenfraß auch nicht runterkriegen, aber fahren Sie fort, ich habe sie unterbrochen. Die Russler hat einen guten Anwalt, ich denke, das wird eine harte Nuss für Sie, oder glauben Sie, Sie bestehen gegen Mertens? fragte Brand grinsend. Wir werden sehen. Dass Frau Russler ausgerechnet auf Mertens gekommen ist, naja, das war wohl eine intuitive Entscheidung, eben die typische Entscheidung einer Frau. Sicher, habe ich nicht bedacht. Wer sind denn die Anwälte von Frau Schirner, Frau Abele und Frau Esslinger? Steiner, Jürgens und Kolb. Na, sieh mal einer an, auch nicht gerade das, was man Pflichtverteidiger nennt. Die Damen haben eine sehr gute Wahl getroffen. Tja, das denke ich auch. Haben sie das Schriftstück vorbereitet, wie von Frau Schirner gefordert? Liegt vor ihnen auf dem Tisch. Ich habe bereits unterschrieben. Es fehlt noch ihre Unterschrift und die des Richters. Zufrieden? Brand las es durch, nickte anerkennend und setzte seinen Namen in das dafür vorgesehene Feld. Sobald der Richter unterschrieben hat, werde ich es Frau Schirner aushändigen, damit sie es ihrem Anwalt geben kann. Wir wollen doch schließlich die Videos haben. Wird ihnen allen gemeinsam der Prozess gemacht? Klein zuckte mit den Schultern und sagte, normalerweise müssten Frau Abele und Frau Esslinger vor ein Jugendgericht gestellt werden und Frau Schirner und Frau Russler vor Schwurgericht. Es gibt aber Gesetzeslücken, weshalb es unter Umständen möglich ist, dass allen vier gemeinsam der Prozess gemacht wird. Doch das hat letztendlich der Richter zu entscheiden. Ich werde mich dafür aber einsetzen. Weshalb? Darauf möchte ich nicht antworten. Es wäre aber besser für alle Beteiligten. Glauben Sie mir. Sie wollen auch nicht, dass sie hohe Haftstraffen bekommen, stimmt's? Ich werde die Anklage so vertreten, wie es in solchen Fällen angemessen ist, antwortete sie wieder mit diesem seltsamen Lächeln. Haben Sie sonst noch Neuigkeiten für mich? Brand berichtete von seinem Besuch bei Natalia Teichmann und dem Haus. Klein hörte aufmerksam zu. Als er geendet hatte, sagte sie, das klingt vielversprechend. Wann kann ich Ihren ausführlichen Bericht erwarten? Übermorgen. In Ordnung. Und lassen Sie bitte alle persönlichen Gefühle außen vor? Oder formulieren Sie es so, dass man nicht gleich merkt, dass Sie mit den Täterinnen mitfühlen? Das tun Sie ja auch nicht, hoffe ich zumindest. Mord bleibt schließlich Mord, ganz gleich, aus welchen Beweggründen er begangen wurde. Habe ich recht? Ich sehe, wir verstehen uns, ausnahmsweise. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten, Sie Ich wollte Ihnen noch etwas sagen, Sie haben bei den vier Damen großen Eindruck hinterlassen. Wie Sie das geschafft haben, ist mir allerdings ein Rätsel. Wiedersehen. Der Prozess begann am ersten April 2003 und dauerte vier Verhandlungstage. Er war für die Öffentlichkeit zugänglich. Allerdings wurden die Zuschauer und die Presse ausgeschlossen, als einige der Videobänder gezeigt und die Namen der beteiligten jungen Damen genannt wurden. Carmen Schirner und Silvia Esslinger wurde aufgrund mehrerer unabhängig erstellter psychologischer Gutachten verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Elvira Klein hatte durchgesetzt, dass der Prozess allen vier Angeklagten in einem Verfahren gemacht wurde. Ihre Anklage war hart, aber fair. Einige Male musste Brandt schmunzeln, als Klein den Angeklagten Fragen stellte, die ein gefundenes Fressen für die jeweiligen Verteidiger waren, denn keiner wusste besser als die Kleinen, dass Carmen, Kerstin, Silvia und Anja die besten Verteidiger hatten. Am Ende ihres ausgefeilten und rhetorisch hervorragenden Schlussplädoyers betonte sie, dass die traumatischen Erlebnisse aller vier Beteiligten als strafmildernd zu werten seien, und forderte Haftstrafen zwischen zwei Jahren für Kerstin Able und Silvia Esslinger, drei Jahren für Carmen Schirner und fünf Jahren für Anja Russler. Die Verteidiger, allen voran Dr. Mertens, hielten feurige Plädoyers, in denen sie deutlich machten, welches unsägliche Leid ihren Mandanten direkt bzw. indirekt zugefügt worden sei. Jeder Zuschauer, die Vertreter der Medien, die Vertreter der Staatsanwaltschaft, sowie der Richter höchstpersönlich, sollten sich vorstellen, das, was mit Kerstin Able und vor allem Maureen Nihus passiert war, würde mit ihren Töchtern geschehen, sofern sie welche hätten. Würden sie dann noch die Grenze zwischen Recht und Unrecht erkennen? Es gehe nicht darum, harte Strafen für die Angeklagten, die sowohl Täter als auch Opfer seien, zu verhängen, sondern die Öffentlichkeit müsse vielmehr dahingehend sensibilisiert werden, dass man das Übel erkennt und im Keim erstickt, indem man sich zum Beispiel mehr um die Belange, Sorgen und Nöte der Kinder und Jugendlichen kümmert. Schirner und Teichmann, so die Verteidiger, hätten damit rechnen müssen, aufgrund ihrer widerwärtigen und perversen Taten eines Tages so zu enden. Den Angeklagten könne nur der Vorwurf gemacht werden, dass sie zwei Männer getötet haben, aber sie hätten nicht aus niederen Beweggründen gehandelt, sondern lediglich um andere Mädchen und junge Frauen vor dem gleichen Schicksal wie Maureen Niehus und Kerstin Abele sowie sechzehn weiteren Opfern zu bewahren. Keiner, sagten sie, könne sich die seelischen und körperlichen Qualen der Opfer auch nur im geringsten vorstellen, aber wer die Videobänder gesehen habe, wisse, wie groß diese Qualen nicht nur physisch, sondern vor allem psychisch gewesen sein mussten. Als der Richter die Urteilssprüche verlas, ging ein Raunen durch den Saal. Es war ein von keinem erwartetes Sensationsurteil. Jeweils zwei Jahre Haft auf Bewährung für Kerstin Abele und Silvia Esslinger, zweieinhalb Jahre auf Bewährung für Carmen Schirner und Anja Russler, da nicht nachgewiesen werden konnte, wer die Taten geplant und wer den ersten Todesstoß geführt hatte. Denn die angeklagten Frauen blieben standhaft bei ihrer Version, als erste das Messer geführt zu haben. Allerdings wurde ihnen vom Gericht zur Auflage gemacht, dass alle vier sich mit sofortiger Wirkung für ein Jahr einer Therapie in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik zu unterziehen hätten. Das Urteil führte in der Öffentlichkeit und in den Medien zu heftigen Diskussionen, die fast zwei Wochen lang werden, bevor der ganz normale Alltag wieder Einzug hielt. Einige Eltern nahmen, nachdem sie erfuhren, was am Georg-Büchner-Gymnasium jahrelang vorgegangen war, ihre Kinder von der Schule, um sie auf eine andere zu schicken. Ob der einst so gute Ruf des Gymnasiums jemals wiederhergestellt werden kann, weiß keiner. Anja, Carmen, Kerstin und Silvia fielen sich nach dem Urteil weinend vor Freude in die Arme. Blieben noch Andrea Sievers und Peter Brandt. Sie mochten sich vom ersten Moment an, aber es brauchte fast drei Jahre, bevor Andrea den ersten Schritt machte. Sie trafen sich regelmäßig entweder bei ihr oder bei ihm. Doch von Heirat wollten sie vorläufig nicht mehr sprechen. Sie hatten sich gefunden und irgendwann würde die Zeit kommen. Irgendwann. Lust auf mehr? Weitere Target-Hörbücher gibt es überall im Handel. Der Audio-Media-Verlag bedankt sich fürs Zuhören.